Hallo ihr fantastische Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Redropanda blättert und heute haben wir eine schöne Ausgabe finde ich und zwar aus dem August 91. Komischerweise diese Club Nintendo Ausgaben vor 92, vor dem Super Nintendo Zeitalter, die findet man gar nicht so einfach wie man denkt, dass es irgendwie zumindest gefühlt gibt es da so einen Cut, wo man ab dem Super Nintendo Zeitalter die Dinger irgendwie besser kriegt als die alten. Deswegen war ich ganz froh, dass sie das jetzt mal auf Ebay gefunden habe und mir dann zu einem noch einigermaßen vernünftigen Preis dann auch kaufen konnte. Irgendwie seltsam oder? Keine Ahnung, ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, ob da irgendwie die Auflagen plötzlich größer geworden sind oder durch das Super Nintendo irgendwie mehr Interesse da war. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es mal schön, denn dann so eine Vor-Super-Nintendo-Ausgabe zu haben und wie ihr an den Themen hier schon seht, es ist sehr Gameboy-lastig, was ich natürlich sehr sehr schön finde, weil ich ja so ein Gameboy-Fan bin auf jeden Fall. Große Themen haben wir auf jeden Fall F1 Race, World Cup, Lightmax, nachts Gameboy spielen, Mega Man 2 für das NES wird es wahrscheinlich sein und außerdem Gargoyles Quest, Kid Icarus, Bell of Olympus und so weiter. Alles fantastische Titel. Was ich ein bisschen seltsam finde ist, es sind nicht sehr viele Seiten. 51 Seiten. Wenn man das mal so im Vergleich sieht, diese späteren Ausgaben, die haben ja teilweise irgendwie 100 Seiten, aber vielleicht gut, das sind die ersten Jahrgänge, da musste sie noch etwas ausprobieren, vielleicht was sie machen wollen und so weiter. Und ich sehe gerade nicht erschrecken, eine Katze nähert sich wieder bei wie bei der letzten Ausgabe. Ich hoffe, sie kommt nicht allzu sehr ins Bild. Hallo Kira. Ich lasse mal weiterlaufen. Ihr mögt alle Katzen und ich natürlich auch. Und die stört natürlich nicht weiter. Letztes Mal war es ja die Katinka, das ist die weiße Katze und jetzt die Kira. Ja, die wollte einfach mal gucken, was macht das Herrchen denn da? Aber schauen wir einfach mal rein. So, wir haben Specials, wie schon auf dem Titel angekündigt, F1 Race für den Game Boy, Mega Man 2 für das NES. Danach haben wir hier vier NES Spiele, drei Game Boy Spiele und diverse Rubriken. Ja, da sieht man vielleicht auch mal so ein bisschen, dass Super Nintendo fehlt und dadurch hatte man auch gar nicht unbedingt so über viele Spiele anzupreisen, sage ich mal. Weil im Prinzip ist es ja ein Werbemagazin. Aber hier auch schön, dass sie hier die Super Mario Land Zeichnung so ein bisschen hier reingenommen haben. Hier mit den U-Boot Mario und dem Flugzeug Mario. Das war ja aus Super Mario Land, was natürlich sehr cool war mit seinen Shoot-Time-Up-Levels. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ja, F1 Race. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Spiel auf jeden Fall. Und ich finde es sehr interessant, hier auch diese Zeichnung gerade hier zu sehen. Ich hatte das Spiel auch als Kind. Und als großes, großes Verkaufsargument hatte es neben dem durchaus soliden Gameplay, sage ich mal, vor allem natürlich auch, dass es dieser Vierspiel-Adapter dazu kam. Also die Packungen waren so etwas größer und da war so ein Adapter dabei, womit man dann mit vier Spielern zumindest theoretisch spielen konnte. Also der Gameboy hatte ja dieses Link-Kabel, wo man immer zwei Gameboys zusammen verbinden konnte. Und da konnte man dann halt theoretisch Spiele, die das halt unterstützt haben, im Multiplayer spielen. Ja. War natürlich in der Theorie schön. Hat praktisch gefühlt damals nie jemand gemacht. Und was natürlich noch so eine Steigerung dazu dann ist, ist dann halt, dass vier Spieler das machen konnten. Also könnt ihr euch vorstellen, das war so ein grauer Kasten, wo man halt an den vier Seiten den Link-Kabel dran anschließen konnte. Von der anderen Seite war das, glaube ich, dann auch fest. Im Zweifel werden wir gleich jetzt noch ein Bild sehen. Und damit konnten halt theoretisch vier Leute zusammen spielen. Das Problem war natürlich immer, man braucht natürlich auch vier dieser Spiele, da jeder Gameboy natürlich einzeln gehandelt wird, sozusagen. Und da dann vier Leute zusammen zu trommeln, die A, Bock haben, das im Multiplayer zu spielen. Und dann auch noch diese Spiele haben. Und dann auch ihre Link-Kabel zufälligerweise dabei haben. Ich weiß nicht. Hat das einer von euch damals geschafft, dass man dieses Spiel zu viert gespielt hat? Also ich habe keinen erlebt. Aber vielleicht ist das ja auch nur eine subjektive Meinung. Auf jeden Fall, ja, super F1 Race Rennspiel. Also mit einem Formel 1 Wagen, wobei es mit der klassischen Formel 1 natürlich nicht so viel zu tun hat, ist natürlich so ein bisschen runter gedampft. Aus der Rückenansicht habt ihr halt die diversen Kurse, wo ihr den lang heizt, Steuerung und sowas. Das geht eigentlich alles. Im Prinzip, genau zwei Rennwagen gibt es da. Ich glaube, das eine hatte eine höhere Höchstgeschwindigkeit, hat dafür aber weniger Handling gehabt oder irgendwie sowas oder weniger Turbo. Halt so solche Minimalunterschiede gab es da. Das ist ja alles erklärt. Aber ich labere schon viel zu lang hier. Aber es ist natürlich hier, ich finde es gerade fantastisch, dass hier gezeichnet so verschiedene Spielmanöver hier angezeigt werden. Zum Beispiel hier, man will hier in einer kurzen Kurve oder innen vorbeiziehen, dann drücke ich nach rechts, drücke die Bremse und das Gas ein bisschen. Herrlich. Auch mit diesen schönen Zeichnungen. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Oder hier, wenn man links vorbeizieht und so weiter. Aber eigentlich alles so, ich sag mal, überflüssige Tricks eigentlich. Das kriegt man ja irgendwie beim Fahren irgendwie heraus. Aber gut, das ist natürlich eher an Kinder gerichtet und die kennen sich mit dem Autofahren noch nicht so aus. Dass man eine Bremse eventuell abbremsen könnte, damit man eine kurze Überholung hat. Hey, naja. Gut, werden natürlich die verschiedenen Strecken vorgestellt. Gut, die haben sich natürlich immer im Streckenverlauf unterschieden. Man sieht es natürlich hier, die erste Strecke war immer Australien. Die war natürlich relativ einfach designt natürlich. Und später wurde es natürlich immer komplexer. Wie ihr seht hier, USA sieht schon wesentlich schwieriger zu fahren aus als Australien zum Beispiel. Was natürlich immer sehr wechselnd war, typisch zu dem Land halt. Das war hier der Hintergrund, der immer so ein bisschen gescrollt hat. In Australien war das hier dieser, wie heißt der, Red Rock. Das war jetzt bestimmt falsch. Das heißt irgendwie anders. Aber ihr wisst schon, dieser berühmte rote Bergformation. Kanada natürlich auch entsprechend etc. etc. Ich glaube, es gab sogar Deutschland. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sehr genau UDS. Das er hatte natürlich hier den Kreml im Hintergrund. Indiendas Taj Mahal ergibt natürlich die Pyramiden usw. Und dadurch war es so ein bisschen, zumindest optische Abwechslung, weil die Strecken an sich bis auf den Streckenaufbau sahen natürlich immer gleich aus. Ähm, echt viele Sachen. Huch, Multigame-Streckenauswahl. Das wusste ich gar nicht. Das ist jetzt für mich eine neue Information, ehrlich gesagt. Dass anscheinend beim Multiplayer noch andere Strecken dabei waren. Ha! Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, aber an sich, wie gesagt, das Spiel ist halt ganz gut gelungen eigentlich. Was ich da schade finde, es gibt halt zwei Modi. Einmal den Grand Prix und einmal hier ein normales Zeitfahren. Normales Zeitfahren könnt ihr natürlich einfach die Strecken gegen die Zeit fahren. Okay, das macht man einmal oder zweimal, um die Strecken kennenzulernen, aber danach wird es halt langweilig. Ähm, das Blöde ist halt, wenn ihr nicht Erster geworden seid in einem Rennen, zack, dann war aus. Das wäre ein bisschen blöd, dass da jetzt kein so Punktesystem dabei war oder irgendwie sowas. Ähm, aber dass jetzt hier Multiplayer da noch andere Strecken waren, das wusste ich nicht. Sieht interessanter aus auf jeden Fall. Hm. Aber naja, hier sieht man hier so ein bisschen diesen, ähm, ich halte es mal in die Kamera, diesen Adapter zumindest gezeichnet. Ich weiß ja, ob man das gut erkennen kann. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich hab jetzt persönlich nie jemanden gekannt, der das wirklich zu viert gespielt hat. Aber vielleicht gehört ihr ja zu der Ausnahme. Jetzt kommen wir schon wieder zu den Leserbriefen. Ja, das ging schnell, würde ich sagen, ne. Zwei frisch gebackene Powerplayer. Ja, mit Erfolg, äh, oder mit, äh, Elan waren sie dran. Ähm, ja, das sind die üblichen Leserbriefe natürlich. Es sind natürlich immer sehr schön, auch die, die ganzen Fotos, die da eingeschickt wurden. Das ist natürlich immer so ein, so, so ein schönes, äh, Zeitzeugnis. Und hier, der Kleine, der hier halt stolz seinen Dr. Mario Highscore, äh, äh, eingesendet hat. Ihr seht, wie, wie er da stolz neben dem Fernseher, äh, sitzt. Herrlich, herrlich. Das, das war noch damals eine echte Leistung, ne. Da müsst ihr euch vorstellen, das wurde dann abfotografiert, das Foto entwickelt und dann hier hingebracht, ne. Das ist ja nicht irgendwie so ein Digitalfoto, zack, schnell per E-Mail irgendwo hinschicken. Da war jetzt echt Aufwand dahinter, ne. Super. Jetzt kommen wir zum Megaman 2. Ja, die Megaman-Serie an sich ist mir natürlich etwas geläufig, aber leider nicht in der Tiefe. Ich hab natürlich hier und da mal ein Megaman-Spiel gespielt. Ähm, aber der Megaman 2 soll, glaub ich, eines der guten Teile sein, ne. Während der erste Teil so eher so, hm, okay, war, gut war, aber nicht extra ordinär. War ich, glaub ich, der zweite Teil, oder war es der dritte Teil, wo, wo es quasi die Serie nochmal so einen Schlag nach oben gemacht hat. Ähm, was ich herrlich finde, ist diese schöne Zeichnung hier. Die sieht so, die sieht so, ja, unprofessionell irgendwie aus, ne. Aber na gut, Megaman kennen wir natürlich alle. Da gibt's natürlich die verschiedenen Robotermeister, die man in einer bestimmten Reihenfolge am besten besiegen sollte. Wenn man einen Robotermeister besiegt hat, dann hat man natürlich auch deren Kräfte bekommen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ob so einer hier ist, sagen wir mal, ähm, wenn man den Feuermeister bezwingt hat, dann hat man natürlich die Feuerkraft bekommen. Und mit der Feuerkraft, dann konnte man natürlich den Eisroboter denn, äh, oder Meister denn besser besiegen. Also so, ganz so einfach ist es natürlich nicht, wie man hier sieht, Bubbleman, Metalman, Quickman und so weiter. Aber so in diese Richtung geht es natürlich, ne. Und hier haben wir natürlich hier schön wieder, ähm, typischerweise die ganzen Level einzeln aufgebaut. Und auch hier, das erwartet euch und so weiter. Was sehr, sehr cool ist, ich sag's ja immer wieder bei Club Nintendo, früher gab's eben kein Internet. Und dadurch war man auf solche Zeugnisse wirklich drauf angewiesen, ha, wo bleibe ich stecken, was kann ich da machen und so weiter. Weil wenn man da keinen kannte, der das Spiel auch hatte und weiter kam, zufälligerweise durch Ausprobieren oder durch irgendwas, ja, dann war man aufgeschmissen, ne. Aber durch, äh, solche Magazine kam man dann durchaus weiter. Wie gesagt, hier bei dem Spiel, ich kann euch da leider keine tieferen Einblicke geben, weil, ähm, ich hatte damals wirklich kein Mega-Man-Spiel auf den NES, obwohl wir ein NES in unserem Haushalt hatten. Aber das wurde halt sehr schnell durch den Game Boy dann erstmal ersetzt. Und dann als ich dann den Super Nintendo hatte, war das natürlich nur ein bisschen was anderes. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, ich hatte keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer. Und dadurch war natürlich so ein Game Boy immer zugänglicher, ne. Aber, ey, guckt euch doch nochmal die Zeichnung an. Dann, das würde man heute, äh, ist, ist, können wir fast sagen, das ist noch nicht mehr Fanart-Niveau. Oder, oder sehe ich das gerade zu streng? Was meint ihr? Aber irgendwie ist die zeichnerische Qualität mittlerweile doch besser geworden, oder? Also sowas würde man in irgendeinem Magazin sowas nicht mehr veröffentlichen. Das sieht wirklich eher so wie, wie eine Fan-Zeichnung aus. Ist aber auch eher von einem der, na, also komplette Anfänger vielleicht nicht, aber, ähm, auch jetzt kein Voll-Profi ist auf jeden Fall. Ja, Battle of Olympus, das habe ich jetzt, bin ich schon öfter drüber gestolpert und fand ich sehr, sehr interessant. So wie ich das verstanden habe, wie gesagt, das Spiel habe ich auch noch nie gespielt, damals auch nicht. Ist das so eine Art Zelda 2, aber in der griechischen Mythologie platziert und nicht halt in Hyrule und so weiter. Finde ich sehr, sehr interessant, auch wenn man das so sieht. Also irgendwann will ich mir das auf jeden Fall mal anschauen, vielleicht auch kaufen muss, muss ich mal schauen. Also von dem Grafikstil und so weiter finde ich das sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und man sieht es eigentlich auch schon hier, ich halte es auch das hier mal in die Kamera, weil die Screenshots sind sehr klein. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen. So die Sprites und sowas, das sieht schon nach Zelda 2 aus, oder? Jetzt bin ich ja nicht an das Stativ gekommen, ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht erschreckt. Also man sieht schon, dass Inspiration auf jeden Fall Zelda 2 ist, finde ich zumindest. Was ja auch nicht verkehrt ist, weil es ist zwar jetzt in der Retro-Perspektive natürlich ein heiß diskutierter Spiel, heiß diskutiertes Spiel, heiß diskutiert vielleicht nicht, aber die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Es ist halt so ein ganz anderes Zelda-Spiel, wo sie sich halt noch so ein bisschen ausprobiert haben und so weiter. Und darum, das nicht als Vorbild zu nehmen. Oh, haben wir hier das Comic schon? Nur eine Seite? Ha, das war später aber auch irgendwie länger, ne? Mario will hoch hinaus. Das schönste Wetter, das man sich nur wünschen kann. Zeit für einen kleinen Spaziergang. Es ist so schön, ein Fröscht zu sein. Hm? Vorsicht, Mario. Ich glaube, ich fehlt das Poster. Weil ich sehe gerade, das hier ist nämlich genau das Spiel, die Heftmitte. Und ich schätze mal, das Poster fehlt. Und auf der Poster-Rückseite war wahrscheinlich der Rest vom Comic. Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn gerade. Okay, sorry, ich kann euch nicht das komplette Comic bieten. Ich hoffe, ihr deabonniert jetzt nicht sofort. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich habe jetzt beim Kauf, ehrlich gesagt, nicht darauf geachtet, weil ich mich so darauf gefreut habe, überhaupt hier mal das Magazin zu bekommen. Aber hey, gut. Nintendo World Cup. Super Spiel. Habe ich ja auch erst letztens einen Test dazu gehabt. Habe ich auf dem NES mit meinem Bruder hoch und runter gespielt. Und die Gameboy-Version ist im Prinzip einfach nur eine gut gemachte Umsetzung für den Gameboy auf jeden Fall. Das hat man ja früher ja oft gemacht, dass man NES-Spiele genommen hat und dann für den Gameboy umgesetzt hat. Bietet sich ja auch an. Beides sind 8-Bit-Systeme. Man musste natürlich auf den Gameboy so ein paar Anpassungen meistens machen. Wobei gefühlt zumindest hier bei World Cup keine großartigen Anpassungen gemacht wurden. Soweit ich weiß, ist da auch alles drin, was da vorher drin war. Drinnen, was drin war. Panda, sprechen kannst du auf jeden Fall. Du kannst dich super ausdrücken. Super gewählte Ausdrucksweise. Die habe ich auf jeden Fall drauf. Das ist eigentlich so eines meiner liebsten Fußball-Videospiele, nenne ich es mal, die ich je gespielt habe. Gerade weil das Spiel sich halt nicht so ernst nimmt. Ihr könnt da die Gegner umruppen ohne Ende. Es macht voll Spaß. Die bleiben sogar, ich glaube nach einer Zeit, sogar auf dem Boden liegen. Herrlich. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Hat natürlich viele verschiedene Untergründe, die man hier sieht. Da gibt es auch mal so Ackerboden, Steine draufliegen, wo man drüber stolpern kann und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Aber es ist schön, dass sich hier noch gezielt das deutsche Team vorstellen. Die haben natürlich alle hier verschiedene Fähigkeiten. Und ihr könnt natürlich auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel eine deutsche Mannschaft schon damals etwas besser aufgestellt ist, als die aus Kamerun zum Beispiel. Logisch. Aber dadurch kann man das natürlich auch so ein bisschen sich einfacher oder schwerer machen. Ja, leider nur auf einer Seite vorgestellt. Trotz, dass das Poster hier fehlt, scheint das hier so aufgebaut zu sein, dass das nur diese eine Seite ist. Oder vielleicht auch nicht. Es ist natürlich jetzt schade, dass das hier diese Seite fehlt. Aber das hätte auf jeden Fall so eine Doppelseite verdient. Das auf jeden Fall. Vielleicht hat auch einer von euch die Ausgabe zu Hause rumliegen. Und dann kann er mal nachschauen, ob da jetzt hier auch das World Cup noch drauf gewesen wäre. Was natürlich noch ein fantastisches Spiel ist, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, dass das hier auch in diesem Magazin angesprochen wird, ist Gargoyles Quest. Super Spiel. Hat mittlerweile einen sehr, sehr guten Ruf. Ich habe mir das Spiel sogar damals von einem Kumpel mal ausgeliehen. Konnte damals aber nicht wirklich was damit anfangen, weil es war englisch und es spielte sich so ein bisschen anders. Ganz leicht ist es natürlich auch nicht. Und man diversen Tests und immer, wenn ich wieder etwas erwähnt habe, haben ja immer viele von euch auch in den Kommentarfeld reingeschrieben, dass es euch ganz genauso ging. Aber jetzt in der Retro-Perspektive ist es natürlich ein super Spiel. Also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen, ihr spielt halt diesen Gargoyle und es gibt halt diese Oberweltkarte. Und da müsst ihr auch so verschiedene Quests, sage ich mal, annehmen und auch erledigen. Und es gibt halt Kämpfe und spezielle Orte, wo ihr dann halt in so einer 2D-Plattformer-Ansicht quasi wechselt. Besonderheit ist natürlich, ihr spielt einen Gargoyle, der hat natürlich Flügel. Ihr könnt so für kurze Zeit schweben und dadurch euch natürlich vorankämpfen. Und als Waffe könnt ihr halt Feuer speien. Machen wir natürlich alle gerne. Sehr, sehr schönes Spiel, was hat durch diese zwei Ebenen halt für ein Gameboy-Spiel, vor allem für so ein frühes Gameboy-Spiel, der natürlich schon, ich will nicht sagen, es ist ja nicht super komplex, aber es ist komplexer als jetzt ein Standard-Plattformer zum Beispiel. Da sage ich, es ist natürlich wirklich schön. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass das hier dann auch entsprechend erklärt wird. Weil wie gesagt, das Spiel ist natürlich auf Englisch, weil was üblich zu der Zeit war, wenn man als Kind damals so das Spiel ja hatte oder ausgeliehen hatte oder sich gekauft hatte, hat man natürlich erst mal nur Bahnhof verstanden. Weil früher, ihr wisst das alle noch, heute, heutzutage fangen sie schon an, in der Grundschule Englisch beizubringen. Bei uns damals noch nicht. Da ging es zumindest bei mir erst in der fünften Klasse los. Da hat man wirklich nur Bahnhof verstanden und wusste überhaupt nicht, was man machen sollte. Und da man hier natürlich auch Aufgaben und Quests erledigen muss, ist das natürlich hier ein Tod dafür. Also das wäre wirklich schön gewesen, wenn es da quasi eine deutsche Übersetzung gewesen wäre. War aber damals nicht üblich. Deswegen konnte man das Spiel natürlich auch nicht vorwerfen, aber ist heute noch sehr, sehr gut zu spielen. Was natürlich super auch damals schon war. Ich war damals wirklich ein riesen, riesen Turtles-Fan. Und deswegen finde ich es echt schade, dass diese drei Turtles-Spiele auf dem Game Boy, die alle ziemlich gut sind, an mir vorbeigegangen sind. Ich hätte die Spiele so dermaßen abgefeiert, aber so war es früher eben. Man hatte kein Internet oder sonst was. Wenn es der Buschfunk von den Freunden irgendwie nicht rübergebracht hat oder man es irgendwie so in einem Magazin wie das hier gelesen hat, dann wusste man nicht, dass es solche Spiele gibt. Wobei sollte man das wissen. Oder man geht in den Laden und sieht das zufälligerweise. Aber gut, ich bin jetzt in keiner Großstadt aufgewachsen. Da war jetzt die Auswahl beim Spielzeugladen auch nicht so groß, sage ich mal. Aber ja, super Beat-em-Up-Spiel auf jeden Fall. Das ist logischerweise der erste Teil, ist eine frühe Ausgabe. Macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Hat so eine typische Beat-em-Up. Gut umgesetzt und mehr brauchen Turtles-Spiel auch nicht, finde ich. Super. Was natürlich hier, Super Spike V-Ball. Das wird ja, glaube ich, auch auf dem Cover groß angekündigt. Super Spike V-Ball und ein Mega-Hit. Freunde, Mega-Hit, den keiner wahrscheinlich kennt. Gut, also mir sagt es zumindest nichts. Gut, ich bin jetzt natürlich auch nicht, habe ich auch nie behauptet, dass ich es alle NES und Gameboy-Spiele kenne. Aber dafür ist das hier als Mega-Hit. Ich teile es mal besser in die Kamera. Mega-Hit oder ich mache es, ich, pass mal auf, ich mache es ganz dramatisch. Mega-Hit. Okay, ich habe heute einen Clown gefrühstückt, entschuldigt bitte. Ja, Volleyball. Auch mit vier Spielern anscheinend. Joach, sieht solide aus, ne. Aber Volleyball. Anscheinend Stärken und Schwächen der Teams gibt es, welche eher Abwehr spielen, ein bisschen schneller sind und so weiter. Und natürlich hier, die alles so ein bisschen können. Mega-Hit. Kaufen. Keine Ahnung. Hat das jemand von euch damals gespielt? Ich weiß, ich bin nicht so ein böder YouTuber, der sagt, sagt eure Meinung in den Kommentaren. Nein. Ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt zu kommentieren, dann macht ihr es einfach. Aber es würde mich mal echt interessieren, ob das jetzt so eine Wissenslücke von mir ist. Oder ob das halt wirklich allgemein nicht so bekannt ist. Mich hat das so auf dem Cover ein bisschen irritiert, der Mega-Hit und ich lese das so und so. Boah. Was, wie Ball, was für eine Sportart soll das sein? Jetzt weiß ich, es ist Volleyball oder Peach Volleyball, um genauer zu sagen. Macht Spaß, auf jeden Fall. Kann Spaß machen, kann gut sein. Vielleicht vielleicht irgendwann mal reinspielen, ist wahrscheinlich wirklich so ein Multiplayer-Spiel eher, ne. Würde ich mal sagen. So, Kid Igarus habe ich damals auch nicht gespielt. Ich habe ja letztens den Gameboy-Titel auf jeden Fall gespielt. Den NES-Teil habe ich bisher noch nie gespielt. Ist aber natürlich auch einer so ein unwirklicher Nintendo-Charakter, irgendwie, ne. Der sich nie so hundertprozentig durchgesetzt hat. Er hat zwar so ein, zwei Spiele natürlich. Hier Gameboy-Spiel, dann auch auf dem 3DS oder DS kam ein Teil. Aber spielt natürlich nicht in derselben Liga wie Mario sowieso nicht. Oder wie ein Samus, also Metroid und so weiter. Wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Finde ich eigentlich schade, weil eigentlich hat das Ding echt Potenzial, finde ich. Ja gut, es ist auch hier Engel mit Flügeln. Man kann natürlich leicht fliegen und so weiter. Wie gesagt, den NES-Teil habe ich jetzt noch nie gespielt. Aber Gondel 2, das habe ich sogar gespielt. Das habe ich sogar in meiner Sammlung. Ja, Gondel, das war ja so ein Arcade- oder Spielhallen-Hit. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Hier, man sieht es da so ein bisschen Top-Down-Ansicht. Und ihr habt verschiedene Dungeon-Räume oder Verlies-Räume oder wie man das auch immer nennen will. Und ihr müsst euch halt durch die Gegnerhorden durchkämpfen bis zum Ausgang. Besonderheit ist, dass ihr am Anfang quasi vergiftet wurdet und konstant eure Lebensenergie runtertickt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht einfach nur blind zum Ausgang stürmen, sondern ihr müsst auch nach irgendwelchen Heil-Items und so weiter Aussicht halten. Damit ihr halt eure Lebensenergie dann hoch behalten könnt. Weil dadurch ist das dann halt natürlich so ein gewisses Zeitlimit. In der Hinsicht gibt es halt nicht, aber eure Lebensenergie ist quasi euer Zeitlimit. Interessantes auf jeden Fall Format. Für den Gameboy gibt es das auch. Da habe ich, glaube ich, auch einen Test dazu gemacht. Ist halt sehr interessant, mal für eine kurze Runde zwischendurch auf jeden Fall zu gebrauchen. So. Und dann kommen wir hier echt langsam zum Ende. Jetzt haben wir hier den Light Max. Ich glaube, den hatte ich damals auch. Ich weiß nicht, ob der das war oder ob das so ein Dritthersteller war. Den kennt, glaube ich, jeder. Gameboy hat natürlich immer von dem Display her das Problem, dass man eine direkte Lichteinstrahlung braucht. Weil das Display an sich hat ja nicht von sich aus selbst geleuchtet. Man braucht halt immer eine Lichtquelle. Und natürlich, wenn es dunkel ist und ihr kein vernünftiges Licht irgendwo habt, war natürlich blöd. Und das war im Prinzip halt so eine Lupe, was den Bildschirm größer gemacht hat. Und da waren halt so zwei kleine Lichterchen eingebaut. Man sieht es hier so ein bisschen auf dem Bild, dass halt der Gameboy-Display entsprechend beleuchtet wurde. Und durch diese Lupe sollte das denn irgendwie größer erscheinen. Das Display war natürlich auch nicht das Größte. Ja, wir hatten ja damals nichts. War eigentlich damals vernünftig. Heutzutage gibt es natürlich andere Geräte, die man da benutzen kann und so weiter. Aber im Prinzip von der Idee her ist es okay. Hatte ich damals auch. Habe ich auch ganz gut benutzt auf jeden Fall. Die Lupe, die war mir eigentlich relativ egal. Aber zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass das Display, die Schärfe und so was natürlich auch nicht viel besser gemacht hat. Weil es war einfach eine Lupe, die da vorgeschaltet wurde. Ich meine, da kann man nicht viel erwarten. Aber das Licht war halt geil. Ja, dann haben wir noch ein paar weitere Gameboy-Titel. Die hatte ich sogar beide. Kung-Fu Master. Kennt jeder wahrscheinlich. Sehr, sehr einfaches Beat-Em-Up. Ist auch relativ kurz das Spiel. Aber für einen frühen Titel, warum nicht? A-Type hatte ich auch. Schöne Shoot-Em-Up. Die Serie, die ist ja wirklich legendär. Ja, dann kommen wir schon zu den NES-Spielen. Finde ich cool, dass ich hier diese Erstausstattung auch wirklich damals hatte. Kann ich euch beides empfehlen. Kann man nichts mit falsch machen. Ist natürlich vielleicht so ein bisschen auch mal eine Nostalgie irgendwie mit drin. Aber die scheinen hier noch so eine Art Kurzvorstellung zu haben. Das ist an den späteren Ausgaben auf jeden Fall nicht mehr da. Hier Bowler-Dash, Arcade-Titel natürlich. Kabuki, Quantum-Fighter. Scheint auch ein Beat-Em-Up zu sein. Ich gehe jetzt auf die Spiele nicht so sehr ein, weil ich ja auch nicht so der NES-Experte bin. Kickel-Cubicle habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Bei GameSec oder sowas. Da muss man, ich glaube, hier diese Spielflächen dann irgendwie voll Eisen, dass man da drüber kam oder sowas. Lesertipps. Fortress of Fear. Ja gut, zu dem Spiel muss ich nicht mehr sagen. Jeder, aber wirklich jeder, der meinen Kanal einigermaßen regelmäßig schaut, weiß, was ich von dem Spiel halte. Balloon Kid Game Boy. Ja, das ist, glaube ich, auch quasi eine Weiterführung von einem NES-Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier noch weitere Tipps. Hier Snake Red and Roll. Auch ein super Spiel. Da kommt es auch, ich glaube, sogar morgen. Also, wenn das kommt morgen. Ein Game Boy-Test zum... Die haben nämlich so einen quasi Nachfolger auf den Game Boy gehabt. Da kommt es auf jeden Fall bald ein Test. Wenn nicht diese Woche, also nicht morgen, sondern übernächste Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall habe ich da den Test schon fertig gemacht. Bayou Billy ist echt scheiße, das Spiel. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Tipps von den Profis. Wow. Hier Zelda, Iron Sword, Zelda 2, Faxnando, Burai Fighter. Auch ein super, super Spiel auf jeden Fall. Achso, ja, toll. Den Boss erheb ich, indem er auf die Augen zielt. Ja, super Tipp. Super Tipp. Haben wir hier wieder die Spielerprofile, die Highscore-Tabellen. Welches Blöde ergab es hier nur noch diese Top-Ten-Listen. Hm. Aber das war's. Ich sehe gerade, auf der Rückseite ist noch der alte Adressaufkleber, von dem der es damals zugeschickt bekommen hat. Deswegen zeige ich es jetzt mal nicht. Aber als Werbung haben wir hier auf jeden Fall jetzt hier auch den Mega-Hit Volleyball gedöhnt. Hammer. Ich sag euch, Mega-Hit. Aber das war schon die Ausgabe. Ja, 50 Seiten ist nicht viel. Viele Kurzvorstellungen und so weiter zum Schluss. Sehr interessant auf jeden Fall, wie sich das da so ein bisschen geändert hat. Aber natürlich viele super Gameboy-Spiele auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, wir sind so bei knapp etwas über 25 Minuten. Habe ich auch genug geschnackt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und egal wann ihr das guckt, ob ihr das gleich am Sonntag guckt oder wann anders. Ich wünsche euch noch einen echt entspannten Tag. Und macht's gut. wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschööö! Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Ja, und heute ist die Ausgabe 5 von 91 dran, also vom Oktober 91. Und ich kann mich an dieses Magazin erinnern. Ihr kennt es wahrscheinlich vielleicht selber. Ihr habt damals irgendein Mediaprodukt gehabt oder ähnliches wieder vergessen, aber sobald ihr ein Cover seht, zack, ist die Erinnerung da und man weiß ganz genau, das hatte ich. Genau diese Ausgabe hatte ich natürlich jetzt nicht. Ich hab mir die jetzt nachbesorgt. So langsam dünnste ich jetzt mein Vorrat an Club Nintendo Ausgaben auch ein bisschen aus, sag ich mal. Ich hab so gefühlt fast alle aus dem Zeitbereich, der mich jetzt interessiert, also so Gameboy bis Super Nintendo, ja, Arena, nee, Area, also Bereich, verdammt! Panda. Worte finden. Zeitbereich, auf jeden Fall. Irgendwie sowas. Abgegrast, beziehungsweise die, die man noch so relativ häufig bei Ebay zum günstigen Preis kriegt oder ähnliches. Deswegen schauen wir mal, wie ich dieses Format jetzt weitermachen kann. Vielleicht auch auf andere Magazinarten ausdehnen, wobei ich bei denen jetzt keine nostalgischen Erinnerungen habe. Später, so auf N64-Zeiten und sowas, werde ich persönlich nicht gehen, weil ich mich mit Nintendo 64 nicht wirklich auskenne und auch nicht großartig begeistern kann, ehrlich gesagt. Von daher fällt das so ein bisschen flach, aber ich überlege mir mal auf jeden Fall irgendwas. Ab und zu finde ich ja noch eine Ausgabe, die ich dann entsprechend kaufen kann. Und diese Ausgabe, als ich die gesehen habe, muss ich die sofort haben. Guckt euch mal diese geilen Titel an. Ducktales, A-Type, Kung-Fu-Master und ich habe im Inhaltsverzeichnis gerade schon gesehen, Fotos of 4 auch. Was wollt ihr mehr, Leute? Was wollt ihr mehr? Hammer! Ist natürlich von 91, das heißt, Super Nintendo ist da noch nicht vertreten. Ich habe auch schon mal geguckt, nur 50 Seiten? Am Anfang waren die Ausgaben echt noch klein, ne? Also teilweise zu den Super Nintendo-Zeiten haben die Dinge ja irgendwie 120 Seiten oder ähnliches, aber, hm, finde ich schon krass, ehrlich gesagt. Ne? Specials, Ducktales, A-Type, Game Boy, super Ding. NS-Spieler, Kabuki, Quantum Fighter, Boulderdash, Sword & Serpents, Kickl, Cubicle, Game Boy, Forte und Sophia, Castlevania, Kung-Fu-Master, Diner Blaster und Kagarls Quest. Freunde, alles Hammer-Titel, bis auf das Castlevania, es wird das erste Castlevania sein. Das ist so, mh, ja, geht so, nenne ich es einfach mal. Aber genug davorrede, schauen wir mal rein. Und Ducktales, ja, das war wirklich ein Hammer-Spiel. Also, ich habe als Kind Ducktales voll abgefeiert, in der heutigen Zeit auch noch. Ich habe jetzt sogar Disney Plus mal testweise abonniert, momentan, ne? Man ist viel zu Hause, viel streamen und so weiter. Da gibt es auch dieses Remake von Ducktales. Das habe ich mir noch nicht so ganz reingeschaut, werde ich aber auf jeden Fall mal nachholen. Das hat natürlich so einen anderen Zeichenstil und so weiter. Aber Ducktales war für mich immer so das Geilste irgendwie, weil ich war schon damals immer so ein bisschen geschichtlich interessiert und natürlich so dieses Kram in allen Zivilisationen, Abenteuer erleben und hin und da. Das war übrigens meine Liebste an der Disney-Serien auf jeden Fall. Und das Spiel war super. Also, ich hätte es damals nicht auf dem NES gehabt, sondern auf dem Game Boy, was im Prinzip dasselbe ist, halt nur ein bisschen runtergedampft auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall es auch super Spiel war, kann man nichts sagen. Ist im Prinzip ein sehr, sehr guter Plattformer und die Besonderheit ist halt, ihr steuert den Lago Bad Duck, ihr könnt mal springen und so weiter, aber er hat seinen treuen Stock dabei und damit kann er einen Pogo Jump machen. Das heißt, kennt ihr schon diese Pogo Stöcke, wo man sich so draufstellt und dann so hoch und runter hüpfen kann. Das kann er damit machen und damit kann man dann halt Gegner erledigen, indem man dann so drauf Pogo springt oder über Stachelfallen drüber Pogo und so weiter. Ja, herrlich. Wunderbares Spiel, hat auch sehr, sehr schönen Soundtrack. Das Moon Theme hier von Vom Mond ist ja legendär bekannt und wird gedussene Remixes wird abgefeilt ohne Ende. Wie gesagt, ich hatte die Game Boy Version, was im Prinzip wirklich exakt dasselbe ist. Also ihr habt verschiedene Länder, die so Mega Man-Style-mäßig auch in verschiedenen Reihenfolgen theoretisch abschließen können. Auch da empfiehlt es sich natürlich eine gewisse Reihenfolge zu bewahren, weil bei manchen müsst ihr erst den Schlüssel woanders finden und so weiter. Wunderschöne Spiele, ihr habt fünf Welten, genau, ihr habt den Amazonas, Transylvanien, Afrikanische Minen, Himalaya und den Mond. Also wirklich alles super abwechslungsreich auf jeden Fall. Kann ich wirklich nur empfehlen, jeder der irgendwie Plattformen mag, das war zu diesen goldenen Zeiten, wo Capcom, war doch Capcom, oder war es Konami? Ich verwechsel die beiden immer, ich verwechsel die beiden immer, verdammt. Ich glaube Capcom hat die Disney-Spiele gemacht und wir haben ja einen hinten nach dem anderen rausgehauen. Chip and Dale für das NES gab es damals ja noch und so weiter. Also Hammer. Kann ich wirklich nur wärmstes empfehlen. Hier die ganzen Level aufbauten. Transylvanien war auch sehr interessant, weil es hier so Portale gab. Hier seht ihr vielleicht, dass es so Spiegel und die führten halt zu anderen Level-Abständen. Und das war teilweise etwas verwirrend, aber hat super viel Spaß gemacht, Freunde, ich sag euch. Der afrikanische Mini war nie so mein Favorite-Level. Himalaya, gut, das ist halt ein Eis-Level. Der Mond war super. Und zum Beispiel meine Leserbriefen. Das ging schnell. Spiele bestellen. Hallo Mario, ich habe heute meine Club-Karte bekommen. Ich möchte wissen, ob man bei euch auch Computerspiele bestellen kann. Bitte antwortete Bert. Es ist leider nicht möglich. Das würde man sich heutzutage, würde man sich das aussparen. Aber damals war der Einzelhandel natürlich noch maßgeblich auf jeden Fall. Oh, das ist auch eine schöne Zeichnung hier. Murania oder Kas... Ach, das ist ja... Kasirania gab es ja diese Augen immer so ein bisschen. Hm, sehr schön. Ja, A-Type für den Game Boy. Das hatte ich damals sogar auch und ich habe es immer gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Ich kam nie weit. Ich spiele ab und zu gerne mal so ein Shoot-Time-Up, aber ich bin halt gnadenlos schlecht in diesem Genre. Aber das Spiel habe ich immer mal wieder gerne gespielt, weil da die A-Type-Serie hat ja diese Besonderheit, dass ja jede Shoot-Time-Up-Serie natürlich so ein ein besonderes Power-Up oder irgendeine Besonderheit, weil irgendwie müssen sie sich abgrenzen. Und dann gibt es halt diesen Satelliten, da kann man sich von vornherein so ein bisschen andöpseln und Variantenreicht den halt verwenden. Wenn man den hinten andöpselt, dann bietet euch da hinten Schutz. An der Seite fliegt dann mehr Feuer-Power oder wenn ihr vorne dran stöpselt, dann habt ihr mehr so eure Hauptwaffe besser. So ungefähr im Kopf habe ich das. Das ist ganz, ganz grob. Ich vergesse das halt immer wieder. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir das nicht merken kann, aber die A-Type-Serie ist halt legendär und ist halt relativ gut. Gut, da mag natürlich meine Nostalgie auch drüber sprechen, auf den Game Boy portiert worden. Das Besonderheit dieser A-Type-Serie ist ja, dass alles so ein bisschen organisch gestaltet ist. Ihr kämpft euch hier, dass sie sieht, wie man hier sieht, so ein bisschen, ich halte mal die Kamera, das sieht halt so etwas organischer aus, sage ich mal. So ein bisschen, ein bisschen, ihr fliegt halt nicht unbedingt durch eine neutrale Raumstation oder ähnliches. Nein, das sieht alles wirklich wie ein Organismus aus und dieses Grunddesign ist halt schon irgendwie ziemlich cool. Und na gut, das will ich jetzt die Shooter ab. Natürlich sehr schwer, macht aber viel Spaß und auch natürlich hier die Bosse. Ich glaube, ich kam irgendwie bis zum dritten oder vierten Level. Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt auch, glaube ich, kein Passwort-System oder ähnliches. Aber schönes Spiel. Hat allerdings ziemliche Slowdowns. Also man merkt, dass es relativ früh erschienen ist. Man wollte ziemlich viel erreichen. Ich glaube, hier zu Stage 3 den Shift kam nicht immer, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber, keine Ahnung. Ja, ich finde es sehr schwer Slowdowns. Da wollte man in Gameboy wahrscheinlich zu viel zumuten. Früh erschienen wusste man noch nicht, wie man das optimieren kann. Kann ich euch aber eigentlich empfehlen. Wenn ihr mal so ein Shooter abspielen wollt und nicht so schnell frustriert seid, aber wenn ihr ein Shooter abspielt, seid ihr früher später schnell frustriert. Dann könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinspielen. Ja, jetzt haben wir hier Kabuki Quantum Fighter. Hm. Ganz ehrlich, das Bild, das Cover sagt mir irgendwas, aber ich habe das Spiel echt noch nie gespielt. Lass uns mal kurz zusammen gucken, was das Spiel ist. Es scheint auf jeden Fall irgendein Plattformer zu sein. Und dieser Kabuki, ich glaube, ich habe das irgendwo mal grundsätzlich gesehen, dieser Kabuki, das ist so ein japanischer Rachegeist oder irgendwie sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das sieht aber so ein bisschen Cyberpunk mäßig aus, ehrlich gesagt, aber auch nicht schlecht unbedingt hier. Der Hund hat Hörner. Sieht irgendwie interessant aus, auf jeden Fall. Viele verschiedene Mikrochippe als Sonderwaffe und so weiter. Sieht interessant aus. Frage ich mich, warum das nicht so weit verbreitet ist. Hm. Kann ich leider überhaupt nichts zu sagen, aber hier diese Arzt, der gefällt mir eigentlich immer. Hm. Muss ich mir mal irgendein Video dazu anschauen oder ähnliches. Ich sehe gerade hier, hier fehlen Seiten. Och neun. Das ist halt immer das Blöde, wenn man hier irgendwie was bei Ebay kauft und das nicht checkt. Hm. Das sehe ich gerade. Hier fehlt in der Mitte etwas. Ja. Wie war es? Kabuki? Keine Ahnung. Wir haben hier ein abgeschnittenes Comic. Ne, fehlen ein paar Seiten. Wir hoffen einfach mal, dass da jetzt nur die Leserbriefe und so weiter waren und das Comic. Schade. Hm. Aber kommen wir zum Klassiker. Fortress of Fear. Liebe Freunde, ihr wisst, dass ihr das Spiel abfeiert und ich weiß, dass viele von euch das Spiel ebenso abfeiern wie ich. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht, warum. Weil wenn man das Spiel ja neutral betrachtet, ist es gar nicht so hammermäßig, aber es ist halt ein super Soundtrack, das ist unbestreitbar. Nicht umsonst, hier in der Hintergrundmusik dudelt ja immer wieder ein paar Stücke von dem Spiel. Aber es ist auch einfach, das Sprungverhalten ist schon etwas komisch, das ist gewöhnungsbedürftig. Damit muss man sehr viel was drauf einlassen. Es ist halt wirklich nicht der beste Plattformer. Aber irgendwie so der Stil und so weiter, das hat sich irgendwie bei vielen in das Gehirn reingebrannt. Vielleicht, weil es eines der ersten Spiele für den Game Boy war und viele das natürlich zum Start. Guckt euch das Cover an. Ich meine, das hat natürlich mit der eigenen Spielgrafik leider nichts zu tun. Aber es hat wahrscheinlich viele angefixt, das Spiel zu kaufen. Und das Sprungverhalten ist auch wirklich, das ist das größte Problem von dem Spiel, finde ich, dass das Sprungverhalten, das ist wie so Mondgravitation springt. Hier so. Und das ist halt manchmal schwer einzuschätzen und ihr müsst wirklich Pixel genau irgendwo stehen, um irgendeinen Sprung irgendwo hinzuschaffen und so weiter. Wenn man das halt sieht, man spielt einen Ritter in schwerer Rüstung mit einem Schwert, der sich irgendwie durch Sachen durchkloppt. Dass man denn so Sprünge so genau irgendwie gestalten muss. Aha, das widerspricht sich meiner Meinung nach irgendwie. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel schon. Schade, The Castlevania Adventure. Ja, das ist leider nicht so gut geworden. Es gibt ja, glaube ich, drei Spiele auf dem Game Boy von Castlevania. Das zweite ist ziemlich gut geraten. Das hier ist relativ ganz schlecht, natürlich nicht. Aber es ist auch nicht wirklich gut. Und das hat einen Grund. Ihr bewegt euch viel zu langsam. Ich weiß, die Castlevania Serie ist bisher nicht bekannt oder war damals nicht so, dass man da jetzt irgendwie schnell wie Sonic durch die Level gewascht ist oder ähnliches. Aber der bewegt sich so träge, dass es einfach keinen Spaß macht, ihn zu steuern. Und das ist halt ein großes, großes Problem natürlich. Ansonsten habe ich da auch ein Spiel nach dem anderen. Ist halt ein Castlevania Spiel, aber ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr Castlevania auf dem Game Boy spielen wollt, den zweiten Teil. Der dritte Teil ist relativ selten und teuer. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf heraus, gerade ob der hier überhaupt erschienen ist. Aber der zweite ist auf jeden Fall gut. Wesentlich besser als der hier. Kung Fu Master, auch so ein Spiel. Ach, da hat sich der Vorbesitzer. Das hat er wahrscheinlich auch. Deswegen hat er dann X reingemacht. Das war auch eines meiner ersten Spiele. Da weiß ich noch, da habe ich mit meinem Bruder mein Taschengeld zusammengelegt und dann haben wir uns zusammen das Spiel gekauft, weil wir beide ein Game Boy hatten und dann haben wir es rauf und runter gezockt. Auch das ist ähnlich wie Fortress of Vier. Neutral betrachtet gar nicht so, so ein geiles Spiel. Aber gerade weil es ein frühes Spiel ist und naja so, ich sehe das Cover. Kung Fu geht immer. Vor der Pyramide. Bruce Lee mäßig. Ja, das Kampfsystem ist es halt ein Waller. Ihr klappt euch durch Gegnerhorn. Hier, ihr könnt Schlag, Kick aus der Hocke, ein Salto rückwärts, Sprung, Kick, Bombe. Ja. Das klingt jetzt etwas, boah, ihr habt so viele Variationen, aber im Prinzip habt ihr euch mit dem Schlag, weil ihr mit dem Kick meistens durchgekloppt. Das Salto ist einfach zu aufwendig, ständig zu machen. Sprung, Kick, okay, gut, aber das ist ja ein Tritt, wenn ihr springt quasi und habt euch prinzipiell durch die Gegnerhorn gemetzelt. Und die Gegnerhorn sind jetzt auch nicht so abwechslungsreich. Das Spiel könnt ihr wirklich in unter 10 Minuten durchspielen. Und gut, beim Erstmalen würde euch das nicht unbedingt gelingen, außer ihr seid wirklich Experten, was solche Spiele angeht. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht super schwer. Wir haben das ja auch letztes Mal in einem Retro-Battle gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer sich das gewünscht hatte. Da kam man sogar relativ weit auf einem Hieb. Wie gesagt, ist ein okayes Spiel. Haben viele, viele in großen Erinnerungen, aber auch neutral betrachtet wie Fortress of Fear. Es ist eher so, mja. Hier haben wir zwei Spiele, die hier was nur eine Seite bekommen haben, aber super sind. Deiner Blaster hatte ich auch damals als Kind, habe ich gesuchtet ohne Ende. Ist im Prinzip Bomberman mit verschiedenen Upgrades. Ihr kennt es, dass das solche Bomben weiter Bomben oder je schneller lauft und so weiter und ihr mehrere Bomben hintereinander legen könnt. Und das hat das so einen Story-Modus und ihr seht halt so im Prinzip die verschiedenen Abschnitte, die ihr dann durchspielen müsst und dann schaltet ihr dauerhaft ein neues Upgrade frei. Fand ich ein super System und ich habe mich da wirklich stundenlang da durchgekämpft. Ist sehr, sehr motivierend. Ich habe wirklich viel, viel Spaß daran gehabt. Deswegen halte ich das Spiel echt in hohen, hohen Ehren. Gargoyles Quest war so eine Sache für mich damals. Also das genießt zu Recht heutzutage einen sehr guten Ruf, weil es mal was Interessantes ist. Ich habe mich aber damals von einem Kumpel geliehen und überhaupt nichts der Ruf war. Das Spiel nur in Englisch ist und ich war halt Anfang der 90er, da konnte ich noch kein Englisch. Zumindest nicht mehr ansatzweise so gut, dass ich sowas verstehen könnte und ich wusste überhaupt nicht, was man da machen soll und das Spiel ist halt ein bisschen anders, als es gewohnt ist. Und dadurch wusste man natürlich überhaupt nicht, was man machen sollte und zwar gibt es so rollenspielmäßig eine Oberkarte und wenn ihr zu einem Kampf oder zu einem besonderen Punkt kommt, dann habt ihr so eine Seitenansicht und ihr spielt halt diesen Gargoyle. Und dieser Gargoyle kann halt kurze Zeit schweben und dadurch könnt ihr natürlich euch durch verschiedene Gefahren manövrieren und so weiter. Als Eingriff könnt ihr Feuer spucken, glaube ich, wie das richtig im Kopf war. Es ist auch schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ich meine, das ist zu viel Spielwissen in meinem Gehirn, da kann ich mir nicht immer alles behalten. Ich weiß, super Ausrede. Ja, vielfach ist das sehr, sehr schön, auch sehr, sehr schwer, aber durchaus empfehlenswert auf jeden Fall. Kommen wir zu den NES-Spielen. Klar, das waren die Gameboy-Titel. Wie gesagt, alle, die hier gefeatured sind, bis auf Castlevania vielleicht nur mit Einschränkungen, super Titel. Boulderdash ist natürlich die Umsetzung von dem alten Kate-Klassiker. Im Prinzip, ihr habt diese Karten, dieses Erdreich, nenne ich es mal, die sind alles in Quadrate unterteilt und ihr könnt halt Erdreich wegbuddeln, um an diese Diamanten zu kommen. Und ihr müsst halt aber aufpassen, weil es da auch Felsen gibt. Und wenn ihr den Felsen natürlich die Erde drunter wegbuddelt, dann fallen sie nach unten. Und so müsst ihr halt immer so ein bisschen kombinieren und so weiter. Ja, ist halt Boulderdash, wie das natürlich auf den NES jetzt portiert wurde, kann ich nicht sagen. Ist aber vom Spielprinzip ein Klassiker, kann man nicht viel falsch mitmachen auf jeden Fall. Sword and Serpents, vier Helden in der Kampagne gegen die Riesenschlange. Ja, das sieht man schon am Cover. Ich halte es nochmal in die Kamera. Das muss irgendein Rollenspiel sein. Ich sehe auch hier gerade ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive. Ich glaube, da gab es auch gar nicht so viele auf dem Computer auf jeden Fall. Oh, viel Spielermodus sogar, wie sie sich alle schön versammeln. Das war ja eigentlich so eher die Stärke von Heimcomputern. Diese typischen Rollenspiele mit dieser Ego-Ansicht und so weiter. Haben es aber ab und zu auch auf die Konsolen geschafft. Und hier auch auf dem NES zu dem Spiel kann ich auch ehrlich gesagt nichts sagen. Es ist zumindest meines Erachtens kein zeitloser Klassiker geworden. Aber es sieht durchaus interessant aus, wie halt diese Rollenspiele damals halt waren. Das war schon wirklich was Besonderes. Jetzt habe ich hier Kickl, Cubicle. Ja, das ist auch ein schönes Spiel und zwar müsst ihr, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, hier Blöcke rumschießen, dass irgendwo andere Eisblöcke sind, wo ihr bei ihr laufen könnt, um ans Ziel zu kommen. Klingt jetzt blöd, aber Kickl, Kicken, Treten, Cubicle, Quadrate, Dingsbums. Ihr müsst prinzip mit der Spielwelt interagieren, um euch Wege zu schaffen. Aber auch hier, ich weiß nur ungefähr, worum es geht. Ich weiß, das wiederhole ich jetzt in letzter Zeit öfter. Ach, DuckTales hat auch der Vorgänger hier sich gekauft. Super, kann ich euch nur empfehlen, jedem wärmstens ans Herz empfehlen. DuckTales 2 gab es ja auch, auch ein schönes Spiel, aber nicht so besonders wie das, aber auch durchaus solide auf jeden Fall. Ja, Super Mario war das 3, wird hier angeteasert, da zu dem Spiel muss man glaube ich nicht mehr viel sagen. Lesertipps, für Golf, Buyer, Fighter, Deluxe, auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Nintendo World Cup natürlich mein Lieblings Fußballspiel aller Zeiten. Snake, Battle, Roll, auch ein super Spiel. Ghosts and Goblins. Tipps von den Profis, Ach, da haben sie das damals doch so ein bisschen unterteilt. Auch hier Mega Man 2, Eboidens Blob, da habe ich den Gameboy-Titel mit Rescue of Princess Blobbet. Schöner Zungenbrecher, fast, keine Ahnung. Guardian Legend, kenne ich auch nicht, was sage ich oft, wie gesagt, hier nur 51 Seiten, Freunde, 51 Seiten. Finde ich krass, dass die Magazine damals so klein waren, aber gut, wenn man nur zwei Systeme hat und zu der Zeit es auch nicht so viele Spiele rauskramen, wahrscheinlich, haben natürlich auch nicht so viel zu berichten. Aber das war die Ausgabe von 5,91. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, wie wir es weiter mit den Blätterfolgen machen, auf jeden Fall. Kriegen wir irgendwie hin. Ich klicke hoffentlich noch irgendwie weitere Magazine ran. Kriegen wir hin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö. Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda blättert. Yeah, ist es wieder Zeit und ich habe mir dieses Mal eine relativ frühe Ausgabe geschnappt und zwar vom Februar 92. Ja, wie ihr seht, Hauptthema Chip and Chap. Das NES steht auf jeden Fall hier noch voll im Fokus, da der Game Boy so ein bisschen und vom Super Nintendo war hier noch absolut keine Rede. Das tauchte noch nicht auf, logischerweise, weil es auch noch nicht released wurde. Ja, Chip and Chap, super Spiel. Ich weiß auch noch, wie ich dieses Magazin als Kind hatte. Also nicht genau die Ausgabe, aber die Ausgabe. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Grammatik und so. Ja, da gibt es tolle Unterschiede, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns hier in dieser Ausgabe erwartet. Wie man sieht, auch Mario und Luigi sind schön im Spiel, die Fieber und ihr sagt es ja auch jedes Mal im Kommentarfeld und ich ja auch jedes Mal bei jedem Video eigentlich, ich mag einfach diesen alten Zeichensstil. Das hat so ein bisschen, ein bisschen was Runderes, Sympathisches irgendwie, finde ich einfach. Keine Ahnung was, aber vielleicht ist es auch die Kindheitserinnerung, die einen triggert, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach herrlich. Hier natürlich auch schön mit dem Flugzeug und dem U-Boot aus Super Mario Land. Herrlich auf jeden Fall. Ja, Specials, Chip and Chap, das Cover-Thema gleich auf 4 bis 11, also auf ganz vielen Seiten. Panda, Mathe, auf sieben Seiten. Ich und Mathe super Freunde, ich sag euch, also ich bin voll der Mathe-Profi ohne Ende, denn Super AC Pro AM auf dem Game Boy, wie man hier auf dem Cover sehen kann, die stellen hier auf jeden Fall diese Vierspieler-Multiplayer-Fähigkeit in den Fokus. Schauen wir mal, hat glaube ich nie ein Mensch damals am Game Boy gemacht, aber es ist natürlich schön, dass es möglich war auf jeden Fall. Ja, NES-Spiele, Super Mario Brothers 3, Bauder Dash, Little Nemo, Legend of Zelda. Ja, Legend of Zelda war ja da eigentlich schon so ein bisschen älter, ich denke mal, wollen sie mal so ein bisschen nochmal in den Fokus rücken, denke ich mal. Game Boy-Spiele, Blades of Steel. Hm. Bin gerade etwas überrascht, ehrlich gesagt, weil, okay, es ist eine relativ kleine Ausgabe, aber da gab es noch mehr Game Boy-Spiele zu der Zeit, oder? Obwohl der Game Boy, der kam ja hier 91 raus, wahrscheinlich zu meiners Geschäft, ich weiß es leider nicht genau, so viel gab es dann wahrscheinlich noch nicht, aber mehr als das doch auf jeden Fall. Hm. Schauen wir mal, also ich würde sagen, ein Spielen ist es relativ überschaubar in diesem Magazin, es ist auch nicht die dickste Ausgabe, aber da müssen sie sich natürlich erst ranarbeiten, ne? Aber fangen wir gleich mal an, lange genug gelästert und entsetzt festgestellt. Kommen wir hier zu Chip and Dale, dem Cover-Thema. Ja, habe ich da ein Testvideo zu gemacht, ich bin mir gerade sicher. Also ich habe ja am Anfang von meiner Kanalgeschichte auch so ein paar NES-Tests gemacht, aber irgendwann wollte ich das so ein bisschen streamline und nicht zu viel, zu viel machen und deswegen ist das ja heute eher so bei hauptsächlich Game Boy, Super Nintendo und natürlich auch Game Gear-Tests. Wenn man einfach zu viele verschiedene Systeme hat, man verliert einfach den Überblick und deswegen wollte ich das einfach streamline, aber ich meine, ich habe einen Test dazu gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, eines dieser alten, schönen Capcom-Disney-Spiele. Super, ich habe auch die Serie geliebt ohne Ende als Kind. Ich fand das immer so super, so ein bisschen abenteuermäßig, ne? Ihr habt wahrscheinlich alle die Anfangsmelodie im Kopf mit Chip and Chap, Ritter des Rechts. Okay, ich sollte nicht singen, ich kann nämlich nicht singen, aber super. Also war eine meiner Lieblingsserien auf jeden Fall. Zumindest von diesem, in dem Bereich, also Ducktales war meine Lieblingsserie, glaube ich, dann kam schon fast Chip and Chap, würde ich fast behaupten, wenn ich gerade nichts vergesse. Dann gab es natürlich noch hier Captain Baloo und Dark Green Duck war auch ziemlich geil. Das war zusammen mit Captain Baloo so auf Platz 3, obwohl Dark Green Duck auf Platz 3 und Captain Baloo auf 4. Ich hoffe, ich habe keine Serie verpasst, aber ich schweife schon wieder ab. Schönes Spiel, ja, Plattformer. Ihr spielt entweder Chip oder Chip. Eure Taktik ist im Prinzip, man sieht es hier vielleicht, also die ganze Weltengestaltung, ich zeige euch hier das mal so ein bisschen ausschnittsweise mehr in den Fokus. Ist natürlich, die ganze Welt ist natürlich dementsprechend aufgeteilt, weil ihr seid ja diese Erdmännchen, nicht die Erdmännchen oder Erdhörnchen. Ich bin mir gerade unsicher, welche Tierart da ist die richtige ist. Ja, es ist natürlich alles so ein bisschen groß gestaltet, die ganzen Welten, wie ihr seht hier, ich zeige es auch nochmal in die Kamera, wie ihr seht, das ist natürlich hier so ein bisschen mit irgendwelchen Masten, wo Elektro, also Elektro-Masten, Mensch, Panda. Ich sollte nicht nur nach der Arbeit abends noch schnell ein Blättervideo aufnehmen, da habe ich am Tag eindeutig zu viel gelabert. Bitte verzeiht mir das und seht mir das nach. Aber ich weiß nicht, ihr seid klein und dadurch ist natürlich alles so ein bisschen entsprechend gestaltet, was natürlich sehr, sehr schön ist und kreativ ist, da kann man natürlich viel draus machen und eure Hauptattacke ist, dass ihr nicht irgendwelchen Gegnern auf den Kopf springt wie bei Mario oder ähnliches, sondern ihr hebt so Kisten auf und werft die dann auf eure Gegner. Ja, damit kommt ihr im Prinzip durch, es sind natürlich auch Äpfel und so weiter. Hier durch so eine Bücherei kämpft ihr euch, das geht natürlich jetzt sehr, sehr stark auf die ganze Level-Architektur ein. Also ich finde ein sehr, sehr schönes Spiel, die Grafik ist super, das Setting ja sowieso. Wie ihr seht, hat man dann natürlich auch so ein bisschen mit den Zonen und so, da haben wir natürlich auch so von Super Mario Bros. 3 gelernt, dass man auch so Level-Auswahl hatte und so weiter. Wunderschöne Spiele, hat auch einen schönen Soundtrack, eines dieser wirklich klassischen, guten Capcom-Disney-Spiele. DuckTales ist ja auch von Capcom damals gewesen, also da konnte man zu der Zeit mit Disney-Spielen definitiv nichts falsch machen. Ein Hit nach dem anderen auf jeden Fall. Och, auch so süß, dass sie hier noch so ein Schlusswort sagen, ne? So richtig hier so alte Werbetechnis. Chip and Chip. What? Disney's Comic-Figuren auf dem NES. Wir wünschen euch viel Spaß. Fantastisch. Ihr habt da immer so ein so ein uralte Werbung- Kommentator-Stimme im Kopf. Ich weiß auch nicht, wieso. Kommen wir hier schon in den Leserbriefen? Ja, wunderbar. Ja, äh, gucken wir, ob wir hier was Interessantes haben. Wow, hier hat jemand eine Karte gemalt von, ach, Battle of Olympus. Genau, das Spiel, was ihr auch mir immer empfehlt und ich bei jedem Video gefühlt sage, boah, das sieht aber interessant aus. Da sollte ich vielleicht mal reinschauen und jedes Mal sagt ihr alle, ja, mach das, aber irgendwie, ja, wie gesagt, NES, das ist bei mir momentan so ein bisschen unter dem Radar. Ihr kennt es vielleicht auch selber, wenn man sammelt, dann muss man das irgendwie so ein bisschen streamline, weil sonst hat man da irgendwie zu viel durcheinander. Schöne Spiele auf jeden Fall, soll ich mir irgendwann mal angucken, auf jeden Fall. A-Type, super Zeichnung. Das ist aber echt eine geile Zeit. Ist das hier von einem Kind? Nee, glaube ich nicht. Ha. Also wenn das hier von einem kindlichen Zuschauer gemalt ist, also die Grafik finde ich eigentlich ziemlich geil. Ach, glaube ich aber nicht. Auf jeden Fall, sehr schön Leserbriefe, natürlich wie immer. Schöne Torte auch. Ja, kommen wir zu Super RC Pro AM. Ja, super Spiel. Ich habe das Spiel damals mit meinem Bruder auf dem NES hoch und runter gespielt. Also das RC Pro AM, nicht das Super RC Pro AM. Den Teil auch für den Gameboy hatte ich damals nicht, aber habe ich natürlich hier auch in neuen Zeiten als Sammler natürlich auch nachgeholt. Wunderbares Spiel. Also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Wie ihr seht, ist die Ansicht halt so leicht schräg drauf und ihr spielt halt ja so ferngesteuerte Autos im Prinzip. Gibt es natürlich auch verschiedene Upgrades. Mit Reifen habt ihr bestes Handling, Batterien habt ihr Beschleunigung ist besser, Motor ist die Höchstgeschwindigkeit besser. Also das ist das übliche halt. Man macht natürlich jetzt keine großen riesigen Experimente. Ist halt super. Gibt es natürlich auch verschiedene Sachen und natürlich kleine Waffen wie Raketen und so. Besonderheit hier ist natürlich, was jetzt natürlich jetzt auch groß hier feststellen, dieser Vier-Spieler-Modus finde ich allerdings, wie gesagt, ich glaube damals hat den effektiv niemand genutzt oder das war nur bei mir damals so. Ich weiß nicht. Aber habt ihr damals jemals ein Super-Nintendo-Spiel zu viert gespielt? Wenn ja, haut es mal in die Kommentare rein. Es würde mich echt mal interessieren, ob das irgendwer damals regelmäßig oder wie es nur einmal gemacht hat. Problem war natürlich immer, alle vier mussten auch das Spiel haben. Und als Kinder, man hat natürlich fleißig immer die Sachen durcheinander getauscht, aber es hatte nie, dass die Spiele so weit verbreitet haben, weil ich muss mir das Spiel ja nicht kaufen, weil Kumpel XY hat das ja und wenn ich das Spiel kann ich mir das ja ausleihen. So war das bei mir zumindest. Aber hey, da gibt es natürlich hier auch verschiedene Gefahren. Finde ich schön, dass sie hier so echt schöne, stimmungsvolle Zeichnungen extra gemacht haben. Es gibt natürlich hier die üblichen Pfützen, denn hier die Öldinger, die ein Dingelsen durcheinander bringen und so weiter. Ja, das Übliche halt. Verschiedene Strecken gibt es natürlich auch. Hier auch nochmal cool im Detail erklärt. Auch hier sieht man, das sind so die alten Zeiten. In der heutigen Zeit würde man niemals hier einfach so einen weißen Hintergrund auf so einer Seite machen. Das würde man irgendwie besser gestalten. Aber hier, ha, guckt euch das Promo-Foto an. Auf der Rennstrecke mit Rennautos im Hintergrund sitzen sie da und spielen so viel Super ASC Pro AM. Ha, herrlich, was sich die Marketing-Fuzzis immer so ausgedacht haben. Herrlich. Und wie war es wunderbares Spiel? Kann ich nur empfehlen. Weiteres wunderbares Spiel Super Mario Brothers 3. Habe ich mal eine sehr interessante Geschichte zu der, oder Dokumentation zu der Entwicklung gesehen. bei den Gaming-Historien. Ist ein englischer Kanal, kann ich euch aber sehr, sehr wärmstens empfehlen. Sehr, sehr eine Hintergrundgeschichte, wie diese ganze Entwicklung war. Und, ähm, das ist eins der besten Super Mario-Spiele, die es gibt, finde ich. Super Spiel, haben so viel da reingebracht, wenn man bedenkt hat, wie das auf dem NES mit dem ersten Teil so relativ primitiv, aber gut angefangen hat. Und was für eine Riesensteigerung dieses Spiel hier schon ist. Boah, herrlich. Aber so im Detail gehe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auf das Spiel gar nicht mehr ein, weil, ganz ehrlich, kennt irgendwer von euch dieses Spiel nicht? Seht ja, ihr habt es zumindest alle mal gespielt, ihr habt alle so ein bestimmtes Gefühl dafür. Ich weiß noch, dass ich das als Kind damals nicht hatte, aber einen Kumpel hatte. Da hatte ich aber schon einen Super Nintendo. Aber trotzdem bin ich immer zu diesem Kumpel gedackelt und wir haben zusammen Super Mario Brothers 3 gespielt, weil das einfach so, dieser kindlichen Vorstellung, weil diese 16-bit Super Nintendo gar, klar war da ein grafischer Sprung und so weiter, aber diese Feinheiten hat man da doch gar nicht so erfasst, finde ich. Und da war es einfach super, dass das trotzdem auf dem NES so aussah. Also herrlich. Super, super Spiel auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon das Comic. Ich würde sagen, wie immer, ich halte mal die Finger weg. Wenn ihr es lesen wollt, drückt kurz die Pause-Taste. Das machen wir ja immer so. Ah, hier komme ich hier, das NES-Spieleberater. Den habe ich dir hier doch auch irgendwo mal ein Video zugemacht. War es das schon? Ja, wie man sieht, ist das hier leider wieder so eine Ausgabe, wo anscheinend die richtig Mitte fehlt. Ach, das ist die Mitte, das ist das Poster. Wunderbares, net schon auch selber Poster. Herrlich. Auch hier so richtig hier mit denen, wo was ist. Das waren hier noch wirklich hilfreiche Poster, ne, Freunde? Klar, diese späteren natürlich hier. Ich habe hier zum Beispiel auch an der Wand einen Links-Ewakening-Poster hängen, die sind natürlich auch super. Aber das war noch richtig hilfreich. Und ich weiß noch, dass mein Bruder sich Zelda damals, das war wirklich Ende der 80er, Zelda von einem Kumpel geliehen hat. Und man wusste ja sofort, dass es ein besonderes Spiel ist, weil es ja in dieser goldenen Cartridge, also in diesem Modul war, das so golden war. Aber ich habe damals überhaupt nichts gerafft. Aber ich habe da schon gemerkt, dass das Spiel etwas besonderes ist, ganz einfach, weil diese ganze Spielweise war so offen und so besonders. Wow, herrlich. Ich kam nicht weit, ich habe nicht viel gerafft. Das Spiel war immer so ein Mysterium für mich, aber ich habe es immer wieder versucht, wie man es damals halt gemacht hat. Jetzt gucken wir uns mal die Top-Spiele an. Auf dem Gameboy, Super Mario Land, ist klar. Gargoyles Quest, klar. Turtles, super Spiel. Tetris und Fortress of Fear. Okay, gut. Wie gesagt, die Spielerauswahl war zu der Zeit natürlich relativ eingeschränkt. Unterschreibe ich aber super Spielerauswahl, wenn man bedenkt, dass diese Spiele auch gleich zu Beginn erschienen sind. Okay, Fortress of Fear ist, mag jetzt die Qualität mäßig, ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich habe natürlich so ein bestimmtes nostalgisches Verhältnis dazu. Ach, aber mal gucken, was die Profis sagen. So war Mario Land, Tetris sowieso, Quirk, auch ein super Spiel, hatte ich auch damals gehabt. Dr. Mario und Gargoyles Quest würde ich auch so unterschreiben. Auch perfekt. Das NES, die Leser, Legend of Zelda, Super Mario Brothers 2, Zelda 2, Mega Man 2, Super Mario Brothers 1. War da Super Mario Brothers 3 noch nicht erschienen? Warum ist das da noch nicht da? Ach doch da. Beim Profis ist es gleich oben und ist es wahrscheinlich relativ frisch erschienen, nehme ich mal an, dass es bei Leser noch nicht so angekommen ist. Also, Super Mario Brothers 3, Zelda, Battle of Olympus, Dr. Mario und Kicklcubicle. Irgendwo habe ich den Namen auch schon mal gehört, aber hey, naja, schauen wir mal. Und der Mario hat in der Postabteilung Überstunden geschoben anscheinend. Achso, hier, die so, ähm, das Seep Club in der Deutschland, die sind natürlich auch für technische Sachen auch immer da. Finde ich auch herrlich, ne? Ich habe mein NES ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen. Ich weiß noch, wie mein Vater da wirklich, nicht Stunden, aber, äh, da war damals nicht so, nicht so einfach wie heutzutage auf jeden Fall irgendwas an so einen Fernseher anzuschließen, ne? Den richtigen Kanal auswählen und so weiter. Heute haut man das HDMI-Kabel rein und gut ist. Das war damals durchaus immer so ein bisschen gefummelt auf jeden Fall. Ja, Boulder Dash auf jeden Fall ist auch ein Klassiker, der es anscheinend auch auf dem NES gefunden hat. Die Version habe ich persönlich noch nicht gespielt, aber natürlich, ich glaube, auf den C64 bei einem Kumpel habe ich das damals gespielt. Das war so mein erster Berührungspunkt zum Boulder Dash. Im Prinzip ist das Spielprinzip relativ einfach. Ich weiß, im Prinzip ist es im Prinzip. Ich halte euch hier mal, die Weißen von euch werden es auch kennen, hier so ein Dings, so ein Level rein. Ihr seht ja so diese verschiedenen Ebenen. Die Blauen, die könnt ihr wegbuddeln, um an Edelsteine zu kommen. Problem ist natürlich auch, das hat eine Gravitation. Das heißt, es ist keine Draufsicht, das ist wirklich hier so eine Seitenansicht. Und ihr seht diese gelben Steine. Und wenn natürlich die Erde darunter weg ist, dann fallen die runter. Man muss natürlich aufpassen, dass ihr nicht erschlagen werdet oder ähnliches. Ist im Prinzip so ein bisschen, ja, so ein Action-Puzzle-Spiel, würde ich sagen. Die Zeitschrift fällt hier auseinander. Ich sollte das hier nicht machen, dass wir den Knicken. Ja, es ist leider so mit den älteren Zeitschriften, dass die mittlere Bindung manchmal nicht mehr so stark. Absoluter Klassiker. Muss es natürlich auf verschiedenen Systemen geben auf jeden Fall. Ja, Little Nemo The Dream Master. Auch ein schönes Spiel. Habe ich auch einen Test zugemacht. Schöner Plattformer. Ist ziemlich schwer, was man gar nicht so bei der Anmutung irgendwie vermutet. Besonderheit ist hier halt, dass ihr mit Süßigkeiten diese Tiere hier füttern könnt und denn in diese reinschlüpfen könnt. Ich weiß, etwas seltsam, aber im Prinzip eignet ihr euch dadurch diese Kräfte dieser Tierwesen an. Das heißt, der Maulwurf, der kann halt durch die Erde buddeln, die Eidechse, die kann halt an der Wand lang hochlaufen und so weiter. Wie gesagt, ist halt etwas komisch, dass man da so reinschlüpft. Da darf man nicht so näher dran nachdenken, logischerweise. Aber hey, Spiellogik. Das Ganze basiert übrigens auf einem Comic aus den, ich glaube, 20er Jahren. Also uralte Lizenz wurde dafür genommen. Das ist keine frische IP. Das ist wirklich eine Lizenz, aber von wirklich einer uralt Comic-Serie. Auch hier schöne Gestaltung natürlich. Ja gut, Dede Nemo in Dream World heißt das, oder? The Dream Master. Also natürlich so eine Art Traumwelt und dadurch natürlich sehr fantasievoll gestaltet. Schöne Sache. Blades of Steel. Boah, ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Super Spiel. Ist ein Eishockey-Spiel und ich kann eigentlich mit diesem Sport an sich immer noch nichts anfangen und damals auch nicht. Aber ich habe das Spiel geliebt ohne Ende. Ich habe es gezockt und gezockt und gezockt. Ich glaube, ich weiß, dass ich relativ enttäuscht war. Ich hatte nur den Namen Blades of Steel gehört und es klang irgendwie voll cool, dass das ein Eishockey-Spiel ist. Das habe ich damals gar nicht gerafft, als ich es mir gewünscht habe oder ich weiß gar nicht, ob ich es mir gewünscht habe oder einfach geschenkt bekommen habe. Egal. Auf jeden Fall sehr schön und was natürlich hier richtig geil war, dass man sich so auch kloppen konnte. Das war immer so ein bisschen das Highlight. Schöne Spiel, super fluffiger Soundtrack, super Spielgefühl. Also auch wenn ihr kein Eishockey-Fan seid, könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen und da mal machen spielen. Das Modul kriegt man relativ günstig, damit kann man echt nichts falsch machen und so eine Runde zwischendurch ist das auf jeden Fall immer gut. Legend of Zelda. Ja, wie gesagt, der Klassiker hat eine ganz legendäre Serie losgetreten. Wir haben die Karte ja schon in der Mitte gesehen. Ich war damals sehr, sehr verwirrt. Ich wusste nicht, was man machen soll, weil es war auch alles auf Englisch, es war nichts auf Deutsch und als Kind ist es dann da wirklich sehr, sehr schwer, dann irgendwie reinzufinden. Aber auch da zu dem Spiel sage ich jetzt auch nicht so viel, weil, hey, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Die Qual der Wahl. Ein paar Empfehlungen. Sportspiele, dieses Super Spike V-Ball NES. Da haben wir doch letztens auch eine ältere Ausgabe gehabt, wo das voll gehypt wurde. Ich kenne keinen, der das irgendwie gespielt hat. Ehrlich. Ich weiß nicht, warum die das hier so versuchen zu hypen. Auf jeden Fall, das Nintendo World Cup auf den Game Boy und auf den NES unterschreibe ich. Absoluter Klassiker, braucht jeder. Strategiespiele, Dr. Mario oder Quirk? Strategie? In der heutigen Zeit würde man, glaube ich, eher so Rätselspiele oder sowas sagen. Also zumindest Quirk, das ist kein Strategiespiel. Da merkt man, dass damals diese Genrebegriffe noch so ein bisschen offener waren. Action-Spiele, Amazing Spider-Man. Ja, manche lieben es, manche hassen es oder, na nicht manche hassen es, aber ich mag es auf jeden Fall nicht. Ich hasse es nicht. Ich finde die Steuerung bei Amazing Spider-Man einfach zu fummelig. Da teilweise hier mit den an der Decke lang zu und ach, nee. Geh mir weg, geh mir weg, das macht echt keinen Spaß. Ja, Adventure-Spiele, Gargoyles Quest und Legend of Zelda Superwahl. Hat auf jeden Fall hier alles sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ja, der Gameboy, er kam, sah und siegte, hat anscheinend hier irgendeinen deutscher Spielepreis von 1991 gewonnen. Verdient, würde ich auf jeden Fall sagen. Hier wird auch Werbung für die Spieleberater gemacht. Ja, finde ich schön. Habe ich auch zu beiden schon ein Video gemacht. Falls ihr mal Interesse habt, einfach bei meinem Kanal, bei der Blättert-Playlist mal reinschauen. Neuvorstellung. Diese NES und Gameboy-Neu, werden weiter erhältlich sein. Ja, Megaman, Dr. Wileys Rache, Superspiel, ist auch eine exklusive Entwicklung für den Gameboy gewesen und mein persönliches erstes Megaman-Spiel aller Zeiten. Natürlich ziemlich schwer, wie es halt Megaman-typisch halt ist. Und als Kind habe ich es nie durchgespielt, als Erwachsener glaube ich auch nicht, weil ich da überhaupt keine Geduld mehr habe. Aber Superspiel, finde ich, haben sie schön dieses Megaman-Prinzip auf den Gameboy portiert. Ich habe damals wirklich Stunde um Stunde um Stunde wirklich versucht und möglichst versucht, diese Kombination, wie man die Roboter meister erledigen sollte und so weiter natürlich ausprobiert. War damals ja wirklich so ein bisschen sehr arg an selber erforschen. Das fehlt einem nicht so in den Schoß, sage ich mal. Megaman 3 für den NES ist er anscheinend erschienen. Ja, dieser Tipps, auch hier, diese einfache Gestaltung. Das wurde damals echt wesentlich professioneller. Herrlich. WWF Superstars, Superspiel, Kung Fu Master. Ey, die drei hatte ich sogar damals. Hm. Cool, cool. Noch mehr Tipps. A-Type hatte ich auch. DuckTales auch auf dem Gameboy. Wow, ich habe hier alle Spiele damals wirklich gehabt. Finde ich echt faszinierend. Cool. Hm. Satellitenspiel, Bauder Dash, ja gut, das heißt es, alles schöne Spiele und damit sind wir schon durch. Ich weiß, für eine Blätterfolge eine relativ kurze Folge würde ich fast sagen, aber ist natürlich auch ein überschaubares Magazin, aber ist klar, das Superinterno gab es noch nicht. Die haben es da noch nicht so ganz so sehr gepusht gefühlt. Auf jeden Fall ist es ein anderer Stil als sonst, aber trotzdem eine schöne Ausgabe mal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen wie immer und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alle noch einen super fantastischen Tag, meine Lieben. Macht's gut, Hallo ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Blätter. Ja und heute ist die Ausgabe 2 aus dem Jahrgang 1992, der vierte Jahrgang April 1992 dran. Ja, Themen sind Mega Man Dr. Wileys Rache. Da freue ich mich sehr drauf, weil das mein erstes Mega Man Spiel überhaupt war. Das habe ich damals echt hoch und runter gezockt. Und Kid Icarus, da habe ich letztes erst einen Test zu gemacht. Das ist bei mir, an mir leider damals irgendwie vorbei gegangen. Aber naja, man kann ja auch nicht damals alles mitgenommen haben. Anscheinend erschienen die Ausgaben ja zweimonatlich. Ich dachte irgendwie, dass es sie nur jeden Monat oder noch eher drei Monate vielleicht so was erschienen sind. Aber na gut, da kann man sich natürlich täuschen. Die späteren Ausgaben des Jahrgangs haben natürlich stark das Super Nintendo im Fokus. Und hier haben wir noch ganz klassisch Game Boy und NES. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir gleich mal rein. Wie man sieht, Mega Man, Special NES, Game Boy Spiele. Super Nintendo gab es halt damals nicht logischerweise. Ach, hier sieht man natürlich schon gleich wieder so eine schöne stimmige Szene. Herrlich. Ja, das haben wir schon. Mega Man 3. Ja, ich weiß gar nicht, warum genau. Aber auf dem NES, da sind die Mega Man Teile damals an mir komplett vorbeigegangen. Und später habe ich jetzt auch gar nicht so diesen Zugang dazu gefunden. Also Mega Man an sich. Die Spiele finde ich super. Mega Man X auf dem Super Nintendo finde ich auch sehr, sehr schön. Und natürlich, wie gesagt, das andere Mega Man, wozu wir denn gleich kommen. Aber das ist irgendwie so faszinierend. Das ist irgendwie so eine große Serie, die auch sehr gut ist. Aber irgendwie hatte man damals, heute spricht man ja, viele Leute haben so eine Filter-Bubble, sage ich mal. Bei Twitter und ähnlichem, man folgt eher den Leuten, die eher so die eigene Meinung vertreten und nicht unbedingt welche kontrieren Standpunkte haben. Und irgendwie hat man dadurch halt so eine gewisse Filter-Bubble, weil man natürlich nur Nachrichten bekommt, die mal für sich selbst interessant sind und so einen eigenen Standpunkt natürlich unterstützen. So, und das jetzt auch damals in Höhe ertragen. Wenn einfach kein Kumpel oder sowas dieses Spiel hatte und man das gespielt hat, oder natürlich logischerweise man selber, dann hat man das verpasst. Man konnte nicht schnell mal im Internet nachschauen, nach dem Motto, ja, was ist denn hier so an neuen Spiele-Releases, was ist denn angesagt, wenn welche Trailer sich angucken, wie heute. Das finde ich echt schade, dass es damals, die Ausgabe habe ich anscheinend damals nicht gehabt, deswegen sagte mir der Titel nicht so wirklich was. Und wenn man das nicht hatte, ja, dann kannte man das Spiel nicht. Außer man stoppert jetzt durch Zufall im Laden über die Packung und konnte sich dadurch anlesen. Aber wie ihr wisst, da konnte man natürlich nicht wissen, ist das Spiel gut oder nicht. Deswegen kann ich jetzt zu dem Spiel leider auch keine großen Aussagen tätigen. Ich weiß, dass Megaman 2 der richtig gute Teil war. Ich glaube 3 setzt da noch so ein bisschen einen drauf. Ja, Megaman ist natürlich klassische Serie, die viele, 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 viele Titel damals hervorgebracht hat. Das war ja schon echt Massenproduktion, konnte man das fast sagen von Konami. Alle nach dem selben Stil. Es gibt verschiedene Level mit Roboterbossen am Ende. Und das Gute war halt, ihr konntet die Stages euch frei aussuchen. Und dadurch konnte man sich natürlich seine ideale Reihenfolge zusammenbasteln. Weil beim Besiegen jedes Bosses hat man natürlich auch eine Spezialwaffe, die diesen Bosses bekommen. Also jetzt sagen wir mal ganz grob, wenn ich den Eisboss besiegt habe und die Eiskanone bekommen habe, keine Ahnung, was man da jetzt genau bekam. Denn es ist natürlich logisch, dass man als nächstes den Feuerboss macht. Weil, ne? Eis gegen Feuer sollte gut klappen. Zumindest meistens. Das ist natürlich dann teilweise nicht so sehr eindeutig. Wie sagt man, Snakemailen, man verschießt dann anscheinend irgendwelche Schlangen. Ja, wo gut gegen soll das sein? Aber das war halt dieses Rumknobeln. Und auch da, damals, man musste das für sich selber rumknobeln. Es gab da irgendwie keine Guides, die man schnell lesen konnte. Außer wie gesagt, man hatte einen Kumpel, der einem vielleicht Tipps gab. Oder natürlich das Club Nintendo Magazin. Aber ich habe mir, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf, dass ich dieses Club Nintendo Magazin primär benutzt habe, um mir irgendwelche Tipps für irgendwelche Spiele rauszuziehen. Es ist eigentlich eher so, dass ich diese Magazine verschlungen habe und oh, was erscheint denn das nächstes? Und oh, man hat dann ganz genau hier die Level angeguckt, was das alles auf einen erwartet und wie toll das doch ist. Man hat sich das dann alles natürlich immer so schön ausgemalt und oh, man erwartet mich das hier und das wird bestimmt super und alles. Ich glaube, hier war dann der Roboterbegleiter, der Hund denn neu, der dann halt je nach Szenario mal ein Trampolin war oder hier so ein Hochspring-Podest-Grünser halt. Ihr wisst, was ich meine. Oder halt hier fliegende Mann und so weiter. Aber ich finde es interessant, dass ich hier wirklich sehr, sehr ausführlich alle Level müssten, denke ich mal, alle Level sein, ne? Wir zeigen und detailliert, wie der Ablauf ist und so weiter. Finde ich seltsam. Okay, es ist natürlich ein Megaman-Special hier in der Ausgabe, aber dass es alles so genau zeigen, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, das Super Nintendo, das war so langsam mit den Startlöchern. Die brauchen ja irgendein Thema, wo sie sich denn drauf anhängen konnten, ne? Ja, die Leserbriefe mal wieder. Xbox One so tierreich. Katzen mit dem Gameboy. Ha, herrlich. Och, das ist aber hier eine schöne Kreidezeichnung. Das ist ja auch eines dieser sehr, sehr beliebten Motive. Ich halte es mal ein bisschen genauer an die Kamera. Ich glaube, das war auf irgendein super Nintendo-Cover. Okay, der Luigi hat ja so ein bisschen arge Säge-Ohren, aber naja. Besser als das, was ich heute schon zeichnen könnte. Und das haben die Kinder schon damals gut hinbekommen, ne? Ja, Luigi, ne? Da hat anscheinend Heiratsvermittlung für Luigi auch nett, auch nett. Ja, Kid Icarus. Habe ich jetzt einen Test letztens zugemacht. Sehr, sehr schönes Spiel. Das ist ja der Kid Icarus. Der heißt ja Pit mit Namen und der hatte seinen ersten Auftritt auf dem NES. Und obwohl es quasi ein offizielles Nintendo-Maskottchen ist, aber in heutigen Zeit erscheint es eher so als Kämpfer bei Super Smash Brothers. Smash Brothers? Oder Super? Sagt man Super? Ich habe das gerade gar nicht im Kopf, weil die Serie ist nicht so meins. Deswegen verzeiht mir das. Ja, er hatte ein NES-Teil, hatte ein Gameboy-Teil und dann irgendwann auch ein 3DS-Teil. Aber irgendwie finde ich es schade, dass das den so ein bisschen, ja, den können sie mal ein bisschen wiederbeleben. Und das Gameboy-Spiel auf jeden Fall ist sehr, sehr interessant. Man hat die Level-Struktur, wie man sie hier sieht, eher so von unten nach oben geht und nicht klassisch von links nach rechts. Man muss halt Sachen einsammeln. Es gibt Geheimtüren, wo es Shops sind und so weiter. Finde ich eine sehr, sehr schöne Gestaltung. Wurde natürlich dann später noch wesentlich komplexer, auch mit nach links und rechts. Aber man sieht der allgemeine Aufbau ist wirklich eher von unten nach oben auf jeden Fall. Man kann natürlich noch verschiedene Waffen bekommen. Man hat Items, die man einsammeln kann. Also es ist ein sehr, sehr schöner Plattformer, der sich auch mal so ein bisschen angenehm anders spielt. Einfach was, was man auch nicht so alle Tage hat. Also sehr, sehr nett gemacht auf jeden Fall. Und so einen kleinen Engel als Charakter ist natürlich auch nicht verkehrt. Wie man sieht, wird ja auch viel Abwechslung geboten. Wobei natürlich viele Hintergründe so relativ dunkel und schwarz sind. Deswegen wirkt es teilweise so etwas eintönig. Aber es ist wirklich ein empfehlenswertes Spiel. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ja, The Battle of Olympus. Ich bin gerade überrascht, ehrlich gesagt. Es wird hier ein großes Mega Man Feature, Special quasi angekündigt. Und dann ist das so zerstückelt. Man hat am Anfang irgendwas. Und dann später dann einen Game Boy Titel. Und das ist halt das Special. Ich hätte jetzt so als Special, ehrlich gesagt, gedacht, dass das mehr, ne, dass es so die ersten 20 Seiten sind halt das Special. Aber nur gut. Das ist halt die Aufteilung. The Battle of Olympus. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nicht. Also den Namen habe ich schon mal gehört. Aber ich habe es weder gespielt noch, dass ich irgendwo mal irgendwie ein Video darüber gesehen habe. Sieht aber interessant aus. Das Cover, das hätte mir damals durchaus gefallen. Und so auf den ersten Blick sieht das etwas so wie Zelda 2 aus, oder? Irgendwie so vom Stil und so weiter. Ich halte es nochmal ein bisschen in die Kamera, dass ihr es besser sehen könnt. So, ich hoffe, er fokussiert. Genau. Also es sieht schon so ein bisschen wie Zelda 2 aus, ne? Also ich schätze mal Seitenperspektive. Wird ein Action-Plattformer-Rollenspiel sein. Und sein Hafe des Apolls, Ambrosia, Nahrung der Götter und so weiter. Also viel in der griechischen Mythologie wird da geplündert. Doch, aber gefällt mir. Sieht durchaus, ne? Kreter Prügieren. Entschuldig, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ptisis. Ja, das Berühmte. Sieht aber auch wirklich sehr thematisch schön aus, ne? Auch mit den Säulen und so weiter. Ha! Wäre mal eine Idee, wenn man da mal irgendwie günstig drüber stolpern würde, dass man das irgendwie mitnimmt, ne? Auch hier verschiedene Level-Bereiche. Gerade waren wir im Wald. Hier haben wir eher so Hafenanlage, sage ich mal. Hier sind wir in den Bergen. Vorbei natürlich dieser Himmel, dieses Pinke, natürlich mutig ist. Aber gut, gerade habe ich wegen dem schwarzen Hintergrund etwas rumgeheult. Dann will ich mich jetzt nicht beschweren, dass etwas mehr Farbe ist. So. Jetzt sind wir schon beim Comic anscheinend. Ja, April. Es war natürlich Ostern dran. Wie immer, ich halte meine Griffe weg, falls ihr es lesen wollt. Wobei das dieses Mal relativ wenige Panels sind, ne? Da hatten wir schon mal mehr. Ach! Als Poster natürlich Chip and Chap. Grandiose Spiel. Habe ich sehr, sehr gemocht. Habe ich auch nicht damals gespielt, aber natürlich nachgeholt. Ja, leider. Wie ihr seht, es ist aus dieser Epoche, sage ich mal, aus dem Ebay-Kauf, wo das hier gelocht ist, leider. Deswegen kann ich das Poster, glaube ich, nicht wirklich verwenden. So. Top 5. Mensch. Da haben sie aber früher oder später das irgendwie wesentlich weiter in die Länge gezogen. Ja, Leser-Profis. Super Mario Land, stimme ich zu. Gargoyles Quest, stimme ich zu. F1, Swayze, DuckTales, Photos of 4. Leser, ihr habt's drauf. Wobei natürlich die Profis mit Tetris, Dr. Mario & Quirk sind auch gute Spiele. Diesmal habe ich mal aus der Weise nichts auszusetzen. Das NES, Super Mario Bros. 3, ist auch keine Überraschung. Dann haben wir Bros. 2. Ja, fand ich auch sehr, sehr schön damals. Ich hatte ja den dritten Teil, hatte ich ja damals leider nicht gehabt. Aber den zweiten habe ich damals sehr ausführlich gespielt. Ja, die beiden Zeldas. Mega Man 2. Die Profis. Ja, Zelda. Battle of Olympus. Ist ja klar, das haben sie gerade hier angesprochen. Also müssen sie das natürlich hier präsent haben. Bandic Menschen. Auch sehr, sehr schöner Titel. Den muss ich mir auch mal fürs NES besorgen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die NES-Portierung auch wirklich, wirklich gut ist. Oder ob ich das irgendwie nur falsch im Kopf habe. Ja. Und eine große Bitte. Bei Nintendo laufen die Telefondräte heiß. Alleine die Konsumentenberatung und die Hotline erhalten am Tag ungefähr 15.000 Anrufe. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Da kann es schon mal vorkommen, dass man nicht durchkommt. Boah. 15.000 Anrufe pro Tag. Ha. Hätte ich nicht gedacht, dass das die Hotlines da so stark in Anspruch genommen wären. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe damals nie angerufen. Habt ihr damals mal angerufen? Wenn ja, könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie da eure Erfahrungen waren. Bei mir war immer was, ähm, zum Beispiel diese Tipps-und-Tricks-Hotline war ja, ne, kostenpflichtig. Und da habe ich den Ärger von meinen Eltern befürchtet. Da muss man es ja nicht riskieren. So, aber jetzt. Mega Man Dr. Wileys Rache. Wie gesagt, mein erstes Mega Man Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe es auch gerne gespielt. Ob sowas natürlich Mega Man-typisch nicht gerade ein einfaches Spiel ist. Aber es gab eine Passwort-Funktion. Und man musste wirklich herausknobeln, welche Stages man zuerst macht. Ich glaube wirklich, ähm, Stufe 1 Cut Man. Da, äh, war wirklich man gut beraten, wenn man da gestartet ist. Ja, ähm, Dr. Wileys Rache. Interessanter Fakt. Eine Exklusiv-Entwicklung für den Game Boy. Und zwar meine ich nicht von Konami direkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, der Test, den ich dazu gemacht habe, der ist, glaub, schon eine, anderthalb Jahre ungefähr vorbei. Deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich meine, das war dann nicht von Konami direkt. Wobei es natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Äh, ja. Kann man, kann man wirklich nur empfehlen. Ich hatte mal Spaß dran. Ich glaube, in der Mega Man-Szene ist das jetzt nicht unbedingt als das beste Spiel bekannt. Aber ihr wisst natürlich, der gute, alte Nostalgie-Effekt, der spielt immer da rein. Wobei ich das damals, das Spiel nie komplett durchgespielt habe. Ich hab, glaub ich, so drei von den Roboter-Bossen erledigt. Oder vielleicht vier. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so unbedingt sicher. Aber ich hab's auf jeden Fall nicht durchgespielt. Obwohl, ich glaub, ich kam bis ins Finale von Dr. Wileys. Und, ähm, irgendwann, ne, ihr kennt's, ist ja heute auch nicht mehr anders. Dass, wenn man irgendwo festhängt, dann hat man dann doch irgendwo mal ein neues Spiel, was man lieber spielt. Und dann gerät das eher so in Vergessenheit. Ah, und man spielt das dann nicht so unbedingt weiter. Und so weiter, und so weiter. Aber auch hier, äh, ja, natürlich etwa auch etwas abgespeckt. Weil es gab, glaub ich, nur die, die vier, ne? Die vier Roboter-Bosse. Und nicht die, äh, wesentlich mehr wie jetzt im NES-Teil. Äh, ja, hier sieht man's. Eins, zwei, drei, vier. Ach, die optimale Reihenfolge ist, die wird hier sogar schon gesagt. Wie gesagt, ich hab das damals für mich selber erknobelt. Aber, ich wusste, was weiß immer noch, Cutman Nummer eins. Das auf jeden Fall. Ja. Also für ein Special. Aber auch hier zeigen sie alle Karten, ne? Die sehen so relativ klein aus, sag ich mal, ne? Wenn man die so abgedruckt sieht. Wie, aber gefühlt waren die damals echt gigantisch. Und man darf halt nicht vergessen, dass die auch wirklich schwer waren. Dreammaster. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Mensch, also in der Art Ausgabe haben wir es bisher. Kein Flop irgendwie. Auch das ist nicht sehr einfach. Und von der Prämisse her ist es ein Plattformer. Ihr spielt diesen Nemo. Da hab ich auch schon einen Test zu gemacht. Auch da ein interessanter Fakt. Das ist ein Lizenzspiel. Das denkt man gar nicht, weil Little Nemo noch nie was davon gehört. Aber das war eine Kinderbuch-Serie. Ich weiß, ob das eine Serie ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Marke. Und zwar aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Also von 1910 oder irgendwie sowas. Also dass sie sich so eine Marke geschnappt haben. Und eine Videospielform irgendwie 70 Jahre später gemacht haben. Ich hab das genauer Jahr nicht ganz im Kopf. Deswegen entschuldige ich bitte, wenn ich da eine falsche Aussage tätige. Aber finde ich schon faszinierend, dass sie sich so eine alte Lizenz schnappen. Ja und auf jeden Fall seid ihr quasi unterwegs im Traumland. Und das Besondere ist natürlich, jeder gute Plattformer muss ja was Besonderes haben. Und wie man es hier sieht. Ich zeig's euch mal. So. Wie man es hier sieht. Ihr könnt euch die Tiere teilweise mit Tieren befreunden. Und zwar, das macht nämlich ganz seltsam. Ihr habt Süßigkeiten und ihr füttert diese Tiere mit diesen Süßigkeiten-Bonbons. Und irgendwann haben sie genug gegessen und werden euch quasi zugetan. Und dann könnt ihr teilweise in die hereinklettern. Klingt komisch. Also ein Frosch klettert ihr wirklich hinein und könnt dann halt dann logischerweise schwimmen. Oder hier der Gorilla, der hat halt spezielle Fähigkeiten, dass er zuschlagen kann. Oder als Biene könnt ihr fliegen und so weiter. Und dadurch kriegt ihr halt verschiedene spezielle Fähigkeiten. Also denkt dran, wenn ihr das nächste Mal irgendwelche Tiere seht, einfach mal ein paar Bonbons zustecken und dann könnt ihr rein klettern. Also jetzt natürlich jetzt nicht wirklich machen. Also wenn ihr Kinder zuhören, macht das nicht. Könnte unangenehm werden, sage ich mal. Auch hier schöne Levelgestaltung. Also hier scheinen sie wirklich nur so einen Ansatz zu haben, das Spiel wirklich zu zeigen, den ganzen Levelaufbau zu zeigen. Denn genau das erwartet dich so nach Motto. Irgendwie kommt mir das so vor. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, dass wir späteren Ausgaben das nicht so sehr irgendwie befeuern. Ja, Super Mario Bros. 3. Kurzbeschreibung der Welt in 3, 4 und 5. Das ist aber wirklich sehr kurz. Also hier erscheinen sie noch ein paar Aufschnitte zu haben. Quasi hier, so sieht das Level aus. Also da hatten sie wirklich Spaß dran an der Ausgabe, oder? Gesamte Level abzuscreenshotten, was damals wahrscheinlich auch gar nicht so einfach war von der Arbeit her. Und das dann quasi aneinander zu reihen. Es gab ja keine Programme, womit man das machen konnte. Also man hört ja auch immer wieder so Berichte, die damals in den Spiele-Magazin-Redaktionen gearbeitet wurden. Die mussten ja teilweise ganz schwer, zum Beispiel Screenshots für ein Magazin, für einen Gameboy-Test zu machen. Da hatte Nintendo vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ich denke mal hier so, Dev-Kids nennt man das ja, für Entwickler, dass man da vielleicht das Beste anzeigen konnte. Aber sowas hatten die normalen Magazine nicht unbedingt. Oder sowas musste dann abfotografiert werden. Und das von einem Röhrenfernseher. Wenn ihr jemals eine Aufnahme von einem Röhrenfernseher oder von so einem Gameboy machen musstet, wisst ihr, das ist nicht gerne einfach. Vor allen Dingen, nicht jedes Spiel hatte jetzt einen Pause-Button oder sowas. Das heißt, während des Spieles denn fotografieren, wird es denn noch... Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht sehr, sehr einfach war. Und da hatten sie anscheinend Spaß dran. Keine Ahnung, ob sie da irgendein Gerät hatten, weil es sieht, wie gesagt, nicht abfotografiert aus. Was sie da irgendwie neu testen mussten für das Magazin quasi. Was sie quasi in der vollen Breite dann noch ausgenutzt haben, offensichtlich. Herrlich. Außer bei My Brothers 3. Ich weiß doch, wie ich das immer bei einem Kumpel gespielt habe. Ich glaube, ein Kumpel hatte das. Da hatte ich schon das Super Nintendo. Oder wie weiß ich da nicht mehr so unbedingt das große Interesse am NES. Das NES hatten wir zwar zu Hause, aber das war die Konsole meines Bruders. Und es war am Fernseher. Ich hatte keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer. Und deswegen war der Zugang dazu natürlich immer nicht so einfach. Und deswegen habe ich jetzt nie so diese dicke, dicke Bindung an das NES. Obwohl das eigentlich die erste Heimkonsole war, die ich zu Hause hatte. Und beim Kumpel habe ich das immer gespielt. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Aber ich glaube, da hatte ich schon mal ein Super Nintendo. Deswegen war es sehr cool, was da gemacht wird. Aber mein Super Nintendo ist natürlich viel cooler. Ja, und auch hier ein Nintendo, Zelda. Also sie scheinen sich hier wirklich auf die Klassiker zu stürzen. Und wirklich das hier so ein bisschen als Berater zu machen. Auch hier. Also die müssen da irgendein neues Gerät gehabt haben, was sie unbedingt testen mussten. So wie sie das mit den Screenshots überall gemacht haben. Das ist ja quasi jedes Spiel, wo sie irgendwelche Levels gescreenshottet haben. Ich wette, die hatten da irgendein neues Spielzeug, was sie unbedingt quasi bis zum Erbrechenden auch nutzen mussten. Also irgendwie wirkt das so, finde ich. Das Zelda ist original. Das habe ich damals sogar mal gespielt. Aber da war ich, glaube ich, zu jung. Ich habe es nicht gerafft. Ich kam nicht weit. Ich habe es nicht gerafft. Der Text war englisch. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich glaube, mein Bruder hatte sich das von einem Kumpel geliehen. Vom Eindruck her war es natürlich etwas Besonderes, weil es dieses goldene Modul war. Aber ich habe es nicht gerafft einfach. Keine Ahnung. Aber so gesehen, da war ich auch jemals noch unter 10 Jahre. Deswegen verwundert das, denke ich mal, auch nicht so wirklich. Ja, Tennis. Hm. Jo. Kann ich nichts zu sagen. Also auch mein Bruder und ich hatten auch Tennis auf dem NES, aber es war dieses Ur-Ur-Tennis von Mitte der 80er irgendwie. Das hier sieht so ein bisschen wie ein Upgrade dazu aus und halt Vier-Spieler-Modus. Wobei wir diesen Vier-Spieler-Adapter gar nicht hatten. Der war damals auch total unpraktisch, finde ich. Also ich kannte keinen, der so einen Vier-Spieler-Adapter hatte und den auch wirklich genutzt hat. Man braucht ja nur nicht diesen blöden Adapter, man braucht ja auch noch vier Controller und so weiter und das muss man erst mal hinkriegen. Ja, und dann muss man dann noch vier Leute haben, die mit einem das Spiel spielen wollen. Also, nette Idee fände ich immer Spaß gewesen, aber ich weiß nicht. Habt ihr das damals viel benutzt? Also ich definitiv nicht. Und ich kannte auch keinen. Später für Super Nintendo gab es ja auch diesen, war es ein Dreier-Adapter oder Vierer-Adapter? Ich glaube auch ein Vierer-Adapter, ne? Aber ich hab keinen gekannt, der das auch wirklich großartig genutzt hat, beziehungsweise überhaupt hatte. Vielleicht hatte ja, weil es gab ja teilweise Spiele, wo das quasi als Bundle mit dabei war. Aber genutzt hat das keiner. Also, entweder hatte ich die falschen Freunde oder das ist allgemeingültig. Ich tippe mal auf Letzteres, ehrlich gesagt. Ja, jetzt habe ich mich wieder in meinen Monologen verloren. Tipps, falls ihr, ne, ihr könnt Space-Taste drücken, pausieren. Oder wenn ihr das mit dem Handy schaut, dann seht ihr das eh nicht genau. Snake Red and Roll, sehr schönes Spiel auch. Fax Nandu, da weiß ich noch, da hat mich immer der Titel immer fasziniert. Aber, da haben sie auch relativ wenig Mühe gegeben, oder? Kein Hintergrund irgendwie, einfach weiß, Text, drei Screenshots, passt. Hätte man später jetzt auch nicht mehr so gemacht, oder? Da hätte man irgendwie so ein Muster hinterlegt oder irgendwie sowas. Das sieht sehr, sieht sehr statisch aus, sag ich mal, ne? Oh, naja. Oh. Wir sind schon durch. Scheint so im Ostern 92 eher mau gewesen zu sein. Oder sie wollten einfach nicht mehr so viel irgendwie vorstellen. Ach, hier mit Highscore-Listen. Das gab's damals noch, das ist ja cool. Stimmt, da muss man sich immer sich selber fotografieren mit dem Punktgestand und das quasi, das zählt, ne? Auch so ein Relikt aus alten Zeiten, ne? Herrlich. Wunderbar. Ja, 51 Seiten. Sind wir relativ schnell durch. Werbung für die tollen Spieleberater. Ja, ich würde sagen, das war die Ausgabe, relativ dünne Ausgabe von April 92. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, ihr lieben Leute. Macht's gut. Tschüss. Hallo und willkommen mal wieder zu einer Blätterfolge, nenne ich es einfach mal. Und zwar schnappe ich mir diesmal ein Club Nintendo Magazin vor. Ihr werdet es sicher alle von damals kennen. Das Club Nintendo war zumindest für mich als Kind das Informationsinstrument über neue Spiele. Ja, damals haben wir es natürlich so als neutrales Magazin wahrgenommen. Heute würde man eher Werbeblättchen dazu sagen. Aber ich weiß so ganz genau, dass ich so einen kleinen Club Nintendo Ausweis hatte. Oder hatte ich den Ausweis wirklich? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und bin halt immer zu dem Spielwarenhändler in meiner Stadt gedackelt. Und habe dann gefragt, ob sie eine neue Club Nintendo Ausgabe noch haben, was ich mir mitgeben konnte. Ja, das Exemplar habe ich mir bei Ebay gekauft. Ich habe leider meine Ausgaben nicht mehr gehabt. Hätte man damals gewusst, dass man da auch mal später Interesse dran hat. Das hat man damals gelesen. Und dann waren sie uninteressant. Hat man weggeworfen. Der hat sich es auf jeden Fall zuschicken lassen. Zumindest war hinten auf der Rückseite ein Aufkleber mit einer Adresse drauf. Vielstellige Postdarzahl übrigens noch. Sehr schön. Ja, ich glaube aber das zuschicken lassen hat Geld gekostet. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie das damals war. Wenn ihr vielleicht da Bescheid weiß, einfach ab in die Kommentare damit. Ja, auf jeden Fall möchte ich mir so ab und zu mal, wenn ich bei Gelegenheit drüber stolper, mal so ein Club Nintendo Magazin auch holen. An das kann ich mich sogar wirklich selber erinnern. Ja, das ist Ausgabe Juni 92. Vierter Jahrgang. Hat 88 logischerweise dann gestartet. Ja, und da stand natürlich das Super Nintendo an. Und das war so der erste große Blick, was für Spiele wird es geben und so weiter. Also, genug der Vorräte, blättern wir mal rein. So, hier immer wie immer die schönen Zeichnungen fand ich. Die waren immer sehr schön. Kleines Vorwort von Mario. Höchstpersönlich natürlich. Nein, nein, das hat kein Redakteur oder sowas geschrieben. Das war Mario persönlich. Hier haben wir eine Seitenangabe. Ist eigentlich gar nicht so dick das Heft. Ich habe die irgendwie wesentlich dicker in Erinnerung. Und hier haben ganz am Anfang natürlich die Leserbriefe. Bei den meisten Magazinen ist das hier immer zum Schluss. Aber hier sieht man die schönen Zeitzeugnisse. Da hätte man auch wirklich selber sein können. Die super Urkunde für die super Zeitschrift und die super Hotline. Obwohl ich sagen muss, bei der Hotline habe ich persönlich nie angerufen. Das war immer zu teuer. Das durfte ich nicht. Aber das ist so ein typisches Wohnzimmer oder Kinderzimmer mit diesem schönen Kacheltisch. Sehe ich hier gerade. Herrlich würde ich einfach mal sagen. So. Und dann fangen wir hier schon an. Boah. So wird das neue System aussehen. Das Super Nintendo. Kennen wir natürlich gar nicht. Der Controller. Das war natürlich ein Highlight. Dass das mit sechs Tasten herauskam. Wenn wir den gestern Game Boy vorher nur zwei Tasten hatte. Super Nintendo auch nur zwei Tasten. War das schon ein großer großer Fortschritt. Mir gefällt auch einfach die Form des Super Nintendos. Das ist im Vergleich zum NES. Das so ein bisschen blockiger wirkt. Das wirkt schön modern. Und ich weiß nicht. Ich mag den Stil einfach tierisch. Ja hier haben wir so ein bisschen 16-Bit-CPU. Das weiß ich noch, dass das als Kind quasi immer die Maßgabe war. Was für ein Bit-System war das? Denn da hat man ja noch gar nicht auf sowas wie Prozessorleistung und sowas irgendwie geachtet. Da war ganz klar. NES war ein 8-Bit-System. Das ist jetzt ein 16-Bit-System. Also muss das ja logischerweise doppelt so doll sein. Und das Nintendo 64 ist dann natürlich viermal so doll. Und so weiter und so weiter. Ja in der heutigen Zeit ist das natürlich. Ja. Ich weiß noch, da hat es bei mir etwas gebröckelt. Als mein Bruder denn seinen Computer hatte. Und die Spiele sahen ja gar nicht so gut drauf wie auf den Super Nintendo. So früh das spielte und sowas hatte der. Und ein Kumpel meinte, ja ja, das ist ein 32-Bit-System. Also Moment mal. Das ist doppelt so schnell wie das Super Nintendo. Oder doppelt so viel Bits. Das muss doch besser sein. Naja. Aber so viel dazu. Ja hier sehen wir noch ein paar Super-Sachen. Ja Super-Sachen. Das Super Nintendo hat. Sprites. Riesen-Sprites. Das sieht man hier auch zum Beispiel. Wir haben so gut natürlich jetzt alles an Super Mario World gezeigt. Diese riesigen Sprites. Das war auf den NES nicht möglich. Da weiß man ja auch, wenn es immer so klein, viele kleine Sprites gab. Zum Beispiel Nintendo World Cup ist ein großes Beispiel dafür. Dann gab es dieses Sprite-Flackern. Da war das System damit gar nicht so klar kam. Das hat das Super Nintendo, ich glaube nirgendwo. Ich glaube so Sprite-Flackern wirklich gibt es nicht. Es gibt natürlich diese typischen Slowdowns wie zum Beispiel bei Super A-Type oder ähnliches. Aber Sprite-Flackern gibt es, wenn glaube ich, nur in Ausnahmefällen. Aber nagelt mich nicht drauf fix. Genau, Super-Scrolling. Ich schätze mal, da haben die den Mode 7-Effekt mit gemeint. Dass man hier bei F-Zero diese Rennstrecken auch entsprechend darstellen kann. Der Mode 7-Effekt ist natürlich super beim Super Nintendo gewesen. Hat solche Spiele wie F-Zero, Mario Kart. Aber es wurde eigentlich überall verwendet. Sogar Secret of Mana, wenn man auf dieser Weltkarte mit dem Drachen herumgeflogen ist, hat das hier alles das gepackt. Super Grafik. Na gut, das ist klar, dass es da einen grafischen Sprung gab. Mehr Farben konnten genutzt werden und so weiter. Mosaik-Effekte. Gut, die wurden, glaube ich, gar nicht so oft behandelt. Aber es waren, denke ich mal, diese Übergangseffekte, wenn man bei Super Mario World in das Level wirklich hineingegangen ist und so weiter. Ja. Und das große Super Mario Land. Diese Zeichnung finde ich einfach herrlich. So vom Stil her. Das hat so einen ganz eigenen Stil. Das bringt mich gleich in eine nostalgische Stimmung rein. Genau, Super Mario World ist natürlich wie erwartet. Also da hypen sie nicht umsonst. Sie haben ja das ein oder andere Spiel, das Club Nintendo ja mal gehypt, was nicht so geil war. Zeigen sie natürlich hier, was es alles Tolles Neues gibt, was für Tassenkombinationen man drücken muss, weil der Controller, der war ja komplett neu. Da muss man natürlich jetzt erstmal zeigen, hier, das und das geht alles damit. Das Cape war da natürlich ganz neu. Wobei das Cape, ich war nie großer Fan davon. Also ich bin auch nicht so ein riesen Fan von Mario-Spielen, ehrlich gesagt. Das sind alles super Spiele, aber nicht so hundertprozentig meins. Ja, Ballon Mario. Da teesern sie natürlich groß an. Gibt es natürlich auch nur in seltenen Fällen irgendwie. Yoshi, der war natürlich sehr, sehr neu. Und hier mit der Feuertacke, ich glaube, die habe ich persönlich so gut wie nie benutzt. Aber wie gesagt, ich bin natürlich jetzt auch kein Vollprofi. Drehsprung, alles dabei. Aber nicht nur ein tolles neues Mario, sondern F-Servo. Da wurde denn der Mode-7-Effekt natürlich voll aufgezeigt. Ja, schönes Spiel natürlich. Für die meisten hiervon habe ich schon einen Test gemacht, außer Super Soccer. Ja, da habe ich noch nicht so reingespielt. Das ist natürlich halt ein Fußballspiel. Es muss natürlich die obligatorischen Sportspiele zum Beginn geben. Also zumindest damals war es eigentlich Pflicht, dass man auch ein Sportspiel dabei hatte. Sowas wie Tennis oder Fußball musste dabei sein. F-Servo, super Spiel, wobei ich das erst nach dem Ganzen, also erst in neuerer Zeit irgendwie gespielt habe. Damals ist das, also ich wusste, dass es da Spiele gibt, aber ich habe es irgendwie nie gespielt. Es hat irgendwie keinen Kumpel. Ich wusste, dass es gut ist, aber ich kam irgendwie nie dazu, das zu spielen. Keine Ahnung wieso. Aber naja, Zelda, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Also ich weiß noch, wie ich das Magazin gelesen habe und jedes einzelne Bild ganz genau unter die Lupe genommen habe und das einfach verschlungen habe. Wie herrlich das ist. Super Art-Hype. Wie gesagt, leider etwas Slowdown-Effekte, sonst spannend. Beziehungsweise ein gutes Spiel. Ja, schöne Comics waren hier noch dabei. Da musste natürlich hier der Yoshi eingeführt werden, sage ich mal. Das war damals schon eine Sensation. Ja, das war aber schon das Super Nintendo. Ja gut, sie wollten natürlich jetzt so nicht ganz ins Detail gehen. Das waren so die ersten Teaser-Bilder. Ja, ich komme natürlich jetzt zu den üblichen Systemen wieder und zwar hier für das NES Star-Tropics. Da muss ich sagen, das Spiel habe ich noch nie gespielt. Aber irgendwie ist das sehr präsent. Also es muss gut sein. Ich habe auch schon mal Videos dazu gesehen. Das scheint oder ist wohl so eine Art Zelda-Klon, sage ich mal. Nur, dass es da halt natürlich auch verschiedene Sachen gibt. Ich werde mir das irgendwann auch mal holen, auf jeden Fall. Ich war immer so ein bisschen neugierig danach. Nur, das ist halt so eines dieser Spiele, glaube ich, wo man etwas mehr Zeit hineinversetzen muss. Und hier sieht man natürlich, haben sie auch immer sehr schön gemacht, dass man so Bildschirm für Bildschirm so eine Art Komplettlösung hatte. Und ja, so eine Art Spieleberater, was damals bei den Superintenden diese Spieleberater war, bei Secret of Mana und sowas, was alles dabei war. Das war das halt hier. Also ich weiß auch, dass man immer von diesen Plattformen rumhüpfen muss. Aber es ist natürlich, ja, vielleicht hat es der eine oder andere von euch gespielt. Ich denke mal, es ist ein relativ bekanntes Spiel. Zumindest in meiner eingeschränkten Wahrnehmung ist es relativ bekannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es gut ist oder nicht. Ob es sich lohnt, da mal ein bisschen mehr Zeit rein zu versetzen. Ist auf jeden Fall natürlich ein sehr spätes NES-Spiel geworden. Das Poster ist noch drin, da überlege ich mir ehrlich gesagt, muss mal gucken, ob ich das mit der Kamera ausstellt hinbekomme, ob ich das irgendwie raus mache und irgendwo hinhänge. Ist natürlich ein super Spiel. Metroid 2 für den Gameboy. Herrliches Spiel, habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Das Poster sieht eigentlich noch in einem sehr guten Zustand aus. Muss ich mal gucken, ob ich einen entsprechenden Rahmen irgendwo finde und irgendwo einen entsprechenden Platz. Sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Zelda 2. Da frage ich mich jetzt natürlich, warum haben sie das hier als Komplettlösung drin? Weil ich meine, das ist doch da schon etwas alt gewesen oder irre ich mich? Hm, ich bin mir unsicher. Aber natürlich hier die Komplettlösung zu Zelda 2 ist natürlich sehr interessant. Ich habe das Erscheinungsjahr gar nicht im Kopf, ob das da noch relativ aktuell war oder warum sie das gemacht haben. Mega Man 3, absoluter Klassiker-Spitzenspiel. Wobei die Mega Man Spiele, ich bin ja nicht so frustresistent, was so Action-Plattformen angeht. Aber ist natürlich einer, die die ganzen Mega Man Titel, ich glaube der erste, der fängt relativ, nicht schwach, also im Vergleich, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, der dritte Teil ist dann auch da, wo die Serie dann voll Fahrt nimmt. Tipps von den Lesern. Ja, Super Mario Boss 2. Das war auch schon etwas älter, ne? Da gab es auch schon den dritten Teil. Kid Icarus Marus Mischen. Das sagt mir so gar nicht das Spiel jetzt, ehrlich gesagt. Es gibt einen Trick im Spiel. Wenn ihr das Spiel beginnt, müsst ihr weiterlaufen, bis ihr zu dem Baumstumpf gelangt. Steht euch neben dem Baum und schießt einfach dagegen. Ihr werdet dabei reich belohnen, denn viele Tropfen unter den... Hervorkommen, okay. Sieht interessant aus, das Spiel. Merke ich mir. Ich bin natürlich hier von meinem Vorgänger. Herrlich. Das beste Passwort ist blau A1 B2. Führt in die Weidi-Welten. Herrlich. Da wurde noch mit voller Engagement das alles bearbeitet. Genau, da haben wir das Poster ja von Metroid 2. Ich schätze mal, das würde einfach neu gewesen sein, ne? Dass sie das vorgestellt haben. Haben sie natürlich hier im Vergleich, wie Samus denn anders aussieht und so weiter. Das Ziel von den Gameboy-Titeln, der gefällt mir persönlich etwas besser, ehrlich gesagt. Auch das NES-Spiel habe ich zwar nicht gespielt, aber man kennt natürlich die Bilder. Ja, ich scheue mich so ein bisschen. Eigentlich gehört es natürlich in die Sammlung, aber NES ist halt nicht mein... Da liegt nicht mein Fokus drauf und das Modul ist natürlich arschteuer. Ich glaube, 60, 70 Euro muss man mittlerweile locker hinblättern. Deswegen, wenn ich mal die Auswahl habe, ein NES-Spiel, wo nicht mein Fokus drauf liegt oder irgendwie ein Dutzend Gameboy-Spiele, so nach dem Motto, dann fehlt die Wahl immer sehr, sehr einfach. Und da weiß ich noch, wie eklig ich dieses Gegner-Design fand. Natürlich, bei den Sprites im Spiel sieht man nichts davon, aber dass das Herz quasi so sichtbar ist und so weiter. Das hat schon alles so einen leicht schleimigen, ekligen Eindruck, auch mit den Szenen und so weiter. Auch hier zeigen sie natürlich so die ersten Abschnitte, was man machen muss, wo ist eine Abkürzung und so weiter. Das war aber auch wirklich wertvolle Information damals. Weil damals konnte man einfach nicht einfach ins Internet gehen und mal kurz was nachschlagen. Das ging einfach nicht. Und deswegen war das immer so eine feine Sache hier, diese Karten gemacht haben. Die wurden auch mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht, weil die mussten das ja auch selber quasi Bildschirm für Bildschirm screencapthern. Also wie genauso das sie jetzt hier aufgenommen haben, weiß ich nicht. Vielleicht sogar mit einem Foto, ich weiß es nicht. Man hört ja viel von alten Spielemagazinen und so weiter, wie die Screenshots gemacht haben. Da gab es ja noch keine Tools. In 18er Jahren haben die das wirklich mit einem Fotoapparat gemacht und dann x verschiedene Anläufe gebraucht, weil von diesen Monitoren abzufotografieren ist natürlich auch nicht so einfach. Jeder, der mal so alte Reportagen oder sowas sieht, wo im Hintergrund so Röhrenbildschirme sind, der merkt ja, wie die halt immer dieses Flackern haben. Aber hier wird echt sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen. Sehr schön. Das hat mich ehrlich gesagt persönlich überrascht, warum das hier in das Magazin geschafft hat. Weil da habe ich auch hier einen Test dazu gemacht. Das ist ein ganz kurioser Titelmagnetik zum Soccer. Und zwar ist das direkt von Nintendo erschienen und es ist Kicker, also Tischfußball. Das ist, glaube ich, auch nur in Europa erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil, ne, also hier sieht man auch, man muss sagen, nicht hier Thema quasi reinkloppen und so weiter. Aber so geil ist es nicht. Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, wäre das Spiel von einem Drittanbieter erschienen, wäre das niemals im Club Nintendo Magazin erschienen. Also da denke ich mal zumindest. Also es ist ein solider Titel, aber es ist halt Tischfußball. Also es gibt jetzt auch keine Weltmeisterschaft da drin oder irgendwie sowas. Man kann hier so, es gibt sogar, hier genau, der Zuschauen-Modus, dass man den Computer beim Spielen zugucken kann. Oh, wie spannend. Und, also, ne, Tischfußball. Und das halten sie hier. Ach, naja, gut. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich sein, weil das von Nintendo selbst kam. Was sie, ach, ist das hier, sogar auf vier Seiten. Sogar mit Taktiken und so weiter. Also, gutes Spiel. Ja, also es macht nichts falsch, aber wie gesagt, Tischfußball für Game Boy. Okay, damit hat, glaube ich, keiner nachverlangt. Was ich hier sehr interessant fand, die Top 5 von Lesern und Profis. Ich schätze mal, die Profis werden die Redakteure sein. Aber das sind wirklich immer noch so Titel, die heute immer noch so als zeitlos gelten. Super Mario Land, Gargoyles Quest, DuckTales, F1 Waste, Tetris. Würde ich so unterschreiben. Super Mario Land 2 gab es zu der Zeit natürlich nicht. Hier ähnlich. Super Mario Land, Dr. Mario, Tetris, Gargoyles Quest und Mega Man. Ach, das ist Mega Man, Dr. Wilde's Rache. Da haben sie ein Untertitel gar nicht hingeschrieben. Das ist ja der Titel, der extra für das Game Boy entwickelt wurde. Auch mein persönlicher erster Mega Man Titel überhaupt. Aber das könnte man so unterschreiben. Super Titel alles. Also gut, bis auf das Mega Man, das ist jetzt ein Vergleich. Es ist immer noch gut, aber es gibt bessere. Aber zu dem Zeitpunkt kann man 1 zu 1 unterschreiben, würde ich sagen. Ja, das NES, Super Mario Bros. 3, sollte nicht verwundern. Super Mario 2, sollte auch nicht verwundern. Was mich hier wundert, ist, dass Adventures, also Zelda 2, vor Zelda 1 ist. Da sieht man mal, dass das damals gar nicht so schlecht ankam. Weil heutzutage wird das ja eher so ein bisschen belächelt. Okay, dieses Seitwärtsperspektive Zelda, weil die Serie natürlich spätestens ab dem Super Nintendo halt in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Aber naja, Super Mario Bros. 1, auch super. Also im Prinzip klar. Wobei, also da können sie noch andere Titel reintun. Ähnlich bei den Profis natürlich. Wobei, die sehen es ein bisschen richtiger, dass Zelda 1 besser ist. Mega Man 3 natürlich. Little Nemo. Ja, ist ein guter, ist ein gutes Spiel. Aber ob es unbedingt ein Top 5 war. Also zu der Zeit gab es eigentlich noch viel, viel bessere Spiele. Super Mario Bros. 2 natürlich auch. Hier nochmal zum Release vom Super Nintendo. Ich schätze mal, erste Pressestimmen und so weiter. Tipps von den Profis. Oh, Princess of Blobett. Und ja, ja, da beim Spiel habe ich so eine Hassliebe. Es ist eigentlich nicht wirklich gut. Der arbeitet jetzt anscheinend in der Nintendo Hotline. Genau, hier haben wir im Prinzip die Spiele, die wir die ganze Zeit angesprochen haben. Nemesis, auch ein schöner Shoot-Im-Up. Und das war es nun auch schon fast. Hier hat man natürlich noch ein bisschen Rätsel. Hier die Highscores, die könnte man ja abfotografieren, glaube ich. Und einschicken. Und ja, ich blätter es jetzt nicht um, weil da noch der Adressaufkleber drauf ist. Und ich will den damaligen Gefängers nicht bloßstellen. Auch wenn die Adresse wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Aber, das war das Club Nintendo Magazin von Juni 92. Herrliches Magazin. Ist pure Nostalgie da drin rum zu blättern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde zusehen, dass ich auch weitere Ausgaben mal zusammentrage. Und dann blättern wir ab und zu mal, denke ich mal, gemeinsam zusammen. Es macht einfach Spaß, in dieser Nostalgie zu schwelgen. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschöö. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Und heute haben wir mal wieder ein Magazin aus der Anfangszeit des Super Nintendos dran. Ja, und zwar vom Dezember 92. Das Weihnachtsgeschäft war im Hochgange und hier wurden wieder einige schöne Spiele vorgestellt. Wie man sieht, eindeutig eher so auf der Super Nintendo fixiert, was klar ist. Aber wir haben ja auch Mystic Quest, das erste Gameboy-Abenteuer mit deutschem Bildschirmtext. Super, das war damals echt noch ein Verkaufsargument. Herrlich einfach. Und mit großem Mario-Kalender für 93. Wunderbar. Ja, Hauptthema ist natürlich Mario Paint, aber auch Zelda 3 ist hier natürlich ein großes Thema. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Wir steigen einfach mal direkt ein. So, und zwar wie immer natürlich der schöne Inhalt. Wie man sieht, Gameboy-mäßig ist es relativ dünn gesät. NES ist durchaus doch noch mehr drin, als ich gedacht habe. Aber der Fokus, wie gesagt, liegt auf jeden Fall auf den Super Nintendo. Und hier läuft gleich meine Katinka durchs Bild. Grüß dich. So, die findest du natürlich auch toll. Herrlich. Oh, ja. Teleserbrief über den Kunstwerken natürlich wieder. Ich zeige euch mal. Also, mutig. Mutig, aber natürlich sehr kreativ. Anscheinend wurde hier aus alten Flaschen ein Mario gebaut. Sehr, ja, kreativ, nenne ich es auf jeden Fall mal. Lasst euch vor den Katzenschwanz da in der Ecke nicht irritieren. Der muss da sein. Das ist das neue Deko hier. Heike Tinker. Ihr kennt sie beiden. Die haben natürlich ihr Vorrecht immer, was irgendwelche Tische drüberlaufen angeht und so weiter. Ha, herrlich. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Teleserbrief, jetzt bin ich gerade etwas aus dem Konzept, ehrlich gesagt. Wunderbar. Umweltschutz, Teddy, wie er da natürlich mit dem Gameboy und dem schönen Battery Pack natürlich hier schön spielt. Und natürlich, aber auch hier für ein Kind ist das gar nicht mal so eine schlechte Zeichnung. Hier Mario mit den Muskeln. Anatomisch, glaube ich, nicht ganz korrekt. Aber, hey, wer bin ich, um zu beurteilen. Es ist alles besser als das, was ich zeichnen könnte wahrscheinlich. Ja, großes Thema wieder Super Mario World. Natürlich 1a-Titel wieder und hier werden natürlich wieder verschiedene Level-Abschnitte vorgestellt. Das war ja damals bei den Magazinen durchaus üblich, dass halt über Monate hinweg irgendwelche großen Spiele immer mal wieder irgendwelche Level vorgestellt wurden, um so natürlich auch so ein bisschen Lösungen zu präsentieren. Weil damals, ihr wisst es alle, kein Internet. Da war man wirklich sehr stark auf sein Glück angewiesen, wenn man irgendwo festhing, um dazu zu wissen, wie es weitergeht und wie nicht. Und deswegen war sowas immer sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Ja, Super Mario World muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Kennen wir alle, lieben wir alles. Natürlich ein wunderbares Spiel, wobei ich ja, ich sag's immer wieder, den zweiten Teil etwas besser finde. Aber es liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, weil ich den ersten Teil damals wirklich nicht hatte. Bei Kumpels und sowas natürlich immer mal wieder gespielt. Aber ich hatte den nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woran das jetzt genau liegt und so weiter. Und ich war jetzt sehr, sehr seltsam. Wobei natürlich diese Bowser-Schloss-Level, ey, boah, die habe ich immer gehasst. Ich weiß nicht. Schon allein immer diese bedrohliche Musik, also auch schon in den Vorgängerteilen. Ein bisschen Lava, wo man nicht reinspringen konnte. Das wirkte immer alles so bedrohlich. Und gefühlt hatte man dann da halt wesentlich mehr Stress beim Spielen. Also dieser Spielstress, ihr wisst denke ich mal, was ich meine. Da war es schon ziemlich krass. Aber das ist genau das heute, das natürlich auch dann quasi erreichen, dass man halt natürlich zu dem Boss kommt und dadurch natürlich auch etwas, ja, aufgeregt ist. Gerade es ist schwer, den Worte zu fassen. Irgendwie merke ich gerade. Super Panda-Idee, wenn du ein Blätter-Video machst und mit Worten ringen musst, herrlich. Das hier, den fand ich als Boss echt geil, weil er so richtig kreativ ist. Ja, dieses Rhino-Riesenrad, also wie die auf die Idee gekommen sind. Ich meine, gut, die Thematik ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Richtung Dinosaurier und so weiter. Das sah man ja auch an Yoshi. Das war ja auch wohl ein Anliegen, dass man unbedingt Yoshi da etwas reinbringen wollte, dass man Dinosaurier reinbringt. Und das haben sie natürlich auf jeden Fall geschafft und ist natürlich heute immer noch ein sehr, sehr beliebter Charakter. Zurecht würde ich auf jeden Fall sagen. Und jetzt sind wir hier schon bei Zelda. Wunderbar. Das hatte ich natürlich als Kind. Habe ich geliebt ohne Ende. Ich glaube, das ist wirklich das Super-Intellor-Spiel, was ich neben Secret of Mana natürlich am ausführlichsten gespielt habe. Wobei ich es damals leider nicht durchgeschafft habe. Und zwar auch da wieder dieses Kommunikationsloch, sage ich mal. Ich hing irgendwo in der Schattenwelt relativ zum Schluss fest. Und zwar habe ich das nicht gerafft, dass man diese Medaillons da irgendwie bekommen muss. Als ich in der heutigen Zeit mal wieder durchgespielt habe, mit diesen Medaillons, die zu finden, die man ja braucht, um dann quasi den Ganon zu besiegen und so weiter. Das ist nicht sehr intuitiv, finde ich. Das wird wahrscheinlich irgendwo versteckt sein, nehme ich mal an. Irgendwo vielleicht, dass man da ein Schriftstück finden kann oder ähnliches. Aber ich habe das damals nie gesehen. Und ich weiß auch nicht, wieso. Und ich habe den die ganze Zeit immer nur rumgegammelt. Ja, das hast du schon, da kannst du nicht hin, das hast du schon. Und irgendwann verliert man natürlich die Lust. Aber hätte ich jetzt da irgendwie so einen Tipp bekommen, hier, da und da musst du weiterspielen und so weiter, dann wäre es ja eine ganz andere Sache gewesen. Und deswegen waren diese Magazine damals auch in dieser Hinsicht so wichtig. Nicht nur, dass sie halt irgendwelche Spiele kurz vorgestellt haben. Nein, dass sie wirklich dann auch wirklich diesen so Lösungshilfe und Ansatz bekommen haben. Wobei natürlich hier am Anfang der Wüstenpalast ist, glaube ich, der zweite Palast, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wenn man das jetzt nicht hinkriegt, gut, dann haben wir ganz andere Probleme. Aber gut, irgendwo müssen sie ja anfangen. Die können ja nicht da schon hier, zack, das ist das Ende des Spiels, zeigen. Ist klar. Aber genau das ist halt so klasse. Und ich finde einfach, diesen Stil von diesem Spiel ist super. Also nach Link's Awakening ist das wirklich mein liebstes Zelda-Spiel, weil ich ja sowieso eher auf diese 2D-Zelda stehe. Mit den 3D-Zeldas bin ich persönlich ja nie, nie, nie warm geworden. Aber regelmäßige Zuschauer wissen das natürlich. Aber auch da, wenn man nicht nur vom Technischen her vergleicht, dieser Sprung vom NES auf das Super Nintendo, allein diese Spieltiefe, was da alles drin versteckt sich, versteckt diese Größe dieser Welt und so weiter. Herrlich. Und das sind verschiedene Rätsel und Lösungsansätze. Hier sowas mit diesen Zoras und sowas. Okay, gut, die gab es im ersten Teil, glaube ich, auch, dass man die Flossen, mein Gott, heute bin ich irgendwie durch den Wind, entschuldigt, bekommt. Und zwar das Ganze, glaube ich, auch im ersten Teil, wobei ich den ersten Teil nie so ausführlich gespielt habe. Aber natürlich auch die Schattenwelt und so weiter, die war natürlich prima. Und vor allen Dingen, man hat ja diesen Anfang gespielt, weil man da so relativ blind reingegangen ist und noch nicht wusste, dass es so eine Schattenwelt gibt. Man dachte, hey, ich habe es jetzt durchgespielt. Und plötzlich, wow, über sich eine ganz neue Welt, hallo, kein Tinker, sie ist irgendwie unruhig. Hier ist nämlich ein Schlafplatz in der Nähe und da will sie immer hin und jetzt geht sie endlich rauf. Schön, hoffe ich. Nein, bleibt jetzt da. Ihr seht sie gerade nicht im Bild, aber irgendwie ist sie gerade auf jeden Fall unruhig. Ja, diese Schattenwelt, herrlich, dass sich denn so eine noch mal größere Welt einfach so eröffnet hat, womit man jetzt quasi unter normalen Umständen gar nicht mit gerechnet hat. Finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, der Boss, der war immer sehr nervig. Der habe ich ein paar Mal dran probiert, weil eigentlich ist er ja gar nicht so schwer. Aber dadurch, dass man halt immer runterfällt, muss man echt immer aufpassen. Also kurze Erklärung, die den Boss nicht gespielt haben, das ist halt so eine Schlange mit verschiedenen Gliedern, die halt über so eine Oberfläche immer so zufällig rum schleicht, also gleitet, sagen nenne ich es einfach mal. Und man muss halt immer das Ende des Schwanzes treffen. Und wie man hier sieht, das sind natürlich auch so ein bisschen Kanten, das so ein bisschen Dreidimensionalität irgendwie demonstrieren. Und da kann man halt den runterfallen. Und quasi der Trick ist halt, ihn so zu hauen, dass man nicht runtergestoßen wird. SimCity, ja. Ja, auch das ein wunderbares Spiel, wunderbares Norden-Spiel. SimCity ist ja, okay, der letzte Ableger ist, glaube ich, schon etwas länger her. Aber damals war das echt eine große Nummer. Steht ja bei Aufbausimulationen. Und dass es die denn damals auch auf den Super Nintendo gab, das war nicht selbstverständlich, weil es war natürlich ein PC-Spiel. Und so diese Aufbauspiele und sowas, ihr kennt das wahrscheinlich selber auch aus der heutigen Zeit, sind auf der Konsole nicht gerade zu Hause. Und zwar durch die Bedienung. Durch so eine Maus kann man sowas natürlich wesentlich einfacher und besser bedienen, als jetzt mit einem Controller und sowas. Aber die haben es hier trotzdem geschafft, dass es einigermaßen gut steuerbar ist, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Sache, auf jeden Fall. Natürlich hier verschiedene Schauplätze, hier diese vorgebauten Städte, wo man die dann halt übernehmen muss und managen muss. Das war allerdings nie unbedingt mein Stil, weil ich finde es immer schwer, in so ein gemachtes Ökosystem quasi reinzukommen und sich dann das einzuarbeiten. Das finde ich immer sehr schwer. Wenn man natürlich so etwas vom Grund auf so eine Stadt oder sowas aufgebaut hat, dann weiß man, wo was ist und so weiter. Dann kann man eher diese Zusammenhänge irgendwie erfassen und bearbeiten. Das fand ich immer mit diesen vorgleichen Szenarien, das war halt deswegen nie so meins, weil man sich dann erstmal irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit erstmal einen Überblick schaffen musste, wie kann ich hier was machen, wo ist was und was fehlt überhaupt und hier und da. Ja, das war nicht so die einfache Sache, auf jeden Fall. Nächstes Spiel ist super Guts & Ghosts. Also scheint eher hier nicht so das neue Vorstellungsmagazin zu sein, sondern vielleicht wirklich so eine Art Kaufberatung zu Weihnachten, nenne ich es einfach mal. Habe ich auch in meiner Sammlung das Spiel, habe ich allerdings noch nie so groß reingespielt, aber auch da, habe ich ja schon oft gesagt, mich schreckt so ein bisschen dieser wirklich harte, harte, harte Fähigkeitsgrad ab, der wirklich sehr frustrierend sein soll und ich bin mittlerweile ja eher so ein Spieler geworden. Ich mag diese frustrigen Spiele nicht so unbedingt, die sind nicht irgendwie meins, ich weiß nicht. Ich habe da keine Zeit mehr und keine Ausdauer mehr, mich bei irgendwelchen bockschweren Spielen durchzukämpfen. Früher als Kind war das was anderes, da hatte man Ausdauer, da hatte man auch nicht so ein großes Spieleangebot, was man wahrnehmen konnte und dadurch hing man an schon schweren Spiel schon mal fest und hat sich da quasi durchgeboxt, aber in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ich bin da nicht mehr so frustbereit oder wie man das nennen will und dann spiele ich lieber irgendein anderes Spiel. Ich weiß, schrecklich, ich bin ein Memme, was das angeht, aber eigentlich sieht das Spiel wunderschön aus, eine super Weiterführung natürlich des NES-Titels, Goods and Ghosts. Ja, war natürlich auch Anfang der Release-Spiele, nenne ich es einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es zum Release erschienen ist, aber zumindest im Release-Zeitfenster. Hat natürlich hier und da mal Slowdowns und so weiter, was natürlich durchaus normal ist, da man ja noch nicht so gut die Hardware einschätzen konnte und dadurch natürlich auch zu etwas zu Schwierigkeiten kommt. Ja, kommen wir zu dem großen Titelthema, Mario Paint. Ja, das war wirklich eine riesige Sache damals, obwohl es auch eigentlich ja nicht so groß und toll ist. Ich habe es ja schon letzte Woche im Super Nintendo-Spieleberater gesagt. Großer, großer, krasser Teil war halt wirklich hier mit der tollen Computermaus, dass man damit auf einer Konsole mit einer Maus arbeiten konnte. So ein paar Spiele später haben das ja auch dann auch übernommen, dass man das auch mit Mordmaus steuern konnte, so wie es sich angeboten hat, wie zum Beispiel Canon Fodder fällt mir ein. Lemmings bin ich mir gerade unsicher, aber ich glaube auch hier, auf jeden Fall Lemmings 2. Es gab immer mal wieder Spiele, die das quasi übernommen haben, aber hat sie natürlich in der breiten Masse nie durchgesetzt. Aber war echt eine coole Sache, dass das hier übernommen wurde. Ich hatte natürlich die Musikstücke, die man da kreieren konnte, herrlich. Ach, mehr stellen sie gar nicht vor. Ha, dann wird das wahrscheinlich so wie hier so, wie die anderen Spiele sein, wo die als Levelabschnitte irgendwie vorgestellt werden. Hier, Mario Paint. Gut, könnt ihr Musik machen. Also man kann natürlich noch malen und so weiter, aber ihr werdet alle Mario Paint kennen auf jeden Fall. Ja, Tipps und Tricks. Sehr schön. Battle of Olympus, Castlevania 3, Track and Field, Mega Man 2 und so weiter. Natürlich auch Super Nintendo. Oh, da hat sich wieder in der Badewanne ablichten lassen. Der 14-Jährige aus Aachen ist der Ausleihprofi. Mischer ließ ich für 2 oder 3 Tage ein Gameboy aus und ich war so fasziniert, dass ich immerhin 12 Spiele durchschaffte. Alter, was für Spiele hat der denn da gespielt? 2 oder 3 Tage ein Gameboy ausgeliehen und dann 12 Spiele durchge... Boah, ich weiß nicht, ob das etwas geflunkert ist, weil, ha, selbst wenn man jetzt ganz einfaches Spiel nimmt, wie Kung-Fu Master oder sowas, da muss man ja schon etwas üben. Also sagen wir mal, eine Stunde für ein Spiel braucht man ja auf jeden Fall. Hm. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Hier haben wir natürlich wieder die Profis, denn das waren die Redakteure. Wie sieht der komisch aus? Der Stefan Mayer. Ist das jetzt mit Absicht ein Kinderfoto oder sieht der so aus? Ich gucke gerade. Im Juli 1980. Okay, geboren. Okay, das ist 92. Okay, also ungefähr mein Jahrgang. Ich bin ja Baujahr 81. Also wirklich ein Kinderfoto. Ach, Spieler Profil. Dachte Profi. Heute ist nicht mein Tag, würde ich sagen. Ich bin nicht ganz bei der Sache. Herrlich. So, oder auch nicht herrlich. So, eiskalte Videospiele für kalt-Wintertage. Das ist ja interessant. Nur so eine Seite, das könnte eine Anzeige sein. Oder was haben wir denn da hier? Snake, Rattle & Roll. Da gibt es auch Eislevel. Denn Ducktales. SimCity natürlich Winter. Und Mega Man. Das ist ja geil, dass wir es aus seiner Seite dafür geopfert haben. Hier ist natürlich wieder aus der Phase mit dem Gelochten. Und da ist das hier nicht so mit drin. Deswegen muss ich erst mal kurz gucken, wie das eigentlich gehört. Genau, es muss eigentlich so gehören. Das sieht ganz schön krass aus. So von Aufmachung. Hier so wirklich so Winter, gräuliche Tage. Und hier quasi eine kurze Anzeige. Ach, das ist dieser FCO-Wettbewerb, der da angekündigt ist. Ja, mal gucken, ob wir noch teilnehmen können. Ach, ein Sendeschluss ist der 31. Dezember 1992. Ach, können wir leider wohl nicht mehr teilnehmen. Wunderbarer Kalender. Mit verschiedenen Outfits. Jetzt haben wir hier so Wikinger. Dann so Englischforscher, Mafia. Das müsste dann Niederlande sein. Das ist dann Japan. Wahrscheinlich hier Amerika, Mexiko. Schöne Stereotypen, ne? Spanien, das wird Frankreich sein. Schottland. Ja, Deutschland natürlich. Und die Türkei oder so irgendwie sowas. Ach, das stimmt. Steht da sogar. Panda. Es ist nicht dein Tag. Aber das ist mein Spiel auf jeden Fall. Das ist mein liebster Plattformer auf dem Game Boy auf jeden Fall. Super Mario Dance 2. Six Golden Coins. War eine riesige Sache damals. Und vor allen Dingen technisch. Natürlich, der Vorgänger hat natürlich technisch so sein, dass er so ein eigenes Schema hat, so ein eigenes Stil. Aber das hat das technisch natürlich nochmal ganz auf ein ganz anderes Level gefühlt gebracht. Hat sich natürlich so eher in der Optik an den 16-Bit Marios orientiert. Und die Technik super. Hat auch da natürlich so ab und zu ein paar Slowdowns gehabt. Muss man fairerweise sagen. Das ist leider so. Aber allgemein ein super Plattformer. Ich hab's geliebt. Hab's wirklich zwei, dreimal durchgespielt. Vor allem, weil's auch gar nicht so überüber schwer ist. Was natürlich echt klasse ist. Und da gab's natürlich auch so ein paar Sachen, die denn neu waren. Und ich glaube auch in keinem Mario wieder erschienen sind. Also hier Hasi Mario und Space Mario. Die waren, glaube ich, für den Titel exklusiv. Aber wie gesagt, ich hab natürlich bei weitem nicht alle Mario-Spiele gespielt. Deswegen diese Aussage bitter unter Vorbehalt. Aber einfach herrlich. Diese verschiedenen, wirklich fantasievollen Ebenen, wie hier zum Beispiel Mario Land, wo man in so einem mechanischen Mario ist. Und dann diese ganzen mechanischen Teile und sowas hat. Herrlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde ich immer noch der beste Plattformer auf dem System auf jeden Fall. Hat ganz viel Charme, Spitzenmusik. Also sollte jeder wirklich mal gespielt haben. Die Trainingsrunde, genau. Das ist ja das erste Level, wo man gleich hin rangeführt wird, um alles zu zeigen und so weiter. Herrlich, finde ich. Genau. Sechs Münzen. Es gab hier sechs Länder mit thematisch. Das war Halloween-Welt. Diese angesprochene Mario-Land. So eine Mini-Welt, wo man quasi als Mini mit Ameisen in so einem Haus und so weiter. Wunderbar. Ihr merkt schon, ich bin da ganz nostalgisch. Dann habe ich ein Mystic-Quest. Natürlich wieder ein weiterer Klopper. Ich habe ja ein Let's Play dazu gemacht. Habe ich damals leider verpasst. Hätte ich damals aber auf jeden Fall wirklich geliebt, weil ich ja auch Zelda, Link's Awakening ja immer noch liebe und damals geliebt habe. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Wunderbares Spiel, was auch zeigt, was auf dem Game Boy wirklich möglich ist. Auf den ersten Blick denkt man ja von wegen Game Boy, so einfache Technik. Da kannst du nur Primitivspiele drauf geben. Nein, es gibt wirklich richtige epische Abenteuer, gibt es da rauf. Super. Also wie gesagt, Let's Play habe ich gemacht. Manche sagen natürlich, die damit aufgewachsen sind, finden sie besser als Link's Awakening. Ich persönlich sehe das natürlich anders, aber wie ihr wisst, so eine gewisse Portion Nostalgie ist da wirklich immer mit dabei und zählt halt auch natürlich. Was habe ich hier? Mario & Yoshi. Ja, ein Puzzlespiel gab es ja damals in den 90ern viele so Mario-branded Puzzlespiele, sage ich mal, die sich irgendwie alle auf den ersten Blick ähnlich gespielt haben, aber natürlich jeder so seine eigene Sache hatten. Hier ist es halt so, ihr müsst wieder drei verschiedene, waren es glaube ich drei verschiedene Symbole kombinieren. Das Problem ist halt so, dass das hier nicht wie bei Tetris, wenn er Steine runterfällt, den steuert und dann quasi einordnet, sondern dass ihr, ihr seht das hier unten, ich zeige euch das mal so ein bisschen mehr ins Bild rein. Hier zum Beispiel, es sind so vier Plattformen und ihr steuert quasi den Mario und vertauscht diese Plattformen immer und damit stapelt ihr denn diese Symbole, die natürlich entsprechend auch alle Mario-Symbole sind. Das ist halt wirklich das Spielprinzip, dass er die Steine nicht direkt steuert, sondern indirekt und dann müsst ihr die halt immer kombinieren. Ich glaube, man muss sogar oben und unten eine Eierschale machen, damit das quasi als Ei gepresst wird. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht genau am Hinterkopf, weil das wirklich so, ja nicht 0850, aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, auf jeden Fall. Ja, wieder das Comic, wieder Finger aus dem Bild, könnt ihr lesen, würde ich sagen. Schön weihnachtsthematisch natürlich, schöner Zeichensstil wie immer, herrlich. Die Top 10, Super Nintendo, Super Mario World, ist klar, F-Zero, Street Fighter 2, ist hell da nur auf Platz 4. Hätte ich aber auch vor, F-Zero, aber F-Zero war halt damals eine große Sache, das darf man nicht vergessen, mit dem Mode 7 Effekt und so weiter. Mario Payne, Super Soccer, SimCity, ja gut, es gab ja auch so viel in die Spiele. Gameboy, Super Mario Land, ja, Mega Man, Gargoyles, Quest, F-1 Waste, Tetris, DuckTales, Blades of Sea, Super Mario, Tennis, Metroid 2, Metroid 2 auch, so weit unten, finde ich seltsam. Aber hey, gut, wenn sie meinen. NES hat natürlich auch einige Titel. Ich gehe immer die Leser an, weil die Leser, die sind nicht so von dem Marketing-Bullshit beeinflusst, okay, vielleicht irgendwie schon, aber Super Mario Bros. 3, klar, Mega Man, Zelda, Mario Bros. 2, Mega Man 2, Zelda 2, Battle of Olympus, Super Mario Bros. 1, Little Nemo, Chip and Dale, ja, relativ natürlich von den Nintendo-Titeln, ja, eingenommen. Disney Special, ja, damals die Disney-Spiele waren echt super, natürlich hier schön, als, ist quasi eine Werbeanzeige, ne, sagen wir mal ehrlich. Das ist quasi eine Werbeanzeige. DuckTales, wunderschön, tolles Spiel auf beiden Systemen, sowohl NES als auch Gameboy. Ich habe es damals auf dem Gameboy gehabt und geliebt und hoch und runter gespielt. Chip and Dale auch auf dem NES super. Mickey's Dangerous Chase ist an mir damals vorbeigegangen. Ist ein okayer Plattformer, also die Titel finde ich wesentlich besser als den hier. Ist ein guter Plattformer, aber auch nur so okay. Robin Hood, ja, auch wunderbar. Hatte ich auf dem Gameboy, wo es ja portiert, habe ich damals überhaupt nicht gerafft, was überhaupt alles sein soll. Das war mir zu, ja, das ist, ne, das typische Gefühl. Man wusste halt damals nicht, wenn das Spiel anders war, wusste man das nicht einzuordnen. Und, ne, das war meistens in Englisch. Die Englischkenntnisse waren auch damals nicht so doll. Das hat man halt einfach nicht zuordnen können. Aber super Abenteuerspiel mit verschiedenen Modi, Kampfmodus, standardmäßig, hier Standardmodus, halt zum Erkunden und so weiter quasi. So, so Top-Down-Perspektive, wo ihr durch ihr Level läuft. Kampfmodus war noch etwas anders. Duell-Modus hier 1 und 1 mit großen Sprites. Also, das war ja das Spiel zu den Filmen damals. Und da haben sie sich echt, echt Mühe gegeben. Das finde ich echt super. Aber das hätten sie wirklich zu einer Minispiel-Sammlung machen können oder zu irgendeiner ganz normalen Plattformer. Aber da haben sie sich wirklich ausgetobt. Finde ich herrlich auf jeden Fall. Ja, Crustys Funhouse. Das habe ich hier auf den Super Nintendo mal getestet. Die NES-Version, da kann ich natürlich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber die Super Nintendo-Version ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Obwohl es mit den Simpsons natürlich ehrlich gesagt nicht so viel zu tun hat. Aber vielleicht gerade deswegen ist es gar nicht so schlecht. Das ist ja einfach ein Reskin von einem anderen Spiel. Von irgendeinem Amiga-Spiel, auch mit Mäusen irgendwas. Also im Prinzip müsst ihr in verschiedenen Räumen, die Mäuse laufen lämmigartig durch die Level. Und ihr müsst ihr dafür sorgen, dass quasi diese Ratten zu den Vernichtungsmaschinen hingeleitet werden. Weil ihr müsst natürlich das ganze Haus von den Ratten befreien. Ja, Tiny Toon Adventures. Auch das habe ich leider nicht gespielt. Aber es sieht gar nicht so verkehrt aus. Also auch da die Super Nintendo-Teile sind natürlich echt super solide, sage ich mal. Ich schätze mal, es wird auf dem NES ganz einfach sein. StarTropics ist ja so eine meiner Bildungslücken auf jeden Fall. Ihr kennt es ja immer mal wieder. Ich spreche es immer mal wieder an. Auch so ein bisschen selterartiges Spielprinzip. Ich finde das Setting auch so gar nicht mal so verkehrt. So mit diesen exotischen Inseln. Ein bisschen Voodoo-Einflüsse hat es, glaube ich, auch und so weiter. Finde ich sehr interessant. Hier auch Acer-Jager-Roboter und so weiter. Muss ich irgendwann mir mal besorgen und reinspielen auf jeden Fall. Und ja, geht zum Beispiel schon durch, würde ich sagen. Highscore natürlich wie immer. Und hinten natürlich nochmal die Anzeige zu Zelda Link. Unsere Paste. Ich sehe auch gerade, der Akkustand ist eh rot und blinkt. Haben wir es wieder geschafft. Schöne Ausgabe. Hat natürlich eher so ein bisschen den Sinn, die Kinder, die Wunschzettel-Zusammenstellung für Weihnachten zu erleichtern, nenne ich es einfach mal. Ist aber auf jeden Fall eine feine Ausgabe. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir sind durch. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Reto Panda blättert. Und heute ist Club Nintendo vom Februar 93 dran. Ja, es erwarten uns fantastische Themen. SimCity, Super Mario Land 2 und Batman. Der Joker schlägt wieder zu. Ich würde sagen, wir schauen sofort rein. Also von der Grundauswahl her klingt das schon einmal wirklich, wirklich, wirklich gut. Gefällt mir. Ja, was haben wir eigentlich hier an Themen? Super Nintendo, World League Basketball. Ja, das ist nicht so gut. SimCity, Zelda, Lemmings, Roadrunner, Super Mario Kart. Super. John Mac, Pilotwings, Game Boy haben wir. Mystic Quest, Mega Man 2, Super Mario Land 2, NES und so weiter. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, würde ich sagen. Ja, World League Basketball. Ganz ehrlich, mich wundert schon etwas, dass das jetzt so krass hier drin gefeatured ist, weil das Spiel ist nicht gut. Das haben wir schon Joe und ich mal in einer Quilzicht-Zusammenfolge mal gemacht. Ich meine, es ist ja schön, dass es hier so viele Teams gibt und auch von der ganzen Welt und man kann toll spielen, aber das Spiel ist halt kacke. Das Hauptproblem ist halt, ihr seht es hier vielleicht auf den Screenshots, ich zeige es mal näher ran. Es wird halt so in Mode 7-Effekt quasi mal nie gespielt. Und die Steuerung ist halt nicht so geil, weil man kann halt nicht unbedingt die Distanz zum Korb irgendwie erfassen und die Steuerung ist auch irgendwie ganz komisch. Deswegen finde ich halt auch komisch, dass es vor allem auch Basketball, weil Basketball ist jetzt hier in Deutschland nicht so das Riesenthema wie in Amerika zum Beispiel. Und es ist auch nicht gut, das Spiel. Deswegen bin ich gerade etwas, ja fast entsetzt, dass das hier ja immerhin über vier Seiten groß in dem Magazin hier gefeatured wird. Finger weg von dem Spiel. Ich weiß noch, als wir das für unsere Quiz-Sicht-Challenge gekauft haben, habe ich das Spiel auf einer Börse gekauft und ich bin zu dem Stand hingegangen, weil wir diese Challenge laufen haben und hatte gefragt, hier Junge, ich brauche ein scheiß Spiel, möglichst billig, was hast du da? Hat er mir das in die Hand gedrückt und meinte, endlich werde ich es los und war sehr gerührt. Also, das macht einiges zu dem Spiel aus. Was natürlich nicht so schlecht ist, ist SimCity. SimCity ist ja eine riesen, riesen Reihe, würde ich sagen. Ist natürlich oft auf vielen, vielen Systemen Release-Werken worden. Hat auch eine interessante Hintergrundgeschichte, der Will White, der berühmt ist für viele Sim-Spiele. Natürlich auch sein größtes Werk ist vielleicht The Sims. Hat das entwickelt und eigentlich eher durch Zufall. Und zwar hat er ja irgendein, glaube ich, Helikopter-Kampfspiel programmiert, wo man halt mit einem Helikopter rumgeflogen ist und auf Städten irgendwas kaputt geschossen hat. Und um diese Städte einfacher zu erstellen, hat er halt so einen Städtebau-Baukasten gehabt. Und hat irgendwie gemerkt, hey, das macht mir irgendwie mehr Bock als das Spiel an sich. Und daraus hat dieses Spiel entwickelt. Kam, glaube ich, ursprünglich auf den Apple II und PC gerade raus. Aber das ist jetzt nicht so unbedingt sicher. Kamen auch viele, viele verschiedene Versionen raus. Hat natürlich auch diverse Nachfolger-Titel hervorgerufen. Und ja, was wollte ich sagen. Diese Version für Super Nintendo, das zählt wohl auch als eine der Besten. Was mich so persönlich überrascht hat, weil ich war immer sehr skeptisch. Ja, das ohne Maus zu spielen und so, ob das so viel Sinn macht. Aber sie haben es wirklich super umgesetzt. Und das war wohl wirklich ein großes Anliegen von Nintendo, halt dieses Spiel von Bill White mit ans Board zu holen. Und sind natürlich auch super froh, dass sie es geschafft haben. Haben sie natürlich noch so ein bisschen Super Nintendo-Charme mit reingebracht. Hier wie zum Beispiel diesen Bürgermeister als Hilfe. Und als Katastrophe ist zum Beispiel nicht Godzilla. Oder man durfte es halt nicht offiziell Godzilla nehmen. Aber ist dann natürlich Bowser und so weiter. Also es ist echt eine feine Sache. Und der Version echt super. Ich habe ja auch einen Test vor Urzeiten schon mal gemacht. Gehört eigentlich in jede Sammlung rein. Also macht viel Spaß. Und anscheinend haben sie hier so ein paar Städte-Layouts gemacht. Was man hier alles so machen kann. Das ist echt dollig. Deswegen schätze ich mal, dass es schon mal richtig vorgestellt hat. War glaube ich auch eines der Launch-Titel. Wenn nicht, oder zumindest kam es sehr, sehr nah am Erscheinungszeitpunkt raus. Sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich hier wieder den Klassiker Zelda 3. Ich habe es geliebt. Ich habe es schon so oft erwähnt. Deswegen gehe ich hier mal gar nicht mal so tief rein. Geht weiter quasi die Art der Komplettlösung. Anscheinend scheint hier der Turm, der Burg von Hyrule. Das ist ja der vierte Dungeon, glaube ich, der Oberwelt. Also der Normalwelt, der Lichtwelt nennen sie es hier. Und dann kommt man danach ja in die Schattenwelt. Das war wirklich eine feine Sache damals. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal gar nicht so hier drauf ein. Weil jeder kennt das Spiel im Prinzip. Das ist ein super Klassiker. Ich habe es damals geliebt. Das ist auch eines meiner Lieblings Zelda-Spiele aller Zeiten. Mein Lieblingsspiel ist ja Link's Awakening. Wie ich ja an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt habe. Also so dezent. Und hier gibt es natürlich viele Geheimnisse zu verstecken. Blablabla. Gehe ich mal nicht so weiter drauf ein. Aber hier, Lemmings. Super Sache. Anfang der 90er kam man um die Lemmings eigentlich gar nicht drum herum. Ich glaube, die sind ursprünglich für den Amiga oder für den C64 erschienen. Ich bin mir gerade unsicher, für welches System genau. Und waren so erfolgreich, dass es natürlich auch auf viele verschiedene Systeme portiert worden. Unter anderem natürlich auch auf den Super Nintendo und auf den Game Boy auch. Und auf den Game Boy hatte ich auch schon mal einen Test gehabt. Das läuft da sogar relativ vernünftig. Was man auch gar nicht so erwarten kann. Weil auch da, ähnlich wie bei SimCity, denkt man. Hä? Ohne Maus kann das was werden. Aber ist durchaus gut. Ist durchaus gut. Wer es nicht kennt. Wer es damals verpennt hat. Das dürften aber nicht viele sein, die das damals erlebt haben. Ihr habt diese kleinen Lemmings im Prinzip. Die laufen immer von links nach rechts zum Beispiel oder den Weg entlang und laufen in Gefahren rein. Ob da ein Abgrund ist, wo sie runterstürzen und sterben oder ähnliches in Lava fallen oder ähnliches. Die laufen blind einfach weiter. Wie diese Lemmings, wie man so ein bisschen umgangssprachlich sagt. Um das zu verhindern, müsst ihr einzelnen Lemming bestimmte Aufgaben geben. Wie zum Beispiel hier, da ist der Stopper. Da steht dann halt da, macht nach links und rechts. Sorgt dafür, dass da kein Lemming mehr durchläuft. Es gibt natürlich den Digger, also Gräber, die entsprechenden Tunnelgraben, womit man dann zum Ausgang kommt. Neuer Ziel ist es halt immer, die Lemminge möglichst viele heil zu dem Ausgang zu boxieren. Und es ist halt so ein kleiner Action-Puzzler, kann man glaube ich sagen. Es ist auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr schönes Spielprinzip. Und auch im Super Nintendo durchaus gut umgesetzt worden. Da kam, glaube ich, auch ein Nachfolger raus. Lemmings 2 The Tribes heißt das, glaube ich. Das habe ich hier auch noch irgendwo rumliegen. Das müsste ich auch mal testen, glaube ich. Irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber um Lemminge kam man damals echt nicht drum herum. Looney Tunes Roadrunner. Ja, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte bei mir. Und zwar, wenn man sich die Grafik ansieht, das sieht echt top aus. So kann man nichts sagen. Und natürlich Looney Tunes, super Lizenz, wird natürlich deswegen entsprechend hier auch schön gefeatured. Problem ist jedoch, das Spiel ist zumindest meiner Meinung nach nicht gut. Ich habe mir das nämlich damals von einem Kumpel mal gelegen. Wie es halt man damals halt so gemacht hat. Man hat sich Spiele von Kumpels ausgeleihen. Ja. Und ich habe es reingetan. Ich war von der Grafik und der Technik her begeistert. Es sah super aus. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das Spiel ist irgendwie nichts. Die Steuerung ist einfach zu schwammig. Es ist natürlich so, ihr steuert hier den Roadrunner und müsst den Kojote weglaufen. Also im Prinzip wie in der Zeichentrickserie. Aber die Steuerung, die ist so schwammig. Ihr könnt nicht wirklich gezielt springen. Es geht nur auf die Geschwindigkeit. Klar, Geschwindigkeit muss ja sein. Und dadurch müsst ihr die Level halt auswendig lernen, wo sind Hindernisse und so weiter. Also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Finde ich echt schade, weil die Technik, die Grafik ist so stimmig. Super, aber das Spiel, ich wurde einfach damit nicht warm. Ich weiß nicht warum, aber ich wurde damit nicht warm. Vielleicht sieht es eher anders, aber ich finde die Steuerung halt sehr, sehr seltsam und sehr, sehr schwammig. Wo man natürlich warm wird und natürlich auch ein fester Bestandteil in jedem Nintendo Line-Up für quasi jede Konsole oder fast jede Konsole ist, ist Super Mario Kart auf jeden Fall. Ja, Super Mario Kart ist ein Klassiker. Also ihr fahrt mit den kleinen Karts rum, sammelt natürlich entsprechende Sachen ein, wie den berühmten Panzer, um irgendwelche anderen abzuwerfen und so weiter. Ja, super Spaß, macht natürlich alleine Spaß und macht natürlich zu zweit noch viel mehr Spaß. Ich habe das mit meinem Bruder immer damals gespielt. Wir haben aber immer die Grand Prix Sachen eigentlich abgefahren. Es gibt natürlich so einen Battle-Modus, wo man so Arena hat, wo man sich dann gegenseitig abschießen kann. Das haben wir eigentlich gar nicht so weit gemacht. Und ich finde, dafür, dass es wirklich dieser erste Eintrack ist, damals war Nintendo so ein Gefühl, zumindest so etwas experimenteller, was halt neue IPs mit seinen Charakteren angeht. Super Sache, muss ich nicht viel sagen, haben natürlich noch viele, viele von euch zurecht, lieben diese Serie. Auch auf der Switch natürlich ein neuer Ableger, super. Finde ich super, wie gesagt, hier ist der Battle-Mode Time-Try, gibt es natürlich viele verschiedene Strecken, die alle sehr, sehr stimmig sind. Kann man wirklich nichts mit falsch machen, auf jeden Fall. Kommen wir weiter zu Joe & Mac Caveman-Linie. Ja, das Spiel hat mir so gar nichts gesagt irgendwie, bis ich einen Wunsch bekommen habe. Und zwar vom Fantastischen... Mir fällt der Name gerade nicht an. Das ist mir gerade peinlich. Ah, Mist. Für was der Fantastische Mensch, der mir auch das Solide-Siegel von Retro-Panda gemalt hat. Ich komme nicht auf den Namen. Kennt ihr das? Weil wenn ihr manchmal so wirklich auf dem Schlauch steht, den Namen quasi vor euch seht, aber den nicht aussprechen könntest, tut mir leid. Jedenfalls, du hast dir ja das Spiel gewünscht. Kann ich gar nicht, habe ich reingespielt. Ist ein super Spiel. Also es hat ein bisschen... Schöner Plattformer auf jeden Fall. Also jetzt nichts, was man jetzt sagen würde, muss man unbedingt gespielt haben. Aber wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Plattformer, schaut hier auf jeden Fall mal rein. Das Thema ist natürlich schön, so Steinzeitmenschen, Höhlenmenschen, Dinosaurier gibt es. Kann man nicht viel falsch mitmachen. Also es ist ein super Plattformer, solide umgesetzt, sage ich mal. Finde ich nicht schlecht. Pilotwings. Ja, ich habe es geliebt. Und zwar, das Spiel ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Das kam auch, glaube ich, zum Launch des Superintendos heraus. Und im Prinzip sollte das ja nur so ein bisschen diesen Mode-7-Effekt mal ein bisschen zeigen. Und es ist ein im Prinzip friedliches Spiel, was damals auch nicht so unbedingt üblich war. Ihr habt da verschiedene Flugdisziplinen, die ihr dann nach und nach absolvieren müsst, um sogenannte Flugscheine, also Fluglizenzen zu bekommen. Und das können halt verschiedene sein. Können hier Doppeldecker sein, das können hier Raketenhucksäcke sein, Hängegleiter. Also alles, was so ungefähr mit Fliegen zu tun hat. Und je weiter ihr kommt, je höher die Lizenz ist, die ihr erspielen wollt, desto mehr müsst ihr natürlich leisten. Und desto schwieriger wird das Ganze natürlich. Es gibt später dann auch noch Level mit Kampfhubschraubern. Und das war dann so, wow. Aber mir fällt gerade auf, wie diese Zeichnung hier hat, das ist so quasi diese Instruktoren der einzelnen Bereiche. Hier, das ist der Anfänger, dann hier fortgeschritten und so weiter. Die hier mal gezeichnet zu sehen, ist auch mal interessant. Ja, wir haben hier ein wunderbares Poster von Mystic Quest, sehe ich gerade. Und ganz viele Seiten. Hier gibt es das Club Nintendo Magazin. Oh, mit den alten vierstelligen Posterzahlen. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob mein Laden da drin ist, wo ich mir es damals immer geholt habe. Da bin ich gerade neugierig. Komischerweise weiß ich noch meine alte Dingsbums. Ja, hier 30,50 Wunstdorf habe ich gewohnt. Im Pötterjahnsspiel und Freizeit. Lange Straße 20 bis 22. Original, da habe ich es mir immer geholt. Ist doch so komisch, ich kann mir kaum Zahlen merken. Aber die alte Postleitzahl, die habe ich mir gemerkt. Aber ist geil, der ist echt drin, der Laden. Wunderbar, da habe ich es mir immer geholt. Ist natürlich auch viele Seiten hier. Ist bestimmt auch euer Laden dabei, wo ihr es immer geholt habt. Kennt ihr das noch? Wo man wirklich, wenn man mit seinem Club Nintendo Ausweis, dann pünktlich immer zum Spielwarenladen des Vertrauens gedackelt ist, um sich dieses Magazin zu holen. Ha, fantastisch. Ja, Top 10. Super Nintendo, Super Mario World. Würde ich es unterschreiben, Zelda, F-Zero auch gut, Street Fighter auch gut, F-Zero, hier wieder. Mario Paint, war damals eine coole Sache. Super Castlevania, Super Art-Type, Super Soccer. Würde ich alles so unterschreiben. Alles gute Spiele auf jeden Fall. Ja, Game Boy. Gucken wir mal, das sind ja schon so ein paar Jahre vergangen seit dem Release. Super Mario Land, Mega Man, Gargoyles Quest, Tetris, F1 Race, DuckTales, Fallout 4, Turtle 2, Super ACVM. Ja, Escape from Camp Deadly. Das würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben. Ist aber natürlich auch von den Lesern. Weil das ist natürlich echt ein Schmutzspiel. Leider sind ja die meisten Simpsons-Spiele aus der Zeit echt nicht so gut. Ne, was mal so vorsichtig, ne? Was sagen die Profis? Super Mario Land, Tetris, Dr. Mario, Metroid 2, Pinball, Mega Man, Gargoyles Quest, Art-Type, Rescue of Princess Blobette, Blobette und Bowlerdash. Ja, das hier, das Princess Blobette würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ehrlich gesagt. Fand ich es als Kind sehr, sehr verwirrend, weil alles auf Englisch war und das Spielprinzip ist jetzt nicht sehr eingängig, sage ich mal. NES, ja, Super Mario Brothers 3, Mega Man 3, Zelda Mario Brothers 2, Zelda 2, Mario Brothers 1, Chip and Chap, ja, kann man so unterschreiben. Finde ich super. Pilot, ein Traumberuf für Leute, die nicht so schnell in die Luft gehen. Ah, schön, haben sie hier so ein kleines Special zu Pilotwings. Ist auch geil, ne? Das haben sie aber auch nicht so wirklich weiterverfolgt irgendwie, ne? Dass sie sowas mal so thematisch gemacht haben. Aber als Kind wäre das bestimmt echt geil gewesen. Ich frage mich, wie viele Leser deswegen vielleicht so ein bisschen mehr Pilotenbegeistert geworden sind und da vielleicht in die Richtung gegangen sind, ne? Würde mich mal interessieren. Hm, wunderbares Spiel. Kommen wir hier auf jeden Fall jetzt zu Super Mario Land 2. Six Golden Coins. Ja, fantastisch. Mein Lieblingsplattformerspiel für den Game Boy auf jeden Fall. Es ist fantastisch. Es ist so ein großes Upgrade zum Vorgänger. Geht optisch eher so in diese 16-Bit-Richtung, was ja logisch ist. Und macht aber trotzdem auch seine eigenen Sachen. Also vielleicht nicht ganz so krass, sage ich mal, wie jetzt der erste Teil, der ja wirklich sehr experimentell war und teilweise so Shooting-Uplevels hatte und so weiter. Ach, wunderbar. Was haben wir hier? Die Wälderzone. Also diese thematischen Zonen, ne? Man sieht sie hier ungefähr auf der Karte. Die waren alle so unterschiedlich, ne? Man hatte hier die Kürbiswelt, die ein bisschen Halloween-mäßig. Dann hier die kleine Mario-Welt, wo man quasi so mit vielen Zahnrädern ist und so weiter. Hier die Mond-Welt, Bäume-Welt. Ach, fantastisch, fantastisch. Super Spiel, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich mein Lieblingsplattformer auf den Game Boy. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele Plattformen auf den Game Boy. Wunderbar. Aber bin ich schon hier und da mal drauf eingegangen. Mystic Quest, Prinzip genauso, ne? Es ist ein super Spiel. Ich weiß echt nicht, warum das Spiel damals so an mir vorbeigegangen ist. Ich hätte es wirklich geliebt. Ich habe natürlich hier fleißig auch immer das Magazin gelesen. Aber wenn man hier in der Retro-Perspektive das mal so sieht, das ist echt in sauvielen Magazinen immer wieder drin gewesen, ne? Mega Man 2 habe ich ja einen Test zugemacht. Finde ich gar nicht so verkehrt. Gilt als eines der eher leichteren Mega Man Titel, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Also für mich als nicht so Hardcore-Plattformerspieler, sage ich mal, war es trotzdem relativ anspruchsvoll. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn diese richtig harten Mega Man-Spiele so ein bisschen abgedampft ist. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Leute so ein bisschen da die Nase rümpfen und von wegen, ha, ist doch viel zu einfach. Ich bin ja voll Profi und sowas, ne? Aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es schön. Ist ein bisschen diskutiert, das Spiel, sage ich mal. Und wir kommen hier wieder zu 1A Comics. Wie immer, ich halte mal meine Flossen weg. Ihr könnt dann pausieren, um das zu lesen. Da wird anscheinend Mario pixelig. Uh, hier geht es einmal weiter. Könnt ihr wieder Pause machen. Anscheinend grafische Verbesserungen gibt es da. Mega Man 4. Ja, jetzt kommen wir zum NES. Das haben sie diesmal wirklich sehr stark gestrukturiert. Super Nintendo, Game Boy und jetzt NES. Ja, Mega Man 4. Ich sage es immer wieder, ich bin kein Mega Man-Experte. Soweit ich weiß, ist ja der zweite Teil bei vielen, steht er hoch im Kurs. Und dann stagniert er so ein bisschen die Entwicklung. Aber stagniert auf einem hohen Niveau natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Teil schlecht ist, um Gottes Willen. Aber zumindest das, was ich gehört habe. Ja, Batman Return of the Joker. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin ja allgemein kein NES-Experte. Aber von dem Spiel hat man ja öfter mal gehört, dass das wirklich sehr, sehr gut ist und wirklich taugt. Schöner Plattformer. Ich bin völlig gerade, ich kann echt nichts Tiefes dazu sagen. Ich habe es vielleicht mal kurz mal angespielt. Kann es aber wirklich keine tiefen Analyse euch geben. Finde ich aber sehr, sehr cool eigentlich umgesetzt. So vom Stil her und so weiter. Damals waren ja diese Lizenzspiele ja so Hit and Mist. Also es gab viele Gurken und viele, also wenig, wirklich, wirklich gute Spiele. Aber die Batman-Spiele sind, glaube ich, alle ganz gut gelungen. Ähnlich geht es mir bei Tom und Jerry. Vielleicht kennt ihr die Spiele ja. Dann ab ins Kommentarfeld. Auch hier sieht die Grafik eigentlich relativ vernünftig aus. Jerry wurde anscheinend sehr gut umgesetzt. Sieht wieder wie so ein Plattformer aus. Und Monopoly. Oh. Da bin ich jetzt gerade echt begeistert. Das haben sie echt kreativ hier umgesetzt. So ein bisschen mit den Screenshots hier, mit den Beschreibungen und sowas in deinem Feld. Haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Ja, Monopoly gibt es ja auch gefühlt auf jedem verfügbaren Spielsystem in irgendeiner Form, oder? Zumindest ist das mein Eindruck irgendwie. Aber haben sie es echt schön gemacht. Da haben sie echt viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Sehr coole Sache. Also wenn man das nur so kurz sehen würde, würde man sagen, okay, Monopoly-Spielfeld. Aber die ganzen Texte und sowas, ja, schon coole Sache, würde ich sagen. Und schon sind wir auch schon bei den Tipps und Tricks, ne? Ja, wie immer natürlich ungeahnte, mögliche, eine Schmetterlingsnetze, F-Zero-Tipps, Deiner-Blaster, die ganzen Passwörter natürlich. Sehr coole, habe ich auch damals geliebt. Deiner-Blaster, 1A-Spiel, sage ich euch. Ja, und da sind wir schon am Ende, würde ich sagen. Hier zum Schluss haben wir noch eine schöne Legend of Zelda, A Link to the Past-Werbung. Deswegen, ja, heute sind wir ein bisschen schneller durchgegangen. Aber obwohl ich dachte, okay, das ist relativ dick, das Heft. Das sind schöne Spiele, haben sie wenig Vielfalt hier drin gehabt. Aber trotzdem eine sehr schöne Ausgabe. Und vor allen Dingen, für mich war es ein Nostalgie-Kick natürlich jetzt so in der Mitte, meinen ehemaligen Spielzeugladen nochmal zu sehen. Und echt faszinierend, dass ich das noch genau weiß. Aber, hey, es freut mich, dass ihr diesmal wieder reingeschaltet habt, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal, was ihr nur vorhabt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert-Folge. Ja, es ist länger her, aber ich habe dafür heute ein ganz besonderes Magazin. Und zwar von der Nummer her mag es vielleicht nicht ganz besonders erscheinen. Es ist Ausgabe 2 vom März 1993. Cover-Titel ist Magic Request. Mickey Mouse erobert das Super Nintendo. Ja, und warum ist das für mich besonders? Ich weiß nur ganz genau, wie ich genau diese Ausgabe als Kind damals hatte und verschlungen habe. Ich habe es einfach wunderbar gefunden. Dieses Magic Request Mickey Mouse, das sah so fantastisch aus. Und man konnte so viel tun. Und es war einfach herrlich. Und ich wollte es haben. Habe ich damals leider nirgendwo spielen können. Es hatte keiner meiner Freunde irgendwie. Aber ich habe es ja jetzt nachgeholt. Ich hatte auch mal bei Gelegenheit mal einen Test dazu gemacht. Aber ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz rein, wie sich das Magazin so gehalten hat, würde ich sagen. Ich muss gerade lachen. Irgendwie sogar diese Fernzeichnung, wenn ich die gerade sehe, die sind sofort bei mir im Kopf drin. Ich weiß auch nicht, wieso. Diese Ausgabe hat sich echt arg in mich reingebrannt, auf jeden Fall. Ja, wir fangen wieder an mit den Leserbriefen und den Fernzeichnungen. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich gucke immer vor so einer Aufzeichnung immer gar nicht rein. Aber irgendwie, das flasht mich gerade extrem, das Magazin. Das muss ich wirklich, wirklich verschlungen haben von vorne bis hinten. Hier so ein Marionetten-Mario, der eher so nahe aussieht. Hier die verschiedenen Outfits für Luigi. Und wir beginnen gleich hier mit The Magic Request Story Mickey Mouse. Ja, ich finde, ein wunderschöner Plattformer. Hat sehr, sehr viel Stil auf jeden Fall. Und hat, glaube ich, zwei Nachfolger oder sogar drei. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Halt Kernpunkt ist natürlich neben der schönen Technik und dass er natürlich Mickey Mouse spielt, dass ihr, wie ihr seht, verschiedene Verkleidungen habt. Und dadurch natürlich auch verschiedene Fähigkeiten. Also Mickey Mouse normal kann natürlich jetzt nicht so viel. Der Feuerwehr Mickey Mouse, der kann mit seinem Wasserschlauch Sachen bespritzen. Hö, hö, bespritzen. Und Bergsteiger Mickey kann natürlich mit seinem quasi Enterhaken natürlich klettern. Logisch, Bergsteiger. Und hier Mickey, der Magier, kann hier einen fliegenden Teppich und Talala und zaubern. Wunderschön. Und was mich halt so damals so geflasht hat, wenn ihr das seht, diese schöne grafische Aufmachung. Ich meine, klar, es mag technisch natürlich bessere Spiele für Super Nintendo geben. Aber das hat so einen ganz schönen Stil einfach. Also nicht, dass es jetzt schlecht aussehen würde. Aber natürlich spätere Super Nintendo Titel haben natürlich aus dem System durch diverse Zusatzchips und so weiter natürlich auch wesentlich mehr rausgeholt. Aber das ist einfach ein richtig, richtig schöner Comic-Stil logischerweise. Und macht einfach nur Spaß, finde ich. Also ich feiere das Spiel echt extrem ab. Ich muss mir echt mal den zweiten und den dritten Teil zur Gemüte ziehen, weil irgendwie komischerweise habe ich das bisher noch nicht. Ha. Ansonsten, ja, vom Spiel her an sich ist das eigentlich ein guter Plattformer, gut geraten. Schöne Level mit Endbossen natürlich. Wie gesagt, diese verschiedenen Kostüme bzw. Fähigkeiten, durch die ihr dann später auch einfach frei durchschalten könnt. Das ist im Prinzip die Besonderheit. Aber dafür das Titelthema, das haben sie einfach nur so ein bisschen gemacht. Wundert mich gerade etwas. Da haben sie teilweise echt größere gemacht. Ja, und mal wieder quasi ein Dauerbrenner in allen Magazinen. Natürlich muss dann irgendein Zelda-Spiel irgendwie begleitet werden. Natürlich hier Link to the Past habe ich früher natürlich auch geliebt. Und das ist mein persönliches zweitliebstes Zelda-Spiel aller Zeiten. Das erste, wie ihr wisst, ist Link's Awakening. Aber ich mag einfach diese 2D-Zeldas auf jeden Fall. Ja, im Prinzip hier geht es einmal weiter in der dunklen Welt natürlich. Das war ja früher so die große Überraschung. Man dachte, man hat den Endboss erledigt. Hat sich vielleicht so ein bisschen gewundert. Hä? So lange war das Spiel gar nicht. Also für ein Zelda-Spiel, hm, da wurde hier etwas wenig abgeliefert. Aber dann, boah, kam noch eine größere Dark-Welt und boah. Wobei, finde ich, im letzten Teil verlässt das Spiel so ein bisschen nach. Zumindest meiner Meinung nach. Ich fand das immer mit diesen Amuletten einsammeln, wo man nicht findet und so weiter, etwas sehr verwirrend, weil man da irgendwie keine Hilfe gehabt hat. Also da alleine draufkommen ist natürlich ein bisschen uff. Hier gibt es natürlich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel den Enterhaken. Ich gehe jetzt mal so ganz genau, gehe ich hier gar nicht drauf ein. Und natürlich Super Mario World auch. Das sind natürlich die Dauerbrenner. Die mussten natürlich auch so ein bisschen diese großen Spiele begleiten. Und ja, natürlich wollten sie dafür sorgen, dass jeder Super Nintendo-Besitzer diese Spiele hat. Hat, glaube ich, auch so gut wie geklappt auf jeden Fall. Also das war natürlich immer etwas standardmäßige Kost. Wobei Super Mario World ich ja damals nie so wirklich gespielt habe. Vielleicht mal beim Kumpel, weil komischerweise hatte ich das nicht. Ich frage mich auch, warum ehrlich gesagt. Den zweiten Teil, den habe ich gespielt. Deswegen mag ich den auch etwas lieber, ehrlich gesagt. Aber habe ich natürlich in der neueren Zeit natürlich auch nachgeholt. Ist natürlich nicht umsonst. Hat das einen extravaganten, super Ruf und geht als einer der besten Plattformer für das System. Vielleicht für manche sogar der beste Plattformer. Wenn man bedenkt, dass das ja gleich zum Start irgendwie abgeliefert wurde, ist das schon echt geil. Nintendo hat da echt ein super Hängchen für, dass da spätere Spiele gar nicht so rankamen. Aber na gut, auch hier gehe ich mal nicht so drauf ein. Ja, The Addams Family. Da habe ich schon mal einen Test zu gemacht. Glaube ich. Zumindest wollte ich das. Hatte ich das vor. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt etwas unsicher. Und wie war es auch ein, ja, also meiner Meinung nach natürlich etwas schlechter als Magic Request. Ist halt ein solider Plattformer. Hat natürlich so einen bestimmten grafischen Stil. The Addams Family sollte jedem bekannt sein. Habe ich damals echt gerne immer geguckt. Sogar, glaube ich, auch immer noch diese Schwarz-Weiß-Serie. Die kamen immer zu der Zeit immer auch ab und zu im Fernsehen. Also diese neueren Zeichentrickserien und sowas. Die habe ich zumindest damals nicht mitbekommen. Aber es ist natürlich so ein geiles Setting. The Addams Family so leicht gruselig, aber dann doch mit einem richtigen Witz irgendwie verdreht und so weiter. Aber man weiß nicht, ist das jetzt nur Fiktion oder ist das jetzt echt und so weiter. Finde ich immer sehr schön. Ja, gab es auch natürlich, nächste Seite ist das schon durch. Natürlich einige Spiele davon. Auch für den Game Boy. Aber ich möchte euch hier mal, das Heft fällt leider auseinander. Also es ist nicht mein Originales von damals. Wie ihr seht hier, der Grafikstil. Ich weiß nicht. Also ich finde es nicht der Beste. Wird dem Spiel nicht gerecht. Das ist natürlich okay gemacht. Also grafische Qualität an sich ist vollkommen in Ordnung. Da will ich gar nichts zu sagen. Aber na gut. Ja, also wer einen soliden Plattformer haben will mit ein bisschen Addams Family, ist okay. Habt ihr auch so ein bisschen freie Auswahl der Level und so weiter. Ja, Bards Nightmare. Ha! Da gab es natürlich schon eine Quilzig-Folge für. Im Prinzip ist das eine Minispiel-Sammlung, die durch verwirrende Zwischenlevel irgendwie gestaltet ist. Also im Prinzip ist die Aufmachung ja ganz cool. Weil es ist ja Bards Albtraum. Da ist natürlich auch alles so ein bisschen leicht. Ihr kennt es mal. Wenn man einen schlechten Traum hat oder irgendeinen Traum, das ist irgendwie, irgendwie macht das alles irgendwie Sinn. Aber es ist doch irgendwie verzerrt. Und genau das erwartet euch hier. Halt viele komische Minispiele. Ja, die Steuerung ist halt Mist. Also ich wurde so gar nicht, gar nicht damit warm. Und ganz ehrlich, so Minispiel-Sammlungen, die sind eh sehr, sehr schlecht gealtert. Waren damals aber sehr, sehr populär. Ich nehme an, weil sie einfach zu bauen waren, nehme ich mal fast an. Mario Kart. Oh, einer meiner Lieblings-Titel für das Super Nintendo. Ich habe es wirklich damals gesuchtet ohne Ende. Mit meinem Bruder hoch und runter gespielt. Grand Prix Cups freigeschaltet. Und natürlich auch hier die Battle-Arena, obwohl die haben wir gar nicht so oft gespielt, weil wir uns da immer so gestritten haben. Natürlich mal, wenn Freunde da waren, hat man das gerne mal hervorgeholt und gespielt. Ich bin ja noch super, super froh, dass ich das durch Zufall, mein Original-Modul von damals bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden habe. Und dank Batteriespeicher war da sogar noch alle, alle freigeschalteten Strecken und so weiter und Kurse verfügbar. Herrlich, herrlich. Finde ich super. Wenn ihr mal einen Super Mario Kart Test seht, da ist alles noch eingeblendet, was von damals, das ist vom Original-Modul gespielt worden. Super. Ah. Okay. Die Zukunft beginnt heute. Der Super FX-Chip wird hier anscheinend angekündigt mit so ein paar Screenshots von Starwing natürlich. Interessant, dass sie das erst so nebulös quasi ankündigen. Das ohne ein konkretes Spiel zu nennen. Oder sagen sie, dass das hier das Spiel ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das hier sehr technisch. Das war ja durchaus, weil Club Nintendo ja eher die Seltenheit, dass man so auf so technische Neuerungen kam. Wobei natürlich aus der Retro-Perspektive, das ist echt ein super Ding. Also stellt euch mal vor, also das ist ja diese Module, da war dieser FX-Chip drin. Und dadurch hat das Super Nintendo etwas mehr Power bekommen, um halt diese Polygon-3D-Grafik zu berechnen. Hauptsächlich wurde natürlich dann auch für andere Spiele, wie zum Beispiel Yoshi's Island benutzt. Aber stellt euch mal vor, ihr kauft euch heute ein Spiel und da ist ein kleiner RAM-Chip drin, haut es in eure Konsole rein und plötzlich sieht alles viel besser aus. Das könnte man heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Tipps und Tricks ist ein bisschen hier durcheinander, würde ich sagen. Nee, komisch. Das Tipps und Tricks hier so am Anfang ist, also wie ihr seht, das Heft fällt leider etwas auseinander. Ich nehme an, bei der Vorbesitzer... Ah nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das Poster ist natürlich geil. Und das ist ja quasi schon raus. Hm. Ich glaube, das hatte ich sogar damals in meinem Kinderzimmer hängen. Haa, ich glaube... Jaa... Das werde ich mir hier irgendwo in mein Zimmer aufhängen, also dass du so ein cooles Poster hast, weil ich mag ja diesen schönen Stil. Ja, Tipps und Tricks, Legend of Zelda, Link to the Past, sehr geil. Würde man heutzutage auch nicht mehr machen, ne. So eine auf altmodisch getrimmte Schriftart, das ist... Heutzutage ist das alles so durchdesign, da würde man ja sowas gar nicht mehr benutzen. Da würde man die offizielle Spiele-Schriftart benutzen oder irgendwie sowas. Und ich war mir wegen so... Jaa, komm. Ist Fantasy, mach mal hier sowas mittelalterlich-mäßiges, ne. So sieht das ja schon fast aus. Echt dollig. Natürlich hier mit ein paar Tipps und Tricks. Ja, hier kommen wir dann zu dem wunderschönen Poster. Ich mag ja diesen Zeichenstil von Nintendo, der von damals... Also letztens hat auch einer von euch kommentiert, schon mehrfach haben Leute unter den Videos kommentiert, dass sie genau das ausabfeiern, diesen Zeichenstil. Und ich dir dieses, ich sag mal, fast seelenlose, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber dieses 3D-Gerenderte, dass das hier denn doch eine ganz andere Liga finde ich. Das hat so einen ganz bestimmten Stil, ganz bestimmten Charme. Ich kann ihn gar nicht so unbedingt greifen, aber ich bin jetzt auch kein Kunstexperte, der das jetzt genau einordnen kann. Aber ich glaube, das hänge ich mir irgendwo hin, weil so gesehen hier ein paar Zelda und Tipps und Tricks, die mir nicht mitgehen, die sind es denn nicht so wichtig, würde ich sagen. Ja, Super Castlevania, Parodius, Super Mario Land 2, gab es da schon raus. Das ist ganz komisch, so die frühen 90er, ich kenne die ganzen Spiele zwar, aber ich kann das immer so ganz schlecht einordnen. Weil 93 klingt irgendwie super früh, aber gefühlt für mich ist Super Mario Land 2 erst wesentlich später herausgekommen. Aber das ist immer diese Subjektive, ne? Ja, Kirby's Dream Land, wunderbares Spiel, natürlich der erste Auftritt von dem rosa Knuddelkugel. Hier ist natürlich noch nicht rosa, das kam dann erst später. Wunderbares Spiel, ich mag diese Kirby-Spiele einfach, weil das sind so viel Gutspiele, wisst ihr? Ihr haut so ein Kirby-Spiel rein und schon allein so die Musik, die ist so schön leicht und treibend und so weiter. Und da kommt man gleich in so eine wunderbare Stimmung rein. Schwer sind sie, zumindest die ich gespielt habe, alle nicht so bedingt. Da mag es vielleicht auch schwere Kirby-Spiele geben, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber wunderbares Spiel. Hier hat er allerdings noch nicht alle Fähigkeiten. Also er kann hier fliegen und er kann Gegner einsaugen, aber hier kann er noch nicht die Fähigkeiten übernehmen. Das kommt dann erst im zweiten, quasi zweiten Spiel, das dann auf dem NES erschienen ist und natürlich auch beim zweiten Auftritt auf dem Game Boy, da hat er es natürlich sowieso drauf. Wobei er da dann auf Tieren reiten kann und so weiter. Sehr interessant, diese schnelle Entwicklung bei den ersten drei Spielen zu sehen. Also erst ist es relativ basic, haben sie so ein bisschen das Setting gesetzt, ein bisschen Kirby vorgestellt. Das kann er ungefähr. Darauf wurde dann halt aufgebaut. Ich mag halt einfach diesen Stil von Kirby und nicht zu Unrecht gehört er ja zu einer der großen Nintendo-Charaktere, finde ich. Ja, Super Mario Land 2. Mein Lieblingsplattformer auf dem Game Boy. Wie habe ich das Spiel damals geliebt? Ich bin so einer, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann brauche ich es meistens nicht nur ein zweites Mal durchspielen. Weil man hat ja alles gesehen und die Motivation ist da nicht so groß. Aber das Spiel habe ich damals wirklich drei, vier Mal durchgespielt. Und zwar, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Diese schönen vielen Welten und das Gameplay. Angenehm knackig, diese Hasenohren als neues Upgrade-Möglichkeit. War einfach fantastisch. Also ich feiere das Spiel derbst ab. Für mich der beste Plattform auf dem Game Boy. Und kommt auf jeden Fall in meine Top 3 Game Boy-Spiele. Super, super, super. Also, während der erste Teil natürlich gleich zum Launch erschienen ist. Klar, neues System. Muss natürlich auch Mario-Spiel haben. Wo man ja eher so ein bisschen hier, guck mal, das kann der Game Boy und so weiter zeigen wollte. Aber nur, dass er nicht so komplett ausgereizt hat. Und dann hier, dieser ganze Grafikstil, was eher so der 16-Bit-Ära nachgezeichnet ist, sage ich mal. Also, der Mario hier sieht ja so den Super Mario World Mario eher aus als der NES-Dings. Ich verliere gerade den Faden. Ihr wisst schon, was ich meine. Wunderbares Spiel. Macht super viel Spaß. Hat natürlich auch ein paar hier und da Performance-Probleme. Muss man sagen, dass es da ab und zu mal etwas Slowdown-mäßig unterwegs ist. Ist aber, finde ich, verkraftbar. Wunderschönes Spiel. Kann ich wirklich nur jenes wärmstens empfehlen. Da machen sogar die Unterwasser-Level Spaß. Die normalerweise ja nicht so viel Spaß machen. Und was für mich damals auch ein super Punkt ist, es ist nicht frustrierend schwer. Es ist jetzt auch nicht ganz, ganz leicht. Klar, eine gewisse Herausforderung ist es. Aber ist eher so am leichteren Spektrum, sage ich mal, der Gameboy-Plattformer aufgehoben. Man kommt ganz gut durch. Man muss sich aber einen Tick anstrengen. Aber es gibt natürlich viel, viel schwere und frustrierende Spiele. Aber wie Kirby quasi für einen leichten Playthrough immer geeignet. Sprachenlernen leicht gemacht. Wenn Mario sich eine Stimme leitet. Ha, interessant. Hier sind sie so ein bisschen wirklich so auf Technik und ein bisschen auf Hintergrund gekommen und so weiter. Das ist echt cool. Hier die offiziellen Sprecherstimmen. Finde ich echt eine coole Sache. Andi, Silke, Ulrich. Mensch, der Club Nintendo ist einer der größten Fanclubs Deutschland. Anfang des Jahres konnte mal ein Mitglied nur mal eine Million feiern. Wow, das ist natürlich echt nicht schlecht, dass da so viele drin waren. Wobei natürlich dieser Club war ja so gesehen jetzt kein Club, sondern hey, ich will diesen coolen Club-Ausweis natürlich haben. Aber natürlich auch die kostenlose Zeitschrift. Das war eigentlich immer so Thema Nummer 1, warum man das haben wollte. Ich glaube, gab es da noch andere Vorteile? Ich weiß gar nicht. Aber naja, gut. Und der Club verstehe ich vielleicht etwas anderes. Aber so haben sie es genannt. Das ist auch gut. Club Nintendo war damals eine feine Sache. Informationsquelle Nummer 1 für mich als Kind. Und deswegen habe ich auch nie mitbekommen, was Sega noch so hat und alles. Mystic Quest auch. Wunderbares Spiel natürlich. Ich glaube, Links in der Welklinik kam man wahrscheinlich noch nicht raus. Habe ich ja nachholen dürfen. Das war für mich gar nicht so populär. So ein Kopf irgendwie. Hier, cool. Haben sie sogar mit dem Luftschiff dann die eine Szene gezeichnet. Ich halte das mal so ein bisschen ran. Da, 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 da. Sehr cool, sehr cool. Ja, ähm, schönes Spiel. Für mich ist natürlich Links in der Welklinik noch ein Tick besser. Aber ist sehr, sehr cool. Dass das auch so früh für den Gameboy erschienen ist, finde ich sehr, sehr verwunderlich. Ist im Prinzip ein Action-Rollenspiel, kann man sagen. Teilweise etwas verwirrend. So ein paar aus, ähm, also zumindest für mich als, ich habe ja das Spiel erst vor zwei, drei Jahren für mich entdeckt. Damals ja nicht und, ähm, deswegen gucke ich natürlich auch mit heutigen Augen auf das Spiel. Also das Spiel ist super, da will ich Ihnen natürlich nichts sagen. Vor allem für die Fans ist das Gameboys, wo das das meiste irgendwelche seelenlosen Plattformer- oder Minispielsammlungen sind. Aber so ein paar Designentscheidungen, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie zum Beispiel diese verbrauchbaren Spitzhacken, die man ständig braucht und so weiter. Ich habe ja mal so ein Netzplay angefangen und das immer verflucht und, äh, und mich aufgeregt. Ähm, würde man aus der heutigen Zeit natürlich anders machen. Aber gut, frühe 90er Jahre, da war das Spieldesign natürlich noch etwas anders. Kann ich aber wirklich nur jedes, wirklich jedem März ans Herz legen. Deswegen ist auch wirklich Pflichtteil einer jeden Gameboysammlung, finde ich. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, gucken wir mal an die Systemcharts. Was da ist, äh, pop, 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 Super Nintendo, Super Mario World und Zelda natürlich. Pilotwings bei den Profis, Mario Paint, naja, okay. The Castlevania, Super Mario Kart, Super Ghost and Ghost, F-Zero. Ich gehe jetzt mal hier nur die unteren, weil, ähm, wie man hier sieht. Ja, ein paar gute sind natürlich dabei, aber die Leser mit Super Tennis, Super Soccer. Die sind zwar okay, Spiele, aber sind natürlich nicht ganz so gut gealtert. Gameboy, Super Mario Land, Super Mario Land 2, Mega Man, Gargoyles Quest, Tetris, DuckTales, Tiny Toons, Tetris, Dr. Mario, Photos of 4, mh, Quirk. Auch sehr cool. Äh, Mickey, Stenrius, Chase, Super Assi Pro, ähm, ähm, ach, hier würde ich fast sogar, ähm, den, äh, den Lesern zustimmen. Ich frage mich nur, warum Super Mario Land 2 da noch nicht da drin ist. Ich nehme mal an, das war wahrscheinlich da zu kurz auf dem Markt oder ähnliches, dass sie es noch nicht reinbielen konnten. Ansonsten, ähm, doch, ja. Habe ich auch gerne ein Spiel, WWF Superstars, Blades of Steel sowieso, F1-2 ist klar, war Pflicht. Hm, cool. Äh, NES, äh, Super Mario Brothers 3, Legend of Zelda, Legend of Zelda, Star Topics, das muss ich auch unbedingt mal spielen. Das steht fest auf meiner To-Do-Liste. Äh, blablabla, Zelda 2, Super Mario Brothers 3, müsste eigentlich hier ganz vorne sein, aber hey. Wenn ich Menschen, dass das damals auf den NES so ein großes Thema war, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, muss ich mir auch mal holen, weil das ist natürlich der Klassiker von LucasArts Adventure. So, äh, meine Top 10, A-Type, Spider-Man, World of Cursed Maniacs, Super Mario Land 1 und 2, so weit unten. Und Amazing Spider-Man über, Super Mario Land 2, Junge. Andreas, nicht gut, nicht gut. Fortified Zone aber, das ist ein schönes Spiel. Haben wir wieder Comic, oh, mit Michael Jackson und Madonna anscheinend. Äh, hier wird, das ist keine Ahnung gerade. Äh, ich lasse wie immer mal meine Pfoten, falls ihr das Comic lesen wollt, einfach pausieren. Stimmt, da wollte Mario, glaube ich, singen. Ja, irgendwie kommt mir das echt bekannt vor. Also, es ist schon krass, ähm, wenn man so ein Magazin so lange Zeit nicht gesehen hat, was für Flashbacks man da bekommt. Das ist echt interessant, finde ich. Ähm, herrliche Sache. So, Mega Man 4. Ja, wie ich ja schon immer ungefragt bei jeder Gelegenheit zum Besten gebe, ich bin kein Mega Man Experte. Ich, soweit ich, ich das mitbekommen habe, ist Mega Man 3 eines der besten Titel. Mega Man 4 wird dann ja wohl nicht komplett schlecht sein, aber kann ich jetzt nicht zu viel sagen. Aber ist natürlich klar, das NES ist hier auf dem absteigenden Ast und deswegen natürlich auch nicht so groß gefeatured in diesem Magazin. Ice Hockey, pfff, joa, sieht ein bisschen krümelig aus, muss ich sagen. Da sieht Bates of Sea, glaube ich, etwas besser aus, finde ich zumindest. Äh, ach so. Hm, das ist von 88 das Spiel und das haben sie hier dann nochmal reingedingst. Hm, die brauchen echt dringend Themen, oder? Super Mario Brothers, Pinball, das ist natürlich das Original mit, ne, auf einem Bildschirm und so weiter, das alte Arcade-Spiel. Ja, Pinball ist ein Pinball-Spiel, da bin ich auch nicht so der Experte. Und dann sind wir schon durch. Hm, relativ kurze Ausgabe diesmal, aber wie gesagt, schönes Magazin. Man merkt so ein bisschen, dass es natürlich so März ist, ne. Da gibt es noch nicht so viele Neuigkeiten, haben natürlich auch so ein paar Specials gemacht, wie ein Super FX-Chip angekündigt und auch die Synchronisation und so weiter. Aber durchaus ein schönes, interessantes Magazin auf jeden Fall. Äh, NES-Klassiker ganz neu anscheinend. Haben sie die etwas gefeatured, deswegen, keine Ahnung. Aber, sind wir schon wieder durch. Danke, dass ihr reingeschaut habt, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschööööö. Und hier haben wir auch die Ausgabe. Und zwar ist es die Ausgabe 393. Und diese Ausgabe hatte ich als Kind. Und aus irgendeinem Grund hat sie dieses Cover auch bei mir so eingeprägt. Wahrscheinlich, weil das Design eher so schwarz ist, während so die anderen Ausgaben eher sehr bunt sind. Hauptthema ist Starwing Kirby und Darkwing Duck. Ich habe das als Kind wirklich hoch und runter gelesen und kam gar nicht mehr los. Und ich würde sagen, wir blättern sofort mal rein. Okay, hier wurde anscheinend schon mal ein Coupon rausgetrennt. Aber ich glaube, Kinokarten zum Super Mario Brothers Film. Ja, ich glaube, das ist rum, dass der Film im Kino landet. Wie der Film geworden ist, wissen wir alle. Und komischerweise, wo ich dieses Bild hier sehe, ich halte es mal näher ran, bei den Leserbriefen. Diese Oma, die Gameboy spielt. Ich weiß nicht, warum. Das kommt mir sofort bekannt vor. Also, das muss ich wirklich als Kind dieses Bild öfter mal angeschaut haben. Vielleicht, weil das so abstrakt für mich war. Weil meine Eltern und meine Oma, die konnten jetzt mit der ganzen Thematik nie groß was anfangen. Das sind mal diese bösen Videospiele gewesen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und kommen wir hier zum nächsten oder ersten Spiel. Und zwar Starwing. Ich muss gestehen, Super FX-Chip-Spiele auf dem Super Nintendo. Ich wurde schon damals nicht warm. Weil ich habe mir gedacht, okay, ja, schön, 3D, alles klar, super. Aber vernünftig und gut gestaltete Sprites, also ich wusste gerade die Fachbegriffe damals natürlich noch nicht, die fand ich immer wesentlich schöner. Weil ich fand mir, okay, was nützt es mir 3D, wenn es halt aussieht wie Grütze? Dann habe ich es lieber als Fake 3D, wo man halt verschiedene Sprites hat. Wie zum Beispiel diese frühen Ego-Shooter, wo man dann ja verschiedene Sprites hat und Ansichten hat. Also zum Beispiel ganz grob eine Vorder- und eine Rückseite. Dann hat das so ein bisschen immer gewechselt. Gute haben es natürlich gemacht, dass man aus einer Seitenansicht hatte und so weiter. Und das sah vielleicht nicht ganz so, ja, so sauber aus. Aber es sah irgendwie für mich schöner aus. Und auch die Framerate. Das Super Nintendo war halt für diese 3D-Geschichten einfach nicht ausgelegt. Müssen wir nicht drüber reden. Starwing ging damals an mir vorbei. Ich hatte Stunt to Race FX. Das war ja so eine Art für auch Rennspiel mit dem FX-Chip. Ich habe es damals, ich weiß nicht mehr, ob ich es mir ausgeliehen habe oder vielleicht sogar irgendwie zum Geburtstag bekommen habe oder ähnliches. Ich habe es natürlich gespielt, weil wenn man ein neues Spiel hatte, dann hat man Zeit gespielt. Aber so richtig warm wurde ich damit ehrlich gesagt nie. Diesen Hype um dieses 3D. Ich weiß, viele, viele lieben das Spiel. Es hat viele, ja, Spiele auch beeinflusst und inspiriert. Aber ich wurde damit nicht warm. Es sieht halt kürzer aus. Es ist ja quasi so eine Art Way-Shooter, wo man halt das Raumschiff so ein bisschen bewegt und halt Sachen abschießt. Äh, ne, ich weiß nicht. Also aus der heutigen Sicht, ohne Witz. Wenn ihr da jetzt ohne Nostalgie-Brille irgendwie raufschaut. Ich höre jetzt schon die bösen Kommentare. Aber ich bin echt kein Fan. Ich war also ohne Nostalgie-Brille auf diese Grafik mit einer FPS-Zahl von vielleicht 10, wenn überhaupt. Muss nichts sein. Sie haben uns natürlich hier bemüht, das alles hier schön zu gestalten. Und ich weiß, für seine Zeit war das Spiel wirklich super. Aber es ist definitiv nicht meins. Was eher meins ist, ist das Spiel hier. Ja, zumindest habe ich das Spiel damals immer im Nintendo-Magazin sehr angehimmelt und mir alles ganz genauer angeschaut. Ich hatte es leider damals nicht. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren einen Test dazu gemacht. Und ja, es ist ein wirklich wunder, wunderbares Spiel. Es ist ein Plattformer. Ihr spielt halt Mickey. Und halt die Besonderheit ist, dass er, wie man hier schon sehen kann, in verschiedene Kostüme reinrutschen kann oder die anziehen kann. Und dadurch hat er natürlich auch andere Fähigkeiten. Wie zum Beispiel als Magier könnt ihr halt so Bälle verschießen. Als Feuerwehrmann könnt ihr natürlich mit euren Wasserschlauch Wasser spritzen, um dann halt eventuell Feuer zu löschen. Und als Bergsteiger könnt ihr ja logischerweise so einen Enterhaken quasi benutzen. Wunderbares Spiel. Ich fand und finde auch immer noch den Stil einfach herrlich. Und ich habe mir oft dieses Magazin angeguckt und mir diese Bilder hier eingeprägt und mir vorgestellt, wie fantastisch das ist. Und dieses Bild kommt mir jetzt ganz, ganz stark bekannt vor. Ich mag diesen Zeichenstil einfach. Und es ist ein wunderbares Spiel. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann haben wir hier Tiny Toon Adventures Buster Busts Loose. Auch ein wunder, 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 wunderbares Spiel. Hat sehr, sehr geilen Charme. Also ich finde sowieso diese Tiny Toon Spiele aus der Zeit, auch auf den Game Boys, sind wirklich hammermäßig. Die fangen alle gut diesen Charme dieser Vorlage ein. Und selbst die Game Boy Sachen, wo ja die Grafik sehr limitiert ist, schaffen das wirklich sehr, sehr gut. Deswegen auch hier ein wunderbarer Plattformer. Hat so ein paar interessante Mechaniken, wie das, dass ihr zum Beispiel Geschwindigkeit aufbauen müsst. So ähnlich wie Sonic und dann zum Hüpfen und so weiter. Da könnt ihr sogar teilweise Wände hochrennen. Wunderbar. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Kostet auch nicht viel, das Spiel, glaube ich. Zumindest, obwohl bei Superinternos Spielen bin ich jetzt preismäßig nicht auf dem Laufenden. Wie wir alle wissen, sind die Preise ja so ein bisschen am explodieren seit der Corona-Pandemie fast. Wo jeder zu Hause hockt und sich denkt, hey, diese cool alten Spiele von damals habe ich Bock zu sammeln. Was schön ist, nur ist natürlich für die Preise nicht so toll. Aber ich sage immer, je mehr Leute in unserem Hobby unterwegs sind, desto schöner. Je mehr unsere Leidenschaft teilen, desto schöner ist es doch. Und na gut, dann gibt es halt leider auch diese Nebeneffekte. Aber ist verständlich. Denn Mystic Quest Legend hatte ich als Kind mir auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist auch, glaube ich, somit das erste Spiel, was in so eine Bigbox mit Spieleberater kam. Habe ich sogar noch mal eine Original-Bigbox vom Flohmarkt hier rumstehen. Hat leider so ein bisschen einen kleinen Abriss am Cover. Aber na gut, was die Nostalgie von damals, das zu wissen, dass es wieder das Original ist von damals, das schlägt natürlich hier in Zustand. Ja, es ist ein wunderbares Spiel. Und zwar ist es ein Rollenspiel, was sehr, sehr simpel gestaltet ist. Also so ein bisschen, weil da die Zielsetzung, okay, die ganzen Europäer und Amerikaner, die können ja mit unseren japanischen Rollenspielen nicht so viel anfangen. Also machen wir denen so eine Art leichtes Anfänger-Rollenspiel, was auch diese Rundenkämpfe uns was alles bietet. Schön verpackt in einem einigermaßen stimmungsvollen Spiel. Was heißt ja einigermaßen also stimmungsvollen Spiel. Und dann können jetzt die dummen Europäer und die dummen Westlichen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, natürlich so ein bisschen da reinschnuppern und die grundsätzlichen Mechaniken von unseren Rollenspielen kennenlernen. Weil natürlich westliche Rollenspiele immer ein bisschen anders ausgebaut waren. Und ich glaube, auf den Konsolen von Nintendo-Konsolen auch nicht wirklich großartig Platz gefunden haben. Also es gab ja eins, zwei Ableger oder Versuche auf dem System, wie auf dem Game Boy zum Beispiel, das Sword of Hope. Das ist ja eher so wie diese klassischen Mighty Magic Spiele für den Game Boy eher ausgelegt und so weiter. Ja, wunderbares Spiel. Wobei auch da hat es bei mir nie so endgültig gezündet. Also es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt ein Einsteiger-Spiel, was auf die Basics sich beschränkt, was in Ordnung ist. Aber da gibt es natürlich andere Spiele. Also bei mir war es vielleicht auch so der Nachteil, ich hätte zuerst Secret of Mana gespielt damals und dann auf Mystic Quest gekommen. Weil da natürlich der kleine Henning sich gedacht hat, okay, diese großen Boxen, das sind richtig geile Spiele, was ja auch stimmt. Und beim Flohmarkt gekauft, ich war da nicht so informiert. Und ja, enttäuscht war ich nicht, aber so meine Liebe zu Secret of Mana ist dann doch irgendwie etwas höher, was glaube ich verständlich ist. Dann haben wir hier die News, neues Zubehör und zwar wiederaufladbares Batterieset 2. Okay, das weiß ich, wusste ich jetzt gerade selber nicht, dass es da auch ein zweites Set gab. Weil ich hatte das erste Set. Ihr wisst, ich sammle ja so ein bisschen auch das alte Zubehör im Originalverpackung. Ich habe schon die Gameboy-Gürteltasche habe ich da und ich habe auch die Originalverpackung mit dieser Lupe, mit diesem Licht, diesen Lightmax. Habe ich beides da und ich suche ja auch noch den Akku 1 anscheinend, weil ich das damals auch als Kind hatte und den OVP. Also ist nicht so, dass ich jetzt ständig danach suche, aber ich halte so die Augen danach offen, sagen wir es mal so. Und dann wusste ich jetzt gar nicht, dass es jetzt auch ein Batterie-Pack 2 gab. Okay, zum Abkoppeln denn. Ha, ich lese gerade mal, Netzteil-Batterie so. Ach so, ah, die haben es quasi, dass man jetzt, weil ich saß natürlich dann mit meinem Gameboy immer zu Hause mit dem Ding an die Wand eingesteckt. Das war ja auch in meiner Erinnerung zumindest ein relativ klobig, dieses Batterieteil. Das hat mir jemals mitgenommen. Und das war für mich dann quasi der Steckdosenadapter. Und anscheinend kann man das denn hier etwas trennen, damit es etwas handlicher wird. Und okay, hm, interessant. Hab ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Also bin ich verwundert. Oder wurde das hier angekündigt und kam dann gar nicht raus. Musste ich nach diesem Video nachrecherchieren. Dann haben wir hier World League Basketball. Wobei ich mich echt frage, warum ist das hier drin? Das kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass da Marketing in die Kohle reingeflossen ist. Weil das Spiel ist gottenschlecht. Ihr seht es auch. Ich habe es da mal mit dem Retro-Joe übers Internet. Da gibt es ja so eine Seite, die mir gerade nicht einfällt, womit man Super Nintendo-Spiele Multiplayer quasi über das Internet spielen kann. Das wird über die Webseite emuliert und sowas. Da braucht ihr es also kein Programm runterladen. Super Nintendo Party hieß die Seite, glaube ich. War natürlich jetzt nicht ganz so ideal, weil es hier und da schon mal geleckt hat, logischerweise. Aber das hat mal gespielt und das ist wirklich grausig. Guckt euch zum Beispiel hier an. Es gibt kein Publikum. Es ist hier so eine dunkle, blaue Leere drumherum. Frage ich mich, warum? Warum? Ja, Basketball, anscheinend haben sie ja so ein bisschen versucht Basketball irgendwie zu hypen. Vielleicht deswegen auch das Spiel. Hat sich ja, wie wir wissen, nie durchgesetzt. So, dann haben wir hier die Tipps und Tricks Seite und natürlich die Spielerprofile. Ich werde jetzt hier auch nicht großartig drauf eingehen. Kennen wir ja alles. Aber die Charts sind ja immer interessant. Es ist eine relativ frühe Ausgabe. Deswegen, oh, ich sehe gerade, hier fehlt eine Seite. Hier war wahrscheinlich das Poster, nehme ich mal an, weil das ist die Mitte. Deswegen kann ich euch nur die Platze 5 bis 10 der Charts vorlesen. Okay, ich glaube, eins war immer Experten, eins war Fans. Ich bin mir gerade unsicher, was was ist. Aber wenn wir hier die Super Nintendo Charts sehen, F-Zero, Pilotwings, Super Soccer, Super Guards & Ghosts, Super Mario Kart, Castlevania, würde ich so unterschreiben. Haben wir hier SimCity, F-Zero, Super Guards & Ghosts, Addams Family, Lemmings und Mario Paint, auch alles wunderbare Spiele. Joach, Gameboy, Tiny Toons, habe ich ja gesagt, die sind vernünftig. Dann haben wir Gargoyles Quest, Klassiker, auch wenn er damals für mich als Kind sehr verwirrend war. Mit Roy 2, DuckTales F1 Race und Turtles 2. Kann man auch nichts zu sagen. Hier haben wir Dr. Mario, Mickey's Dangerous Chase, wobei ich mich frage, warum das so gehypt wurde. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber so richtig geil war es jetzt auch nicht. Mario & Yoshi, Quirk, Mega Man und Gargoyles Quest würde ich auch so unterschreiben. Ja, NES ist ja, ich habe ein paar Spiele in meiner Sammlung, aber ich bin kein Experte, deswegen gehe ich da meistens immer so ein bisschen drüber. Dann haben wir hier Darkwing Duck für den Gameboy. Fantastisches Spiel, erinnert sehr, sehr stark an Mega Man. Also im Prinzip könnte es auch wirklich ein Mega Man Spiel sein, wenn man die Spice etwas austauscht. Wir haben natürlich Darkwing Duck mit seiner Pistole und damit kämpft ihr euch wie Mega Man durch. Und habt natürlich so ein paar Extrawaffen, wie zum Beispiel hier schweres Gas, Blitzgas, Pfeilgas, was so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten irgendwie ermöglicht. Dann haben wir hier natürlich Abwehr mit so einem Cape, kann man sich da so ein bisschen ein paar Schüsse blockieren und natürlich Angriff, Sprung und so weiter. Man kann, ich glaube die ersten drei oder vier Level, ich bin mir gerade unsicher, kann man sich frei wehnen. Ich meine es waren hier die unteren oder irgendwie so, irgendwie sowas in der Art. Obwohl ich meine bei der ersten Wahl gab es auch ein Wald Level, auf jeden Fall waren es wahrscheinlich die ersten vier. Wenn ihr die denn gespielt habt, dann konntet ihr halt in die weiteren Levels machen. Auch hier eine Anleihen an Mega Man, könnt ihr in freier Reihenfolge machen. Und ganz ehrlich, wenn man sich so das Devil Design anschaut, es ist quasi Mega Man als Disney mit Darkwing Duck. Was aber natürlich definitiv nichts Schlimmes heißen muss, weil Weber gut kopiert als schlecht neu erfunden. Und es kommt natürlich auch von Capcom das Spiel. Von daher ist diese Vermandschaft, denke ich mal, logisch. Hier haben wir Kirby's Dream Land. Wunder, wunderbares Spiel, wie es halt den Club Nintendo immer so klassisch macht. Natürlich so ein bisschen weitere Verwertungen, so ein bisschen Level zeigen, das ein bisschen so im Gedächtnis zu platzieren und zu behalten. Ein wunderbares Spiel, hat natürlich Kirbys Karriere gestartet, wobei natürlich so in der Retrospektive der erste Teil sehr auf die Basics beschränkt war. Ihr konntet da noch keine Fähigkeiten übernehmen wie dem NES Teil danach oder hattet ihr auch keine Partner, Tiere, nenn ich es mal wie in dem zweiten Game Boy Teil. Aber das Grundsätzliche war da, wir hatten Kirby, er konnte fliegen und er konnte Sachen einsaugen. Von daher kann man da echt nichts sagen. Dann haben wir Mega Man 2, auch ein wunderbares Spiel. Also als Kind hatte ich Mega Man Dr. Wileys Rache für den Game Boy. Das war so das erste Mega Man, was wirklich exklusiv für den Game Boy entwickelt wurde. Habe ich gelebt, ich kam nie weit, weil ich bin einfach zu dödel, was solche eher schwereren Spiele. Und die Mega Man Spiele sind ja meistens eher schwer. Da bin ich immer ein kompletter Dulli, da bin ich zu dödelig für irgendwie. Schöne Spiel, wobei der zweite Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas einfacher als Wileys Revenge, also Dr. Wileys Rache war. Wobei ich mir jetzt nicht 100% sicher bin, dass ich das mit einem anderen Teil gerade vertausche. Dann haben wir Crustys Fun House, was auch auf den Super Nintendo ein schönes Spiel war oder ist. Wobei es kein klassisches Simpsons Spiel ist. Das ist ja eigentlich ein Amiga Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was so ein bisschen in Simpsons umgemodelt war. Und vielleicht ist das gar nicht deswegen gut, weil Simpsons Spiele auch auf den Game Boy sind ja meistens eher Grütze. Und das ist ja wirklich eher so ein anderes Spiel, was so ein bisschen in den Simpsons Charme drüber gestülpt bekommen hat. Und zwar habt ihr immer ein Level mit Ratten und ihr müsst, die laufen halt automatisch. Und es gibt irgendwo im Level gibt es eine Rattungstötungsmaschine. Irgendwie so ein Hammer, der dich irgendwie platt macht. Das ist natürlich alles relativ unblutig und friedfertig natürlich. Und ja, eben ist halt dann diese Ratten, die automatisch laufen, dann halt so dieser Tötungsmaschine irgendwie lotsen. Das sind natürlich Rätsel, da müssen wir mal einen Block platzieren, dass sie irgendeinen Abgrund überwinden und so weiter. Und gerade das macht es halt aus, das Spiel. Und es macht es auch gut, weil es ist kein klassisches Simpsons Spiel wie Escape from Camp Deadly oder sowas, was einfach ein schlechter Plattformer ist. Und es tauchen dann halt hier und da die Figuren auf. Und hier haben wir das Comic. Wie immer, ich halte kurz meine Hände weg, dass ihr kurz pausieren könnt, falls ihr es lesen mögt. Ich hoffe, das mit der Beleuchtung passt ungefähr. Dann haben wir die zweite Seite. Wieder ein schönes Abenteuer, was sehr von Super Mario World zu inspiriert scheint. Und dann haben wir hier Kirby's Adventure. Das ist ja das zweite Kirby-Spiel. Und das kam dann nicht auf den Game Boy raus, sondern auf dem NES. Das dritte Kirby-Spiel, das klassische Kirby-Spiel, kam dann wieder für den Game Boy raus, wo dann halt diese Begleiter eingeführt wurden. Und hier, wie gesagt, ist zum ersten Mal diese Fähigkeit, dass er Gegner einsaugt und dann deren Fähigkeiten übernimmt. Was revolutionär war und wunderbar und natürlich weiterhin so behalten wurde. Und das Spiel hat natürlich diesen typischen Kirby-Charme. Die Musik ist wunderbar. Es gibt natürlich auch wieder den Baum als Entgegner. Und die Kirby-Spiele sind ja eher leichterer Natur und lockerer spielbar, was ihr halt wirklich wunderbar findet. Wenn ihr so ein klassisches Kirby-Spiel anmacht, dann umarmt euch gleich so ein wohliges Gefühl. Und man kann super entspannt spielen, was ja wirklich nicht verkehrt ist. Es muss ja nicht immer super herausfordernd sein. Dann haben wir hier das Star Trek-Spiel fürs NES. Habe ich noch nie gespielt. Ich bin kein Star Trek-Fan. Mein Science-Fiction-Universum meiner Wahl ist ja das Warhammer 40.000-Universum. Und das hat natürlich keine Umsetzung für die alten Konsolen bekommen, leider. Deswegen kann ich hier nicht viel sagen. Scheint aber so ein bisschen Variationen zu haben. Scheint eher ein Adventure zu sein, was hier so aussieht. Gibt es hier auch Fliegeszenen? Wahrscheinlich sind das eher diese Bohnen-Missionen, die es in der Serie immer gab. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch kein Experte. Dann haben wir hier Mega Man 4. Es gilt als ein sehr guter Teil, soweit ich weiß. Und das war's. Da haben sie hier nochmal den Reminder der Teilname-Karte. Da haben sie wahrscheinlich hier einmal so drumherum geheftet. Das Rätsel hat der Vorbesitzer leider schon gelöst. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr das selber machen wolltet. Und hier hinten haben wir natürlich eine fantastische Werbung fürs Super Nintendo. Vor allem natürlich für A Link to the Past. Klassiker, muss ja nicht viel zu sagen. Ja, das war die Blätter-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die beiden Werke. Und wie gesagt, falls ihr Bock auf das kleine Büchlein habt, dann habt ihr unten den Link, wo ihr es bestellen könnt. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Egal, was dann auch vorab, ihr Lieben. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute ist mal wieder ein Club Nintendo Magazin dran. Das letzte Video, wo ich mir ein solches Magazin vorgenommen habe, ist sehr gut bei euch angekommen. Und ich habe auch sehr, sehr viel Spaß dran gehabt beim Durchblättern und einfach ein Schwelgen von Nostalgie. Ja und deswegen habe ich beschlossen, dass ich da vielleicht eine kleine Serie draus mache. Ich habe mir mal so ein paar Ausgaben besorgt. Die kann man ja teilweise noch relativ günstig bei Ebay mal schießen. Und heute ist die Ausgabe 493 dran. Warum habe ich mir diese Ausgabe geholt? Ganz klar primär deswegen. Links Awakening, wie ihr wisst, ist das eines meiner liebsten Zelda-Titel aller Zeiten, wenn nicht vielleicht sogar das Liebste. Und hier scheint es zum ersten Mal aufzutauchen. Das ist natürlich nicht das Cover-Thema, weil das liegt daran wahrscheinlich, dass es einfach noch nicht herausgekommen ist. Das wird wirklich der erste Blick drauf sein. Schauen wir mal. Der große Aufmacher ist Super Mario All-Stars. Beide, hier habe ich noch sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Fand ich damals wirklich klasse. Lost Vikings ist dabei, aber genug der Vorrede. Lass uns einfach mal reinschauen. Hier haben wir das Link Awakening. Star Wing scheint ein Thema zu sein. Mystic Quest Legend, Lost Vikings und oh, Babsi. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, Mario ist der Nummer 1 weltweit der erfolgreichste Spielerheld. Ist, glaube ich, immer noch ungeschlagen, würde ich sagen. Die liebsten Ausreden ist ja klasse hier. Der Controller ist ausgeleiert. Der Controller kommt allerdings gerade frisch aus der Verpackung. Ach so, von wegen, wenn man ständig verliert. Ich bin vom Knopf abgerutscht. Ich spiele das zum ersten Mal. Ja, das sage ich auch oft. Ich muss mich erst an das neue Fernseher gewöhnen. Das muss ein Programmierfehler sein. Okay, in der heutigen Zeit ist diese Ausrede leider oft keine Ausrede. Dann haben wir wieder schöne Leserbriefe. Schöne, viele, kleine Zeichnungen der Fans. Und hier, so einer. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, aber so einer hätte ich, glaube ich, auch sein können. Mit so einem Outfit bin ich auch immer herumgelaufen. Herrlich. Ach, die ist so eine schöne, tolle Decke. Herrlich. Also, wenn man die noch irgendwo herkriegen würde, die ist dann natürlich echt klasse. Sehr schön. Aber kommen wir gleich zu dem Titelthema. Super Mario All-Stars. Das war ja so eine Art, ich weiß nicht, ob es das erste quasi HD-Remake der Welt ist. Aber zumindest eines der frühen, sehr populären. Und zwar haben die sich einfach die vier, ja, vier Super Mario-Spiele von den NES genommen. Und das quasi mit dem Sprite-Set vom Super Mario World aufgebessert. Und dadurch war es alles etwas zugänglicher. Warum vier Spiele? Ja, weil die meisten werden es von euch wahrscheinlich wissen. Super Mario Bros. 2 eigentlich Doki Doki Panik war, was hier für uns Europäer und für die Nordamerikaner rüberportiert wurde. Der eigentliche Super Mario Bros. 2 Titel, der in Japan erschienen ist, der ist hier unter Lost Levels quasi erschienen. Deswegen ist auch der zweite Teil so ganz anders als alles, was davor und was danach kam. Was, ja, einfach ein anderes Spiel war. Aber ich fand es eigentlich nicht schlecht, weil, ja, Lost Levels, das ist im Prinzip wie der erste Teil. Also große Unterschiede habe ich da jetzt nicht festgestellt, wobei ich jetzt auch nicht großartig reingespielt habe. Ist hier nicht erschienen, weil die Japaner dachten, das wäre für uns zu schwer. Und deswegen haben sie halt das genommen. Also ich mag den zweiten Teil, der hat so einen ganz eigenen Charme irgendwie. Man wirft mit Rettichen und so weiter. Ja, man kann endlich speichern, was natürlich herrlich war. Hier zeigen sie so ein bisschen, wie das aufgehübscht wurde. Also ich fand dieses Remake wirklich sehr, sehr klasse. Das war ein echtes super Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals vom Original hatte oder ob ich das beim Kumpel gespielt habe. Aber es war natürlich herrlich, diese alten Spiele nochmal zu spielen. Und Super Mario Bros. 3 vor allen Dingen ist natürlich einer dieser wirklich ganz, ganz großen Titel, die einfach zeitlos sind. Das ist für mich einer der Höhepunkte der Super Mario Reihe. Wobei ich ja natürlich auch eher die 2D Marios, ja, gut finde. Hier sieht man natürlich, wie das alles schön aufgebessert wurde. Da wurde natürlich hier, was Mario angeht und so weiter, so hauptsächlich zumindest ein ähnliches Spriteset wie Super Mario World genommen. Damit das einfach alles ähnlich aussieht, ne. Herrlich. Hier haben wir den Super Mario Bros. 1, 2. Wobei, also ich weiß noch, als ich wirklich das NES hatte und Super Mario Bros. 1, ich war wirklich fasziniert, wie sich das alles gespielt hat. Das ist wirklich klasse. Mehr über das Spiel des Jahres. Ach, ein Remake als Spiel des Jahres hinzusetzen. Ja, was ist denn mit dem Jahr sonst noch so erschienen? Also es war, ich glaube, nicht das Spiel des Jahres. Das ist natürlich ein super Spiel. Aber so gesehen ist es ja nur ein HD-Remake. Aber es ist natürlich ein Must-Have. Vor allen Dingen, weil man wirklich diese alten Titel super noch, ja, etwas aufgehüpft spielen kann. Star Wing. Okay, da scheint hier, wir gehen hier Level 2 weiter. Scheint Komplettlösung zu sein. Ich schätze mal, dem wahr ist das hier wahrscheinlich. Baut das auf der Vorgängerausgabe irgendwie auf? Ja, diese frühen 3D-Titel. Wie gesagt, ich bin kein Fan von dem Super FX-Chip. Ich finde es einfach heute nur noch hässlich, gefühlt mit 10 Frames per Second als Ray-Shooter irgendwo rumzufliegen. Ich habe es auch schon damals nicht so wirklich nachvollziehen können. Aber ich war auch immer so ein bisschen Gegner von diesen frühen 3D-Spielen. Auch so als Quake 1 und sowas aufkam, da dachte ich mir immer so, ja, guck dir Duke Nukem 3D an. Das sieht auch klasse aus. Man nutzt Sprites. Also, warum denn? Okay, heutzutage führt natürlich kein Weg mehr drumherum. Mystic Quest Legends. Ja, beziehungsweise hieß das nicht bei uns nur Mystic Quest. Auf jeden Fall für Super Nintendo, da habe ich ja auch die große Big Box dabei. Ja, kann man so ein bisschen als Einsteiger japanisches Rollenspiel bezeichnen. Also ein Einsteiger-JRPG ist sehr simpel, sagen wir es mal so. Es ist auch nicht großartig schwer. Hat diese rundenbasierten Kämpfe. Also das Spiel macht nicht so richtig was falsch. Aber man merkt schon, dass es eher so, ja, ein bisschen Larifari angelegt ist. Also klar, wenn ihr mal in JRPGs reinschnuppern wollt, würde ich euch das Spiel auf jeden Fall mal empfehlen, weil das relativ simpel ist. Aber, ich weiß nicht, bei dem Spiel fehlt so das gewisse Etwas. Vor allen Dingen habe ich Secret of Mana zum Beispiel. Okay, Secret of Mana hat ja zum Beispiel jetzt nicht diese rundenweisen Kämpfe wie Mystic Quest. Aber ich habe Secret of Mana zuerst gespielt. Dann hörte ich, oh, so Rollenspiele gibt es ja noch mehr auf dem Super Nintendo. Weil damals war man nicht unbedingt super informiert, was es sonst so gab. Und da habe ich mir halt dieses Mystic Quest auf dem Flohmarkt, glaube ich, gekauft. Und da habe ich da so reingespielt und so, ja, aber das ist ja nicht so richtig Rollenspiel. Secret of Mana war ja schon irgendwie besser. Da kann ich mir ehrlich gesagt nur erklären, warum das hier in das Club Nintendo Magazin gelandet ist. Weil die Leute wahrscheinlich an Marketingkosten ein bisschen was springen haben lassen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil die Katze ist cool. Sie kratzt und beißt und so weiter. Ich habe es ja schon meiner Retro-Panna-Quizze-Folge mal angezockt. Es hat einfach einen relativ schlechten Ruf. Es ist kein Totalausfall auf jeden Fall. Aber richtig gut ist es auch nicht. Also das ist wieder so, das war die Zeit der Plattformer-Maskottchen. Und die mussten alle natürlich edgy sein. Das sieht man natürlich hier auch an der Zeichnung und so weiter. Und cool und so weiter. Da steht es ja auch schon. Ja, aber irgendwie ist das Spiel so unterer Durchschnitt. Also da hätten sie ein bisschen weniger Geld in das Marketing buttern sollen. Und vielleicht etwas mehr in die Entwicklung. Also richtig super klasse ist es nicht. Wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nur erklären, dass es deswegen hier drin gelandet ist. Also keine Ahnung. Also ich habe es glaube ich über das erste Level bei Retro-Panna-Quizze nicht großartig hinaus geschafft. Das ist natürlich jetzt mal schön. Immerhin scheint sie sich ja wirklich Mühe gegeben zu haben. Wir haben hier einen Jahrmarkt. Wir haben hier so ein bisschen Wehen-Westen. Was ist das hier? So eine Flusslandschaft mit Dämmen und so weiter. Ja, also immerhin scheint es abwechslungsreich zu sein. Aber ja, richtig gut ist nicht. Aber was richtig gut ist, ist das hier. Und zwar ist es ein frühes Werk von Blizzard. Wo es noch nicht Blizzard hießen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit Digital, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein frühes Blizzard-Spiel. Heute natürlich als legendäres Entwicklerstudio bekannt. Wobei diese in letzter Zeit mit Diablo Immortal sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Aber es ist eine super Puzzle-Plattformer. Und zwar spielt ihr diese drei Wikinger, die von Aeans entführt wurden. Und ihr müsst euch halt zurückkämpfen. Und jeder von denen hat seine eigenen Eigenschaften. Hier Olaf zum Beispiel, der mit dem Schild kann Angriffe blocken. Der kann schlagen mit seinem Schwert und so weiter. Und diese Fähigkeiten müsst ihr halt kombinieren. Zum Beispiel ist dann halt so, dass der Olaf quasi irgendwelche Schießanlagen so blockiert. Und die anderen können die dann quasi in Ruhe ausschalten und so weiter. Oder auch hier zum Beispiel, der Olaf hält das Schild nach oben, bietet das als Plattform. Und dann springt ihr und so weiter und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr schöne Grafik. Hier gibt es natürlich auch einiges einzusammeln. Hier haben sie so ein paar Beispiel-Devile aufgezeigt, was einen so erwartet. Finde ich herrlich. Ist ein sehr schöner Puzzle-Plattformer. Vor allem, die gab es damals oder diese Thematik gab es zumindest in der, mit dem Polish ja nicht so unbedingt. Also da haben sie das zu Recht auch vorne hingepackt. Tipps und Tricks. Falls ihr noch Tipps und Tricks braucht. Ja, gucken wir mal. Parodios, noch schwerer. Oh ja. Da diese Shoot-Em-Ups ja schon zu einfach sind. Das haben wir nicht. So bei Mario Kart. Battle-Modus. Blablabla. Ein roten. Wenn einer der beiden Spiele einen roten Schildkrötenpanzer besitzt, kann sich der zweite Spieler normalerweise nicht mehr retten. Naja, okay. Außer man fährt straff um die Kurve oder sowas. Der Panzer findet ihn auf alle Fälle. Es sei denn, man benutzt unseren neuen Trick. Wenn du mit deinem Kart exakt an der Streckenabgrenzung entlangfährst, kann dich der gegnerische Schildkrötenpanzer nicht finden und treffen. Okay. Also scheine ich ziemlich was drauf zu haben, was Tipps und Tricks angeht, würde ich sagen. Spielerprofil. Ja, so sah man in den 90ern aus auf jeden Fall. Herrlich. Klassik-Tipp. Super Mario Bros. 3. Ist klar, mit dem Remake, dass sie das auch da haben. Top Gun. Ja, Top Gun. Das ist Second Mission. Ich glaube, ich habe den ersten Teil im Kopf. Spielerprofile. Aber die waren ja, glaube ich, relativ neu, oder? Die sagen wir nichts. Magic Request. Natürlich super Spiel. Das Poster ist ja geil. Das schien ja wirklich so die Zeit zu sein, wo das legendär schlechte Super Mario Bros. Film rausgekommen ist. Das ist hier als Poster drin. Herrlich. Also ich habe ihn persönlich noch nicht geguckt, aber ich habe natürlich diverse Kritiken bei mir auf YouTube reingezogen. Das scheint ja echt legendär schlecht zu sein. Vor allem, weil er mit dem eigentlichen Spiel nicht so wirklich was zu tun hat. Außer, dass er sich vielleicht so ungefähr ganz grob an den Szenario orientiert hat. Aber, na gut, jetzt schauen wir uns mal die Charts an. Laser, Super Nintendo und Zelda. Unterschreibe ich. Super Mario Bros. auch. Street Fighter 2 auch. Mario Kart auch. F-Zero auch. SimCity auch. Mario Paint. Okay, ist natürlich aus heutiger Sicht, ja, also da würde ich hier Turtles in Time vor Mario Paint irgendwo setzen. Ja, Super Soccer. Ich weiß nicht. Und Pilotwings. Pilotwings finde ich persönlich geil. Finde ich sehr unterschätzt. Gucken wir mal, was die Profis. Super Mario Bros. Okay. Und verändert quasi Magical Quest. Sehr gut. Tiny Toon Adventures. Sehr gut. Super Mario Kart. Street Fighter 2. SimCity. Castlevania 4. ActRacer Parodios. Ganz ehrlich, hier stimme ich den Profis irgendwie mehr überein. Hier sind vier, viel bessere. Zum Beispiel hier Castlevania zum Beispiel. Warum ist das hier oben nicht drin? Oder Magical Quest ist auch super Spiel. Okay, ActRacer kann ich verstehen, weil es einfach für viele wahrscheinlich etwas ungewohnt war. Aber, naja. Na gut, schauen wir mal. Game Boy, Super Mario Land 2. Gut, ist klar. Super Mario Land. Mystic Quest bei den Profis. Kann ich mir das schreiben. Tetris. Klar. Super Mario. Mega Man. Mega Man 2. Gargoyles Quest. F1 Waste. Tetris. Ja, Dangerous Chase ist nicht so geil. Ducktales ist ziemlich geil. Gargoyles Quest. Quirk. Jawohl. Da kann ich nicht eindeutig sagen, welche ich eher unterschreiben würde. Da sind natürlich viele Feinde. Hier müssen wirklich Ducktales drin sein. Zum Beispiel. Da zum Beispiel. Ja, Dangerous Chase irgendwie austauschen. Quirk ist auch geil. Wobei es natürlich. Ich habe ja diese meine Top 20 Game Boy Spiele gemacht. Das ist echt schwer, sich wirklich ein paar herauszupicken und die als geil zu, ja, auf eine bestimmte Zahl das festzulegen. Das ist echt nicht einfach. NES ist natürlich jetzt schon langsam die Spielebibliothek dann durch, ne. Auch hier, Zelda 2 habe ich ja schon beim letzten Mal so ein bisschen verwundert festgestellt. Aber da habt ihr ja ganz gute Begründungen in den Kommentarfeld gemacht. Zum Beispiel, dass das eingedeutscht war damals. Was nicht selbstverständlich war. Jetzt war mal Brothers. Die dominieren natürlich die Listen. Mega Man. The Guardian Legend. Sagt mir gar nichts. Hm. Mega Man 4. 2. Star Tropics. Ja. Brothers 3. Zelda. Star Tropics. X-Docker Mario. Hier ist natürlich Zelda 2, was ja in der Retro-Perspektive auch realistischer ist, hinter Zelda 1. Little Nemo. Manic Mansion. Ach, herrlich. Muss ich mir, glaube ich, auch immer mal für das NES holen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich Werbung für Super Nintendo. Haben sie sich ein schönes Teil auf jeden Fall, Titel herausgesucht dafür. Was ist hier? Gewinnspiel wahrscheinlich. Hm. Können wir vielleicht noch daran teilnehmen. Und hier. Also an diese Grafiken kann ich mich sehr gut daran erinnern. Aber ich weiß nicht, ob ich genau diese Ausgabe auch damals gehabt habe. Das kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen. Aber diese Grafiken, okay, die wurden natürlich auch diverse Male benutzt, sage ich mal. Ach, diese herrlich leicht verschwommenen Screenshots. In der heutigen Zeit ist es natürlich kein Problem, saubere Screenshots zu machen. Aber damals musste man das ja quasi theoretisch abfotografieren oder ähnliches. Herrlich finde ich einfach klasse. Also für mich das beste Gameboy-Spiel ever und teilweise vielleicht sogar bestes Zelda-Spiel ever. Aber na gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ja, leider ist die Vorschauung hier sehr kurz. Aber da sieht man, dass das wirklich so der erste Teaser war, wo man hier auch die neuen Gegenstände alles gesehen hat. Ja gut, das stellen sie hier natürlich als tolles Gegenstand dar, aber es ist natürlich hier als Symbol dieser Tausch-Quest-Reihe natürlich anzusehen. Herrlich. Ich mag das Spiel einfach. Battletoads and Ragnarok's World. Da habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Ist ein solides Beat-em-up. Ist auch nicht ganz so hart wie das NES-Vorbild. Natürlich hier die Battletoads typisch. Die Turtles waren sehr erfolgreich. Da wollen natürlich andere Firmen auch ihre Scheibe abschneiden oder ihren Teil von diesem Markt haben. Und dazu muss man natürlich hier... Ist eigentlich logisch. Sind auch Amphibien. Also so gesehen, auf sehr, sehr fürchtigen Blick sehen sie sich schon so ein bisschen ähnlich. Also ein bisschen natürlich. Das ist natürlich nur mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, also das spielt sich auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Auch hier wieder ausführliche Level-Beschreibung. Finde ich natürlich immer klasse. Mystic Quest. Ja, ist ja damals an mir komplett vorbeigegangen. Habe ich ja mittlerweile nachholen dürfen. Ist, wie ich auch gehört habe, ein großer Favorit von euch vielen. Das scheint hier aber ehrlich eher so eine Komplettlösung zu sein. Das ist jetzt nicht Spielvorstellung, sondern eine Komplettlösung. Oh ja, der Dark Lord und dann wird man da wieder vom Schiff runtergeworfen, glaube ich war das. Das hier finde ich auch sehr schön. Da wird einfach mal so kurz gezeigt, wie so ein Spiel entsteht. Hier Charakterdesign, Musik, Programmierer und so weiter. In der heutigen Zeit ist sowas natürlich wesentlich präsenter. Wie entsteht ein Stück Software, wie entsteht ein Spiel und so weiter. Aber hier, sehr schön. Das Comic, wenn ihr es genauer lesen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht pausieren. Ich halte auch meine Griffe weg. Habt ihr? Sehr schön. Sehr schönes Comic mal wieder natürlich. Ich mag ja diese Zeichenszenen. Oh, es sind sogar so mehrere Seiten. Nochmal Finger weg. Könnt ihr nochmal pausieren und einen Gruß machen und gucken. Ab da. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Darkwing Duck. Ja, herrlich. Das ist natürlich die NES-Version. Gab es ja auch auf dem Game Boy, wo das quasi 1 zu 1 umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob es 1 zu 1 umgesetzt wurde, aber zumindest sind da viele Elemente mit dabei. Darkwing Duck fand ich damals immer wirklich klasse. Das war einer von diesen Disney-Zeichentrickserien, einer meiner liebsten. Neben, also DuckTales fand ich am allerbesten, aber dann kamen schon hier Chip and Chap und Darkwing Duck hier. Captain Baloo fand ich immer so okay, aber ihn fand ich immer geil, weil er halt so Slapsticks-mäßig unterwegs war. Aber hier, wie gesagt, die Game Boy-Version kann ich euch auch nicht sehr, sehr ans Herz legen. Ja, spielt sich so ein bisschen wie Mega Man, würde ich sagen. So ganz grob. Ja, der Kirby ist natürlich ein wirklich klasse Spiel. Auch das scheint eher so komplett lösungsmäßig unterwegs zu sein. Wobei, naja, Komplettlösung vielleicht nicht unbedingt. Ist auch ein relativ einfaches Spiel. Also das braucht man da auch nicht unbedingt. Aber na gut, wer das nicht gespielt hat, der weiß ja nicht. Es ist einer dieser Must-Haves von damals eigentlich mal. Mega Man 3 und 4. Also die haben schon noch eine relativ große NES-Ecke. Dafür, dass das NES ja quasi am Aufsterben war. Ja, diese Mega Man-Sachen bin ich ja leider nicht so ganz in der Thematik drin, muss ich sagen. Aber ich habe gehört, ab da wird es richtig geil. Ja, dann sind wir auch schon durch. Dann haben wir hier die Rätsel. Da hat sich mein Vorbesetzer schon mal etwas ausgetobt. Hier noch ein bisschen Werbung zum Super Nintendo mit Street Fighter 2 und nicht das Turbo. Ja, und hinten haben wir hier nochmal Battletoads und Wagner Works World. Und natürlich auch die Super Nintendo-Version. Also, dann sind wir jetzt schon wieder durch. Ha, ging doch schneller als erwartet, oder? Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesen alten Magazinen wie ich. Und das wird bestimmt auch nicht das letzte Video sein damit. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschöön Hallo ihr fantastische Menschen da draußen Wie ihr schon am Titel gesehen habt, blättern wir heute wieder und heute ist die Ausgabe vom Oktober 1993 dran Street Fighter 2 Turbo, großes Thema außerdem gufzoop 1A Spiel freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da gleich reinblättern und Battletoads auf dem Super Nintendo und auf den Gameboy Battletoads dürfte ja auch jedem ein Begriff sein Jetzt sind wir wieder einen Schritt zurück im Vergleich zur letzten Folge. Das Magazin war noch umsonst, natürlich nur gegen den Club Nintendo Ausweis, aber ganz ehrlich, ich glaube, den hatten wir doch alle irgendwie, oder? Aber genug davor Rede, blättern wir mal gleich rein. Ja, es sieht eigentlich relativ übersichtlich aus, dafür, dass ja der Oktober eigentlich so eine Saison ist, wo es viele, viele, viele Neuerscheinungen gibt, weil das Weihnachtsgeschäft kommt bald. Also mittlerweile ist es ja so, momentan, dass eigentlich die ganzen großen Spiele-Franchises September, Oktober so in dem Dreh irgendwie erscheinen. Also Call of Duty, dann Battlefield, wenn es dann erscheint, so war es halt alles, weil damit man richtig zum Weihnachtsgeschäft schön da ist, eigentlich ist die Flaute immer eher so Januar, Februar normalerweise. Aber, na gut, das war vielleicht damals noch etwas anders. Schauen wir mal rein, Super Nintendo haben wir Street Fighter 2 Turbo, Battletoads and Battle Maniacs, Goof Troop, Super Mario All-Stars, The Lost Vikings, Bubsy, Mystic Quest, Legend, auf den Game Boy. Ach, Link's Awakening, herrlich. Und Battletoads and Ragnarok's World, da habe ich sogar schon einen Test zu gemacht. Acht Seiten Zelda, ja, ist nicht verkehrt. Und NES, Körbis Adventure, gut, zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass das NES schon so langsam am Aussterben war. Und natürlich so das Übliche. Ja, aber so einen kleinen Überblick, wie eine Zeitschrift gemacht wird, sollte in vielen bekannt sein, denke ich mal. Wieder mal die schönen, schönen Laserzeichnungen. Und hier, das wäre für mich damals ein Traum gewesen, hier im linke Outfit rumzurennen. Und ich glaube, der, der hat gewonnen. Also so ein Kinderzimmer, welcher ich damals gerne gehabt habe. Ich hatte ja keinen Fernseher in meinem Zimmer damals. Obwohl, so im Nachhinein gestört hat es, glaube ich, nicht unbedingt. Aber der scheint da sehr, sehr gut ausgestaltet zu sein, mit so einem richtig schönen alten Röhrenfernseher, wenn ihr das sehen könnt. Herrlich. Ja, und jetzt steigen wir auch schon gleich rein. Street Fighter 2 Turbo. Ja, da habe ich eine ganz besondere Erinnerung. Und zwar habe ich das Spiel damals leider nicht gehabt. Aber der Kumpel eines Kumpels. Also mein Nachbar damals, der Cast, mit dem habe ich mich immer zum Spielen getroffen. Ich hatte einen Super Nintendo. Er hatte damals einen 286er, glaube ich. Das heißt, da leh ich meinen eigenen PC noch nicht. Das heißt, bei mir haben wir immer Konsole gespielt und bei ihm den Computer. Also, da haben wir sich immer ausgetauscht. Und der hat das dann Street Fighter 2 Turbo besorgt. Und das haben wir gezockt ein ganzes Wochenende lang bis zum Abwinken. Und wir haben es einfach gespielt und kam irgendwie nicht weiter und kam irgendwie nicht weiter. Und da weiß ich noch ganz genau, wo ich das Bild hier sehe. Genau so habe ich es dann durchgespielt. Die Kampagne. Weil man das so nennen kann. Und zwar einfach den Honda genommen und diese Handattacke quasi missbraucht ohne Ende. Und damit alle besiegt. Es war ein bisschen cheesy so im Nachhinein. Aber es hat geklappt. Und ich hatte die Ehre wieder hergestellt, dass ich als Super Nintendo Besitzer das natürlich auch entsprechend zuerst besiegen konnte. Ist natürlich ein herrliches, zeitloses Spiel. Die meisten von euch werden es eigentlich kennen. Deswegen werde ich jetzt gar nicht mal so sehr im Detail darauf eingehen. Wie gesagt, hier der Honda. Ryo kennen. Die waren ja im Prinzip vom Moveset gleich. Chani mochte ich ja auch mal ganz gerne. Weil die diese quasi analog zum Honda diese 1000-Füß-Attacke oder keine Ahnung wie die hieß. Also nicht mit der Faust wie hier, sondern halt mit dem Bein. Fand ich auch immer schön. Ich finde aber auch bei Fighting-Spielen. Ich bin nicht gut in Fighting-Spielen. Um Gottes Willen. Ich bin nicht gut. Aber ich mag eher die Frauen, weil die halt so meistens halt ein bisschen agiler sind. Da kann man eher mal ausweichen und so weiter. Ich bin nicht so für diese schwerfälligen, wie zum Beispiel Zangief oder ähnliches. Ach, hier haben wir ihn zum Beispiel. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber es ist schön, wie viele verschiedene Kampftechniken, die hier wirklich reingeführt haben. Der Zangief ist halt wirklich dieser schwerfällige Wrestler. Dalsim. Dalsim fand ich bei der Kampagne gegen Komshooter immer sehr, sehr nervig. Weil der hat ja die Besonderheit, dass das ja ein Yogameister ist. Und deswegen irgendwie seine Arme und Beine so ganz extrem dehnen kann. Und dadurch hat er natürlich eine unheimliche Angriffsreichweite. Ja, das ist gegen Komshooter. Fand ich zumindest damals immer sehr schwer anzutreffen. Der Gulli... Gulli... Wie wird er ausgesprochen? Geil? Gulli? Gulli? Ja. Das ist so ein Standardkämpfer, würde ich sagen. Der hat halt, ja, nicht so was Besonderes in der Hinsicht. Hier so ein Sonic Kick, der ist ganz cool. Aber naja. Besonders in der Version waren ja hier, dass diese Fieslinge, die vier Endbosse, die konnte man, glaube ich, vorher nicht spielen. Ich weiß gar nicht, ob die schon drin waren im normalen Street Fighter 2 Teil oder nicht. Aber auch da fand ich, bin ich gar nicht so der Fan von denen irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Weil Bayrock ist halt Boxer, der ist auch eher schwerfällig. Zagat, ja, der ist in Ordnung. Vega ist cool zwar mit seiner Kalle, aber mit dem kam ich auch irgendwie nie zurecht. Ich weiß auch nicht. Und Bison ist natürlich hier wegen seinem Psycho-Crasher-Attack, wie es anscheinend heißt, legendär, dass er halt so in Flammen gehüllt kurze Zeit fliegen kann. Ist natürlich herrlich. Also es ist ein wunderbares Spiel. Ich denke mal, das würde euch allen was sagen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so im Detail drauf ein. Absoluter Pflichttitel für mich natürlich so das erste Fighting-Spiel, mit dem ich in Verbindung kam. Und dadurch hat das einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier schon hunderte von dem Genre gespielt habe. Das ist einfach nicht so unbedingt meins. Ich weiß auch gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht so mein Genre. Ich weiß auch nicht, warum. Battletoads. Ja, Battletoads wurde ja Ende der 80er so als Gegenentwurf zu den Turtles entwickelt. Ja, die Verwandtschaft, die sieht man ja relativ eindeutig. Statt Schildkröten sind halt Kröten. Ich weiß, sehr kreativ. Aber die Turtles, die waren halt damals überall und super, super erfolgreich. Da wollte man natürlich was von dem Kuchen abhaben. Ja, der NES-Titel ist ja legendär, berüchtigt dafür, dass der schwer ist. Den NES-Titel habe ich allerdings nicht wirklich, also den Super Nintendo-Titel, habe ich nicht wirklich gespielt, ehrlich gesagt. Es ist auch so eine Wissenslücke, die bei mir noch fehlt. Aber wenn ich hier so die Level mir anschaue und so weiter, sieht das so nach Standard-Battletoads-Kost aus. Auch so vom allgemeinen Level-Design und vom Aussehen und so weiter. Berüchtigt sind ja dieses Speeder-Bike-Level, wo man auf dem Speeder-Bike, also so einer Art Motorrad, das schwebt, entsprechend ein autoscroiendes Level hat und entsprechend Hindernisse ausweichen muss. Ist sehr, sehr knackig, weil man da sehr, sehr starke oder schnelle Reaktionen haben muss. Ansonsten ist das ein solides Spiel auf jeden Fall. Schönes Beat'em-Up-Thematik passt, aber wie gesagt, irgendwie finde ich, dass da die Battletoads-Spiele so vom allgemeinen Design und so weiter. Also klar, das ist ein 16-Bit-Spiel, aber ich meine, das NES-Spiel sieht im Prinzip genauso aus. Genau dieselbe Umgebung und so weiter. Irgendwie hätte ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Variationen, mehr Mut zu neuem innerhalb dieses Universums. Hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ist ja, glaube ich, ein neuer Battletoads-Teil jetzt angekündigt worden. Schauen wir mal, was das wird. So alte, auch hier diese Level. Das gab es auf dem Game Boy zum Beispiel auch. Kommen wir gleich noch zu. Aber man sagt sich dann so ab und muss dann halt hier entsprechend den Stacheln natürlich ausweichen. Gab es, meine ich, auch schon auf dem NES, nur dass es da keine Stacheln waren, sondern irgendwas anderes. Frag mich jetzt nicht, was genau im Kopf, aus dem Kopf, aber ja, das ist halt, ne, immer diese selben Abschnitte, nur die sehen vielleicht marginal anders aus. Aber ja, so ein bisschen mehr Mut zu was Neuem, ein bisschen mehr, ein paar neue Impulse hätten der Serie, glaube ich, ganz gut getan. Was sehr gute neue Impulse gesetzt hat, ist Guftube. Der Guftube wird ja eigentlich überall abgefeiert ohne Ende. Das steht in vielen Hidden Gem-Listen für das Super Nintendo und wird immer gelobt ohne Ende. Aber ehrlich gesagt, das wird schon so oft erwähnt. Ich glaube gar nicht, dass es mehr ein Hidden Gem ist, sondern einfach nur ein Gem. Also ein sehr gutes Spiel, was nicht unbedingt jeder so auf dem Radar hat, aber das ist prima. Und zwar ist das so dieser Serie, gab es ja damals mit den Goofy und den Max, hieß er, glaube ich, gab es so eine Zeichentrick-Serie. Die fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Wobei ich da langsam in dem Alter war, wo man so Zeichentrick eher nicht mehr so geil fand irgendwie. Da hätten sie wesentlich schlechteres machen können. Und zwar gucke ich mal kurz, ob man hier mal ein bisschen was Besseres sieht. Und zwar ist das nämlich ein Rätselspiel im Prinzip. Es ist keine Standardplattformer oder ähnliches, wie man hier schon an den Grafiken sehen kann. Ihr steuert entweder Goofy oder Max. Ihr könnt das Spiel aber auch zu zweit spielen, wo beide auf dem selben Bildschirm sind. Und ähnlich wie Zelda bewegt man sich von Bildschirm zu Bildschirm. Und auf diesem Bildschirm muss man immer Rätsel lösen. Also Rätsel in dem Sinne, dass man meistens irgendwelche Sachen verschieben muss oder Gegenstände einsammeln muss, womit man denn weiterkommt. Zum Beispiel seht ihr in einem Bildschirm, oh, da ist jetzt ein Fluss dazwischen. Wie komme ich da hin? Ja, aber zwei Bildschirme weiter gibt es einen Enterhaken. Dann geht ihr wieder da hin. Mit den Enterhaken könnt ihr dann wieder über den Fluss rüber und so weiter. Also die Rätsel, das sind jetzt keine super, super extremen Kopfnüsse. Aber es ist trotzdem interessant, denn der ganze Zeit müsst ihr natürlich Gegnern ausweichen und bekämpfen. Da ihr natürlich Goofy seid, habt ihr natürlich keine Knarre in der Hand oder ähnliches. Also dann müsst ihr meistens so, dass ihr irgendwelche Kisten auf die drauf werft oder irgendwelche Blöcke zu denen hinschiebt und so weiter. Macht sehr viel Spaß, hat sehr, sehr viel schönen Charme. Ich wundere mich gerade nur, dass hier nicht so viele Zeichnungen, die haben gar nicht so viele normale, große Screenshots, wie sie es normalerweise machen. Die konzentrieren sich hier sehr darauf, so die einzelnen Bildschirme abzubilden, aber nicht mal so einen Bildschirm in groß. Aber hier sieht man mal, wie verzweigt das ist. Und dann gibt es halt diese einzelnen Level-Aufschnitte, wo man sich dann quasi vom Bildschirm zu Bildschirm kämpfen muss, bis man natürlich dann in einem entsprechenden Boss landet. Ja, ich wundere, dass wir da keine Großaufnahme haben. Aber es scheint wirklich so eine Ausgabe zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so diese ersten Club-Nintendo-Ausgaben sind, wo sie sich sehr, sehr, sehr viel Platz und Zeit auch für die einzelnen Spiele genommen haben. Wenn man bedenkt, wie jetzt glaube ich die letzte Ausgabe war, wo teilweise wirklich nur eine Seite für ein Spiel war. Da haben sie hier eher so Masse statt, eine Klasse statt Masse, so haben sie sich dazu entschieden. Finde ich persönlich auch gar nicht so verkehrt, wobei natürlich in der Anfangszeit, das Super Nintendo war das ja, da gab es vielleicht noch nicht so viele Spiele, wo man jetzt hätte drüber berichten können. Aber es ist sehr empfehlenswertes Spiel. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, solltet ihr auf jeden Fall mal in Goof Troop mal reinspielen. Sehr, sehr schönes Spiel. Gibt auch ein Passwortsystem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, ihr müsst nicht alles an einem Stück durchspielen. Super Mario All Stars. Wunderbares Spiel. Also Sensation des Jahres. Weiß ich nicht unbedingt, was da noch dieses Jahr erschienen ist. Aber auf jeden Fall ein wunderbares Spiel. Und so, ich glaube so das erste quasi HD Remake, somit an das ich mich erinnern kann. Die haben einfach die ersten drei Teile plus den Lost Levels Teil, der ja in Super Mario Land 2 in Japan war. Bei uns ist ja, was da als Super Mario Land 2 erschienen ist. Achso, Super Mario Bros, nicht Land. Oh Gott, das werden die Land-Spiele, das sind ja die Gameboy-Spiele. Super Mario Bros 2 erschienen ist. Das war ja in Japan eigentlich, glaube ich, Toki Toki hieß das oder so ähnlich. Und wurde dann halt hier mit entsprechenden Mario Sprites einfach portiert. Deswegen spielt sich dieser Teil auch so komplett anders. Der Gaming Historian hat ein schönes Video dazu, wenn ihr da euch mal interessiert seid, warum genau. Aber ich weiß nicht, was dachten die halt, die doofen westlichen Leute, für die ist das zu schwer. Und deswegen haben sie ein vermeintlich einfaches Spiel halt einfach portiert. Das ist auch wirklich schwer. Ich bin eigentlich auch so im Nachhinein ganz froh, dass das nicht Super Mario Bros 2 bei uns war. Weil es ist im Prinzip Super Mario Bros 1, nur halt ein bisschen mehr davon. Auf jeden Fall haben sie diese vier Teile genommen und hat diese 16-Bit-Spiele-Grafik draufgesetzt. Und dann konnte man einfach die spielen. Das war prima, weil ich hatte zum Beispiel als Kind auch nur auf dem NES nur den ersten und den zweiten Teil. Den dritten Teil habe ich immer beim Kumpel gespielt. Und dadurch konnte man da nochmal den dritten Teil auch schön spielen. Und dieser dritte Teil ist natürlich klassisch pur. Es ist meiner Meinung nach mit das beste Super Mario-Spiel, Jump'n'Run, was es gibt. Klar, so Mario Bros 2 und 1 ist natürlich auch noch super. Aber das war halt so die Krönung des NES, dieser Teil auf jeden Fall. Und das nochmal quasi als HD-Remaster zu sehen, ist natürlich super. Lost Vikings auch super von einer mittlerweile relativ unbekannten Firma, Blizzard. Also damals hießen sie noch Silicon Synapse. Heute ist es in ja Blizzard, in diesem großen Konvolut mit Activision drin. Sollte eigentlich jeden Begriff sein. Auch ein sehr, sehr schöner Spiel. Auch ein Action-Puzzler. Und zwar habt ihr die drei Wikinger, habe ich auch schon Tests zugemacht. Die drei Wikinger, die verschiedene Eigenschaften haben. Also gibt es den mit dem Schild, den mit dem Bogen. Ihr könnt euch schon denken, wie man die eventuell so ein bisschen einsetzen kann. Und da müsst ihr halt Rätsel lösen. Und zwar die drei Wikinger wurden von Aids entführt und müssen sich da jetzt irgendwie jetzt rausknobeln. Und zwischen den Charakteren schaltet ihr immer durch und müsst halt dadurch diese Rätsel schießen, äh, schießen, lösen. Gottes Willen. Ich habe gerade hier Badiok schießt gelesen und deswegen kam ich dazu. Also hier sieht man zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der Schildträger, ach der Olaf heißt da, blockt zum Beispiel entsprechende Projektile ab. Und mit dem Bogenschützen schießt ihr dann halt entsprechende Gegner kaputt. So was, solche Knobeleien halt. Ja, das geht natürlich hier. Man sieht, die Level sind sehr, sehr verwinkelt. Und dadurch müsst ihr halt immer diese Eigenschaften dieser Kämpfer möglichst gut ausnutzen. Schöne Knobelei ist nie zu schwer. Habt ihr auch viel, 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 viel mit zu tun. Boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Level es noch genauer gab. Aber es gab auf jeden Fall ordentlich und die brauchen auch teilweise echt Hehlenschmalz und natürlich auch viel Trial and Error auf jeden Fall. Tja, kommen wir zu Babsi. Tipptopp Spiel, wie wir alle wissen. Wobei also so ganz so schlecht wie der Ruf ist, ist es eigentlich nicht. Es ist halt einfach so ein durchschnittliches Spiel. Es macht jetzt nicht alles super, aber könnte auch wesentlich schlecht sein. Aber steht natürlich so für seine Durchschnittlichkeit. Aber Durchschnittlichkeit eher am unteren Rand, nicht am oberen Rand, sage ich mal. Besteht halt dafür einfach dieser große Hype um diese Plattformer-Maskottchen. Jede Firma wollte unbedingt den nächsten Mario, den nächsten Sonic haben. Und so wurde das halt ständig gepusht und gepusht. Und jeder hatte ein eigenes Tier, was irgendwie was Tolles konnte. Babsi war halt so eine Sache davon. Also das Spiel ist nicht wirklich schlecht. Da gibt es wesentlich schlechtere auf dem Super Nintendo. Also das ist eine Plattformer natürlich oder Jumpman. Aber auch nicht so wirklich, wirklich gut. Die weiteren Teile, die werden immer schlechter, bis das natürlich irgendwann in Babsi 3D hieß es, glaube ich, endet. Aber ich glaube, das war dann für das Nintendo 64, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder für die Playstation. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ziemlich mies. Ja. Und jetzt kommen wir zum Poster. Sind wir schon zur Hälfte durch. Und das ist richtig cool, sehe ich gerade. Also ich habe mir die Zeitschrift selber noch nicht vorher angeschaut. Weil ich einfach so ein bisschen mit euch durchblättern will. Für euch würde das ja wahrscheinlich auch neu sein. Ja, schönes Link's Awakening Poster. Ja, geil. Ich glaube, das werde ich mir bei Gelegenheit mal rausnehmen und irgendwie schön einen Rahmen irgendwo aufhängen. Weil auch hier dieser Stil, ne. Das ist einfach Nostalgie pur. Und Link's Awakening. Ihr wisst, ich bin großer, großer Fan von dem Spiel. Schönes Poster auf jeden Fall. Ja, haben wir Mystic Quest Legend. Das Anfängerrollenspiel. Da haben wir ja auch schon in den letzten Folgen irgendwo schon mal so ein bisschen drüber schnabuliert. Ja, ist natürlich sehr, sehr auf die Basics beschränkt. Das Spiel sehr, sehr einfach. Auch da wieder analog zu diesem Super Mario Bros. Ja, Super Mario Bros. 2. Wo die Japaner dachten, die Europäer kriegen irgendwie unsere tollen, evitären Spiele nicht geschissen. Deswegen brauchen die hier so ein Anfängerkram. Ich bin kein großer Fan von dem Spiel. Ich habe mir da auch schon Tests zu gemacht. Ich habe es damals nach Secret of Mana gespielt. Das ist die Sache. Und wenn ihr Secret of Mana gespielt habt und dann hört, boah, das nennt sich Rollenspiel. Und da gibt es noch mehr von. Und guck mal, Mystic Quest, das habe ich damals auf dem Flohmarkt gekauft. Auch in der Big Box natürlich. Und da hatte der kleine Panda abgespeichert. Big Box gleich voll geil. Dann lege ich das ein und ja, es ist kein Secret of Mana. Überraschung. Aber als kleiner Stups weiß man das halt nicht. Also es ist kein schlechtes Spiel. Es ist wirklich ein Anfängerrollenspiel. Wenn ihr wirklich mal wissen wollt, wie sich so ein typisches japanisches Rollenspiel mit so Rundenkämpfen und sowas spielt, könnt ihr euch das mal anschauen. Aber dann gibt es natürlich in der Retro-Perspektive wesentlich, wesentlich bessere Spiele als das hier. Aber ich weiß, was sie damit versucht haben. Aber so mit der Zeit ist halt, ja, ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Project Reality mit 64-Bit in Zukunft. Hey, sag bloß, das ist so mit einer der ersten Teaser auf das Nintendo 64. Da hieß das ja, meine ich, noch damals so. Also da haben sie ja mit Silicon Graphics auf jeden Fall zusammengearbeitet. Das weiß ich aber, dass sie das so früh schon angekündigt haben. Von der China ist 96, 97 das Nintendo 64. Das ist nicht mehr so ganz meine Konsole. Deswegen kann ich da nicht so viel was sagen. Tja, das komme ich mal wieder. Anscheinend hier mit Dino-Thematik. Wie immer, ich halte es euch mal fest. Dann könnt ihr Space-Taste drücken, pausieren, euch das in Ruhe durchlesen. So. Zweite Seite. Oder die Seite 3 und 4. Mir wisst schon, was ich meine. Wunderbar. Haben wir es durch. Links Awakening. Wahrscheinlich sich wieder so ein bisschen auf komplett lösungsmäßig geschoben haben. Hier die einzelnen Leute vorgestellt. Finde ich so schön, wenn man im Spiel nur diese groben Pixel hat und hier diese offiziellen Grafiken dazu sieht. Herrlich. Erste Schritte. Wumpalas. Wumpalas war, ich meine, der erste. Ja genau, hier mit dem Gegner. Das ist auch so ein typischer Zelda-Endboss. Diese Schlange, die einen versucht, irgendwo runterzudrücken. Die gab es doch in Zelda 3 auf den Super Nintendo, meine ich auch auf jeden Fall. Ja, habe ich natürlich auch mein Let's Play. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich freue mich ja tierisch, tierisch auf Links Awakening, auf das Remake. Ich finde es so klasse, dass dieses Spiel nicht von Nintendo vergessen wurde und ein Remake gibt. Ich feiere das so ab. Ich finde den Grafiks hier von den Screenshots super. Ich hoffe, die verkacken es nicht aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Und ich habe es noch nicht vorbestellt, weil ich warte auf eine Collectors Edition. Ich gehe, ich hoffe, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, ich habe dazu keine Infos gefunden. Aber ich hoffe, dass es eine Collectors Edition gibt. Und die will ich mir dann natürlich auch besorgen. Im Zweifel, wie ich mich kenne, ist die super schnell ausverkauft. Aber ich kriege es gar nicht mit, dass sie plötzlich verfügbar ist. Das muss ich mir wahrscheinlich irgendwie teuer auf dem Zweitmarkt irgendwo her besorgen, was ich natürlich ein bisschen blöd fände. Auch hier schön die Karte, handgezeichnet, wunderbar. Die Djinn-Grotte, ja, ja, hier mit dem Boss. Das fand ich, da habe ich echt damals lange dran gebraucht. Da konnte man ja nicht schnell im Internet mal ein bisschen rumgoogeln, dass man da diese Vase nehmen muss, gegen die Wand schleudern muss, bis halt der Djinn dann halt da rauskommt. Echt eine feine Sache. Feine, feine Sache. Also, ich weiß nicht, das Spiel ist für mich, ich fühle mich da wie zu Hause quasi, herrlich. Einfach reinzusteigen, die Musik und alles. Ach ja, dieser Augapfel-Gegner, wo man erst in die Mitte immer mit dem Pegasus-Stiefel waren es, glaube ich, rennen muss, mit die sich teilen. Und dann konnte man die dann erledigen. War super, super, super schön. Ich würde gerne nochmal zurück in den kleinen Panda quasi von damals mich hineinversetzen, wo ich noch gar nicht die Lösung weiß und so weiter. Und diese Welt für mich vom Neuen einfach neu erleben, das wäre echt schön. Kann ich euch nur empfehlen auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich labere euch mit dem Spiel schon eh genug Erfolg, glaube ich. Ja, Battletoads und Ragnarok's World, da habe ich auch schon einen Gameboy-Test zu gemacht. Ist ein solides Spiel. Ist auch gar nicht so schwer wie... Oh, noch zwei Seiten. Da haben sie aber Gameboy jetzt aber hier relativ tiefschmütterlich behandelt, oder? Hier links im Baking ein paar Seiten und dann hier noch Ragnarok's World. Und das war's. Ich weiß, das ist ein schönes BTM-Up auf jeden Fall und ist auch nicht zu schwer. Ja, geht voll in Ordnung. Es ist solide auf den Gameboy auf jeden Fall portiert worden. Das war's dann auch schon. Ha! Faszinierend. Das sind noch zwei Gameboy-Spiele. Also in dieser Ausgabe haben sie echt sehr, 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 sehr wenige Spiele irgendwie. Ach, hier haben sie ein paar Endbildschirme. Ja gut, das dürfte Super Mario World sein. Das, boah... Kann man hier irgendwo... Also das ist bestimmt Castlevania. So. Das ist Star Topics, würde ich mal aus dem Bauch heraus schätzen. Das ist hier irgendein Football-Spiel. Und das sagt mir jetzt gar nichts. Hier so eine Pflanze. Kirby vielleicht, aber dann wäre Kirby irgendwie drauf. Hm. Ja, vielleicht sei es halt jeder klüger als ich. Aber ich schätze mal hier Castlevania, also das Super Nintendo Castlevania. Denn Star Topics, Super Mario World, hier irgendein Fußball- oder Football-Spiel. Ich gehe mal Football. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ach, nee. Vielleicht hier Super Mario in Time. Das scheint irgendwas Historisches zu sein. Ach, ist auch wurscht. Das ist die Zeno-Lexikon. Ja, was ist ein FX-Chip und sowas? Was ist ein Computer? Hm. Ganz wichtig. Bit-in-Byte, Arbeitsspeicher. Finde ich schön, dass wir sowas immer eingebaut haben. Ja, Kirby's Adventure. Ein wunderbares NES-Spiel. Aber auch hier, wie man sieht, sind sie da schon weit weg von der Erstvorstellung. Und stellen so ein bisschen die Level vor. Ja, es sollte auch jedem bekannt sein. Natürlich Pflichttitel für den NES. Wobei ich ja gehört habe, dass das zweite Teil sogar noch besser sein soll. erschienen sehr, sehr spät, hat daher auch grafisch, finde ich, sehr, sehr viel rausgeholt. Da weiß ich noch, wie ich damals, es war nicht diese Ausgabe, aber andere Ausgaben, ich glaube, wo es angekündigt wurde, durchgeblättert habe und so. Boah, das ist ein NES-Spiel. Das sieht ja super aus. Ich habe es damals leider nie gespielt, aber Kirby geht natürlich immer. Da braucht man nicht groß was sagen. Den gibt es ja heute immer noch. Ich sage nur Switch und so weiter. Ja, wir brauchen mal eine schöne Werbung für All-Stars. Finde ich etwas verwirrend. Hier steht was, hier. Man kann ein Logo irgendwie gar nicht so richtig gut erkennen. Ich bin jetzt kein Marketing-Fachmann, aber heute würde man das, glaube ich, anders machen. Verschiedene Schriftarten und Farben und sowas. Ja, es waren auch wilde Zeiten. Aber Pflichttitel auch auf den Super Nintendo. Ha, gucken wir uns mal die Charts an. Fangen wir mal mit Super Nintendo an. Zelda, jup, Super Mario World, jup, Mario Kart, Tiny Toon. Boah, wirklich Super Mario Kart ist eher Street Fighter 2. Okay, da würde ich das natürlich jetzt mit Street Fighter 2 Turbo ablösen. Mario Kart, Sim City, Magic Request, auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Pilotwings habe ich auch damals sehr gesuchtet. Starwing, na gut, diese Super FX-Chip-Spiele sind meiner Meinung nach eh schlecht gealtert. Aber ich weiß immer dieselbe Leier. Mario, Pain, Street Fighter, F-Zero, Joe & Mac, Super Castlevania und Turtles in Time. So, so weit hinten? Game Boy, Super Mario Land 2, ja gut, klar. Mystic Quest, Super Mario Land, Mega Man 2, Kirby, Mario Land, Metroid. Passt, würde ich sagen. Wobei hier natürlich irgendwo Link's Awakening wesentlich höher ist. Ich bin gerade so schockiert. Weder noch. Popen ist ja nirgendwo Link's Awakening. Oder war das erst später erschienen? Ha. Gehe ich mal davon aus. Aber dann haben sie da so weit schon die Lösung hier drin, quasi drin. Dann haben sie aber den Hype lange, 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 lange aufgebaut. Also anders kann ich mir das nicht erklären, ehrlich gesagt. Hm. Ne, NES. Super Mario Wars 3, Klarstar Topics, Mega Man, Zelda. Ich würde sagen, keine große Überraschung. Manic Mansion, hey. Ich wusste gar nicht, dass das damals so populär war. Hm. Was hat denn die Julia? Street Fighter 2, Zelda 3, Super Mario Kart, Turtles in Time. Super Mario Land 2, 1, Mega Man. Ja, DuckTales, Julia. Hast einen guten Geschmack, würde ich sagen. Passt. Dann haben wir hier die Tipps- und Tricks-Ecke, wie immer. Ja, cool. Hier sogar schon Street Fighter 2 Turbo was. Und ach, sogar hier zu den aktuellen Spielen. Das steht natürlich gar nicht so verkehrt. Okay, Dracula. Ach, die Levelcodes. Joa. Starwing. Hubert. Joa, schöne Sache auf jeden Fall. Haben wir noch ein Rätsel. Findet den Ausgang. Das erspare ich jetzt euch. Joa. Dann haben wir noch eine schöne Aladdin-Werbung. Und dann sind wir durch mit dem Magazin. Schöne Ausgabe. Was mich halt nur wirklich wundert, ist für eine Oktober-Ausgabe, dass da so wenige Spiele dabei sind. Verstehe ich persönlich jetzt nicht so ganz, aber wird schon wahrscheinlich seinen Grund haben. Naja. Auf jeden Fall, wie immer. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr mit mir immer so in Nostalgie bei den Club Nintendo Magazin schwägt. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag egal, was ihr noch vorhabt. Ihr fantastischen Menschen. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschö. Hallo ihr fantastische Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute ist die Weihnachtsfolge und da möchte ich euch natürlich allen erstmal frohe Weihnachten wünschen. Ja, es ist das zweite Pandemiejahr, Weihnachten wird für uns alle wieder etwas anders sein als gewohnt, aber da müssen wir durch, da müssen wir das Beste draus machen und bessere Zeiten werden wir auf jeden Fall auf uns warten. Und zu diesem Anlass habe ich euch natürlich auch eine besondere Club Nintendo Ausgabe rausgesucht und zwar, ihr seht es da auch schon, hier wird auch frohe Weihnachten gewünscht. Es ist die Dezember Ausgabe von 93 und ich weiß auch ganz genau, dass ich die hier auch als Kind hatte und wirklich geliebt habe und wie oft durchgeblättert habe. Seit damals habe ich sie nicht mehr in der Hand gehabt, deswegen bin ich mal gespannt, was ihr alles erwartet. Die Themenübersicht scheint schon mal auf jeden Fall sehr vielversprechend zu sein. Mein geliebtes Link's Awakening ist dabei und natürlich auch Aladdin für das Super Nintendo, auch ein wunderbares Spiel. Und erstmal dieses schöne Cover, ist es nicht herrlich? Also irgendwie hat sich das bei mir in meinem Gehirn eingebrannt, dieser Stil, diese Verbeugung. Danke, dass du uns begleitet hast, die ganzen Abenteuer. Und das hat einfach so richtig schöne Weihnachtsstimmung verbracht. Aber gucken wir mal rein, was uns hier erwartet. Hier wird auf den heißen Starwing Sommer und das Super Mario Kart auf Tournee angesprochen. Und natürlich auch der Inhalt. Wir haben natürlich klassischweise Super Nintendo, Game Boy, NES. Hier sieht man schon, NES ist natürlich schon am Abnehmen. Ist klar, das System war jetzt so langsam, aber sicher am Auslaufen, nenne ich es mal. Untergang will ich es jetzt nicht benennen, aber am Auslaufen eben. Hier haben wir natürlich wie immer die Leserbriefe mit interessanten Bildern aus der Badewanne mit Club Nintendo und natürlich den wunderbaren Zeichnungen hier. Herzblatt ist dabei. Und hier natürlich die berühmte Szene aus Mario Kart. Ich glaube, jeder, der mal diese Beach-Level gefahren hat im Original Mario Kart, weiß da Bescheid. Und dann starten wir hier auch gleich schon mit Aladdin. Ja, da gibt es ja so ein bisschen Glaubenskrieg, ob das Aladdin auf den Super Nintendo besser ist oder auf den Mega Drive. Ich persönlich halte mich da eigentlich relativ neutral. Ich habe jetzt zu beiden Versionen keine tiefen Verwurzelungen. Was ich allerdings interessant finde, ist auch, dass andere Systeme auch so ganz eigene Versionen bekommen haben. Zum Beispiel Aladdin auf den Game Gear. Das habe ich mal vor Kurzeiten getestet. Das ist ja durchaus auf der Levelstruktur etc. viel anders als zum Beispiel auch die Game Boy Version, die sich, glaube ich, eher an die Super Nintendo Version orientiert. Aber da könnte ich jetzt auch gerade was durcheinander bringen. Und zwar ist da zum Beispiel bei der Game Gear Version das erste Level quasi so ein selbstablaufendes Ausweichspiel-Level-Rennen-Dingsbums. Mir fällt gerade der Fachterminus, wenn es da ein Fachterminus geben sollte, nicht rein. Aber wie gesagt, Aladdin auf den Super Nintendo ist natürlich auch fantastisch, bietet wunderbare Grafik. Das ist noch die Zeit der guten Disney-Versoftung. Zwar nicht mehr die guten alten Capcom-Spiele, wie zum Beispiel Ducktales und so weiter, die ich wirklich geliebt habe. Das müsste schon mittlerweile Virgin Interactive, glaube ich, sein. Die haben ja später, finde ich, so ein paar Titel, wo ich sagen würde, na, bin ich nicht so der Fan von. Also zum Beispiel so, dass das das Dschungelbuch oder König der Löwen. Die haben so einen ganz eigenen Stil, finde ich. Ich persönlich bin da jetzt kein großer Fan von, aber das will jetzt natürlich nicht heißen, dass das jetzt irgendwie großartig schlechte Spiele sind natürlich. Ja, hier werden euch natürlich so ein bisschen die Abenteuer, die euch erwarten, vorgezeigt. Ich finde es halt auch schön, dass es hier diese fliegenden Teppichareale gibt. Das ist gar nicht ein fliegendes Teppich. Aber es gibt so Autoscroller mit Ausweichen und so weiter. Das ist Level 2 mit Baumstämmen und so weiter. Mal gucken. Ach genau, hier. Hier haben wir den fliegenden Teppich. Ich wusste doch, so komplett irren tue ich mich nicht. Ja, typisch Club Nintendo zu der Zeit. Wird natürlich auch so ein bisschen gezeigt, hey, diese fantastischen Levelwelten erwarten euch. Finde ich natürlich auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier auch ein wunderbares Spiel. Super Mario All Stars. Auch das hatte ich als Kind. Aber ich glaube, ich habe mir das damals von irgendwen ausgeliehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt damals wirklich hatte oder nicht. Für mich war das allerdings damals gar nicht so interessant, weil mein Bruder hatte ja ein Super Nintendo hatte ich. Er hatte das NES. Und da haben wir natürlich auch Super Mario Brothers 1 und 2 hoch und runter gespielt. Den dritten Teil, den hatte ich bei einem Kumpel ganz fasziniert geguckt. Aber gefühlt habe ich das Spiel zum ersten Mal gesehen, wo das Super Nintendo schon bei mir in greifbarer Nähe war. Deswegen fand ich das Spiel cool. Wir haben es zusammen gespielt. Aber ich habe da nie so dieses Wow-Gefühl irgendwie gehabt, weil es gab ja schon Super Mario World und die ganzen coolen Spiele. Aber da war ich natürlich froh, dass ich denn diese Spiele auf den Super Nintendo auch mal nachspielen konnte. Wobei so richtig, richtig ausdauernd habe ich die Dinger nicht gespielt, weil wie gesagt, die beiden kannte ich ja schon. Und ja, Super Mario Brothers 3. Ach ja, ich weiß nicht. Es ist ein fantastisches Spiel, aber ich habe irgendwie nie so den wirklichen Zugang dazu gefunden. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin auch allgemein nicht so unbedingt der Plattformer-Fan. Mario Paint war damals auch eine Riesensache. Wollte ich als Kind natürlich auch haben. Was bekam ich? Ich kam in die Billo-Version von N-Games. Das war im Prinzip so ein Mario Paint Knock-Off. Da habe ich auch mal ein XXL-Review dazu gemacht. Und kam ohne Maus. Natürlich ohne diesen Nintendo-Charme war das natürlich jetzt nicht ganz so geil wie jetzt. Ja, Mario Paint mit Nintendo-Charme logischerweise. Aber das war natürlich hier fantastisch, weil hier war auch die Maus dabei. Übrigens, falls ihr in modernen Zeiten auch eine vernünftige Maus an eurer Super Nintendo anschließen wollt, gibt es von Hyperkin auch eine Maus mit einem Lasersensor ohne Kugel. Die funktioniert auch super. Habe ich hier auch irgendwo rumfliegen. Funktioniert auch super, falls ihr mal Super Nintendo-Spiele auf der originalen Hardware mit einer vernünftigen Maus spielen wollt. Ja, war natürlich hier grafisch super vorbereiten. Wobei ich hier ehrlich gesagt so am geilsten immer so ein bisschen diese Sound-Effekte und sowas fand. Dieses grafische Malen. Da habe ich auch damals auf dem PC bei Windows 3.1 mit Paint immer schön rumgespielt. Hier mit der Airbrush und sowas. Ja, deswegen hat mich dieses Feature jetzt nicht so vor den Socken gehauen, was jetzt Mario Paint angeht, aber diese Musikmacherei. Ja, Super Mario World, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Scheinen sich hier interessant so ein bisschen hier Schnellweg aufzuzeigen. Auch da, bei Mario World bin ich nicht so der Überexperte. Auch da habe ich das damals nicht bei meinem Super Nintendo mitbekommen. Ich weiß auch nicht, das muss irgendwie so eine Packung gewesen sein, wo das Spiel nicht dabei war. Ich frage mich genau natürlich, was für eine Edition ich da bekommen hatte. Aber ich hatte es definitiv nicht, was ich aber auch damals nicht so übervermisst habe. So bei Mario Kart natürlich habe ich hoch und runter gespielt mit meinem Bruder im Zweikampf und natürlich auch alleine. Ich habe da alles mögliche freigeschaltet. Und ich weiß noch, vor zwei oder vor drei Jahren, da war auf der Retro-Börse in Wissen, glaube ich, da war ein Mario Kart Turnier, wo ich daran teilgenommen habe. Und da haben wir das Original-Super Mario Kart gespielt. Und da habe ich den dritten Platz erlangt. Ich weiß auch nicht, wieso. War natürlich teilweise, weil den Leute nicht mehr weiter angetreten sind oder so. Die wussten wahrscheinlich, dass sie gegen mich eh verlieren. Ich weiß es nicht. Und wir waren es im dritten Platz. Und ich habe das Spiel wirklich seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Aber ich hatte es noch genau drin. Denn ihr wisst es selber, wenn man ein Spiel wirklich ewig gespielt hat, hat man diese Bewegungsabläufe und die Steuerung einfach im Blut. Und auch nach längerer Zeit kann man das wieder aufnehmen und wieder so weiterspielen. Denn Super Street Fighter 2 Turbo. Wobei hier nur Street Fighter 2 Turbo. Hier ist das nicht Super Street Fighter 2 Turbo. Aber da könnte ich mich jetzt auch irren. Auch das habe ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen und gegen ihn gespielt. Hoch und runter hat uns sehr viel Spaß bereitet. Und das finde ich geil, wie hier wirklich im Detail die ganzen einzelnen Camper noch vorgestellt werden. Natürlich hier mit Geburtsdatum und allem drum und dran. Und ich kann euch gerade mal zeigen, wir haben nämlich diese Einzelspielerkampagne nie durchgespielt bekommen. Aber spätestens hier bei dem drittletzten und vorletzten Gegner sind wir immer ausgeschrieben, mein Kumpel und ich. Wir haben uns immer abgewechselt mit verschiedenen Kämpfern und haben es immer durchprobiert. Bis ich mit ihnen hier, das weiß ich noch ganz genau, mich etwas durchgeschießt habe. Man nennt das ja so ein bisschen den Schieß in Spielen, wenn man so eine gewisse Taktik so ein bisschen ausnutzt. Und es ist natürlich jetzt nicht so das faireste Spiel ever. Und da habe ich ja diese 1000 Hände Attacke einfach stehen bleiben und dann bewegen benutzt. Und damit habe ich eigentlich alle Kämpfe bestritten und auch gewonnen. Und ja, da habe ich das dann auch alles erfolgreich durchspielen können. Dann haben wir hier Block. Wunderbares Spiel. Das hatte ich auch damals als Kind. Und das hat einfach so einen richtig, richtig geilen Charme, finde ich. Also die Musik, die euch da gleich empfängt, ist stimmig einfach. Die Grafik, das sieht so leicht, hat so einen leichten Comicartigen Stil, würde ich es mal nennen. Die Spielmechanik ist einfach super, weil als Angriff benutzt hier halt eure Körperteiten, also eure Arme und eure Beine, eure Gliedmaßen. Und die fliegen dann halt und kommen dann wie so ein Bumerang wieder zu euch zurück. Und dadurch ist natürlich auch so etwas limitiert, weil die kommen natürlich jetzt nicht so eine Lichtgeschwindigkeit auf euch wieder zurück, sondern die brauchen eine gewisse Zeit. Und dadurch könnt ihr halt nur, sag mal, vier Attacken auf einmal gleichzeitig haben. Aber habt natürlich den Nachteil, wenn ihr eure Beine geworfen habt, dann bewegt ihr euch natürlich viel schlechter. Und dadurch müsst ihr halt immer so ein bisschen strategisch planen, okay, wie mache ich hier alles. Es gibt natürlich hier aber auch natürlich Kostüme wie den Feuerwerfer und sowas, womit ihr dann etwas gut vorankommt. Bei dem Spiel finde ich es etwas schade, dass die späteren Level sehr, sehr nervig werden. Also am Anfang ist es wie so ein Standardplattformer und später habt ihr halt Levels, wo ihr dann halt eine gewisse Anzahl von so speziellen Flöhen irgendwie erledigen müsst. Das Problem ist, die Flöhe an sich zu erledigen, ist das nicht die Schwierigkeit. Nur die Level sind halt sehr verzweigt aufgebaut und ihr müsst die Viecher erst suchen. Was natürlich durchaus etwas schwieriger sein kann. Dann Jurassic Park, habe ich persönlich noch nie gespielt. Ich weiß, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich habe es noch nie gespielt. Hier mit den, ja, ich nenne es mal Ego-Shooter-Szenen, ist natürlich für das System durchaus nicht ungewöhnlich. Nee, nicht gewöhnlich, so rum. Denn Goof Troop, ein fantastisches Spiel. Da seid mir verzeiht, wenn ich hier so ein bisschen schneller durchblätter, aber hier ist wirklich alles pickepacke vollgepackt. Und zu den meisten Spielen habe ich ja schon mal etwas gesagt. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht in die Tiefe eingehen, was jetzt hier alles genau gezeigt wird. Weil im Prinzip, wie ihr wisst, ist das Club Nintendo ein Wergemagazin. Und da wollte man halt so ein bisschen natürlich hier zum Beispiel das Level 5. Hey, guck mal, was für coole Variationen es da alles gibt. Und was da genau gemacht werden muss. Das, denke ich, ist in meinem Detail jetzt nicht so interessant. Aber Goof Troop ist auch ein sehr interessantes Spiel. Habe ich auch jetzt erst in meiner Retro-Sammler-Karriere, nenne ich es mal, mitbekommen. Und es ist wirklich ein sehr schönes Puzzlespiel, wo ja Goofy und Max spielt aus der Draufsicht und halt Kissen verschieben müsst. Und kleine Rätsel erledigen müsst. Und auch hier sehr charmant alles aufgemacht. Denn The Magical Quest starring Mickey Mouse, das weiß ich noch, das ist auch ein fantastisches Spiel. Es gibt da, glaube ich, drei Teile oder waren es vier? Wobei ein paar bei uns leider nicht so wirklich erschienen sind. Und hier ist halt, dass das cool ist, das ist halt auch ein normaler Plattformer, also Jump'n'Run. Und es gibt im Verlauf spezielle Kostüme, mit denen sich den Mickey verkleiden kann. Wie zum Beispiel auch ein Feuerwehrmann oder ein Bergsteiger, die dann halt bei bestimmten Szenen natürlich logischerweise eingesetzt werden müssen. Da weiß ich noch, das ist auch eines der ganz frühen Super Nintendo-Spiele. Und ich habe das wirklich im Club Nintendo Magazin verschlungen, weil diese Gestaltung und auch dieses Coverbild, das hat sich bei mir auch irgendwie so eingebrannt. Wirklich fantastisches Spiel. Ich bin froh, dass ich es hier entsprechend nachholen konnte. Hier sieht man es genau, Zauberer, da können die halt so... Ja, ihr seht es, Feuerbälle sind es nicht, aber so Energiebälle, ihr versteht das Prinzip. Dann natürlich Feuergrotte, wo ihr den Feuerwehrmann Mickey werdet oder Feuerwehrfrau, je nachdem, wie man es gendern will. Und dann natürlich hier auch den Bergsteiger Mickey. So, dann haben wir hier Bugs Bunny in Rabbit Rampage. Puh, ganz ehrlich, das Spiel habe ich noch nie gespielt und ich glaube, das habe ich auch damals in meiner Lektüre großzügig übergangen. Also von der Grafik her sieht das ja alles durchaus nicht verkehrt aus. Es scheint jede Menge Action, wobei es natürlich auch fast... Das wird wahrscheinlich Jump'n' One sein, aber so ein bisschen sieht es wie eine Minispielsammlung, ehrlich gesagt, aus. Hier, da wird geschossen, da wird ein Stirn ausgewichen und so weiter. Vielleicht wisst ihr ja etwas und hier haben wir einen wunderschönen Kalender für 94. Natürlich ein bisschen klein, aber natürlich hier wunderbare Spiele. Hier haben wir Mario und Yoshi, ist es glaube ich, ne? Dann haben wir Lost Vikings, Kirby natürlich, Battletoads, Metroid. Okay, wir haben Bubsy hier reingenommen. Street Fighter, Starwing, dann haben wir hier Mega Man, Link, Plock und Klassiker Mario natürlich. Schöne Auswahl, wobei ich mich echt frage, was hier Bubsy suchen sollte. Aber nun gut, hey. Dann haben wir hier die wunderbaren Spieleberater. Habe ich ja zum Glück ja schon einige. Die habe ich, die habe ich, das habe ich glaube ich nicht. Und das für Zelda fehlt mir noch. Und die brauchten wir damals wirklich, ne? Also da gab es nicht das Internet, wo man da wirklich jetzt mal kurz mal was nachschlagen konnte oder sowas. Nein, also vor allem Zelda habe ich damals zum Beispiel nie durchgespielt, weil ich das ganz zum Schluss, da müsst ihr jetzt so spezielle Amulette finden und auch vernünftig einsetzen und so weiter. Das habe ich irgendwie nie gerafft. Weil aus dem Spiel heraus ist das sehr skriptisch, finde ich, herauszukriegen. Und da ist natürlich dann so ein entsprechendes Nachschlagewerk sehr, sehr praktisch. Dann gucken wir hier mal die Systemcharts, die im Dezember 93 sind. Hier haben wir natürlich Zelda 3, Super Mario World, Super Mario Kart, Street Fighter, SimCity, Mario Payne, Star Wing, Tiny Toon Adventures, FCU und Super Soccer. Finde ich durchaus von den Lesern her eine wunderbare Wahl. Die Profis, die übergehe ich jetzt einfach mal. Dann noch beim Game Boy, Super Mario Land 2 und 1 würde ich so unterschreiben. Mega Man, da wird wahrscheinlich Dr. Wileys Rache gemeint sein oder das erste. Da habe ich den Mega Man 2, auch ein gutes Spiel. Tiny Toons, auch wunderbares Spiel. Mystic Quest, müssen wir auch nicht drüber reden. Gargoyles Quest auch nicht. Kirby Stream Man, Tetris und F1 Race. Würde ich so unterschreiben. Wunderbare Spieleauswahl. Und dann sind wir natürlich hier bei dem NES. Dann haben wir hier Super Mario Brothers 3, The Legend of Zelda, Mega Man 3, Super Mario Brothers 2. Mega Man 4, Super Mario Brothers, Link, Chip and Chap, Mega Man. Und die Tiny Toons auch auf dem NES. Ja, eine gute, solide Auswahl, würde ich sagen. Und dann kommen wir hier zu Link's Awakening. Meinen Geliebten. Ich weiß nicht, ob es da schon erschienen war oder relativ neu war. Aber hier sehe ich schon das Action Adventure der Extra-Klasse. Das würde ich definitiv so unterschreiben. Ich meine, wenn man das so sieht, was das hier auf den Game Boy gebracht hat, finde ich es wirklich beeindruckend, dass es auf den ersten Blick sehr einfacher Technik das hier wirklich möglich war. Da haben sich die wirklich selbst übertroffen. Dann haben wir hier eine Welt voller Musik. Ich finde es hier irgendwie sehr interessant, dass sie das hier in Farbe dargestellt haben und nicht irgendwie in einer üblichen Schwarz-Weiß-Optik oder ähnliches. Weil so sieht das gleich ganz anders aus. Das könnte dann fast irgendwie wirklich ein super Nintendo-Spiel sein von der Karte her. Aber na gut, man hat natürlich die Flöte, wo man dann entsprechend Goodies holen kann. Zum Beispiel die Eule holen. Denn der Wundertempel, das war genau da, wo man, ich glaube, die Schwimmflossen brauchte oder gefunden hat. Genau. Das ist natürlich hier so ein prototypischer Aufbau von einem entsprechenden Dungeon des Spiels, dass ihr hier natürlich die tiefen Wasserbereiche habt, wo ihr erstmal nicht weiterkommt. Und dann müsst ihr halt dann gucken, okay, wo finde ich hier zum Beispiel die Schwimmflossen, um damit dann euch den Rest des Verlieses entsprechend freizuschalten. Und der Piranha-Killer, super einfacher Boss fand ich. Das fand ich schon damals. Also die Bosse sind manchmal wirklich sehr einfach und ist auch okay. Aber ich habe das Gefühl, auf dem Super Nintendo waren die Bosse durchaus schwerer. Hier gut mit der Schlangengrube, wo man erstmal den Enterhaken, den rausziehen musste. War etwas schwerer, aber auch in Ordnung. Und hier sieht man auch wirklich, wie verschieden die ganzen Verliese gebaut wurden. Und auch schon allein durch die Musik und durch das ganze Feeling, trotz der einfachen Farben so einen komplett anderen Eindruck hinterlassen haben. Einfach wirklich fantastisch. Der Mastentempel war so ein bisschen das Nervigste, die Dämonenfratze. Der Boss ist auch so ein bisschen, naja. Und ich sehe gerade, ich muss hier gerade den Akku wechseln. Und hier haben wir wieder ein fantastisches Comic. Und wie immer, halte ich es mal kurz still. Ihr könnt natürlich dann pausieren, um euch das Ganze selber durchzulesen. Es scheint hier ein wilder Mix mit den Lost Vikings zu geben, auf jeden Fall. Sehr interessant. Hier haben wir natürlich auch sehr schön gezeichnet, ne? Aber ich wusste, ich hatte gar nicht so im Kopf, dass die Lost Vikings damals so ein großes Thema waren, ehrlich gesagt. Ja, und dann haben wir hier Kirby's Dreamland. Das ist Kirby's erster Auftritt ever. Und wie ihr wisst, ist er immer noch einer der beliebtesten Nintendo-Charaktere, die es da draußen gibt. Und das zu Recht. Das erste Spiel war natürlich sehr simpel, hat noch viel von diesen Kirby-typischen Sachen noch nicht gehabt. Also ihr habt zum Beispiel, wenn ihr die Gegner eingesaugt habt, noch nicht die Fähigkeiten übernommen. Das kommt dann erst in den NES-Teil, der dann nachfolgt. Und natürlich dann auch in dem entsprechenden zweiten Teil für den Game Boy, wo ihr dann auch so Tierbegleiter habt und sowas. Aber einfach, es lässt sich halt so super locker schön runterspielen. Und es verbreitet einfach schon allein durch seinen einzigartigen Musikstil so eine wunderbare Stimmung. Ihr wisst alle, wie der Musikstil von Kirby ist. Einfach wunderbar. Battletoads in Ragnarok's World. Auch hier ein relativ schweres Beat'em'up. Ist aber durchaus, finde ich, vernünftig umgesetzt worden. Die Battletoads war ja damals irgendwie gefühlt ein riesen, riesen Thema irgendwie. Und war natürlich auf allen Systemen immer erschienen. Und irgendwie gefühlt ist es auf den ersten Blick immer überall das Gleiche gewesen. Aber, wie gesagt, auf dem Game Boy durchaus vernünftig portiert worden. Und dann haben wir, ich bin hier gerade, komme ich durchaus aus dem Konzept. Für Babsi auch noch Passwörter. Also was haben sie, das Spiel haben sie echt gehypt, oder? Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass da irgendwie von der Marketingabteilung so ein bisschen eine Zuwendung gab oder ähnliches. Also ich verstehe es nicht, warum das so wirklich gehypt wurde. Classic Tick Battle of Olympus habe ich damals noch nie gespielt. Ich habe es auf dem Game Boy ja seit ein paar Wochen in meiner Sammlung. Da muss ich endlich mal rangehen, würde ich sagen. Und dann haben wir hier auch schon Kirby's Adventure auf dem NES. Auch hier das gute, einfache Game Boy-Teil wurde genommen. Und hier wirklich sinnvoll erweitert, damit ihr übernimmt die Fähigkeiten und so weiter. Also das ist natürlich, während, sagen wir mal so, der Game Boy-Teil der erste so ein bisschen vielleicht eine Fingerübung war. Und hey, mal gucken, ob das ankommt. Haben sie hier richtig Gas gegeben und noch richtig, richtig viel hinzugefügt. Hier wiederholen sie natürlich so einiges, wie natürlich der berühmte Baumgegner, Endboss, der am Anfang immer da ist. Mich fährt der Name gerade nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier Darkwing Duck auf dem Game Boy, fantastisch. Auch hier habe ich die NES-Version nicht gespielt, aber die dürfte einigermaßen leckungsgleich sein. Hat natürlich einen sehr starken Mega-Man-ähnlichen Stil. Und ich habe Darkwing Duck damals die Zeichentrick-Serie geliebt und ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, was war daran nicht zu lieben? Dann haben wir hier die Special Page, wie es steht, deutscher Screen Text. Ah, das ist ja cool. Die Programmierung von Link's Awakening und sowas finde ich schon echt gar nicht so uninteressant. Das haben sie hier sogar so ein paar Titel, die hier auf Deutsch erschienen sind. Damals war es ja durchaus wirklich ungewöhnlich, dass sowas übersetzt wurde. Zu der Zeit nicht mehr so ungewöhnlich, aber in frühen Spielen, da blieb alles auf Englisch. Und da war wirklich eine deutsche Übersetzung, war da wirklich ein wichtiges Werbekriterium. Dann haben wir hier Rätsel. Ja, was könnte das wohl sein, wenn man das hier sieht? Was ist diese Figur hier wohl, wenn das mal nicht Yoshi ist? Also da muss ich hier nichts ausmalen. Und ja, das war schon das Magazin. Sehr, sehr schöne Ausgabe, sollte wahrscheinlich so ein bisschen als Kaufanregung oder Wunschanregung für die junge Generation für Weihnachten sein, denke ich mal. Haben sie sehr viele schöne Spiele zusammengefasst. Wirklich eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Und ja, so ein bisschen, ich erinnere mich an die Ausgabe, so gar nicht so sehr, aber an das Cover irgendwie, weil vom Inhalt kam gar nicht mehr alles so viel bekannt vor. Aber so ist es nun mal, ne? Und dann haben wir es heute wieder geschafft. Ich wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachten, egal wie ihr sie verbringt. Und ja, vor Silvester hören oder sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Aber falls ihr nicht mehr reinschreiben solltet, wünsche ich euch schon mal auch einen guten Rutsch und verbringt ein paar schöne Tage. Macht's gut, euer Panda. Ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr so viel Spaß mit dieser Serie habt wie ich. Heute habe ich mir mal ein Magazin rausgekramt, was ich glaube in so einer kleinen Flaute erschienen ist. Zumindest kommt mir das so vor. Es ist die Ausgabe 1, Januar 94. Und es ist ja heute ja immer noch so Jahresanfänge, die da erscheinen meistens nicht so viele neue Spiele, über die man jetzt großartig berichten kann. Weil natürlich die ganzen Hersteller immer versuchen, alles zum Andersgeschäft zu veröffentlichen. Ja, Hauptthema ist Plock, Kirby's Pinball Land und Superhockey. Also da sieht man schon, es ist wirklich ein eher, naja, ich sag mal Mauermonat. Wobei Plock echt ein super Spiel ist. Das habe ich damals gehabt, das ist so an mir eigentlich vorbeigegangen. Ich habe das mal von einem Kumpel mir ausgeliehen und dann wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt. Vor allem natürlich dieser Art-Style von dem Cover, was man hier sieht, so ein bisschen aus Knete gemacht. Das findet sich im Spiel zwar nicht wieder, aber das bleibt hängen, würde ich sagen. So allgemein zum Magazin habe ich das Gefühl, dass sie hier mit dem Cover, vielleicht sieht man es auch, okay, die anderen Seiten spiegeln auch, aber es fühlt sich so etwas fester an, als ob sie da so ein bisschen mit der Papierqualität etwas mehr gemacht haben. Ja, dann schauen wir mal, was für Themen hier sind. Sehr super Nintendo-lastig, wie es aussieht. Proc FX-Tracks. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Das wird wahrscheinlich was mit dem Super FX-Chip zu tun haben, oder? Zelda 3, klar, Super Hockey. Mystic Quest Legend. Ach so, das wird wahrscheinlich das normale Mystic Quest sein. Jurassic Park allerdings. Goof Troop, ah, sehr schön. Battle Toads und Battle Maniacs kennen wir auch. NES natürlich etwas weniger. DuckTales, Dark Green Luck und Kirby's Adventure. Dafür aber wirklich drei Spitzentitel. Game Boy, Link's Awakening, Kirby's Pinball Land, wie da stand schon Kirby's Dream Land und Super Mario Land 2. Also durchaus wirklich hochkarätige Titel, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein. Wie immer hier zuerst die Leserbriefe. Die schönen Zeichnungen. Da spielt wer gerne Baseball auf dem Game Boy, ehrlich gesagt. Aber von der Idee her, von der Umsetzung her, ist das gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Natürlich episches Foto hier, sehr schön. Der hat das, hat der das an die Wand gemalt oder? Also, wenn ja, dann großen Respekt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ach, hier auch. Hier das Super Mario Land 2, äh, 1. Gott, oh Gott, oh Gott. Auf dem Game Boy. Ja, und, äh, fangen wir gleich bei Plock an. Wo ich da aber noch zum Cover kommen muss, was mich so etwas verwirrt hat. Die verrückte Suche geht weiter. Das impliziert ja, dass das irgendein zweiter Teil ist oder sowas. Aber ich meine, das wäre ein, ähm, da gab es keinen Vorgänger oder keinen Nachfolger. Keine Ahnung. Ja, Plock. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Plattformer. Ja, hat einen sehr, sehr schönen Grafikstil, wie man hier sieht. Sehr bunt, sehr comicartig. Die Musik ist sehr, sehr schön. Ist auch nicht sehr teuer, das Modul. Das kriegt man quasi hinterhergeworfen. Und Besonderheit ist halt, ähm, ja gut, man sieht es auf den Standbildern nicht so sehr. Aber als Attacke werft ihr eure Arme und eure Beine. Das Problem ist natürlich, die kommen dann wie ein Bomberang zumindest theoretisch zurück. Und, ähm, natürlich, wenn ihr alle Gliedmaß weggeworfen habt, dann, äh, bewegt ihr euch nur noch sehr, sehr langsam, logischerweise. Ähm, das muss man auch teilweise taktisch dann später einsetzen, weil man dann einen Schalter umlegen muss, wo das Gliedmaß erstmal da bleibt und man es später einsammeln muss. Deswegen muss man da teilweise sehr, sehr sparsam mit umgehen. Also, so ein bisschen strategische Variante ist auch dabei. Und ich sehe gerade, genau, es gibt auch verschiedene Kostüme. Das sind halt so zeitlich begrenzte Power-Ups wie hier zum Beispiel. Hat er so eine Flinte, da kann man halt ein bisschen schrotflintenartig mit Schrot um sich schießen. Äh, wie gesagt, er hat eine sehr, sehr schöne Stimmung, das Spiel. Ist auch später am Anfang, ist es relativ einfach, sage ich mal. Wird ihn aber durchaus schwerer auf jeden Fall. Flammenwerfer gibt es genau. Die Pogo-Brüder sind die ersten Bosse und so weiter. Also, macht schon viel, viel Spaß. Und, äh, ja, also, nachher wird es etwas eintönig, weil die Level sind dann nicht so, nicht, nicht, nicht so linear aufgebaut. Sondern ihr müsst dann halt im gesamten Level dann halt verschiedene Flo-Eier waren, das glaube ich zum Beispiel, suchen. Und bis ihr dann das letzte wirklich gefunden habt und den Weg da für ihn erschlossen habt. Das kann schon mal dauern, kann etwas nervig sein. Das hier hat mich damals auch sehr überrascht. Da gab es so Schwarz-Weiß-Abschnitte, weil man quasi in die Vergangenheit zu Opa-Block sich erinnert hat. Das war ein sehr, sehr schöner Kniff eigentlich. Eigentlich sehr einfach, aber hat einen großen Effekt damals auf mich gehabt. Bei mir war es ein sehr, sehr schöner Plattformer. Wie gesagt, guckt euch da mal rein, wenn ihr das irgendwo findet. Aber wie gesagt, das Modul kriegt man, glaube ich, für unter 10 Euro, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man etwas Glück hat. Ah, FX-Tracks ist, das ist so das Stunt Race FX, wie es den später hieß. Das ist sogar das FX-Spiel, was ich damals hatte. So nach dem Motto, ja gut, Rennspielen kannst du ja nicht viel falsch machen. Ich hatte ja auch viel Spaß am Mario Kart. Aber diese Polygon Super FX-Chip spielt auf dem Super Nintendo, meiner Meinung nach, waren schon damals Mist, weil man gefühlt irgendwie mit 5 Frames per Second irgendwie da durch die Gegend geheizt ist. Denn lieber schöne Sprite-Grafik, also mit diesem frühen 3D habe ich mich damals nie irgendwie erwerben können. Der einzig gute Titel mit dem Super FX-Chip ist meiner Meinung nach Super Mario World 2 Yoshi's Island. Da wurde der ja benutzt, aber nicht um solche 3D-Polygone darzustellen. Das war eher die richtige Variante, weil das war wirklich so fast ruckeln, sehr langsam, fühlte sich sehr langsam an. Und diese frühen Polygone sahen jetzt auch nicht so viel besser aus, wie das Mario Kart zum Beispiel oder sowas. Ich weiß nicht. Ich fand es nicht toll. Ach, stellen Sie auch nur kurz vor anscheinend. Das scheint Ihnen ja wahrscheinlich so ein ganz, ganz früher Artikel drüber zu sein. Wenn auch der Name noch ganz anders hieß. Ja, genau. Da gab es drei Fahrzeugtypen. Einmal hier so der Jeep, dann einmal der Rennwagen und einmal so der normale Wagen. Genau, das ist der Jeep. Das müsste der normale Wagen sein. Und das ist hier der Rennwagen. Aber dementsprechend natürlich unterschiedlich. Der eine hat den schneller, dafür schlechteres Handling und so weiter. Ihr kennt es. Ich bin kein Fan davon, ehrlich gesagt. Ja, Link to the Past. Okay. Das Thema hätte ja eigentlich schon längst durch sein müssen. Deswegen zeigen Sie hier so ein paar kleine Tipps und Tricks. Ja, also man merkt wirklich, ja nur, da wird es mau, würde ich sagen. Ja, genau. Die Hühnerattacke kennt man ja, wenn man die Hühner entsprechend ärgert. Der mit dem Schild, ja hier, dass man die Flaschen bekommt. Aber es ist cool, dass wir es nochmal hier hier quasi zeigen. Weil ich glaube, da war das Spiel auch schon ein Jahr alt. Ich glaube, so weit war das schon gar nicht, wenn das hier Januar 94 war. Das müsste ja 93 erschienen sein, glaube ich. Hm. Oder habe ich gerade irgendwas falsch im Kopf? Hm. Na gut, egal. Genau. Auf jeden Fall viele Tipps. Kann man immer gebrauchen. Superhockey, genau. Also das, das frage ich mich echt, warum sie das auf Cover gepackt haben. Also zumindest nicht als Bild, aber als Überschrift. Bei Eishockey, gut, mittlerweile, wo die Jungs ja bei Olympia so erfolgreich waren, haben die ein bisschen mehr Popularität bekommen. Aber der Sport ist eigentlich bei uns eher so ein Nischen-Dasein, ne? Ja, es ist halt ein Sportspiel, ne? Da kann ich, ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu sagen. Da habe ich nicht gespielt. Und ehrlich gesagt, interessiert mich das auch gar nicht. Wie gut, was ich bei Eishockey aber immer gut fand, ich habe ja sehr ausdauernd Blades of Steel damals auf den Gameboy gezockt, dass man sich halt prügeln konnte, weil ja Eishockey so ein bisschen ruppiger zugange geht, ne? Mystic Quest Legend. Ja, das Einsteigerrollenspiel. Dürft ihr ja den meisten kennen. Es ist, finde ich, schon fast zu barebones. Das ist ja quasi auch ein offizieller Teil von Final Fantasy, zumindest theoretisch. Und ja, die Japaner, die dachten einfach, ja, wir haben diese tollen japanischen Rollenspiele, aber die westlichen Leute sind ja zu doof dazu. Deswegen haben sie hier mit Mystic Quest quasi so ein Anfängerrollenspiel, was so ein bisschen barebones ist, was so ein bisschen die Mechaniken zeigen und beibringen soll, auf den Markt gebracht. Ja, ist im Nachhinein ein okayes Spiel, aber natürlich wird das dann durch die späteren Rollenspiele, die es auf dem System alle gab, dann natürlich wesentlich in den Schatten gestellt. Hier mit den Bossen und so weiter. Ja, das wird ein bisschen eintönig, finde ich persönlich. Ich habe ja auch schon Tests zu dem Spiel gemacht. Ich scheue mich ja mal so ein bisschen zu Rollenspielen und so weiter, einen Test zu machen, weil man natürlich so viele Stunden da hinein versenken muss, um da halt entsprechend Videomaterial zu haben und so weiter. Ich habe natürlich Anspruch, wenn ich ein Testvideo zu einem Spiel mache, dann will ich das zumindest vielleicht nicht unbedingt durchgespielt haben, aber dass das sich überall mal reingespielt habe, wie es aussieht und so weiter. Und das ist natürlich bei Rollenspielen sehr, sehr zeitintensiv. Ist klar. Und bei dem Spiel ging das dann eigentlich. Deswegen konnte man dann das mal machen. Ja, Jurassic Park, das Spiel sagt mir auch nichts, aber ich muss sagen, hier mit dem Hintergrund, da war ich sehr, sehr mutig, oder? Das kann man jetzt nicht so geil lesen, muss ich sagen, so vom Layout her. Scheint ein bisschen Overview zu sein. Ich schätze mal, man muss dann... Oh. Ja, ich dachte, da kommt noch was. So eine Seite mit ein paar Infos, das sieht jetzt nicht so groß aus. Da haben sie wahrscheinlich nicht so viel Marketingbudget mäßig gegeben. Ist das hier auch so ein bisschen 3D-mäßig, oder sieht das nur so aus? Hm. Also sieht interessant aus auf jeden Fall. Aber ich werde, wenn das hier mit 3D ist, dann würde es wahrscheinlich sich kacke spielen, nehme ich mal fast an. Aber... Ha. Gut. Aladdin. Da schauen ja viele drauf, dass die Mega Drive Version besser ist. Ich habe die Mega Drive Version nie gespielt. Ich finde die superinterne Version aber eigentlich auch nicht schlecht. Hatte ich damals aber nicht gespielt, habe ich irgendwann mal nachgeholt. Ich weiß gar nicht, ist auch schon länger her. Deswegen ist jetzt mein Hintergrundwissen jetzt auch nicht gerade das Frischeste. Ach, guck mal hier. Passwörter. Oh, ist ja praktisch. Das ist aber nett, dass wir die mal gleich zeigen. Das war natürlich damals immer Gold wert, solche Passwortlisten und so weiter. Die wurden auf dem Schulhof, ihr kennt es wahrscheinlich selber, immer fleißig getauscht und so weiter. Damals konnte man halt einfach nicht ins Internet gehen, um da einfach mal was nachzuschlagen. Genau hier diese... Ist das das Teppich-Level? Kann das sein? Keine Ahnung. Wie sagt meine Erinnerungen? Da sind sehr, sehr dunkel. Wo die aber relativ frisch sind, ist GoofTube. Auch das Spiel kriegt ihr relativ günstig und ist echt ein spitzen Spiel. Allgemein so Disney von Super Nintendo macht ja sowieso immer eine relativ solide Figur auf jeden Fall. Aber hier ist halt cool, weil das hier so eine Art Action-Puzzler ist, wo ihr halt immer in diesem Bildschirm seid. Dann sind die ganzen Piraten da und die müssen halt die mit Fässern erledigen. Ihr könnt die Fässer so treten, dass die dann quasi in einer Linie fliegen, beziehungsweise rutschen. Und damit könnt ihr dann halt die ganzen Piraten erledigen. Habt ihr natürlich auch noch Regenstände, wie zum Beispiel so ein typischer Grappling-Hook, wo ihr euch irgendwo festsaugen könnt und hinziehen könnt und so weiter. Ist auch sehr abwechslungsreich. So ein bisschen Piraten-mäßig aufgemacht sind die Gegner. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das sollte eigentlich jeder, der mal ein bisschen was Super Nintendo-mäßiges zocken will, mal reingeschaut haben. Ach hier, guck mal, hier haben sie auch die Pass-Codes. Das ist aber, das ist nicht verkehrt. Wie gesagt, das nimmt man immer ganz gerne mit so ein paar Tipps und so weiter. Hier, man sieht, dass diese einzelne Welt natürlich, das ist ja immer ein Bildschirm. Man geht von Bildschirm zu Bildschirm im Prinzip, dass die wirklich teilweise sehr, sehr groß aufgebaut sind. Yo, Battletoads. Super Serie. Ja, da wird es eigentlich mal Zeit für so ein Battletoads-Remake. Oder irgendwie das Franchise, das liegt schon so lange flach. Hat sich damals aber zumindest meiner Ansicht nach nie so hundertprozentig durchgesetzt, weil es natürlich so ein bisschen auf dieser Welle von den Turtles geritten ist. Ne? Hier halt Kröten und die kloppen sich auch und so weiter. Ja, die Spiele sind ja zumindest teilweise dafür berühmt, dass sie verdammt schwer sind. Und auch gefühlt, wenn man hier so diese Abschnitte sieht. Ich habe ja mal die Gameboy-Version. Wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. In Ragnarok zu Bird war das, glaube ich, gespielt. So ein bisschen im Prinzip Pieler-Level-Aufbau. Zumindest bei den meisten Battletoads-Spielen gleich, dass ihr halt ein normales Klop-Level habt. Dann habt ihr hier so ein Level, wo ihr von oben nach unten auf irgendwas schwebt und Sachen ausweichen müsst und so weiter. Natürlich immer die berühmten Speeder-Bike-Level oder je nachdem, was für eine Variante das ist. Ja, auf jeden Fall schöne Beat'em-Up-Serie. Auf jeden Fall kann man nicht viel falsch machen. Aber den Titel an sich hier habe ich noch nicht gespielt, muss ich sagen. Game Talk. Das sind natürlich auch schön, wie die Entstehung von Mystic Quest. Ah, Alter. Wenn ich solche Fotos sehe, ich hoffe, keiner von euch muss in so einem Großraumbüro arbeiten. Finde ich immer schrecklich, wenn man das so sieht. Ja, trotz räumlicher Engel kennen die Fantasie keine Grenzen. Wenn man bedenkt, wenn man in diesen grauen Cubicle, nennt man das, glaube ich, auf Englisch sitzt, und man da so fantasievoll arbeiten kann, aber es ist immer ein vernünftiges Spiel. Ach, gut, die haben hier so Massagesessel dann. Auch nicht schlecht. Oh, schönes Poster. Oh. Das war sehr schön. Ich muss das querhalten vom Kamera-Ausschnitt, aber ihr könnt es ja sehen. Das Street Fighter 2 Turbo-Poster. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also Street Fighter 2 Turbo war ja mein Street Fighter, was ich damals gezockt habe. Sehr, sehr schönes Spiel. Der Super Mario Kart All-Stars, Jahres 1993. Ja, dann scheint er ja aus Hannover, sehe ich gerade hier. Der Nils Krieger aus Hannover. So sieht also ein super Mario Kart-Quack aus. Ach, das ist ja schön. Nintendo-Lexikon. Was ist ein RPG? Was ist ein Rollenspiel? Was ist Scrolling, Speicher, Vektorgrafik, Sprite, Screen-Text? Herrlich. Gut. Denkt mal, euch allen dürfen die Vokabularien natürlich geläufig sein. Aber damals natürlich, ja, da war es echt was Neues. Da war das noch nicht so eingebrannt. Und Nintendo Superstars Magic Tour 94. Pff, habe ich ja gar nichts von mitbekommen. Ach, mein Lieblingsspiel mal wieder. Scheint jetzt aber, genau, erst drei Monate jung. Also das ist so ein bisschen Nachbearbeitung hier. Da scheinen sich auch hier so ein bisschen auf die Tipps und Tricks zu verlagern. Ach so, so gefühlt, ne? 93 war echt ein gutes Spieljahr, glaube ich, wo viel, viel Gutes erschienen ist auf jeden Fall. Hm. Hier, der Gockel. Da fand ich immer lustig, dass man so hoch geflogen ist mit dem. Das war cool. Und hier natürlich, hier, der berühmte Sache. Wenn man Sachen gestohlen hatte, wurde man ja von allen nicht mehr mit seinen Namen, den man halt eingegeben hat, angesprochen, sondern immer nur noch mit Dieb. Das ist natürlich klasse. Na gut, aber wenn er das nicht stört, kann man natürlich sich im Laden, ja, ich sag mal, günstig versorgen, ne? Sehr schön. Ja, das war eine Art der Festung und so weiter. Geben sie halt Tipps und Tricks hier. Die Art der Festung ist auf jeden Fall eines der schwierigeren Dungeons, weil man ja da diese Säulen zerstören muss, dass sie in die Ebene runterrutschen und so weiter. Also da muss man wirklich sehr, sehr stark abstrahiert und dreidimensional denken können. Zum Beispiel, was liegt wo unten und so weiter. Aber hier scheinen sie auch schon so die letzten Sachen zu besprechen. Eine Reptilienfelsen ist ja der letzte richtige Dungeon, soweit ich weiß. Also da bekommt man das letzte Instrument. Dann ist ja das Windei an sich ja noch so ein kleinerer Dungeon auf jeden Fall. Ja, Kirby's Pinball Land, ja, auch ein fantastischer Titel. Wen wundert's, ist ja auch Kirby dabei. Der macht hier so einen kleinen Ausflug in ein anderes Genre, in das Flipper-Genre. Das Spiel gefällt mir aber sehr. Ja, ich bin nicht so unbedingt der Fan von Flippern auf Videospielformen. Aber hier gibt es halt sowas wie Endbosse und so weiter. Das lockert das Ganze natürlich auf. Also macht sehr, sehr viel Spaß. Hier sieht man natürlich die Bosse aus dem Spielen entsprechend. Macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Ja, Kirby's Pinball Land auch auf dem Gameboy. Hier sieht man wieder den berühmten Baumboss. Ich habe das Gefühl, der wurde irgendwie damals in so gut wie allem irgendwie recycelt. Und, na gut, der ist natürlich so auch der erste Boss auf dem NES gewesen. Vor allem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der ist natürlich wirklich sehr beispielhaft dafür. Auch ein super Spiel. Also Kirby auf dem Gameboy kann man nichts mit falsch machen. Und hiermit sowieso nicht. Es scheint ja auch hier wieder so ein bisschen Tipps und Tricks gewesen zu sein. Ja, hier so ein bisschen von wegen... Ach, die Endbosse werden hier gezeigt. Genau, hier die Hexe, die ist relativ einfach. Also ich habe... Das Spiel ist wirklich relativ einfach überraschenderweise. Bisschenfalls nicht überraschenderweise. Finde ich aber ganz angenehm, weil man das so mal locker durchzocken kann. Das Comic. Verloren in der Zeit. Okay, Teil 3. Wahrscheinlich irgendwie Standzeit Mario in die Zukunft gekommen zu sein. Ach, und da hilft natürlich der Plock, passend dazu. Herrlich, wie in diesen Comics quasi immer alles verwurstet wurde. Uh, Mario da Frauen hält. Oh, Darkwing Duck. Ja, sehr, sehr schönes Spiel. Wobei ich die NES-Version nicht gespielt habe, sondern die Gameboy-Version. Das ist ja meistens immer im Prinzip dasselbe. Auch da, Disney-Spieler auf dem NES konnte man damals nicht viel falsch machen. Hat so ein bisschen vom Mega-Nender-Spiel auf jeden Fall. Sowieso so vom ganzen Feeling. Aber besser sich vom guten Spiel inspirieren lassen, als schlecht neu erfunden, sage ich immer. Ja, hier, der Faul-Hauptquartier ist, glaube ich, eines der Endlevels, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Kirby's Adventure, auch hier. Die scheinen sich hier wirklich eher so auf so Tipps und Tricks und sowas konzentriert zu haben. Ich meine, gut, Tipps und Tricks und Geheimnisse zeigen und so weiter. Da ist er sowieso immer ein relativ großer Teil von dem Club-Nintendo-Magazin. Aber hier, das kommt mir gerade sehr extrem vor, muss ich sagen. Wie gesagt, Januar wahrscheinlich, ne? Auf das spiege ich auch nicht groß ein. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen. Ach, schöne Werbung. Auch wenn das Schloss mit dem Spiel nichts zu tun hat. Oh, hier haben sie es versucht, hier sogar mit so so gutischer, nicht gutischer Schrift oder altdeutscher Schrift, aber halt hier so mit sehr, sehr klischeehafter Schrift, sage ich mal, so ein bisschen was zu schreiben. Also es ist wirklich ein gutes Spiel. Es ist kein fantastisches Spiel, Mystic Quest, auch wenn ich mich wiederhole. Die Leistung war halt, dass die wirklich so ein bisschen den Markt, denke ich mal, für die japanischen Rollenspiele geschafft haben. Ach so, ja, toll. Ich dachte, hier gehen sie ein bisschen mehr auf Ducktales ein. Auch hier wieder nur so eine kleine Seite irgendwie, wie bei dem Jurassic Park Spiel. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch damals auf dem Game Boy gespielt und nicht auf dem NES. Mittlerweile habe ich das in meiner Sammlung sogar eine OVP. Das gibt es dann immer noch relativ günstig teilweise. Sehr, sehr schöne Spiele. Habe ich ein paar Dutzend Mal durchgespielt. Macht Spaß. Ja, auch die Charts, die bewegen sich auch ständig, ne? Schauen wir mal. Profis und Leser. Super Mario All-Stars bei den Lesern. Zelda 3 ist klar. Aladdin. Ja, die Profis, die pushen da schon mal auch etwas so neuere Spiele auf jeden Fall rein. Die nehmen nicht ganz so bapsi. Auf Platz 8. Liebe Profis. Also ich glaube, das ist dann eher so ein bisschen von wegen, gut, die haben ein bisschen Marketing-Sachen bezahlt. Die müssen wir hier auch mal ein bisschen reinbringen. Also ich denke mal, die Leser-Charts sind eigentlich so die ausschlaggebenden. Da haben wir All-Stars bei Mario World, Zelda 3. Wobei ich sehr, na gut, das war natürlich relativ früh Super Mario All-Stars. Starwing, ja gut, wie gesagt, ich wurde damals damit nicht warm irgendwie. Street Fighter 2 Turbo, klar. SimCity, F-Zero, Street Fighter 2. Okay, von der 4 runter, weil da natürlich die bessere Version denn gab. Magical Quest, auch ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Game Boy, Link's Awakening, okay. Mystic Quest, okay. Ja, okay. Würde ich so unterschreiben hier. Sogar die Profis diesmal. Super Mario Land, Dr. Mario, Tetris, Tiny Tooth Adventures. Ja gut, das ist, na gut, das ist jetzt nicht so übergeil. Aber doch, die Profi-Liste, da würde ich zustimmen. Super Mario Land 2 bei den Lesern. Link's Awakening, Kid Icarus. Das muss ich mal nachholen. Ich habe das in meiner Sammlung, ich habe das noch nie gespielt, muss ich gestehen. Soll natürlich auch sehr gut sein. Ja, Mega Man 2, Tiny Tooth Adventures, All-Star Challenge. Also, liebe Leser. Ne? Aber Kid Dracula, super Spiel. Und Teenage Mutant Hero Turtles 2. Gut, Tetris, klar. So, dann bei den NES. Super Mario Bros. 3, 2. Zelda 2. Mega Man 3, 4. Kirby's Adventure. Boah, passt. Eine Little Nemo. Finde ich, ist ein okay Spiel. Was haben wir hier? Zelda 1. Okay, die haben natürlich in der Retro-Perspektive eher recht. Aber da meinte hier einer von euch in den Kommentaren, warum das so beliebt war. Weil die halt einen deutschen Text hatten. Was ja damals nicht unbedingt üblich war. Und dadurch sind die natürlich populärer. Das macht durchaus Sinn, diese Denkweise und der Ansatz. Wer weiß, danke für den Hinweis. Ich habe den Namen leider vergessen, wer das geschrieben hat. Aber wenn du das siehst, danke an dich nochmal. Ja, und hier passiert das Übliche. Gut, beim NES ist halt nicht mehr so viel dabei. So, guck mal hier, was war hier noch die üblichen Zuschriften natürlich, die von den Lesern eingesendet wurden. Falls ihr hier noch ein paar Tipps braucht. Ist auch geil hier mit der Frise hier einmal durch den Sturm gelaufen. Scheißegal, man ist denn im Magazin drin. Ja, und dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Hier haben wir noch schöne Goof Troop-Werbung. Brandneu. Das erschien, denke ich mal, zum Weihnachtsgeschäft. Und hier natürlich eine schöne Werbung von Kirby's Pinball Land. EP4, oder? Hier mit so einer typischen 90er Jahre cool 3D-Brille oder wie man es auch nennen will. Herrlich. Naja, das war mal wieder ein schönes Video, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und egal, wann ihr das seht, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute haben wir die Ausgabe 2 von 94, also April 94 dran. Und auch dieses Bild ist irgendwie so eine Ausgabe, die sich in meiner Kindheit sich bei mir irgendwie eingebrannt hat. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil hier Kirby natürlich groß angekündigt wurde. Und ich weiß, dass ich damals als Kind diese Zeitschrift wirklich hoch und runter gelesen habe. Aber ich würde mal sagen, wir schauen gleich einmal rein, was für fantastische Abendsteuer uns hier erwarten. Hier hat der Nintendo Neubau in Groß Ostheim. Auch cool, dass wir das mal irgendwie schreiben. Gibt's das eigentlich noch in Groß Ostheim? Da bin ich mir gerade echt unsicher. Wahrscheinlich schon, aber also Nintendo Europe gibt's natürlich. Aber ob die da natürlich noch genau da sind, ist natürlich die große Frage. Dann haben wir Mega Man auf den Super Nintendo, Pac-Man, Kirby und natürlich viele andere fantastische Themen. Und wie immer geht's hier mit der Mailbox los. Und ich würde sagen, hier ist wirklich eine sehr solide Sammlung auf jeden Fall. Wieso hat der das denn hier so zusammengebunden? Warum auch immer? Ach, damit er die wahrscheinlich so cool aufhängen kann oder irgendwie sowas. Das wäre vielleicht für uns Sammler gar nicht so verkehrt, das mit diesen Schutzboxen, Folien natürlich dann hinten irgendwie so zusammen zu machen. Und dann irgendwie ans Regal zu hängen oder sowas. Gar nicht so doof. Also da kann man schon von damals durchaus noch lernen. Und hier kommen wir natürlich gleich in das erste große Spiel rein. Mega Man X ist natürlich eins der richtig guten Spiele. Das war ja so eine Art Neu-Reboot der Serie. So Pi mal Daumen, das hat ja mit der ursprünglichen Serie zumindest von der Hintergrundgeschichte nicht so viel zu tun. Gameplay-technisch natürlich auf jeden Fall. Ich muss aber zugeben, ich bin jetzt nicht so sehr in der Mega Man Lore irgendwie verhaftet und in der Serie. Deswegen tut mir leid, wenn ich hier vielleicht ein, zwei nicht so korrekte Sachen irgendwie von mir gebe. Ich habe das auch gespielt. Ich habe auch vor Urzeiten einen Test auf meinem Kanal gehabt. Das war so eins meiner ersten Tests. Das war auch das erste teure Modul, was ich mir mal gegönnt habe, weil das Spiel ist natürlich jetzt nicht so gerade das günstigste. Hat sich aber voll aufgelohnt. Super Nintendo, die Stärken werden richtig gut rausgebracht. Die Story ist auch sehr cool. Also ich finde es sehr cool, diesen Einstieg da bei dieser Hochstraße zu haben, wo dann teilweise irgendwelche Brückenteile weggesprengt sind und so weiter. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, worum es jetzt in Mega Man grob geht. Wir haben natürlich die verschiedenen Roboter-Bosse, die ihr nach und nach besiegen könnt. Ihr kriegt dann die Kraft von den Robotern und könnt dann damit einen anderen besser irgendwie erledigen. Ihr kennt das ganze Spiel. Hier sind natürlich dann aber auch durchaus ein paar coole Sachen irgendwie dazugekommen. Wie man hier sieht, den Turbo Boost, wo ihr halt so kurze Zeit ja dashen könnt. Also in anderen Spielen heißt das ja schon mal gerne dashen irgendwie. Titanenhelm, den Stahlmantel, dass ihr auch mal was abblocken könnt. Und natürlich die Waffen-Upgrades. Und das hier sind natürlich dann die entsprechenden Fähigkeiten der Robotermeister, die ihr euch denn erlangen könnt. Wunderbares Spiel, macht mir sehr viel Spaß. Hier genau, das ist hier das erste Level, wo ich, als ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, echt so verwirrt war. So, hä? Also, ich bin in Kindheit mit dem Mega-Man auf dem Gameboy groß geworden mit Dr. Wileys Revenge und war da erstmal verwirrt. Okay, das Spiel startet sofort. Ich kann hier keine Robotermeister irgendwie auswählen oder so. Was soll das? Da war ich echt verwirrt. Aber nach diesem ersten Level, das leitet euch so ein bisschen die Story ein. Und danach geht es quasi normal los. Und das ist halt das echt Gute. Und ich finde auch, wie immer ist natürlich, die Musik ist erstklasse, technisch erstklassig. Also es gibt, glaube ich, kein Mega-Man so aus den 80ern, 90ern, so Mitte 90er, 16-Bit, sage ich mal. Das irgendwie komplett irgendwie krumm ist. Die waren alle immer technische Avantgarde, zauntechnisch natürlich sowieso und auch designtechnisch. Ich finde, die einzelnen Level, die sind auch wirklich verschieden. Und das merkt man halt voll. Und das ist so richtig klasse. Dann haben wir hier noch einen wunderbaren Klassiker. Super Metroid. Das, wenn ihr euch das in den OVP holen wollt, also mit der Big Box, mittlerweile unbezahlbar geworden ist. Die Serie ist an mir damals irgendwie leider komplett vorbeigegangen. Aber es zählt natürlich nicht umsonst dieser Teil hier auf dem Super Nintendo als wirklich ein wahrer, zeitloser, absoluter Klassiker. Da gibt es keine Diskussion. Und da diskutiert, glaube ich, auch keiner. Also Metroid ist natürlich die gute Serie, wo ja Samus Aran spielt, diese Söldnerin in diesem tollen Kampfanzug. Und ihr müsst euch da so ein bisschen, das Level, den Planeten so ein bisschen erkunden. Also es ist so ein bisschen, das hat natürlich so ein bisschen diesen Begriff des Metroidvaniers, dieser Ansatz hier mitbegründet, zusammen mit den späteren Castlevania-Teilen, wo er im Prinzip gleich in eine große Welt reingeworfen wird. Und dann seht ihr zum Beispiel, okay, da und da komme ich nicht weiter. Okay, gut, wird sich wahrscheinlich nachher irgendwie noch zeigen, warum ich hier nicht weiterkomme. Dann kommt ihr etwas weiter, kriegt irgendwie so eine Sonderwaffe, dass ihr irgendwas bestimmt wegsprengen könnt. Und dann fällt euch ein, ah, da war doch da vorhin hier so ein bisschen was, wo ich das hätte vielleicht eventuell anwenden können. Und dann kommt ihr da plötzlich weiter. Also dadurch erschließt ihr euch immer so mehr und mehr Optionen in dem Level. Und natürlich muss man hier auch gegen die bösen Metroids kämpfen und natürlich auch erfolgreich. Wunderbares Spiel, also wirklich 94 ist hier ein sehr, sehr guter Super Nintendo-Jahrgang auf jeden Fall. Und auch Block, das habe ich als Kind sogar gehabt, beziehungsweise mir damals von einem Kumpel ausgeliehen. Finde ich ein wunderbarer, richtig geiler Plattformer. Und zwar ist das PAL-exklusiv, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist aber technisch auch wunderbar. Also die Musik, die ist richtig groovig. Die Grafik, ihr könnt es wahrscheinlich hier sehen, ich zeige es euch mal. Es hat so einen, ich muss mal nicht gucken, es hat so einen grafisch ganz, ganz richtig sehr schönen Stil. So ein bisschen sehr, sehr komikartig natürlich. Und im Prinzip ist die Besonderheit hier euer Spielcharakter, der namensgebende Block. Und zwar wacht der auf und eines Tages sind irgendwie alle Flangen gestohlen. Und das sind die bösen, fiesen Flöhe und die müsst ihr halt erledigen. Und die Besonderheit in diesem Gameplay ist halt, dass eure Waffe eure Gliedmaßen sind, also eure Arme und eure Beine. Und die werft ihr wie so ein Bumerang zu den Gegnern hin, dann kommen sie wieder. Ja, so, das hat natürlich so gewisse, ich sag mal, strategische Komponenten dann natürlich. Nämlich zum einen, wenn ihr jetzt alle vier Gliedmaßen von euch geworfen habt, dann könnt ihr euch logischerweise nicht bewegen. Weil ohne Beine könnt ihr nicht bewegen. Und dann müsst ihr natürlich immer darauf achten, zum anderen, dass ihr auch die Sachen wieder einsammelt. Weil es sind natürlich Bumerangs, die zu euch irgendwie wieder kommen. Aber die können natürlich auch schon mal irgendwo feststecken oder ähnliches. Und deswegen müsst ihr da halt wirklich immer aufpassen und immer strategisch vorgehen. Also nach Motto, okay, beide Arme losschießen, so zwei Gliedmaßen quasi im Umlauf zu haben, das ist okay. Das schränkt euch jetzt nicht großartig ein. Aber mit den Beinen solltet ihr natürlich nur aufpassen. Und da geht ihr mal so nach und nach voran. Es gibt aber natürlich auch gewisse Power-Ups, dass ihr eine Zeit lang quasi, das heißt so Kostüme sind das, dass ihr euch eine Zeit lang eine Feuerwehr, eine Feuerwehr, einen Flammenwerfermenschen, so Daten, oder wie man es bezeichnen will. Also ihr kriegt einen Flammenwerfer, so. Und da ihr natürlich auch dann dadurch durchfegen könnt. Am Anfang finde ich das Spiel richtig, richtig gut gelungen. Später wird es, finde ich, nervig. Weil am Anfang ist es so ein relativ klassischer Plattformer. Und später ist es dann halt leider so, finde ich, aus meiner Perspektive zumindest, weil ich das relativ immer nervig fand, dass ihr in ein Level geworfen werdet und da gibt es halt diese Flögegner. Und euer Ziel ist es dann, alle dieser Flöge dort zu erledigen. Das Problem ist natürlich nur, das ist alles nicht so graddienig aufgebaut. Die sind alles schön verschachtelt, irgendwo versteckt. Und das ist zwar toll, so nach Motto Level mal ein bisschen erforschen und nicht ganz so graddienig, aber es kann halt wirklich sehr nervig werden, weil ihr dann wirklich ewig suchen müsst. Und das macht dann halt einfach irgendwann mal keinen Spaß. Aber sieht schon hier an der Grafik, sieht alles wunderbar aus. Was haben wir denn hier? Projekt Reality. Okay, das ist natürlich hier so die erste Gruppe Ankündigung von Nintendo 64. Aber Spoiler, es ist ja echt cool, wie hier die Target-Render gemacht haben. Also so eine Qualität hat das Super Nintendo in Spielen natürlich nie irgendwie erreicht. Oder hier zum Beispiel, wobei hier auch vielerweise steht, das ist eine Fotomontage nach Motto, hey, danach soll es grob gehen. Aber es ist natürlich echt mal interessant, dass wir das hier so früh schon irgendwie erwähnt haben. Dann haben wir hier das angesprochene Pac-Man-Klassik. Ja, und ich sehe gerade, ja, auf den Super Nintendo, ne, also ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber ein Bild hier, man weiß, es ist wahrscheinlich so eine Art Tetris-Klon mit Pac-Man. Ich nehme mal fast an, dass man hier wahrscheinlich diese Geister irgendwie stapeln muss und dann kommt wahrscheinlich alle X-Steine Pac-Man, der die wegfrisst. Irgendwie sowas, nehme ich mal an, wird das, denke ich mal, sein. Ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Ja, im Puzzle-Modus gibt es einen Versus-Modus. Ich glaube, zu der Zeit gab es wirklich Tausende gefühlt mit diesem Spielprinzip, ne. Und dann haben wir hier noch einen Plattformat, der ist aber nicht so gut, wie ich das richtig im Kopf habe. Und zwar Aero the Acrobat, ne. Acrobat wegen Bett, wegen Fledermaus. Haha, okay. Ist so ein bisschen sehr zirkusmäßig aufgebaut natürlich, ne, wegen Acrobat, Acrobat, haha, ne. Wie gesagt, toller Wortwitz. Ist aber eher so mäßig, finde ich. Also ich wurde, ich habe da, ich glaube, nur ein, zwei Mal kurz reingespielt. Ich fand die Steuerung irgendwie nicht so geil. Kann mir nur erklären, dass das hier so wegen den Marketing-Millionen hier irgendwie erwähnt wird. Naja, Maskottchen-Plattformer, ne. Also jede Firma, die was auf sich gehalten hat, muss natürlich eine Plattformer raushauen. Auch hier Superhockey. Es sieht ganz gut aus, aber bei Ice-Hockey geht für mich nichts über Blades of Steel. Hat hier auch nur zwei Seiten abbekommen. Daher nehme ich mal an, dass es jetzt auch nicht ein so relevantes Spiel war. Haben wir hier natürlich ein tolles Poster. Pac-Man, natürlich thematisch passend. Und wir haben hier die Systemcharts. Wie immer gucke ich mir die mal grob an. Und zwar hier immer von den Profis. Ja, Zelda 3, Aladdin, Street Fighter 2 Turbo, Goof Troop, Super Mario World, Cool Spot, Flashback, Mario Kart, Super Mario All-Stars, Star Wing. Ja, würde ich alles zustimmen. Sind gute Spiele. Was haben die Leser? Auch Zelda 3, Super Mario World, SimCity, Mario Kart. Ja, ich denke mal, hier kann man definitiv nichts irgendwie einwenden. Dann haben wir hier den Game Boy Super Mario Land 2. Ja, ist cool. Super Mario Land 1 ist auch cool. Mystic Quest, super. Link's Awakening, komischerweise hinter Mystic Quest. Finde ich natürlich als Zelda-Fanboy etwas seltsam. Aber naja, Mega Man 2, Kirby Streamland, Mega Man, Tetris, Turtles und Turtles 2. Was sehr, von den Lesern sehr einseitig, muss ich sagen. Also da gab es hier neusig schon auch noch coolere Spiele. Aber gut, das ist ja so mit der Aufmerksamkeit. Machen wir hier die Profis. Zelda, Super Mario Land 2, Kirby Streamland, Mystic Quest, Dr. Mario, äh, Zelda 4, Zelda 2, habe ich gesagt. Tetris, Super Mario Land, Quirk, auch ein wunderbares Spiel. Okay, Dangerous Chase and Pinboy Revenge of the Gator stimme ich auch überall zu. Ja, und NES haben wir Mario Bros. 3, Mega Man 3, Mario Bros. 2, Zelda und ähnlich sieht es hier unten aus. Gehe ich nicht so drauf an, weil tut mir leid auch an das NES-Kommando. Aber das NES ist nicht so mein System. Es war zwar mein erstes Spielsystem, aber irgendwie habe ich so den Bezug zum Game Boy und Super Nintendo irgendwie mehr. Ja, dann haben wir natürlich hier die Trick Zone. Wie immer überspringe ich die. Die ist ja in Zeiten des Internets zum Glück etwas überflüssig geworden. Ach, und dann haben wir hier einen wichtigen oder einen coolen Plausch über Block mit den Entwicklern anscheinend. Kommt aus England. Okay, das kommt so mit dem Humor und sowas durchaus hin, würde ich sagen. Deswegen wahrscheinlich auch nur ein paar erschienen. Also hier bei uns in Europa. Aber was mich immer wirklich noch verwundert ist, warum? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum? Weil das ist echt ein wunderbares Spiel. Das wäre auch in anderen Regionen irgendwie gut angekommen gewesen. Aber naja gut, wie man es halt weiß, dann gibt es wahrscheinlich dann irgendwelche Publisher-Verträge und so weiter. Da gibt es ja immer mal wieder Probleme. Dann haben wir hier Miss Pac-Man für den Game Boy. Das Original. Leute, die schon mehrere Videos von mir gesehen haben, die wissen, mit diesen frühen Arcade-Spielen, auch da kann ich nicht so mit viel anfangen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so der Pac-Man-Überfan, muss ich gestehen. Und Miss Pac-Man war ja im Prinzip ja so eine verbesserte oder aufgebohrte Variante vom klassischen Pac-Man. Um da vielleicht noch ein bisschen Marketing, ein bisschen was anderes zu machen, haben sie halt das Miss Pac-Man genannt. Das hat ja natürlich jetzt mit der weiblichen Variante, sage ich mal, nichts zu tun. Soweit ich weiß, gibt es dann irgendwie mehr Level oder dass das scrollt irgendwie mehr. Aber wie gesagt, auch hier bin ich Pac-Man-mäßig nicht so wirklich tief drin. Es ist halt Pac-Man. Habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung komischerweise. Vielleicht wahrscheinlich, weil ich mir immer so denke, hey, ist nicht immer so unbedingt meins. Dann haben wir hier allerdings ein gutes Spiel. Tiny Toons Adventures 2, Montanas Movie Madness. Wow, was für ein Titel. Aber es ist ein durchaus gelungenes Spiel. Ich mag den ersten Teil etwas lieber, weil der so ein bisschen besser ist. Da könnt ihr ja auch zwischen den verschiedenen Charakteren irgendwie durchschalten. Und die haben halt alle verschiedene Waffenangriffsformen. Das ist hier nicht unbedingt so. Ist allerdings auch ein sehr schweres Spiel, finde ich. Also ihr könnt da zwischen Buster und Babs auswählen. Die haben allerdings keine großartige Unterscheidung, wie das richtig im Kopf habe. Es gibt natürlich wie gewohnt so kleine Zwischenspiele und so weiter. Ihr kennt hier alles. Ist immer noch ein sehr guter Plattformer, der sehr gut auch den Charme der Vorlage einfängt. Aber wenn ihr die Wahl habt, würde ich euch eher zum ersten Teil raten. Und hier haben wir Asterix noch ein wunderbares Spiel. Und ich bleibe hier gerade irgendwie auf Horus irgendwie hängen. Irgendwie finde ich das Bild verstörend. Weil Horus ist ja dieser ägyptische Gott mit diesen Schnabel und sowas. Ich habe den immer nicht so in... Also eher so vogelartiger irgendwie im Kopf gehabt. Deswegen bin ich jetzt gerade etwas verwirrt, muss ich sagen. Ich habe den immer... Müsste ich mal, glaube ich, recherchieren, wie das in der Mythologie ist. Ob das jetzt ein adäquates Abbild ist oder nicht. Aber ich verliere den Faden. Es geht um das Spiel natürlich. Auch ein sehr schöner Plattformer. Sehr gut umgesetzt worden. Auch hier finde ich so ein bisschen den zweiten Teil etwas besser. Wobei das von der Grafik her und vom Spiel-Vibe her hat das so ein ganz, ganz starkes Gefühl wie Super Mario Land 1, finde ich. Und das ist wirklich was Gutes. Dann lieber besser gut, sagen wir, orientiert. Geklaut ist es ja nicht wirklich. Als schlecht neu erfunden. Wunderbares Spiel. Ihr geht natürlich durch verschiedene Umgebungen. Startet in geile schönen Wäldern. Dann seid ihr in der Schweiz. Dann seid ihr in Ägypten. Zum Schluss seid ihr, glaube ich, in Rom. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Macht Spaß. Ist wirklich ein guter Plattformer. Dann haben wir hier Kirby's Pinball Land. Natürlich wie die Titel-Story ist. Dafür, dass hier die Titel-Story das große ist, ist aber bisher überraschend wenig Kirby-Content. Irgendwie das für mich gerade etwas verwundert. Aber hey, ist natürlich ein schönes Spin-Off. Ein schöner Pinball-Spiel. Ich bin ja nicht unbedingt so der Flipper-Spieler. Allerdings, das Spiel, das gefällt mir. Weil das halt diese Grund-Flipper-Formel nimmt. Und so ein bisschen aufbohrt. Also es gibt auch Endgegner, wo ihr dann halt entsprechend reagieren müsst. Also wer es noch nicht kennt, ihr seid natürlich die Kugel. Also Kirby ist die Kugel. Und das ist halt ein Flipper. Und es gibt hier zum Beispiel so Breakout-Elemente, wie man das hier sieht. Und es gibt verschiedene Gegner zu erledigen und so weiter. Also es ist nicht nur normales, langweiliges Flippern. Oh Gott. Nicht, dass mich jetzt hier alle Flipper-Fans irgendwie hauen. Sondern würde entsprechend aufgebohrt. Oh. Hier sieht man fast jedes Zeilen des Gameboys kann wiederverwertet werden. Das stimmt natürlich wirklich. Und ja, man kann wirklich alles auseinanderbauen und wiederverwerten. Also es wird in der heutigen Zeit ja noch so mit Spendersystemen gearbeitet und so weiter. Ob das natürlich alles so gut recycelbar ist, weiß ich jetzt nicht. Vorhin die Batterien sind ja nicht ganz so geil. Aber naja gut. Also in Großostheim wird eine neue Zentrale gebaut. Und die ist richtig groß, wie das hier aussieht. Finde ich echt cool. Sechs Coupons für jedes neue Mitglied. Aber gab es das nicht irgendwie alles umsonst immer? Frage ich mich. Keine Ahnung. Aber hier ist der Comic. Wie immer nehme ich meine Flossen weg. Dass ihr jetzt Space drücken könnt. Oder je nachdem, was für ein Gerät ihr benutzt, auf Pause gehen könnt. Und das ist in Ruhe zu lesen. Seite 2 ist wieder sehr schön gezeichnet, muss ich sagen. Ich bin böse. Oh cool. Da geht er hier als Wario, verkleidet er sich oder was? Der ziemlich böse Shop. Klasse. Klasse. So, und dann haben wir hier noch natürlich Pac-Man für das NES. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ist wahrscheinlich Pac-Man nur halt auf dem NES. Ach, und hier haben wir nochmal Kirby. Ich weiß gerade gar nicht. Kirby war doch da 94 schon lange, lange auf dem Markt, oder? Also irgendwie haben sie vielleicht nach einem Aufmacher gesucht und das hier nochmal dargestellt. Ist natürlich klasse. Also das erste Kirby-Spiel überhaupt ist natürlich das auf dem Game Boy. Das ist hier denn der zweite Teil quasi der Kirby-Serie, was auf dem NES erschienen ist. Und das führt halt denn wirklich endlich diese Sachen ein, für die Kirby jetzt auch berühmt ist. Also ihr könnt Gegnereinsaugen und ihren Fähigkeiten übernehmen. Das ist ja eines dieser Kernfeatures von Kirby. Und das wurde hier denn jetzt auch endlich etabliert. Ist dadurch natürlich das bessere Spiel logischerweise. Aber auch hier der erste Game Boy-Teil ist natürlich klasse. Wobei der zweite natürlich auch nochmal ein bisschen besser ist. Und hier wahrscheinlich passend dazu, zu den Super Nintendo vorgestellten, stellen sie sich hier natürlich auch nochmal kurz die NES-Version vor. Ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. Und erwähnen hier natürlich auch entsprechend die Game Boy-Version. Alles wunderbar. Das war das Magazin. Schöne Ausgabe, finde ich. Schöne Schiebele auf jeden Fall vorgestellt. Eigentlich fast kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie so gar nichts oder irgendwie sowas. Schön, dass ich es endlich mal wieder durchblättern konnte. Weil irgendwie das Cover ist so herrlich. Weil ich weiß noch, wie ich es so geil fand, dass das wirklich so der Kirby hier dieses Front-Cover irgendwie eingesaugt hat. Fantastisch. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vor habt, meine Lieben. Macht's gut. Tschö. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert-Folge. Seit langem mal wieder eine Club-Nintendo-Ausgabe. Da ihr wisst, gucke ich mir gerne so alle Club-Nintendo-Ausgaben bis zu ungefähr dem Nintendo 64-Zeitalter an. Das liegt ganz einfach daran, weil danach so ein bisschen mein Interesse an Nintendo irgendwie verloren gegangen ist. Und das meine Zeit war. Und diese Ausgabe hier habe ich wirklich schon länger auf dem Radar gehabt und wollte ich schon immer haben. Weil natürlich einerseits wegen diesem Cover. Ich bin ja großer Secret of Mana-Fan. Und ich weiß noch, dass ich damals als Kind diese Ausgabe hatte und wirklich geliebt habe. Und wirklich da wirklich stundenlang verbracht habe, in diesem Magazin rumzublättern. Seitdem habe ich allerdings nicht mehr reingeschaut. Ich habe mir diese Ausgabe besorgt. Und ich würde sagen, wir frischen einfach mal zusammen diese wunderschönen Erinnerungen auf. Schnappt euch ein Heißgetränk eurer Wahl und wir schauen mal zusammen rein, was für Abenteuer uns dieses Magazin alles verspricht. Wie hier auf dem Cover schon zu sehen ist, die Schlümpfe sind Thema. Chip & Shep 2 und natürlich Secret of Mana ist ja auch besprochen. Donkey Kong Country, Ductate 2, Zelda 4, Super Game Boy Special. Okay, da wird es wahrscheinlich um die Einfärbung auf Super Nintendo geben. Schauen wir einfach mal rein. Und wir starten natürlich hier mit dem wunderschönen alten Design. Wie ihr seht, es ist eigentlich relativ übersichtlich. Super Nintendo, NES, Game Boy jeweils so 4, 5 Spiele jeweils. Die Specials werden wir uns natürlich auch gleich ansehen. Wie immer haben wir hier dann natürlich zuerst die Mailbox. Und da bin ich jetzt hier gerade wirklich sehr wow. Also wenn ihr das hier sehen könnt, ich versuche es mal so ein bisschen mehr in die Kamera zu halten. Da hat jemand die Princess Peach aus Holz geschnitzt. Und das sieht echt cool aus. Also wirklich Respekt. Ja, und natürlich hier natürlich das übliche Gemahle und natürlich die lustigen Fotos. Können wir alles, müssen wir uns nicht so genau anschauen. Und dann geht es hier eigentlich schon mit den Spielen los. Bin ich überrascht. Weil früher in den anderen Ausgaben, da war es ja immer so, dass es so ein bisschen mehr von vornherein gab. Und hier sind wir gleich hier beim, nicht Titelbild, aber Titelthema. Die Schlümpfe auf dem Super Nintendo. Muss ich sagen, habe ich so ein gemischtes Verhältnis dazu. Also eigentlich ist es ein relativ gutes Spiel eigentlich. Die Grafik fängt auch den Stil der Vorlage wirklich sehr, 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 sehr gut ein, finde ich. Das Problem ist allerdings, dass es hier und da mal ein bisschen unerklärt ist, nenne ich es einfach mal. Und zwar habt ihr hier nämlich, ich weiß gar nicht, ob das zu sehen ist, hier im ersten Level, was ich halt wirklich sehr verwirrend finde, habt ihr immer so Wasserfützen. Und wenn ihr wirklich dann mit einem normalen Lauftempo, was eher so ein schnellerer Schritt ist, sage ich mal, halt hineinlauft, dann sterbt ihr, weil ihr ausrutscht oder ähnliches. Wenn ihr allerdings wirklich so Schritt für Schritt reingeht und dafür gibt es jetzt keinen speziellen WG-Modi oder ähnliches, sondern ihr müsst immer so ganz leicht so auf Steuerkreuz tippen, dann sterbt ihr nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen so überflüssig unerklärt, vor allen Dingen, weil ich finde, Schlümpfe ist ja eigentlich eher die Zielgruppe kleine Kinder. Und dass man das dann irgendwie so künstlich verschweren muss, nenne ich es mal, finde ich seltsam. Also es hat so ein bisschen, finde ich, die Thematik Schlümpfe, Grafik ist auch so entsprechend, aber es ist halt nicht leicht, was ich halt gedacht habe. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber so für kleine Kinder vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Und da seht ihr natürlich auch so die verschiedenen Abschnitte. Es gibt natürlich viele verschiedene, klar, ihr schaltet im Dorf, dann habt ihr hier die Brücke, was ich sehr nervig fand, also habt ihr viel Wasser, wo ihr viel reinfallen könnt. Den Schwarzwald, See, ach genau, der See war auch so, boah. Also wirklich, es ist eine Herausforderung, was da nicht unbedingt schlecht ist. Die Abfahrt war auch sehr nervig, weil ihr davon von so einem Berg irgendwie runterfahrt und dann irgendwie Hindernissen ausweichen müsst. Und auch da ist die Steuerung nicht so die beste, würde ich mal sagen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Super Nintendo-Spiel, die scheint es hier wieder mal etwas aufgeteilt zu haben, dass es zuerst Super Nintendo-Spiele kommen. Stunt Race FX, das war meine persönliche erste Begegnung mit diesen FX-Spielen. Diese FX-Spiele, kurze Erklärung für die, die es nicht wissen, das war so eine Art 3D-Chip, der in dem Modul verbaut war. Und mithilfe dieses Chips konnte das Super Nintendo auch besser 3D-Grafiken darstellen oder überhaupt erst 3D-Grafiken darstellen. Das war damals ein sehr, sehr cooles Feature und dieser Chip wurde auch diverse Male gut benutzt. Star Wing oder Star Fox ist natürlich so ein bisschen das Paradebeispiel. Später wurde sogar dann noch ein Super Mario World 2 verwendet. Nicht um diese 3D-Grafik zu machen, aber um die Grafikqualität allgemein zu verbessern. Und es ist so ein geiles Konzept, stellt euch mal vor, dass ihr euch heutzutage irgendwie, keine Ahnung, das neue Call of Duty kauft. Und da ist ein USB-Stick dabei, wo ihr denn eure Grafikarte irgendwie verbessern könnt, nur für dieses Spiel. Finde ich schon einen coolen Ansatz, ehrlich gesagt. Das Spiel an sich allerdings, ja, es hat halt so ein bisschen die Schwierigkeiten dieser frühen 3D-Spiele, finde ich. Die, es wirkt alles so etwas ruckelig, die Frames-Anzahl ist nicht gerade sehr hoch. Und sagen wir mal ehrlich, diese frühen 3D-Titel mit diesen Polygonen, sehr simplen Modellen, ist nicht gut gealtert. Deswegen, ich habe es damals gespielt, weil es war cool und sowas, aber ich wurde ehrlich gesagt nie so wirklich warm. Aber das gilt für mich, für alle diese Titel, die irgendwie FX im Namen haben. Da gibt es ja einige. Wie gesagt, Ausnahme ist bei mir natürlich Super Mario World 2. Und ich finde auch immer, ich fand damals schon irgendwie schöne Pixelgrafik. Also Mario Kart sieht besser aus als das. Wobei das natürlich jetzt das hier aus der technischen Perspektive natürlich weiter ist. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es natürlich anders finden als ich. Aber wie gesagt, diese frühen 3D-Titel, deswegen mag ich auch so Playstation 1 und Nintendo 64 nicht so. Weil, ja, weiß nicht, ist nicht meins. Ist mein Stil. Dann kommen wir natürlich zu Secret of Mana, absoluter Klassiker. Hier haben wir, ich glaube, das ist auch relativ am Anfang, diesen magischen Wald, wo ihr diese Teleporter habt. Das fand ich so die erste schwerere Stelle, sich durch diesen Wald zu kämpfen. Weil da auch oft irgendwelche Gegner in irgendwelchen relativ abgeschlossenen Arealen sind. Wo ihr euch erst quasi hinkämpfen müsst, indem ihr irgendwelche Pflanzen erst dann niederschlagen müsst und so weiter. Das erste Schwierige, dann habt ihr natürlich hier Tua das Schloss. Das war ja, ich glaube von der Historie her, dass er diese böse Hexe war. Und die hat hier diesen Schmusetiger. Das war auch, finde ich, persönlich so der erste Gegner, der so richtig krass war. Musstet ihr natürlich dann auch erstens mal die Magie benutzen und alles. Also, ich rede einfach mal so, die meisten von euch werden das Spiel wahrscheinlich gespielt haben. Deswegen wissen die natürlich auch von dem, was ich rede. Aber, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann schämt euch bitte. Und das zu Recht, weil es ist ein absoluter Klassiker. Hat andere Probleme, das Spiel natürlich, wie zum Beispiel die Wegfindung eurer KI-Kollegen. Weil ihr spielt ja immer diese Dreiergruppe und könnt ja natürlich auch maximal mit drei Spielern spielen. Werdet ihr natürlich im Regelfall nicht unbedingt machen. Und dann werden die vom Computer gesteuert. Und dann ist die Wegfindung schon mal nicht so die geilste. Waren halt die 90er. Die frühen 90er. Und das haben ja heute immer noch Spiele teilweise Probleme mit der KI-Wegfindung. Dann haben wir hier noch weitere Gegner. Natürlich hier haben wir den Lava-Tempel, wo ihr den Feuergnomen und die Feuerzeugen... Nee, gar nicht hier. Erde. Erdmagie bekommt ihr da. Geschenkt. So. Dann haben wir hier Donkey Kong Country. War ein riesiges Thema. Und ich habe, als ich das Magazin gekauft habe, hier sogar noch so einen kleinen Werbeflyer bekommen. Bzw. ein Poster ist das, was ich euch gerne mal hier nochmal aufklappe. Ich kann es leider nicht in der Gänze hier in der Kamera zeigen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich zu dieser Ausgabe gehört. Aber es ist natürlich hier ein tolles Zeitzeugnis. Es hat so ein ganz ungewöhnliches Format. Also es ist nicht wie ein DIN A2 oder irgend so was. Ich versuche es hier mal so ein bisschen unter der Kamera zu zeigen. So ein bisschen schräg. Also es ist sehr lang. Ich glaube nicht, dass es ein offizielles Steam-Format ist, wo halt so ein bisschen Werbung für Donkey Kong Country gemacht wurde. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier die Ausgabe war, wo die Videokassette dabei war. Aber bei einer Club Nintendo Ausgabe war ja so eine Videokassette dabei, wo man sich dann halt sogar Spielszenen von Donkey Kong Country ansehen konnte. Weil das fand ich, war halt wirklich richtig krasse Grafik. Das wurde ja damals dazu ja irgendwie umgesetzt, indem halt die ganzen Sprites vorgerendert waren. Und dadurch hatte man diesen schönen gerenderten Look, der nicht so pixellig war, ohne auf wirkliches 3D irgendwie zurückzugreifen. Ist richtig, richtig geil. Muss ich nicht sagen. Ist ein Klassiker. Hat noch zwei weitere Teile bekommen. Habt ihr wahrscheinlich alle gespielt. Genau, über Donkey Kong Country Show und die Videofachwelt. Ich weiß, dass das wirklich damals eine Riesensache war. Wurde ja wirklich von Wear entwickelt. Und die haben nicht umsonst die Videokassette dazu gepackt. Weil keiner hatte erweitert, dass so eine grafische Qualität auf dem Superinterne möglich war. Und das haben sie im Prinzip ja nur durch diesen einen kleinen Kniff gemacht. Sehr coole Sache. Ja, dann haben wir hier Super Pinball Behind the Mask. Kann ich original nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Sieht wie ein ganz ordentlicher Flipper aus. Wie da natürlich jetzt die Ballphysik ist und so weiter. Keine Ahnung. Aber schön, dass sie hier noch so ein bisschen so allgemeine Flipper- oder Pinball-Techniken erklären. Ob die jetzt gut sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin allgemein, was Flipper-Spieler angeht, leider egal, ob echt oder in Videospielform. Bin ich nicht so fit. Dann haben wir hier Pinball Mania. Ah, cool. Dann haben sie anscheinend so ein bisschen Pinball-Special gemacht. Natürlich hier gibt es Pinball auf dem NES. Super Pinball. Wahrscheinlich auf dem Super Nintendo. Keine Ahnung. Revenge of the Gator. Das habe ich lange, lange, lange damals gespielt sogar. Das war eines meiner ersten Gameball-Spieler, die ich damals hatte. Da wusste ich noch gar nicht, was so ein Pinball-Maschine oder Flipper ist. Aber ich fand es immer wieder cool. Bin nie so dauerhaft dran hängen geblieben. Aber die allgemeine Präsentation natürlich war fantastisch. Dann haben wir hier Zelda 4, wie sie es auf dem Titel erwähnt haben. Bzw. Link's Awakening, wie es natürlich heute eher betitelt wird. Wunder, wunder, wunderbares Spiel. Muss ich nicht sagen, mein absolutes Lieblingsspiel auf dem Gameboy. Und ja, fast schon allgemein. Was haben die hier mit diesen Codes hier? Ein Screenshot? Das sind allgemeine Tipps. Ah, nee. Ich glaube, das werden die Farbcodes sein. Weil hier die Farben sind ja etwas anders. Man konnte ja beim Super Gameboy ja bestimmte Farbcodes sich auch selber erstellen. Und das sind wahrscheinlich hier so ein bisschen die thematisch passenden Codes dafür. Hier, Wohnpalast ist eher so bräunlich gehalten. Der Gin ist dann halt eher grün. Warum gerade die Farbkombination? Ich weiß es nicht. Aber da kann man sich anscheinend nach deren Denken so ein bisschen die Mühe machen, sich nach jedem Verlast oder Dungeon eine eigene Farbpalette zu machen. Sagen wir mal ehrlich, effektiv gemacht hat es wahrscheinlich keiner. Aber obwohl hier so Wundertunnel hier mit diesen eher so schleimigen Giftdingen Farbtönen, das passt. Hier, das sieht so ein bisschen sehr matschig aus. Ob das jetzt so sein müsste, weiß ich nicht. Aber gute Idee. Aber wie gesagt, glaube kaum, dass das wer gemacht hat. Dann haben wir hier die Charts. Super Nintendo. Ich gehe mal die Laser-Charts durch. Super Mario Kart, Zelda, All Stars, Mega Man X, Super Mario World, Star Ring. Gerade angesprochen mit dem FX-Chip. Street Fighter 2 Turbo, Super Bomberman, Block, Mystic Quest. Kann ich nicht so sagen. Alles fantastische Spiele. Gameboy, Zelda natürlich. Wario Land auch gut. Wobei ich die Mario Land-Teile ich persönlich besser finde. Super Mario Land 2, Mystic Quest, Super Mario Land, Megaman 2, Kirby Stream, Pinball. Okay, Pinball, wie gesagt, Pinball. Tetris, Tiny Toon Adventure 2, alles wunderbare Titel. Wobei ich das hier aber auch lese. Mystic Quest ist ja damals an mir so komplett vorbeigegangen. Finde ich immer noch schade. Wenn ich immer so jetzt in Retrospektive sehe, wie oft das Spiel irgendwo erwähnt ist, frage ich mich, wie das irgendwie an mir vorbeigehen könnte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Laser-Charts. NES, Zelda, Super Mario Bros. 3, Zelda 2, Kirby's Adventure, Mega Man 3, Battle of Olympus. Alles wunderbare Spiele, kann man nichts sagen. Dann natürlich thematisch passend zum Flyer ein durchgekommen Country-Poster. Dann haben wir hier Werbung für das Multitap, wo man dann bis zu vier Controller an Super-Tender anschließen konnte. Brauchte man natürlich dann auch für Secret of Miner zum Beispiel. Ach, hier haben sie hier nochmal dicke Werbung. Also, sie wussten, was sie haben. Sag mal ehrlich, sie wussten, was sie haben. Und deswegen haben sie das natürlich auch werbetechnisch auch so entsprechend ausgebeutet. Hier gab es sogar hier noch so eine kleine Karte für ein Gewinnspiel, wo man eine tolle... Welche sensationelle Qualität bietet dir Donkey Kong Country für 16-Bit-Nintendo? 16-Bit-Qualität oder 32-Bit-Qualität? Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwo stehen. Mit welchen Hilfsmitteln kommst du sicher durch den ersten Teil des Devils von Donkey Kong Country? Mit SS? Da ist ja... Da haltet ihr auf dem Tier, ne? Aber... Keine Ahnung. Wie viele Spielspaßrahmen sind bei Super Game Boy automatisch gespeichert? Boah, keine Ahnung. Wie viele Software-Neuheiten stellen wir in den News-Teilen unseres Videos vor? Äh... Pff... Ja. Soviel zu dem Thema. Also es gab auch noch ein Gewinnspiel dazu. Ähm... Ähm... Ja. Dann haben wir hier Donkey Kong. Auch ein richtig, richtig geiles Spiel auf dem Game Boy. Habe ich lange unterschätzt. Weil ich immer dachte, ja gut, das ist so ein Game Boy Remake vom vom alten Donkey Kong Spielautomaten. Aber das ist es. Nur die ersten vier Level waren es, glaube ich. Und danach wird das Spiel noch wesentlich größer und komplexer. Der Grundablauf ist natürlich immer gleich geblieben. Aber ihr habt hier natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, ähm, ihr könnt hier so rückwärts springen und sowas, was im Cated natürlich alles nicht so möglich war. Und dadurch habt ihr wesentlich mehr, mehr Tiefe da drin in der ganzen Mechanik. Obwohl die Mechanik natürlich, ihr habt ein Level, ihr müsst einen Schlüssel holen und zur Tür rennen. Die Grundprämisse ist halt gleich geblieben. Aber dadurch, dass halt so viele neue Elemente reingeworfen wurden, ist es halt wirklich wesentlich abwechslungsreicher und sogar besser geworden. Hier stellen wir uns natürlich alles vor. Das überspringe ich etwas. Ähm... Ja, Soccer. Jo, Fußball wahrscheinlich. Ich... Keine Ahnung. Ich und Sportsspiele. Ihr wisst es. Warieland. Super Mario Land 3. Hier scheint man auch schon in der weiteren Verwurstung zu sein. Ähm, das scheint nicht die Erstvorstellung zu sein, weil sonst wäre das wahrscheinlich auch irgendwie präsenter hier präsentiert werden. Ähm, sie haben ja meistens immer ein Spiel vorgestellt und dann in den nächsten Magazinen immer hier so diese, diese Level-Aufbau präsentiert, was natürlich gierig machen sollte. Und vorwiegen, oh, so geil sieht das Level aus, so, so abwechslungsreich und so weiter. Ähm, ist ein schönes Spiel. Spiel ist natürlich etwas schwerfälliger als Super Mario Bros. 2, weil natürlich Wario auch ein bisschen anders ist. Aber so hundertprozentig warm geworden bin ich damit persönlich nie. Vielleicht war ich das auch erst jetzt in meiner späteren Sammlerkarriere, nenne ich es mal, irgendwie, ähm, den Zugang dazu gefunden habe. Dann haben wir hier ein schönes, äh, Comic, wie immer. Ich halte meine Pfoten weg. Ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr euch es durchlesen wollt, bevor ich das hier irgendwie mit komischen Stimmen vorlese. Dann haben wir hier die nächste Seite. Es scheint ein sehr, sehr spektakuläres Kirby-Abenteuer zu sein. Und hier Fortsetzung folgt, das sind ja immer die vier Seiten. Dann haben wir hier Yoshi's Cookie. Schönes Puzzlespiel, was diese übliche Tetris-Formel mal wieder nimmt, wie gefühlt jedes zweite Puzzlespiel damals. Und, ähm, das alles neu kombiniert. Ähm, das finde ich auch nicht verkehrt. Hier habt ihr dann halt so verschiedene Kekse, nennt sich das hier. Also, ne, bei manchen Spielen werden es jetzt verschiedene Farmen oder Symbole, die ihr dann halt entsprechend kombinieren müsst. Ist dann halt nochmal eine ganz andere Sache. Ist ein nettes Spiel, aber, ja, ist nett. Sie haben es wahrscheinlich umsonst nicht Marius Cookie genannt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann haben wir, jetzt sind wir schon mal beim NES-Teil. Chip & Chap 2 habe ich nie gespielt, aber schon der erste Teil war sehr, sehr geil. Da habt ihr halt Chip & Chap gespielt und, ähm, ja, auch wie hier könnt ihr Kisten hochnehmen und damit Gegner bewerfen und so weiter. Sehr schöner Plattformer. Ist ja noch zu den alten Disney-Capcom-Zeiten gemacht worden. Ähm, der zweite Teil sieht hier wie mehr vom ersten Teil aus. Finde ich allgemein sehr schade, dass diese beiden Titel nicht auf den Game Boy portiert wurden. Schade, weil es wurde ja oft so, zum Beispiel wie bei DuckTales, wenn es auf den NES erschienen ist, kam es ja auch auf den Game Boy. Hier nicht. Chip & Chap war eine meiner Lieblingsserien damals, also so direkt nach den Gummibärchen und Darkwing Duck habe ich das mal sehr, sehr gerne geguckt. Fand ich immer sehr fantasievoll. Natürlich, ne, das Detektiv-Trio, jeder hatte so seine Stärken und Schwächen. Wunderbare Serie, wo ich immer noch, ähm, die Titelmelodie sehr gut im Kopf habe. Chip, Chip, Chip & Chap, Ritter des Rechts. Okay, ich singe nicht mehr, weil ich kann definitiv nicht singen und ich will euch nicht länger stören. Ähm, auch hier scheint es eher mal so ein bisschen so eine Übersicht zu geben. Hey, guck mal, was wir hier geile Sachen im Spiel haben. DuckTales 2 ist auch an mir damals, ja, vorbeigegangen, obwohl ich DuckTales 1 auf den Game Boy hoch und runter gespielt habe. Wie schon angesprochen, hier wurden beide Teile tatsächlich auf den Game Boy portiert. Auch hier DuckTales 2, zumindest als ich mir DuckTales 2 für den Game Boy gekauft habe, war auf den NES wesentlich teurer als auf den Game Boy. Und, ähm, quasi sind die Versionen quasi deckungsgleich, bis auf die Technik natürlich. Die wurden natürlich etwas für den Game Boy angepasst. Aber ansonsten auch ein schönes Spiel, ähm, wobei es halt nicht so viel mehr was anderes macht. Es ist halt mehr vom Neuen, äh, vom Gleichen, was in Ordnung ist, weil der Vorgänger schon wirklich fantastisch gut war. Deswegen ist das hier nicht schade. Ah, hier haben wir sogar noch einen Bestellschein drin. Oh, den, noch die Postkarte dieselbe und einen Bestellschein für einen Nintendo-Kalender von 95 für 5 Euro in Briefmarken. Ob man die noch kriegen kann? Soll ich das mal hinschicken? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, äh, ich glaube, ach, das geht nach Großostheim. Ich glaube, die sind da auch gar nicht mehr vertreten. Ich glaube, Nintendo ist da irgendwie umgezogen. Aber kann mich irre. Ja, auf jeden Fall mehr von DuckTales 2. Jetzt sind wir hier schon bei der Trickzone. Ähm, hier gibt es natürlich wie immer verschiedene Passwörter, ähm, wo man dann entsprechend weiterkommen kann. Das war ja damals wirklich so, dass wirklich so Cheats und Passwörter damals wirklich gehandelt wurden. Aber heutzutage, guck mal einfach im Internet. Da gibt es genug Quellen, wo man sich das anschauen kann und gut ist. Aber hier ist es dann doch eine ganz andere Sache. Ähm, überblätter ich natürlich wie immer. Hier haben wir natürlich noch schöne Werbung vom Super Gameboy-Set. Ähm, ich wollte damals mal ein Super Gameboy haben für das NES, obwohl das nicht so ganz hoch auf meiner Prioritätenliste war. Aber das war schon eine coole Sache. Kleiner Funfact, wenn ihr es noch nicht wusstet, ähm, das ist jetzt kein Emulator oder sowas, dieses Super Gameboy. Das war ja ein Adapter, wo ihr euren Gameboy-Spiel reinsteckt und das in den Super Nintendo steckt. Dann konntet ihr halt das Gameboy-Spiel auf dem Fernseher durch den Super Nintendo spielen. Heutzutage würde man das mit dem Emulator lösen, aber hier war tatsächlich ein Gameboy, richtige Gameboy quasi, drin verbaut, halt nur ohne Bildschirm. Das heißt, es wurde nicht emuliert, es wurde halt irgendwie durchgegeben oder sowas. Keine Ahnung, ich bin jetzt technisch jetzt auch nicht auf den besten Stand, was das angeht. Hier haben wir die Rückseite, wieder Werbung für Stunt Race FX. Das, wie immer, finde ich eine sehr schöne Ausgabe. Kann man gut machen auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt und dass wir hier zusammen in Erinnerung schwellen konnten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute habe ich mir mal wieder eine Club Nintendo Ausgabe geschnappt. Ich habe mir schon so einige Magazine jetzt so im Voraus besorgt. Es kommt ja bei euch ja sehr gut an, das Format, was mich natürlich sehr freut, weil ich selber nämlich auch sehr viel Spaß dran habe, in diesen alten, ja fast schon Relikten rumzublättern. Heute schauen wir uns die Ausgabe 6 von 94 an. Das große Thema Aufmacher ist Donkey Kong Country, eine Vorschau. Street, Super Street Fighter 2. Da muss ich mal gucken, welche Variation da jetzt drin ist. Da gibt es ja sehr viele verschiedene. In DuckTales 2 für das NES kam das echt so spät raus. Dezember 94. Kein Wunder, dass das nicht so verbreitet ist. Und ich glaube, das NES-Spiel von DuckTales 2 ist auch ziemlich teuer. Das erschien ja gleichzeitig auch auf den Game Boy. Da ist es einigermaßen erschwinglich, das Modul. Aber das NES-Ding ist sehr, sehr teuer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich würde sagen, reden wir nicht groß drumherum. Schauen wir einfach mal rein. Ich versuche übrigens immer hier mit dem Licht so zu probieren, dass das hier nicht so extrem spiegelt. Weil das Papier ist relativ glänzend leider. Und dadurch muss man hier mit dem Licht aufpassen. Man kann es nicht direkt drauf machen. Aber ich denke mal, ich habe jetzt so einen einigermaßen guten Kompromiss gefunden in der letzten Folge. Da hat es mir etwas zu viel gespiegelt. Hier scheint irgendwie so die Sache zu sein. Im Zweifel lieber etwas weniger Licht als zu viel. Super Nintendo, dann gekommen Country, wie schon beschrieben. Super Street Fighter 2. Oh, Secret of Mana haben wir hier noch ein bisschen was. Das haben sie gar nicht auf dem Cover stehen. Da zeigt es sich vielleicht so ein bisschen, dass es noch nicht so klar war, dass der Hype darum so groß ist. Wie Mario-Mikki-Show. Der sagt mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts. Schauen wir mal. NES, die Schlümpfe. War ich ja nicht in der Rede von DuckTales 2? Ach, hier haben wir. Okay, warum ist das denn nicht hier? Oder haben sie das falsch? War, komm mal hier. Ach doch, Schlümpfe. Hm. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ach, DuckTales 2 ist ja Gameboy-mäßig bezogen. Aber hier war doch hier für NES. Hm, okay. Naja, aber wie war jetzt, wie auch beim ersten Teil, ich glaube, die verschiedenen Varianten zwischen Gameboy und NES dürften einigermaßen gleich sein. Ach, Link's Awakening ist auch drin. Donkey Kong? Link's Awakening? Äh, nicht Donkey Kong Country. Wie, ganz wichtig. Dann die Gameboy-Gallery, Space Invaders, Wario Land, Super Mario Land 3 und ein paar News. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, die Club Nintendo-Redaktion. So sah sie aus damals. Weihnachten haben wir jetzt ja mittlerweile schon hinten durch. Hier haben wir natürlich wieder die schöne Bilder, Galerie und Mailbox. Ehrlich. Gehe nicht weiter tief drauf ein, aber das, da wäre ich neilig drauf gewesen. Auf das Schild und das Schwert von Zelda. Bzw. links, Schwert und Schild. Nicht, dass er mich jetzt steinigt. So, und dann fangen wir gleich schon an. Donkey Kong Country. Ja, da weiß ich nur ganz genau, dass das damals echt ein Riesending war. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Magazin dabei war oder wo. Da haben sie ja zu Werbezwecken ja sogar auf VHS-Kassetten irgendwie ausgeteilt. Ich glaube, es kann gut sein, dass es hier im Bundle mit dem Magazin war, aber ich bin mir nicht sicher, ob... Vielleicht gab es das auch getrennt. Ich weiß, dass ich die hatte, aber wir hatten keinen Videokassetten-Abspieler. Deswegen hat mir das nichts gebracht und wurde irgendwann entsorgt auf jeden Fall. Die Grafik, die war halt wirklich Hammer. Da hat ja Wer ja mit Silicon Graphics, soweit ich weiß, zusammengearbeitet, dass sie diese vorgerenderten Hintergründe und so weiter benutzt haben. Und dadurch halt ne ganz andere grafische Qualität irgendwie erschienen. Das war auch überraschend, dass man da Donkey Kong genommen hat. Der war ja eher so als Fiesling dieser ganz frühen Teile bekannt. Und hier hat er so ein eigenes Franchise bekommen, was ja bis heute noch hier Donkey Kong Tropical Freeze aktuell ist, würde ich sagen. Genau, hier haben sie ja die Familie weiterentwickelt. Candy Kong, die fand ich immer ehrlich so etwas komisch. Ich weiß nicht, hier so in diesen ganzen weiblichen Attributen, Schwimmanzug und so weiter, dann dieses Affengesicht und so. Ich weiß nicht, das fand ich schon immer etwas komisch. Der coole Funky Kong, der hat ja jetzt in den Switch-Remake von Tropical Freeze ja jetzt auch einen eigenen Auftritt bekommen. Cranky Kong, das war der hier im Intro, der hier immer die Hobel da von dem Zeitplattenspieler da gezogen hat. Herrlich. Genau, die drei goldenen Statuen, hier wird alles erklärt. Heutzutage ist das natürlich für uns ganz normal. Die Luftballons waren, ja, extra Leben. Denn die verschiedenen Fässer, normal, zum Werfen, TNT, die haben explodiert. DK ist, wenn ihr, ihr wart ja zu zweit unterwegs. Und wenn dann einer davon gestorben ist, konnte man denen da wieder holen. Und Stahl, ich glaube, da konnte man dann Höhen und so weiter alles einwerfen. Aber, ja, also es ist cool, dass es diese verschiedenen Fässer gab, aber so richtig genutzt, dass das jetzt viel Tiefe gemacht hat, glaube ich nicht. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber wie gesagt, ich will jetzt nichts großartig versprechen. Genau, denn die verschiedenen Frottierfreunde. Gleich im ersten Level gab es ja das Bambi. Ach, Rambi. Ich habe gerade Bambi gelesen. Ich dachte schon, Bambi passt ja gar nicht. Das Nashorn, womit man den ganzen Leute und Gegner dann auch wegbombsen konnte. Ja, der Strauß, ich glaube, der war einfach nur schnell und konnte gut springen. Gut springen konnte der Frosch. Aber ich glaube, der Strauß, was konnte der? Also fliegen konnte der, glaube ich, nicht, oder? Mal gucken. Ganz besonders, der Espresso ist so groß, dass die meisten Gegner unter seinen Beinen durchlaufen und euch nicht ärgern können. Hey, war der so riesig? Ja, den Strauß kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, klar, hier gut, den Schwertfisch ist klar. Das war immerhin ein Unterwasser-Level, sehr, sehr praktisch. Und der Frosch halt, der konnte halt gut springen, ne? Hm. Nun gut, ach ja, dann zeigen sie hier natürlich hier so die ersten Level. Also das weiß ich noch, so die erste Zone, das erste Level, das war schon ein Erlebnis. Und vor allen Dingen, man darf bei dem Spiel nicht unterschätzen, die Musik, die ist fantastisch. Also das Spiel wäre nur halb so gut ohne die Musik gewesen, auf jeden Fall. Die einen wirklich da reinzieht und so eine schöne, schöne Atmosphäre irgendwie, ja, erweckt. Herrlich. Also da hat Rare wirklich was 1A-Spitzenmäßiges abgeliefert. Den Mini fand ich immer sehr nervig. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich wollte gerade sagen, das Traumteil fand ich auch nervig, aber fand ich, finde ich, irgendwie das halbe Spiel nervig. Und hier war es halt ein bisschen blöd, weil man halt viel runterfallen konnte irgendwo. Das war sehr plattformlastig, das Traumteil, soweit ich mich erinnern kann. Na gut, Gletscher. Ja, ich mag irgendwie keine Welt, merke ich gerade. Wir waren bei Gletscher. Ich finde es halt grundsätzlich bei Spielen, finde ich, Eislevel finde ich einfach nicht gut. Weil die haben ja meistens diese Mechanik, dass man dann halt weiterrutscht, weil logisch, ist ja Eis. Aber damit wurde ich nie warm. Die fand ich ganz cool, ehrlich gesagt. Na gut, die Höhen, ja gut, die Höhen waren halt immer irgendwie da, aber irgendwie fand ich dann halt so diese anderen Landschaften, ne, fand ich wesentlich schöner wie den Dschungeln oder irgendwie sowas. Deswegen, ja, da haben sie auch diese tollen Lohrenfahrten, die habe ich, waren die hier oder waren die vorher, weiß ich gerade gar nicht. Die Lohrenfahrten habe ich auch immer gehasst. Ich merke gerade, mir fällt gerade nur ein, was immer frustrierend war, aber das Spiel ist super. Lasst euch jetzt nicht von mir irgendwie beeinflussen. Super Street Fighter 2. So, okay, hier an den Kämpfern anscheinend. Ich habe ja Street Fighter 2 Turbo gespielt. Ist das nicht auch Super Street Fighter 2 Turbo? Ist das hier nur Super Street Fighter 2? Ich bin mir gerade irgendwie ganz unsicher. Ich weiß, von euch gibt es viele Leute, die kennen sich mit dem Genre wesentlich besser aus als ich. Aber auf jeden Fall, die vier waren in meiner Version, die ich gespielt habe, nicht drin. Hier Fei Long, Kimmy, T-Hawk und DJ. Bei der Turbo wäre es normalerweise noch ganz besonders, dass man hier diese Endbosse, also den Bison, Saga hieß der, die Beine, ach Vega und wie der Boxer hieß, bin ich mir gerade voll unsicher. Also, dass man die auch spielen konnte. Das war da etwas sehr Besonderes. Muss man, glaube ich, auch erst freischalten. Ich habe ja immer es geliebt, hier mit den E-Honda zu spielen. Da war sie noch, da habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen. Der hatte das Spiel von einem Kumpel ausgeliehen und weil der kein Super Nintendo hatte, haben wir es halt bei mir gezockt. Ja, so waren die Ketten halt damals. Und ich habe das Spiel halt durchgespielt, was vorher keiner geschafft hat. Und zwar mit dem E-Honda, mit dieser Sonderattacke, wo man einfach ganz schnell den Schlagtasten drücken musste. Und der hat diesen Tauben-Himmelschlag, keine Ahnung, wie der heißt, gemacht hat. Und den habe ich irgendwie, ja, sehr missbraucht und dann mit dem so gut wie jeden Kampf gewonnen. Indem ich mich einfach in eine Ecke gestellt habe und die Attacke dann ausgeführt habe. Ja, fertig. Ach, die Neufähigkeiten haben sie auch bekommen. Stimmt, der Hadouken, der war normalerweise blau, soweit ich weiß, ne? Genau, haben sie hier den neuen Kämpfer, stellen sie vor. Obwohl, ich glaube, ich habe es einmal gespielt und ich kann mit dem so gar nicht klar. Also gut, man sieht natürlich so ungefähr, wie die aufgestellt sind. Es gibt ja immer diese, also ganz, ganz grob, ne? Nagelt mich jetzt nicht fest, aber ganz grob gibt es ja diese eher schwerfälligen, langsamen. Die machen aber dafür mehr Schaden. Und es gibt dann halt die schnellen, flotten, flinken. Ich spiele eigentlich immer gerne die schnellen, flotten, flinken, die eben halt etwas weniger Einstecken und weniger Schaden machen. Das passt mir irgendwie besser. Ich weiß es auch nicht, das ist irgendwie so mein Geschmack. Ja gut, dann haben sie hier zwei langsame wahrscheinlich und zwei schnelle, so wie die aussehen. Ob die da jetzt großartig was hinzugefügt haben, das kann ich persönlich natürlich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, das Spiel habe ich nicht gespielt. Okay, Secret of Mana scheinen sie einfach die Komplettlösung weiterzuführen. Was ja eigentlich unsinnig ist, weil dem Spiel lag ja dieser Spieleberater bei, ne? Hm. Diese Höllenmauer, boah, die war auf jeden Fall nervig. Scheint noch relativ am Anfang zu sein, hier mit den unheimlichen Tempelruinen. Ich nehme an, das haben sie noch so ein bisschen, ja quasi als Marketing hier eingebaut. Um einfach zu zeigen, hey, guck mal, voll abwetzungsreich. Voll cool. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber die Höllenmauer, die war nervig. Und zwar, weil man ja diese drei Augen hatte. Und ich glaube, das Mittlere musste man töten, aber die haben sich immer ständig geheilt und so weiter. Das war ein sehr, sehr langwieriger Kampf. Den gibt es da später noch in einer zweiten Variante. Fragt mich jetzt gerade nicht, wie die heißt. Aber boah, war das nervig. Hier geht es weiter. Das Schiff. Hier, der Boss, den fand ich immer einfach. Den fand ich in jeder Variante einfach. Der vier Jahreszeiten weit. Da habe ich damals, glaube ich, wirklich eine Komplettlösung gebraucht. Oder den Spieleberater. Weil man hier nämlich in einer bestimmten Reihenfolge die Felder ablaufen muss. Dann öffnet sich erst ein Weg. Und das muss man halt erstmal irgendwie kapieren. Ich meine, der Weg ist relativ logisch. Natürlich die vier Jahreszeiten lang. Also das ist hier Frühling. Das ist Sommer. Das ist Herbst. Das ist Winter. Und man muss dann irgendwie so langlaufen. Ach, hier haben sie auch die. Wie man langlaufen muss, genau. Und dann hat man freigeschaltet, dass man weiterkam. Das war, ja. Aber wie gesagt, zum Glück war ja der Berater ja dabei. Ich halte mich jetzt bei Secret of Mana nicht so lange auf, weil ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel erzählt. Ach, was ich hier sehe. Was ganz cool ist. Die zeigen hier auch, dass der Mystic Quest auf dem Game Boy quasi der erste Teil ist. Das ist mir damals ja irgendwie so komplett entgangen. Aber es scheint, der Held, das Mädchen und der Po gepuschelt. Drei Figuren, die sowohl in Mystic Quest als auch in Secret of Mana mitspielen. Wollen die jetzt irgendwie sagen, dass die dieselben Charaktere sind? Soweit ich weiß, ist das aber nicht Kanon, oder? Ich bin jetzt irgendwie dieser Lore nicht ganz so verankert, aber ich meine nicht, dass die gleich die sind. Hm, klar, Pukepusche und so weiter spielt ja in derselben Welt, klar. Aber dass die doch dieselben sind? Das passt ja gar nicht zu der Story auch irgendwie, ne? Weil seit ja dieser Junge dieser Weise, der halt vorher noch nie gekämpft hat. Hm. Okay. Ah, hier haben wir. Verwirrungsbox. Für alle, die noch klar im Kopf sind, aber gerne etwas verwirrt werden möchten. Das japanische Secret of Mana auf dem Game Boy wurde auf den amerikanischen Markt in Final Fantasy Adventure umgeteilt. Um die Verwandtschaft mit dem erfolgreichen Final Fantasy Serie in Japan, Final Fantasy Legend Serie, zu verdeutlichen. In Europa wollte man den Namen Final Fantasy nicht verwenden, da hier nie ein Teil der Final Fantasy, oh Gott, hätten das geschrieben, zu vorlesen. Final Fantasy, Final Fantasy Serie erschienen ist, also nannte man das Spiel Mystic Quest. Das darauffolgende Rollenspiel für das Super Nintendo Entertainment System wurde in Europa Mystic Quest Legend genannt, während es in den USA den Namen Final Fantasy Mystic Quest trägt. Okay, das ist ja wirklich so, wir wissen, was momentan mittlerweile ja relativ, wie auch normal ist. Zumindest jeder, der sich mal mit der Serie etwas beschäftigt hat. Aber dass wir das hier auch erwähnen, das ist interessant, weil die diesen Blick über den Tellerrand haben die eigentlich damals selten gemacht, ne? Soweit ich weiß. Ach ja, das Double Feature. Die Mario und... Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Das sagen sich ja wahrscheinlich schon ein paar Mario-Spiele. All Stars hat mal, ich glaube, in der letzten Folge hier von Pedro Panda blättert. Herrliches Ding, No-Brainer. Wenn ihr für Super Nintendo irgendwie sammelt, das ist auf jeden Fall Pflicht. Das ist auch Pflicht. Mario Paint, aus der heutigen Sicht, ja, nicht mehr so geil. Also schon cool, aber nicht mehr so geil wie das. Also hier war halt wirklich so die Sache, ich kenne es wahrscheinlich auch selber, alle, die früher einen Computer gehabt haben, ihr habt doch sicherlich auch mit Paint bei Windows denn irgendwie so ganz obskure Zeichnungen gemacht. Da konnte man sich als Kindertrifi beschäftigen, weil das einfach ein Novum war. Weil in der heutigen Zeit kannst du ja, glaube ich, keinen mehr aus dem Ofen, vom Ofen her herauslocken. Hinter dem Ofen. Gott. Panda. Sprichwörter. Lernen Sie bitte. Das war Mario Kart. Ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Ups. Ich habe die eine Seite überblättert und bin hier gleich hier an das Stativ gekommen. Ach, und jetzt hier, wo noch Mickey drin ist. Ah, weswegen Mario-Micky-Show. Weil beide mit M anfangen. Ja, ein bisschen gewollt, ne? Was mich etwas verwirrt. Okay, Magical Quest. Super. Habe ich ja auch letztes, vorletztes Jahr, habe ich das nachholen dürfen. Das ist mir nämlich damals im Gang, aber ich fand immer den Stil in dem Nintendo Club Magazin super. Aladdin und Guftu. Ach, da frage ich mich natürlich. Die Mickey-Show. Hier haben wir Mario. 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 Mickey. Aladdin. Goofy. Wenn sie es nicht lieber in die Disney-Show. Ich will nicht klug scheißen, ne? Aber wäre es denn nicht die Disney-Show gewesen? Auf jeden Fall, Goof Troop, super Titel auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen ein Geheimtipp, obwohl ich glaube, so geheim ist das nicht mehr. Ein sehr schönes Puzzle-Spiel. Man sieht es hier so ein bisschen. Man muss halt Bildschirm für Bildschirm abarbeiten und Sachen verschieben und so weiter. Ist aber sehr, sehr schön und sympathisch umgesetzt auf jeden Fall. Die Trickzone. Eine Stunt Race FX. Boah. Ich weiß noch. Das habe ich damals gehabt. Und zwar war dieser Hype von dem Super FX-Chip. Und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen mittreiben lassen. Es ist halt ein Rennspiel. Sehr, sehr lahm. Ich glaube, irgendwann machen wir mal ein Video darüber, weil ich so eine Kindererinnerung dran habe. Also dieses frühe 3D, ich fand es schon damals nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber man hat es halt gespielt, weil, naja, man hat es halt gespielt. Ach, hier wird es doch Zelda 4 genannt. Link's Awakening. Interessant, ne? Ich glaube, Link's Awakening ist doch so ein bisschen außerhalb des offiziellen Kanons, oder? Interessant, dass es hier wirklich noch, ähm, ja, konstant durchgezählt haben, ne? Hm. Auch nicht schlecht. Der hat hier Ärger mit der Hexe. Super Mario Land 2. Hm. Mädchen-Power. Oh, Mädchen haben das auch gespielt? Hätte ich ja niemals gedacht. Oh Gott. Profi-Check. Ah, ja, hier die Charts. In diesem Sinne sieht die gefühlt auch immer anders aus, ne? Gehen wir auch die mal durch. Zelda 3 unterschreibe ich. Äh, Super Metroid. Die Leser haben ein Super Mario Kart. Okay, hier tauscht sich das. Secret of Mana ist bei den Profis sehr, sehr hoch. Und hier bei den Lesern gar nicht da. Aber das scheint relativ frisch zu sein, weil es ja vorher nicht irgendwo, ähm, hier drinnen war. SimCity Pack Attack. Okay. Über das Spiel redet echt keiner mehr. Mega Man X, klar. Denn Lost Vikings auch Super Spiel. Flashback. Sagt mir jetzt gar nichts. Mega Man X und Aladdin. Also ich wette, dass Mega Man X halt besser als Flashback ist. Aber Mega Man X redet man heute noch. Stunt Race FX. Also hier haben die Profis mal ab und zu gut getroffen. Manchmal nicht. Der Street Fighter 2 Turbo. Plog. Ich wusste gar nicht, dass Plog doch anscheinend so eine große Sache war, ne? Roy Rumble. Das hat ja auch irgendwie gespielt. Hm. Game Boy. Und zwar Link's Awakening. Ja. Richtig so. Mystic Quest bei den Profis. Ja. Möchte ich so momentan unterschreiben. Wobei Super Mario Land 2 natürlich auch geil ist. Ja. Wario Land. Das ist schlechter als Super Mario Land 2. Sehe ich momentan sogar ein. Ja. Mystic Quest ist auch relativ weit oben. Retroi 2 ja sowieso. Kirby's Pinball Land. Ich weiß nicht. Die Profis haben manchmal so eine komische Meinung. Ich glaube, das liegt aber auch teilweise wahrscheinlich daran, dass die, ähm, auch so ein bisschen was vermarkten wollen, ne? Super Mario Land 2 ist so weit unten. Ja. Aber ich glaube, da ist es tendenziell, dass sie auch mal was Neues reinhauen wollen, ne? Mega Man 2, Super Mario, ne? Tetris. Tetris. Immerhin. Yoshi's Cookie. Das habe ich letztens im Stream gespielt. Macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Bei Nintendo Entertainment System, da erschien natürlich nicht mehr viel. Die Schlimpfe. Ja. Wahrscheinlich, weil sie hier das Magazin haben, dann mussten sie das mal kurz hervorholen. Da gab es wahrscheinlich ein bisschen Marketinggeld, ne? Also ich habe das Schlimpfe nicht gespielt. Kann natürlich sein, dass es ein Superspiel ist. Glaube ich aber nicht. Hier, DuckTales 2, Kickelcubicle, sagt mir gar nichts. Wenig Menschen, ja, sehr schön. Erschien das so spät, oder? Warum landet das jetzt erst da drin? Hm. Da auch, Kickelcubicle. Hm, sagt mir gar nichts. Aber es scheint ja nicht so schlimm zu sein, ne? Hm. Was ist denn hier vom zwölfjährigen Lastytop, hm? Circle of Mana, Mystic Quest, Zelda 3, Zombies, Aladdin. Jo, ich weiß zwar nicht, ehrlich gesagt, was er mit Zombies meint. Aber, jo, kommt hin. Wobei ich hätte Zelda und Mystic Quest getauscht. Glaube ich. So was in Mystic Quest wäre gar nicht drin. Aber, jo, ist doch das Poster. Schöner Kalender. Ne, muss mal gucken, wie wir den Bildausschnitt. Jo, für 1995, ne? Boah. Brauche ich jetzt nicht Kirby-Comic? Thema, ich hab meine Finger weg. Falls ihr das lesen wollt, könnt ihr jetzt pausieren. Oder wollt ihr in Zukunft, dass ihr die Comics irgendwie vorlesen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Ich will die Videos nur nicht halt zu lang strecken, ne? Donkey Kong, genau. Das war ja, ähm, das quasi Remake oder Erweiterung des alten Spielhallen-Klassikers. Was ja relativ standardmäßig angefangen hat und dann halt sich immer erweitert hat. Brauche ich auch noch mal in einer Sammlung. Fällt mir gerade so auf. Wir haben gesagt, wir haben so ein bisschen eine kleine Stage-Übersicht. Ich hab jetzt keine aktiven Erinnerungen großartig dran, deswegen überspringe ich das mal mehr oder weniger. Link's Awakening, Tipps und Tricks, ach, ich liebe diese Spiele einfach. Ich suche ja momentan ja auch so ein bisschen nach Link's Awakening DX. Das hätte ich gerne auch in OVP, aber da werden mittlerweile echt Preise aufgerufen. Ei, 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 ei. Weil ich hab ja das Original, Link's Awakening, hab ich in OVP. Auch das war nicht gerade billig. Und, ähm, ja, weil es ja im Prinzip dasselbe Spiel ist, nur halt ein bisschen verbessert, würde ich da auch gerne die OVP haben. Ich bin ja nicht so der OVP-Sammler. Boah, jetzt hab ich ziemlich oft OVP in ein paar Sätzen gesagt. OVP, OVP. Ähm, ja, aber hätte ich natürlich auch ganz gerne. Ja, so ein paar Tipps. Das ist echt geil hier, dieser, dieser, ähm, wenn man was geklaut hat, dass man das ganze Spiel den Dieb genannt wird. Herrlich. Finde ich eine schöne Idee, dass man klauen kann, aber dass man entsprechend dann auch den, ja, bestraft wird, ne? Ich weiß mal, dass die von dem Ende, das kam für mich damals irgendwie so aus heiterem Hinne. Das hat mich echt damals runtergeschauen. Ja, Space Invaders, das war ich glaube, ne, für den Gameboy, genau. Und, äh, dadurch, dass, äh, dass das quasi für den Super Gameboy entwickelt wurde, zumindest für den Super Gameboy im Hinterkopf, hat das hier so eine ganz eigene Farbpalette und ich glaube sogar auch Musik, aber, äh, lage mich jetzt nicht drauf fest, ähm, auf den Super Gameboy, wo es natürlich noch mal wesentlich besser aussieht. Ist natürlich der Klassiker. Ich glaube, er wurde ein bisschen aufgebohrt, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber es ist natürlich so cool, dass sie quasi auf dem Modul noch, weil Platz war, sowieso viel extra Informationen für diesen Super Gameboy raufgeklatscht haben, ne? Wenn man das so sieht, das sieht auch relativ standard aus, ne? Hm. Habe ich noch nie gespielt, muss ich sagen. Kreuzigt mich, habe ich noch nie gespielt. Gameboy Gallery, auch noch so ein Ding, was ich noch nicht, also, da, da, da schien hier schon in der Ausgabe so ein bisschen so, weil was heute als Retro Gaming, äh, bezeichnet ist, ne? Oder, oder, oder HD Remakes. Das sind ja die, diese ganzen alten Game & Watch-Dinger, die hatten, äh, hatte Nintendo ja vor dem NES, glaube ich, nicht, äh, das war teilweise Parallele, aber auf jeden Fall vor dem Gameboy. Das war wie, wie dieser, so ein bisschen bessere, ihr kennt bestimmt diese Dinger von Tiger Electronics, diese LCD-Spiele, ne? Hat jeder von uns, ähm, war ganz, ganz primitiv, äh, natürlich jetzt ohne richtiges Display, wurden halt nur so ein paar Sachen angezeigt, und man konnte dann halt etwas steuern, und, äh, war sehr, sehr primitiv, und anscheinend haben sie, dass das jetzt auch, ähm, ein paar Versionen davon auf den Gameboy portiert. Fehlt mir auch noch mal einer Sammlung, muss ich sagen. Deswegen kann ich jetzt zu den einzelnen Spielen gar nicht so viel sagen, aber wenn man hier so den Vergleich sieht, also grafisch haben sie ja HD Remake halt, ne? Also quasi, haben sie natürlich schon ordentlich aufgebohrt, ne? Vermin, Simmon Factory, Manhole, Flagman, hm. DuckTale 2, ja, da habe ich auch einen Test zugemacht, das war auch eines meiner ersten Tests. Ich persönlich finde ja den ersten Teil besser, wobei es natürlich, ähm, in dem selben Chart schlägt, ne? Ähm, das ist ein feines Spiel, wenn ihr es euch spielen wollt, und, ähm, euch das Modul kaufen möchtet, würde ich euch auf jeden Fall die Gameboy-Variante empfehlen, weil ich glaube, die kriegt man für, boah, 15 Euro oder irgend sowas in der Art, während das, äh, NES, die NES-Version wirklich, wirklich teuer ist. Ich glaube, das hat man 50, 60 Euro mindestens, aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich die aktuellen Preise nicht im Kopf habe. Also nagelt mich nicht drauf fest. Aber im Prinzip ist es, ähm, mehr vom Gleichen. Also ich liebe ja DuckTales, habe ich auch den Gameboy sehr geliebt, und auch auf den NES habe ich das jetzt auch denn letztes Jahr nachgeholt. Ist ja im Prinzip dasselbe Spiel, nur halt noch ein bisschen besser. Wobei, so aus Nostalgie-Gründen finde ich denn die Gameboy-Version, obwohl ja eigentlich minderwertiger, irgendwie schöner. Ich weiß nicht. Ja, Super Mario, oder Mario-Lens, Super Mario-Lens 3, wurde ich nie warm, ehrlich gesagt. Gucken wir mal so ein bisschen. Waren hier nicht irgendwo noch die Schlümpfe? Der Weihnachtsmann hier, der gab es auch einen, äh, Oh, das, 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 das Devil habe ich gehasst, beim Test, ist ganz schlimm. Der Weihnachtsmann war auch passiert gut auf Mana, das war irgendwie ganz seltsam. Ich weiß auch nicht, warum ich so ehrlich gesagt. Ja, Schlümpfe! NES. Keine Ahnung. Echt nicht. Ich habe es nicht gespielt. Schlumpf-Spiele gab es ja in der Zeit viele. Sieht jetzt, ehrlich gesagt, wie die anderen aus hier. Also wie die Super Nintendo Wii Anteile oder so, halt als 8-Bit. Wird, denke ich mal, ungefähr genauso sein. Und ich war kein Fan irgendwie. Na gut, das war halt eines dieser sausau späten Releases für das NES noch, ne? Aber hier die, die, die Sümpfe und hier ein Schlumpf-Bach und sowas, das kommt mir zumindest bekannt vor, um das Gebirge. Also das scheint sich einigermaßen zu überschneiden. Oh, naja. NES bin ich kein Experte, muss ich sagen. Ich habe es zwar damals, mein Bruder hatte das System, habe ich natürlich ordentlich gezockt, aber, ach, irgendwie. Ich weiß nicht. Was ist das für eine Werbung? Guckt euch das mal an, Secret of Mana. Spieleberater. Überhaupt kein Bild, wie es aussieht. Hier hat das, gar nicht das richtige Cover drauf, das haben wir schlecht zusammengestückt. Und wo ich jetzt gerade lachen muss, guckt euch mal das an. Wie kacke sieht der denn aus? Aber, lustigerweise, erinnert der mich von dem Look jetzt, wie das Remake, was jetzt Anfang des Jahres erschienen ist, beziehungsweise, wenn das hier erscheint, letzten Jahres. Die haben ja auch so einen Low-Poly-Look, ne? Was, womit ich überhaupt gar nicht, wie so, mich anfreunden konnte. Aber das scheint nicht selbe Kante hier zu schlagen. Also, die haben gar nicht einen eigenen Look kreiert, die haben hier nur das von der crappy Werbeanzeige hier benutzt. Oh Gott, sieht die Werbung scheiße aus für so ein episches Spiel. Ein sagenhaftes, Action, aufregendes, Adventure, faszinierendes Rollenspiel. Ist auch nicht gerade catchy, oder? Hm, ich weiß nicht. Da hat irgendwie die Marketingabteilung von Square irgendwie nicht so geil gemacht. Irgendwie. Naja, mit diesem Schreckensbild. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, Leute. Ich freue mich immer, wenn ihr mir auch Kommentare da lässt und so weiter. Ihr kennt das bla 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 Abo bla bla bla, wenn ihr es nicht schon habt. Also, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das guckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Heute ist wieder mal Blätterzeit und zwar schauen wir uns die Ausgabe 1 im siebten Jahrgang, also 1995 an. Ist eine sehr farmfrohe Ausgabe, wie man sieht. Es ist mal wieder eine Januar Ausgabe, wie in der letzten Folge ja schon. Deswegen erwarte ich jetzt keine großen Super-Spiele-Enthüllungen. Ja, Hauptthema scheint Wario Blast zu sein und wo ich mich schon drauf freue, Crazy Chase. Da habe ich ja mal eine Retro Panda Crazy Folge zu gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie sie das hier hochhalten. Aber fangen wir mal an. So, Super Nintendo das Kid Clown in Crazy Chase, Super Punch-Out, Pac-Man 2, Illusion of Time, Tetris und Dr. Mario, Donkey Kong Country und natürlich der Dauerbrenner Secret of Mana dabei. NES nimmt natürlich 1995 schon arg ab, ist nur noch Wario Woods, Game Boy, Wario Blast, Mega Man 3 und DuckTales 2. Ja, ich würde sagen, so von den Spielen her eine eher magere Ausgabe, oder? Wenn man gefühlt in den letzten Ausgaben, in den frühen Ausgaben, da wurde man zugebombt. Aber, naja, schauen wir mal rein. So, erstmal die Mailbox, das ist ja immer so ein uninteressantes, natürlich hier die schönen Zeichnungen. Ach, Block ist sogar dabei. Schauen wir mal an. Hat es quasi in der Gunst der Spieler hochgeschafft. guckt euch mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, wenn ihr das natürlich jetzt mit dem Handy schaut. Zoomt mal ran. Ah, herrlich, 90er Jahre T-Shirt oder was das sein soll. Haha, herrlich. Ja, und dann fahren wir hier gleich schon an. Kid Clown in Crazy Chase. Ja. Das muss echt ein Lama-Monat gewesen sein, muss ich sagen, weil das Spiel ist Grütze. Also, technisch sieht es wirklich spitzenmäßig aus. Wie gesagt, ich habe ja mal eine Retro-Panakwezi-Folge dazu gemacht. steuert sich komisch durch die ungewöhnliche Perspektive. Technisch super, kann man nichts sagen, aber, ja, also, dass das jetzt so hoch gehypt wurde, kann man eigentlich nur damit erklären, dass da irgendwie Marketing-Gelder geflossen sind oder ähnliches. Ich kann es mir nicht anders erklären, echt nicht. Aber hier schön, ne? Schöner 90er Hintergrund. Ja, komisch, sie zeigen hier nur so rangesoomte Ausschnitte. Ah, ja, genau. Und zwar hat man es hier. und zwar ist das, glaube ich, der erste Level. Den habe ich auch in der, genau, Stage 1 Wald, in der Retro-Panda-Quiz-Folge gespielt. Ist halt so, dass das quasi, ja, heute auf dem Handy oder ähnliches würde man vielleicht Endless Runner dazu sagen. Das heißt, ihr startet hier, müsst halt die Strecke runterlaufen, Hindernissen ausweichen, Sachen einsammeln und so weiter. Also kein klassisches Jump'n'Run. Problem ist, ihr seht es an der Perspektive hier, dadurch ist die Steuerung nicht gerade einfach, weil die halt so leicht angeschrägt ist und man nie so hundertprozentig weiß, wo man ist. Und das aller, allergrößte Problem, wo ich wirklich das Kotzen bekommen habe, ist, reicht nicht, dass ihr einfach halt zum Ende kommt. Nein, wie man hier sieht, man muss so Kartensymbole einsammeln. und sobald man einen verpasst hat, was sehr, sehr, sehr schnell passiert, ist Game Over, beziehungsweise verliert ihr ein Leben und müsst von ganz vorne wieder anfangen. Wer hat sich das überlegt? Und dann wird das hier noch so hochgehypt. Freunde, das ist kein Spaß. Nee. Dass das hier so hochgehypt wurde, okay, oh, ich sehe hier endlich mal die anderen Städte, aber das sieht ja im Prinzip genauso aus. Mal gucken, was er sagt. Ich bin plattgewalzt worden, in Pfützen gefahren, explodiert, weggeweht worden, auf Bananenschein ausgerutscht und in Reißnägel getreten. Außerdem haben mich mehrere Autos überfahren. Bis zur nächsten Ausgabe muss ich mich erstmal erholen. In der nächsten Ausgabe wollen wir dich auch gar nicht sehen. Alter. Alter, ist das Spiel scheiße. ey. Und dann haben sie hier große Titelstory. Eins, zwei, vier Seiten. What the fuck? Aber nur gut. Da sieht man, es ist im Prinzip ein Werbemagazin. Was allerdings nicht schlecht ist, ist Super Punch Out. Ich muss sagen, das war auch einer meiner ganz, ganz frühen Tests, wo ich das mal gespielt habe. Das ist an mir damals komplett vorbeigegangen, dass es diese Super Punch Out gab. Wahrscheinlich, weil es anscheinend relativ spät erst erschienen ist. Ich bin natürlich mit dem NES-Teil aufgewachsen, habe den gesuchtet ohne Ende. Deswegen ist der für mich im Herzen natürlich besser. Aber natürlich technisch gesehen, das Super Punch Out setzt da überall noch ein bisschen was drauf. Ist natürlich auch dieser ursprünglichen Arcade-Version, worauf das Ganze ja basiert. Optisch natürlich auch eher entsprechend. Ja, schönes Spiel, kann man nichts sagen. Wobei, das ist ja der erste wirklich schwere Gegner hier, der Dragon-Schaden, weil der so komische Tritte macht. Boah, habe ich gebraucht, um da dran vorbeizukommen. Aber das ist halt Punch Out. Ihr müsst euch die Muster der Gegner merken und dann wisst ihr, wie man sie kontern kann und dann geht's eigentlich. Ja, wobei natürlich ist der Punch Out. Aber guck mal hier, das hat auch vier Seiten bekommen, wie Kid Clown. Obwohl es ein tausendmal besseres Spiel ist und natürlich von Nintendo selbst beziehungsweise während die das glaube ich gepublished haben. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, ob die das jetzt auch selber programmiert hatten. Da kann ich mich auch eventuell irren. Da will ich jetzt nicht für meine Hand ins Feuer legen. Die haben hier natürlich den ganzen Einzelkämpfer vorgestellt. Der BH-Gabby J die gehen eigentlich noch. Der genauso, wie gesagt, also der erste, den ich wirklich frustrierend fand, war Dragon's Chant. Bad Bull kannte man ja noch aus dem ersten Teil. Deswegen hat man da die, ich glaube, da war, spielte sich hier sogar genauso. Deswegen hatte ich das eigentlich ganz gut drauf. Ja, Pac-Man 2. Da habe ich mal irgendwo mal ein Video gesehen. Ich glaube, bei Gameshack oder ähnliches. Bin mir nicht sicher. Das hat ja wirklich nur den Namen Pac-Man überein. Das ist nicht dieses klassische Pac-Man, wo ihr das Labyrinth habt, wo ihr den Geister, Geister, nicht Geister, Geister verfolgen müsst. Und das scheint hier so eine Art Adventure zu sein. Habe ich persönlich noch nie reingespielt. Irgendwann werde ich das sicherlich mal machen. Wobei es natürlich auch nicht federfrei ist. Ist natürlich auch nicht so ein bisschen komisch. Ich glaube, da steuerte man den Pac-Man eher so indirekt. Aber es ist mal interessant, dass da ja schon so langsam angestaubte Lizenz noch ein bisschen neu aufgepeppt wurde und da was ganz anderes reinginterpretiert wurde. Faszinierend. Was da alles möglich war. Und schon wieder Illusion of Time. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keine dicke Ausgabe ist. Oder kommt mir das irgendwie nur so vor. Also von Seiten her geht es eigentlich. Illusion of Time. Ja, das hatte ich damals sogar gespielt. Ja, kommt meiner Meinung nach nicht wirklich an Zequit auf meiner an, aber das ist natürlich sowieso schwer. Ist aber ein schönes Spiel. Das ganze Kampfsystem ist eher so auf Action ausgelegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier ein wesentlich komplexer. Hier kann man so Figuren einsammeln, womit man dann verschiedene Skills leveln kann. Ja, der der Clou ist halt, dass ihr eigentlich so als normaler Junge spielt und euch dann teilweise dann halt hier in so einen Ritter verwandeln könnt. An bestimmten Statuen und so weiter. Also es ist ein interessantes Rollenspiel. Hat einen sehr interessanten Ansatz, was ich so auch bisher nie großartig woanders gesehen habe. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ist nicht umsonst auch eines dieser großen Rollenspiele für die Super Nintendo. Wobei es nicht so ganz in der A-Liga, wie zum Beispiel ein Circuit of Mana oder Chronotrigger und so weiter spielt. Aber ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Aus Gottes willen. Nicht, dass er mich falsch versteht. Das ist wirklich immer noch gut, aber etwas anders. Was auch gut ist. Das muss ja nicht alles das Gleiche sein. Hier könnt ihr natürlich hier oben, man kann laufen und rennen. Ja. Ihr könnt laufen. Ihr könnt euch bewegen. und das in ein Rollenspiel. Das ist ja Revolution, würde ich sagen. Hier haben wir die Metamorphosen. Gottes willen. Ich sollte nicht abends nach einem langen Arbeitstag hier noch aufnehmen. Einmal dieser Ritter und dann ist das hier so eine Geistgestalt, was so ein bisschen ja so Magier ist der falsche Ausdruck, aber halt so Lichtgestalt, wo ihr halt richtig, richtig stark drin seid. Und dann sind wir hier schon beim nächsten. Also das springt hier in der Ausgabe wirklich gefühlt von Spiel zu Spiel. Ja, Tetris und Doktor Mario. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gespielt, aber ist logischerweise eine Kombination aus Tetris und Doktor Mario. Ich weiß, große Überraschung. Da wäret ihr nie von alleine drauf gekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Mal gucken. Knobelpower im Superpack. Hier ist das so nebeneinander. Das sind quasi auch ein Zwei-Spieler-Modus. Einer spielt Tetris, einer spielt Doktor Mario. Ach, stimmt hier. Mal keinen Tetris auswählen, Doktor Mario und ein Mixed Match. Tatsache. Hm. Interessant. Das ist aber, finde ich, ein schöner Ansatz, dass man diese beiden eher einfachen Spiele nicht einfach so jetzt 1 zu 1, 2 in 1 mäßig quasi auf der Super Nintendo portiert, sondern dass man sich auch Gedanken macht, wie man diese beiden Spiele verknüpfen kann. Ja. Gute Idee. Also muss ich mir irgendwann mal anschauen. Ich sitze allerdings jetzt nicht ganz, ehrlich gesagt, so ganz hoch auf meiner Super Nintendo-Kaufliste, weil, naja, ist das Tetris und Doktor Mario. Kennt man halt, ne? Dann, wenn man so ein Budget hat, dann kaufe ich mir lieber Spiele, die ich noch nicht kenne, wo ich mir ein bisschen was Neues erforschen kann als so altbekanntes, ne? Geht euch vielleicht auch so, ich weiß nicht, aber ich gucke mir den lieber wirklich Spiele an, die ich noch nicht kenne. Genau, hier, Mixed Match, Tatsache. Ne, hier haben sie aber nicht, die beide, zumindest nicht abgebildet, dass das verschieden ist. Hm, na gut, ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wie Tetris und wie Doktor Mario geht. Also da müssen wir jetzt nicht noch näher in die Analyse reingehen. Donkey Kong Country, das ist da doch schon längst erschienen, oder? Das scheint hier denn so ein bisschen komplett hilfenmäßig zu sein. Ich werde da mal kurz zum, zum, äh, Dings, ne, doch, tatsächlich. Ich dachte, das wäre hier so, die Trickzone, kommt erst später. Ha! Okay. Gut, das ist ja im Prinzip hier, ähm, die Level vorgestellt. Das weiß ich hier noch, im Sturzteil fand ich richtig geil, dass das so Nachtstimmung ist und dass das die Musik hier auch noch so prima, prima untermalt, ne? Diese Nachtstimmung, dass das alles so ein bisschen gedämpft ist, die Musik und sowas. Na gut, auch über Donkey Kong Country, das kennt ihr alle. Da muss ich jetzt noch keine großen Worte verlieren. Ähm, der Unterwasserlevel. Boah, ich hab immer Unterwasserlevel wirklich gehasst. Hier ist es ja wenigstens so, glaube ich, dass man, ähm, keine Luft hat und man ständig irgendwie auftauchen muss. Solche, sowas mag ich immer nicht. Ich weiß nicht. Ähm, aber auch so die Steuerung und so weiter. Ich fand Unterwasserlevel schon in Mario eher so, naaah, Unterwasser und Eislevel, da war ich nie ein Fan von. Ach, Secret of Mana. Schöne Art hier sehe ich gerade, da wo sie den, äh, Lufti heißt er ja in der deutschen Version und finden den Drachen. Ja, sehr schön. Aber da scheint ich ja auch mehr so jetzt so in Richtung, ähm, etwas Komplettlösung zu gehen, weil ich glaube, Secret of Mana müsste vom Thema her da eigentlich schon längst durch sein, aber wird natürlich jetzt gefühlt schon über Dutzende Ausgaben irgendwie gestreckt und vorgestellt natürlich, weil das halt der große Shit damals war, ne. Ist es ja heute immer noch, so gesehen. Ach genau, das ist hier relativ, denn in der, in der Mitte des Spiels, glaube ich, hier, wo man Dorf der Kobold denn hat, diesen, äh, vier Jahreszeiten weit, ist das glaube ich, oder? Der Drache in den Drüffelfeldern. Okay, gut. Aber wie war es da, wo man einen Drachen bekommt? So, genau, hier mit dem Schiff. Ja, das bildet jetzt so 1 zu 1 fast, glaube ich, ähm, den Spieleberater ab im Prinzip. Da haben wir es natürlich dann jetzt auch billig Seiten generiert, ne. Unbeziehenbarer Markus, mhm, das war einer der einfachsten Bossgegner, die es gab. Na gut, und hier ist natürlich auch so ein Beispiel, das war ja schon der, puh, der zweite Boss, glaube ich, wenn man die, auf die Kobolden trifft. Ähm, das haben natürlich dann öfter auch mal so, den, denselben Boss genommen, nur eine andere Farbe, wie man es damals halt gerne gemacht hat und halt mehr, äh, Hitpoints oder vielleicht noch eine Eigenschaft mehr oder irgendwie sowas und zack, hatte man einen neuen Boss, ne. Die Wand wurde ein paar Mal recycelt, ich glaube, er hier sogar auch. Ich bin mir gerade aber nicht so hundertprozentig sicher. Ja, Kristallweite, da findet man den Weihnachtsmandel. Da weiß ich nur, dass ich damals sehr überrascht war. Power Berater. Hey, boah, was? Es gibt einen Power Berater zu Links Awakening? Ha, wusste ich noch gar nicht. Also das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Ha, den muss ich mir mal besorgen. Also, wenn, wenn einer zuhört und den zu Hause hat, kann er mir gerne ein Angebot machen, wenn er den loswerden will. Würde mich interessieren. In Japan hat die Zukunft schon begonnen. Nintendo präsentiert den Virtual Boy. Ja. Wird der Hammer. Wird der nächste heiße Shit. Game Boy Becken Farbe. Endlich. Game Boy Special Edition ist da. Achso, oder transparent. Ich dachte, hier wird der Game Boy Color jetzt angeteasert. Aber im Prinzip jetzt nur die verschiedenen Cases. Ja, die transparente, das weiß ich, das war damals der große Shit, wo man dann plötzlich die Elektronik sehen konnte. Aber herrlich, versteht na. Nun ist es amtlich. Noch vor dem Ultra 64, okay, da war das noch der Arbeitstitel, wird in Japan bereits ein weiteres revolutionäres Nintendo-Produkt erscheinen, das Ende letzten Jahres auf der Shoshinkai, einer der größten Videospielmessen der Welt erstmalig vorgestellt wurde. Das Projekt dreht den Namen Virtual Boy und ist ein 32-Bit-System, das hat über zwei auflösende Spiegel-Scanner LED-Displays verfügt, die in einer futuristischen anmutenden Brille installiert sind. Diese machen die Erzeugung einer bisher einzigartigen 3D-Perspektive möglich. Ergänzt wird das System durch einen Double-Grip-Controller, der mit gleich zwei Steuereinheiten den Anforderungen dreidimensionaler Videospielwelten gerecht wird. Als erstes Spiele für die Virtual Boy ist ein neues Mario-Abenteuer so ein Flipper-Spiel geplant. Wann und ob der Virtual Boy auch in Europa erhältlich sein wird, steht zur Zeit noch nicht fest. Sobald es weitere Neuigkeiten über den Virtual Boy gibt, wird euch Club Nintendo darüber berichten. Ja, super. Obwohl, teilweise sind die Spiele wohl gar nicht so schlecht da drauf. Es gibt einen guten Kanal, der heißt Jeremy Parrish, der hat momentan auch so eine Serie angefangen, wo er so ein bisschen die die Virtual Boy Spiele vorstellt. Also das ist ein englischer Kanal. Sehr empfehlenswert, aber das scheinen manche Spiele durchaus ordentlich zu sein. Das Poster. Das müsste ich mir eigentlich irgendwo hinhängen, oder? Ein Kid Cloud Crazy Chase Poster. Genau das habe ich gebraucht. Charts. Zelda 3, klar, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Heel Good of Mana, All Stars, Super Metroid, Mega Man X, Equinox. Das habe ich mal den Namen gehört, aber sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, aber ich würde sagen, keine großen Überraschungen jetzt. Game Boy genauso, Link's Awakening, Mystic Quest, Super Mario Land 2, 3, Kirby's Pinball Land, das ist überraschend bei den Profis mal wieder, Super Mario Land 1, klar, Kirk auch super Spiel, Mystic Quest, Dr. Mario, Donkey Kong, Stümpfe, ja, wie immer hat man das Gefühl, dass bei den Profis immer so ein bisschen mehr auch so die Anzeigengelder, sage ich mal, mit reingespielt haben. Ja, dann haben wir hier NES, Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, Dr. Mario, Mega Man 3, alles wenig überraschend, würde ich sagen. Battle of Olympus, hm, habe ich noch nie gehört. Hm, naja, mal gucken, der Thorsten Plink, ne, schöne, schöne 9er Jahre, was, der ist 27, der Spieleberater, Gott, ich weiß ja, ob ihr das richtig sieht, aber der sieht richtig alt aus. Links in the Reckling, Mystic Quest, Metroid, Bart Simpson, Escape from Camp Dead, die Summer auf dann Platz 4, der gehört von seinen Eltern aber geschlagen, hier auf Platz 4. Pfft. 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 Blätter ich gleich weiter. Ja, Schlümpfe, Game Talk, ähm, ja, verschiedene Systeme, boah, boah, ja, weiß ich nicht, Schlümpfe, sind solide Spiele, Achtung, Panda Keyword, aber, jetzt nicht wirklich gut, ne, aber haben sie hier schön gemacht, wobei natürlich auch teilweise hier mal eine höhere Auflösung genutzt haben können. Ja, Mario Blast, schönes Spiel, ähm, muss ich sagen, wobei mir deiner Blaster, ehrlich gesagt, auf den Game Boy besser gefallen hat. Hier hat man halt noch so ein bisschen Bosskämpfe mit drin und so weiter, aber deiner Blaster für den Game Boy finde ich persönlich besser, wobei das natürlich fast schon eine Deiner Blaster Version 2.0 ist hier. Ist auch ein schönes Spiel, aber ist halt ein Bomberman halt noch ein bisschen aufgepustet quasi, ne, also, ja, ihr wisst, was euch erwartet, mit Bossen, mit verschiedenen Gegenden, die üblichen Power-Ups, also man kann sie auch schön reinsteigern, also wenn man Bomberman oder deiner Blaster mag, kann man hier auf jeden Fall mal gut reinschauen, auf jeden Fall. Wow, da haben sie aber hier richtig, da musst du so Seiten generieren, oder, hat man das Gefühl? Ja, Mega Man 3, Mega Man-Spiele muss ich gestehen, habe ich nur Mega Man Dr. Wileys Rache bisher auf den Game Boy gespielt, ich habe hier noch irgendwo von Mega Man 2 das Modul rumfliegen, aber, ja, das ist halt, das soll ja nicht so gut sein, ich weiß es natürlich jetzt nicht, wie Teil 3 ist, sieht auf den ersten Blick halt wie Mega Man aus, irgendwie, auch hier haben sie ganz schön viel Platz, irgendwie, ne, DuckTales 2, ja, habe ich auch schon einen Test zugemacht, finde ich, ist halt DuckTales, ist halt ein bisschen DuckTales 1 genommen und so ein bisschen was drauf gesetzt, aber nicht enorm viel, ja, ist auch damals an mir vorbeigegangen, deswegen mag ich den ersten Teil auf jeden Fall auch lieber in dem Fall, hier kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch das physisch haben wollt als Modul, kauft euch die Game Boy Version, die ist wesentlich günstiger als die NES Version, die man hier sieht, weil anscheinend, na gut, es erschien spät, da haben sich wahrscheinlich viele verkauft und ja, die Game Boy Version ist ja, war ja oft so, dass die NES Version auf den Game Boy portiert wurde, fast 1 zu 1 mit halt abgespeckter Grafik logischerweise und daher verpasst ihr vom Spielgefühl, sage ich mal, nicht viel. Ja, die Trickzone, wie immer, Suhl, ja, Tricks halt, ne, Probotektor, Superstar Gallery, oh cool, kann man hier Geburtsort und sowas, Link ist in Hyrule geboren, Hobbys hat Edelstein und Herzchen sammeln, mit Prinzessin Zelda flirten und sich im Schwertkampf üben, sein großes Vorbild, Robin Hood, das ist aber an einer anderen Dimension, ne, Kirby, Dreamland, Hobbys, Glitzersternen polieren, Entschuldigung, ich muss gerade an was anderes denken, als Flipperkugel einen drauf machen, Detektiv spielen, sein größtes Vorbild, Humphrey Bogart, Pac-Man, Coolerland, Fragezeichen, Hobbys, seine Familie ist sein größtes Hobby, doch auch das Sammeln von Power-Ups und Früchtchen machen die große Freude, aha, Mario, Geburtsort, Brooklyn, ich habe irgendwie immer gedacht, dass Mario in Japan geboren ist, ehrlich gesagt, Hobbys, Pizza essen, Prinzessin retten, Pasta essen, Kupas stampfen, Junkfood verschlingen und natürlich einen Schlaf der Gerechten schlafen, also super Vorbild für die Kinder, Geburtsort, Bananenpalme, ach, die Bananenpalme, Hobbys, Bananen sammeln und fressen, Fesse aller Art, hübschene Frauen sammeln, ja gut, das ist ein normales Hobby, würde ich sagen, ne, Samus Aram, Planet Zebes, Hobbys, Samus liebt Rätsel aller Art, löst, ne, liebt Rätsel aller Art und gibt selbst so manches auf, achso, wegen Rätsel aufgeben, ja, in ihrer Freizeit erholt sie sich der Käfer kräfteraubenden Jagd, in dem sie viel schläft und schon lange in der Badewanne liegt, hm, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, Simon Belwood, äh, Transsilvanien, logisch, am liebsten liest er vorzugsweise englische Klassiker, wie zum Beispiel Dracula, hm, Donkey Kong, kein viel Comic, auch schön, ich mach mal wieder hier, falls ihr lesen wollt und Standbild, ich packe mal meine Griffel weg, so, nächste Seite, so, ja, sind wir schon fast durch, ne, Mario Woods fürs NES, da hab ich ja die Superinterno Variante gespielt, ich glaub, das war das Spiel, was ihr nicht so geil fand, genau, wo ihr den kleinen, ähm, äh, genau, Steuerung, find ich, find ich persönlich kacke, weil ihr halt diesen kleinen Totchen steuert und damit halt die Gegenstände dann neu sortiert und kombiniert und das ist einfach viel zu fummelig, find ich, mag ich nicht, bin ich nicht mit warm geworden, deswegen, da, jo, und dann sind wir schon durch, ne, hm, ich seh grad, Batterie meiner Kamera blinkt rot, gutes Timing, hier wieder das schöne Secret of Mana Werbung, ja, das war wieder durch, eigentlich ganz solide Ausgabe, bisschen wenig Spiele, würde ich sagen, und, wie gesagt, Titelthema Crazy Chase, verstehe ich nicht, und dann noch als Poster, da kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass da Marketinggeld reingeflossen ist, anders kann ich mir das nicht erklären, naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann ihr das guckt, ob ihr das am Sonntag guckt, wann das hier rauskommt oder ähnliches, denkt dran, ich finde euch alle fantastisch, ihr seid fantastische Menschen und dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal, macht's gut meine Leute, Tschööö Hallo ihr fantastische Menschen da draußen Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert Und heute habe ich mir die Ausgabe vom März 1995 Das war die zweite Ausgabe im siebten Jahrgang herausgesucht Ihr Hauptthema ist Marius Picross und Megaman 5 Was etwas verwundert Ich hatte jetzt gar nicht auf dem Radar Dass das so spät erschienen ist Ich meine 95 Ey das ist schon krass oder? wie lange da noch Titel für das NES erschienen sind, da war ja sogar fast das Super Nintendo schon alt und das Nintendo 64 war so langsam aber sicher auf den Schirm. Finde ich echt krass, dass sie dann hier noch quasi als Titelthema ein NES-Titel genommen haben. Aber naja, genug Davorrede, schauen wir einfach mal rein. Wie immer das Inhaltsverzeichnis sehr schön aufgemacht. Ja, wobei man sieht schon, es dünnt sich so langsam aber sicher aus. Nur zwei Gameboy-Titel, das eine NES-Spiel, aber dafür super Nintendo natürlich. Und auch da, oh, 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 seht ihr das? Kid Clown, mein Lieblingsspiel überhaupt, herrlich, 1A. Ja, die Mailbox, wie immer, schöne Zeichnung. Auch hier der junge Mann hier hat durchaus Talent, schöner Zeichenstil. Ja, kann was, ne? Dafür ist es ein kleines Kind. Ach du Scheiße. Ein Plock-Keks, der ist ja herrlich. Also das kann man sogar einigermaßen erkennen. Es ist natürlich jetzt nicht super duper tippitoppi, aber so Plock-Keks würde ich auch mal nehmen, oder? Super Idee auf jeden Fall. Ja, ich glaube solche Bilder, die haben alle Eltern von uns gemacht, oder? Ich halte es für euch mal besser in die Kamera. Habt ihr sowas auch, dass eure Eltern euch irgendwie auf dem Klo fotografiert haben? Ganz ehrlich, das hätte sogar ich sein können. Wo ich glaube, auf dem Klo habe ich Gameboy nie so gespielt. Wobei das natürlich so ein bisschen Klischee ist. Ich sag nur, der Onkel Weidermann mit auf dem Klo mit dem Gameboy eignet sich eigentlich so herrlich, immer so zwischendurch eine Runde Tetris zu spielen. Aber heutzutage hat man ja Handys, von daher braucht man das auch nicht mehr. Ja, kommen wir zu dem ersten Super Nintendo-Spiel, Illusion of Time. Das sind ja jetzt keine Spieletests in dem Sinne, sondern eher Tipps und Tricks, sage ich mal. Das Spiel hatte ich sogar damals, wobei ich sowohl damals als auch heute nie so wirklich, wirklich warm mit wurde. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, warum. Es ist irgendwie so komisch. Ihr spielt ja zum Beispiel hier diesen Typen mit der Flöte, ist das. Der kann in seiner Grundform quasi gar nichts, ich glaube, kämpfen konnte der. Es ist schon ewig her, dass ich da jetzt reingespielt habe. Also ich habe das Modul bei mir da, ich habe es kurz angetestet, aber es ist nicht großartig gezockt. Ja, und zwar könnt ihr dann halt bei den Dungeons in den Ritter und in so ein Elementarwesen euch verwandeln. Aber natürlich immer nur an bestimmten Stellen und nicht so quasi on the fly. Deswegen müsst ihr euch entscheiden, okay, hier möchte ich mit dem Ritter weitermachen. Und der kann natürlich andere Sachen als zum Beispiel der Junge mit der Flöte. Mit der Flöte könnt ihr zum Beispiel, gibt es so einen Knopf, da könnt ihr die Flöte so komisch drehen und per Telekinese Blöcke zu euch schieben oder auch wegstoßen, soweit ich mich richtig erinnere. Deswegen müsst ihr euch... Ach genau, hier ist so ein Raum abgebildet. Auch das zeige ich euch mal in die Kamera. So sieht das aus. Ich habe auch die Musik von diesen Räumen noch im Kopf. Also im Prinzip technisch sehr gut aufgemacht. Geht zum Glück auch so seinen eigenen Weg. Aber bei mir war so damals dieser Gedanke an Sequel of Mana festzementiert, sage ich mal. Und dadurch, dass das anders war, war es für mich komisch. Aber ich denke mal, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt und so weiter, ist das durchaus nicht verkehrt. Vor allem, weil das Spiel so ein bisschen auch so Zeitabschnitte abarbeitet, sage ich mal. Da gibt es so eine Art Maya-Stadt und so weiter. Ihr reist da quasi durch historische, richtige Örtlichkeiten der richtigen Welt und nicht, das ist keine Fantasy-Welt. Also natürlich schon nicht die Welt so, aber man sieht, dass es sein soll. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, hier sind natürlich wieder ganz üblich. Müsst ihr in Dungeons irgendwas einsammeln bei den Bossen. Irgendwelche Kristalle oder so. Ich kann mich gerade echt gar nicht erinnern. Dann hat das Übliche, also der Grundaufbau ist genauso wie bei Sequel of Mana oder bei Zelda. Ihr habt eine kleine Oberwelt, wo ihr kleine Aufgaben erledigt und müsst natürlich dann entsprechend in die Verliese und da dann das Richtige machen. Genau hier zum Beispiel die Inka-Ruinen und so weiter. Ach ja, hier, da kann ich mich gut dran erinnern. Genau diesen Anlauf- und Sprung, da habe ich damals echt lange gebraucht, bis ich das habe. Und zwar gibt es halt so eine Schräge, wo ihr dann quasi mit Schwung runterlaufen müsst, um dann über eine Ecke zu springen. Bis ich das damals irgendwie gerafft habe, ich weiß auch nicht. Ja, hier kommen wir gleich jetzt schon zum Titel, Titel, Titel des Magazines. Gott, ich wollte den jetzt so zu spielen. Den sagt man ja auch schon mal, der Titel, deswegen aber der Titel, Titel ist natürlich, ne? Ja, mein Gehirn ist manchmal etwas auf Stand-by, sage ich mal. Also das Titelspiel. Und zwar Mario Picos. Damals so an mich komplett vorbeigegangen. Ich weiß, dass es da sogar Fernsehwerbung gab und so weiter. Ja, aber ich habe es nie gerafft. Und so auf den ersten Blick ist es auch nicht sehr zugänglich. Aber, ich glaube, letztes Jahr war es das oder war es dieses Jahr. Irgendwann habe ich einen Test zu dem Spiel gemacht. Und damit habe ich mich dann auch mit den Regeln beschäftigt. Und wenn man die drauf hat, die eigentlich relativ einfach sind, macht das Spiel echt viel Spaß. Ich habe sogar auf der Arbeit fast alle Arbeitskollegen mit Picos angesteckt. Es gibt natürlich jetzt momentan auf dem Handy auch Dutzende quasi kleine Spiele-Apps, die dieses Spielprinzip umsetzen. Natürlich ohne Mario. Da haben sich alle ständig mit dem Handy irgendwelche Picos-Spiele gespielt. Ist auch schön, man löst kleine Rätsel und hat zum Schluss ein kleines Bild. Wenn ihr die Regeln nicht kennt, da kläre ich es euch auch gerne mal. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne euch das Video anschauen, das Testvideo. Und zwar, ich halte es mal hier den Bildschirm an. Hier seht ihr ja so ein paar Kästchen. Und an den Renten, wenn dann, habt ihr immer verschiedene Zahlen. Zum Beispiel hier 3, 2. Das heißt, ihr müsst in dieser Reihe 3 nebeneinander. Dann muss mindestens ein Feld frei bleiben und dann irgendwo 2 nebeneinander. Aber es muss mindestens ein Feld dazwischen frei sein. Es muss nicht ein Feld sein. Und dadurch müsst ihr halt dann für Reihe, für Reihe gucken, wie es am besten die Kombination ist. Weil ihr habt natürlich nicht nur die waagerechten rein, sondern auch die horizontalen rein. Und dadurch müsst ihr halt knobeln, wie müsste das wahrscheinlich sein. Und wenn ihr alles fertig habt, dann kommt ein Bild dabei heraus. Und das ist bei Mario Picross auch teilweise natürlich auch entsprechende Nintendo Charaktere, wie ein Goomba zum Beispiel oder irgendwie sowas. Und wenn man dieses Prinzip einmal verinnerlicht hat, dann ist das herrlich. Es wird natürlich immer komplexer, immer mehr Kästchen, immer mehr Zahlen und so weiter. Fängt natürlich sehr, sehr einfach an. Ich glaube mit einem 5x5 Feld, wo das jetzt nicht so allzu wild ist. Aber es ist herrlich. Es macht eine Suchterringe. Es ist sowieso wie so Doku. Mit etwas Logik schafft man das. Und dann hat man zum Schluss als Belohnung so ein kleines Spiel. Natürlich alles zusammen mit so ein bisschen Mario Charme und so weiter, der ja nie schadet. Also echt eine feine Sache. So ein kleines Knobelspiel. Ich glaube, es hätte sich auch besser verkauft, wenn das nicht unbedingt so spät erschienen wäre. Aber Puzzlespiele auf den Game Boy, wie ihr wisst, die gehen eigentlich immer. Ja, Pac-Man 2 für Super Nintendo. Das habe ich noch nicht gespielt, aber da bin ich echt neugierig drauf. Und zwar denkt man ja an Pac-Man, an diesen typischen Labyrinth, wo man die kleinen Pellets und Geister dann quasi auffrisst. Die Geister natürlich nur, wenn man hier das Super Pellet... Boah, ich weiß gar nicht, wie die Begriffe sind. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, da haben sie das Spielprinzip genommen und da quasi so eine Art Adventure draus gemacht. Und zwar steuert ihr den Pac-Man nicht direkt, sondern indirekt. Und zwar habt ihr so eine kleine Zwille und dann könnt ihr damit quasi die Welt manipulieren, in der er sich befindet. Also es ist so, wie man hier sieht, so 2D-Welt. Und dadurch reagiert Pac-Man darauf, auf diese Welt, auf diese Veränderung und so weiter. Und dadurch könnt ihr ihn quasi indirekt lenken und hoffen, dass er natürlich immer das Richtige macht und so weiter. Finde ich ein sehr, 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 sehr interessantes Spielprinzip. Ich muss mir auch auf jeden Fall mal irgendwann mal das Modul besorgen, um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Finde ich auf jeden Fall schön, dass sie quasi dieses Franchise genommen haben und mal was komplett anderes draus gemacht haben. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, es gab bestimmt Leute damals, die so, wow, Pac-Man? Ja, kennste, super. Pac-Man 2 muss ja noch besser sein. Und dann haben sie wahrscheinlich das Spiel gestartet und es ist sowas ganz anderes. Das ist ja, also so gesehen, ein Puzzlespiel oder Geschicklichkeitsspiel ist es so gesehen ja zumindest mit, wenn man es etwas großzügig interpretiert, ja immer noch. Aber, also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wenn man mit so bestimmten Erwartungen reingeht, ist das halt so eine Sache. Und, ja, also viel mehr weiß ich über das Spiel ehrlich gesagt nicht, aber finde ich schon echt interessant. Und auch dieser grafische Stil, den finde ich eigentlich sehr, sehr ansprechend, wie man hier sieht. Sehr schön bunt, es strahlt alles so ein bisschen friedlich aus und so weiter. Ist nicht so düster. Ist schon mal echt eine feine Sache, würde ich sagen. Hm. Was soll man hier? Oh. Ein Werbe-Inlay. Die Game Boys Special Edition ist da. Mach keine Witze. Das ist ja cool. Da ist so ein Flyer drin. Sehr cool. Also ich gucke mir die Magazine ja auch vom Vorfeld nicht an, damit ich es einfach hier so live kommentieren kann, ne? Ich recherchiere auch jetzt nicht bei irgendwelchen Spielen immer vorher. Das ist ja cool. Oh, das ist ja sogar ein Poster. Das ist ja cool. Ich versuche euch das hier mal so in zwei Hälften zu zeigen. Bist du nackt? Nein, transparent. Ach, da haben sie hier diese verschiedenen Farben, wollten sie denn pushen, ne? Hier mit diesem coolen Case und so weiter. Ist natürlich echt eine feine Sache. Wobei, finde ich, damit kamen sie echt, echt spät dran. Aber wenn man bedenkt, dass das hier 95 ist, da war der Game Boy ja schon sechs Jahre alt und dann nur so einen Farb-Facelift gemacht haben. Die sind ja technisch nicht anders. Ach, schade. Ist leider kein Poster, das man sich irgendwie hinhängen könnte. Sondern, genau, hier werden die einzelnen Modelle vorgestellt. Bis auf die Farbe wurden die ja nicht verändert. Das ist es ja, ne? Es ist ja nicht so, dass da jetzt bei dem Bildschirm eine Hintergrundbeleuchtung kommen würde oder so was. Aber hier, das Transparent, das ist natürlich so typisch. 90er Jahre Transparentes Plastik in Elektronik und so weiter. Herrlich. Ja, wobei natürlich dieser originale Game Boy mit dieser originalen Farb-Game Boy hat natürlich bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen. Aber diese Farben sind natürlich auch interessant. Ich habe den hier als Game Boy Pocket, den schwarzen. Ich habe leider keinen originalen Game Boy. Muss ich mir irgendwann mal besorgen. Es ist bei mir halt einfach so, wenn ich die Wahl habe, ob ich mir ein paar Spiele hole oder quasi Konsole. Ich kann die Spiele ja abspielen durch meine Retro und Pfeife und so weiter. Dann entscheide ich mich leider budgetmäßig. Oder was heißt ja leider? Natürlich eher immer für die Spiele und nicht für die Konsole. Aber wenn ich mal hier so einen richtig gut erhaltenen, so einen alten Grauen finde. Die kann man mittlerweile ja auch, denke ich mal, glaube ich, relativ gut überholen mit neuen Cases und so weiter. Ich packe mal hier das etwas zur Seite, sonst blockiert das hier. Ja, ich schweife ab. Pac-Man. Ja, Varios Woods. Da wurde ich ehrlich gesagt gar nicht mit warm. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum das Spiel Varios Woods heißt. Weil der Vario ist ja quasi der Fiesling. Es ist nicht so wie bei Super Mario Land 3, dass er den steuert oder so. Es ist der Fiesling. Das ist ja das seltsame. Ich steuert eigentlich Toad. Also eigentlich müsste es ja Toads Woods heißen. Also jetzt nicht der... Ja, das ist ja Toads Woods. Mir fällt gerade hier so ein schlechter Witz ein mit Schniedelwutz. Der ist so schlecht, dass ich den gerade nicht zusammenkriege. Aber ich schweife schon wieder ab. Das Spiel mag ich eigentlich nicht. Und zwar ist das ein Puzzle-Spiel, wo ihr eigentlich üblich irgendwelche Sachen stapeln müsst und so weiter. Das Problem ist, ihr steuert jetzt nicht irgendwie einen Cursor, wo ihr die Dinger irgendwie mit drehen könnt oder so. Sondern ihr steuert Toad, mit dem ihr quasi über das Spielfeld flitzt. Und der nimmt halt diese Sachen auf und damit packt er die irgendwo hin. Finde ich persönlich viel zu, viel zu sperrig. Und da steuert sich irgendwie unnötig Kacke. Ich weiß nicht. Ich wurde mit dem Spiel überhaupt nicht warm. Ich kam damit nicht zurecht. Ich bin auch voll schlecht in dem Ding. Durch diese... Ja, also eine indirekte Steuerung an sich ist es ja nicht. Aber es ist halt eine sehr sperrige Steuerung. Und das weiß ich nicht, worum das sein musste. Kid Clown. Wir hatten ja schon eine Ausgabe, wo das großes Thema war und jetzt sogar als Poster da drin war. Hier scheint es so als Art, Komplettlösung, noch ein paar Level zu zeigen. Also da kann ich mir echt nur erklären. Also grafisch sieht das Spiel top aus. Wenn du das irgendwo auf dem Fernseher im Kaufhaus sehen würdest, würdest du sagen, boah super, das kann das Super Nintendo. Aber von Gameplay her ist das echt müde. Ich habe ja auch eine Retro-Panda-Quizzi-Folge da mitgemacht. Einfach nur Mist. Kann man, aber na gut, die anderen Level scheinen auch so zu sein. Also für alle, die die Folge nicht gesehen haben und auch nicht die andere Club Nintendo-Folge. Ihr habt halt Strecken, wo ihr mit diesem namensgebenden Kid Clown runterlauft und ihr müsst dann irgendwelchen Hindernissen ausweichen. In der heutigen Handy-Jargon wäre das so ein Endless Runner, heißen die, glaube ich. Wo man im Prinzip nur die Strecke langläuft und Sachen ausweicht. Ist halt von der Steuerung sehr sperrig, weil das so eine isometrische Ansicht ist. Und dadurch, ja, es ist sehr fummelig und meins ist es so gar nicht. Aber immerhin scheinen sie so ein bisschen, ja, wobei thematisch, es ist eine Eiswelt, es ist eine Lava-Dingswelt. Also, da könnte man ja so nicht mal sagen, dass jetzt wir so kreativ waren, was das angeht. Ich meine, das ist ja Standard in jedem Spiel. So eine Eiswelt, eine Feuerwelt und so weiter. Hm. Meins ist es nicht? Ja, die Schlümpfe. Auch hier scheint auch so ein ruhiger Monat gewesen zu sein. Sie stellen so kaum neue Spiele vor. Es ist eher so komplett lösungstechnisch hier. Wobei ich mich echt frage, warum man für irgendwelche Plattformen großartig Lösungen braucht. Für Rollenspiele oder sowas. Das sehe ich ja alles ein. Aber für sowas, das probiert man halt immer und immer. Und dann, ne? Wenn mir das klappt, oder es klappt nicht. Wie war es die Schlümpfe? Bin ich persönlich mit ganz warm geworden. Ich habe ja sogar eine Redropaner-Quizzi-Folge gemacht. Das war, glaube ich, sogar eine der kontroversesten Folgen, die ich gemacht habe. Weil viele gibt es, die das Spiel sehr mögen. Und das Spiel ist an sich auch nicht super verkehrt. Die Steuerung passt alles. Es ist teilweise nicht ganz sehr intuitiv. Vor allem im ersten Level fand ich jetzt. Aber richtig, richtig schlecht ist das Spiel natürlich nicht, um Gottes Willen. Hat natürlich seine Fans. Übrigens, ist nicht verkehrt. Aber wie man auch hier sieht, so Level-technisch erwartet eigentlich das ein, was man erwartet, ne? Kommen wir zu den Hotline-Tipps. Secret of Mana. Ah, das verstehe ich nicht. Warum Leute Fragen zu Secret of Mana hier reinpacken. Weil man hat doch, wenn man das Spiel kauft, diesen riesen Spieleberater dabei, wo das alles im Prinzip drinsteht. Danke, die Schlümpfe. Ja, König der Löwen. Jurassic Park. Ah, das Poster. Ganz ehrlich? Das gefällt mir nicht. Das sieht echt billig gemacht aus. Das ist irgendwie so ein schlecht aufgelöstes Cover von dem Spiel. Das haben sie wahrscheinlich extra nicht auf die komplette Breite gemacht, weil sie anscheinend da nichts Hochauflösendes gehabt haben. Weil ich, ich versuche es, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera gut sehen kann. Es ist von der Qualität her so etwas grisselig. Und um das irgendwie zu kompensieren, haben sie dann halt diese, ich sag mal, Cliparts drumherum gepackt. Hm. Ich weiß nicht. Das hätte man aber wesentlich, wesentlich schöner machen können. Wie gesagt, dieses Cover-Art so als Ganzes und halt eine bessere Qualität wäre doch wesentlich besser gewesen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, Power Rangers, Pack Attack, Top Gun, Game Boy. Ach, die Passwörter. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, Zungebuch, Mega Man. Die Passwörter. Ja. Vario Blast. Clay Fighter. Direkt zum Entgegner. Finde ich ja herrlich, dass die Leute hier, dieser Thorsten Finke hier, der hat ja hier die Passwörter von Mega Man quasi. Er spielt und eingeschickt. So etwas finde ich echt super, dass die Leute sich wirklich da so viel dran gespielt haben, dass sie es eingeschickt haben. Herrlich. Ich war da eher leider nicht immer so ausdauernd und habe dann schon mal Abkürzungen schon damals genommen. Ich muss niemandem was beweisen. Spezialkurse. Es gibt Spezialkurse. Hm. Na gut, die habe ich eh alle freigeschaltet. Ich habe ja noch das Original, ein super Mario Kart Modul von damals. Herrliches Ding. Ist auch eines meiner Lieblingsstücke meiner Sammlung. Ich werde jetzt auch bald mal ein Video machen mit den fünf Lieblingsstücken meiner Sammlung. Ich hoffe, da habt ihr auch so Bock drauf wie ich. Ja, Seagrath Miner. Das, das, Kavall. Die Art ist ja geil. Das hat so gar nichts mit dem Spiel zu tun. Hier, guckt mal. Na, ich gucke mal, dass es so nicht spiegelt. Das sieht doch nicht nach dem Spiel aus, oder? Guckt euch mal die Charakterdesigns an. Okay, hier, äh, Boldy, der Kobold. Ich habe den immer Boldy genannt. Deswegen heißt er für mich Boldy einfach. Der ist hier ein Schneemann. Quasi gestunt. Das ist ja eine Fähigkeit von, keine Ahnung. Aber guckt euch mal hier, wie die Prinzessin und der Krieger aussieht. Passt so gar nicht irgendwie. Das sieht irgendwie so, so wie Fanart aus. Die sich aber nicht an den Stil der Vorlage gehalten haben. Ha. Ja, Eispalast ist hier Thema. Mit dem Weihnachtsmann und so weiter. Das fand ich damals echt lustig, dass es plötzlich diesen Weihnachtsmann da gab. Ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie so kurios. Super Punch-Out. Ja, das Spiel ist an mir damals komplett vorbeigegangen. Obwohl ich riesen, riesen Fan des NES-Teils war. Ich weiß gar nicht, warum ich das gar nicht mitbekommen habe. Aber wobei, so in meinem Herzen, ist der NES-Teil immer noch ein Tick besser. Wobei der sich ja eher wieder zurück an das Arcade-Original aus den 80er Jahren. Worauf ja die NES-Version wieder quasi basiert, quasi konzentriert. Und dieses Ziel versucht halt mehr einzufangen. Weil einfach die technischen Möglichkeiten natürlich entsprechen waren. Auf dem NES muss natürlich Kompromisse gemacht werden. Deswegen ist ja der Little Mac ja auch so klein. Weil sie sowas wie hier dieses Transparente natürlich nicht darstellen konnten auf dem NES. Auch ein schönes Spiel. Ach, das war's schon. GameTalk. Ach, so Tetris. So verschiedene Sachen mit Klötzchen und so weiter. Ja, Dr. Mario. Habt ihr ja letzte Woche gesehen? Sehr, sehr erfolgreich verkauft. Was für mich so etwas überraschend war. Dass das sich mehr als Link's Awakening und so weiter verkauft hat. Also Respekt würde ich sagen. Ideal für den Gameboy. Haben sie vollkommen recht. Diese einfachen Puzzle-Spiele. Das passt einfach für den Gameboy. Ich weiß nicht. Das passt wie Arsch auf einmal. Ich weiß auch nicht. Ach, hier versuchen sie doch den Virtual Boy ein bisschen zu pushen. Süß. Naja, wie wir alle wissen. Klappt's nicht so ganz mit dem Push, würde ich mal sagen. Ja, die CES. Gibt's die noch, die CES? Oder ist das schon in irgendeiner anderen Messe quasi? Ach, das ist ja die in Las Vegas. Die ist mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr so auf Spiele ausgelegt, sondern eher so auf neue Elektronik und so weiter. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Guck mal, Starwing 2 wird hier angekündigt. Das kommt hier auch nie raus. Mensch. FX-Fighter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wusste ich noch nicht, dass mal so ein Kampfspiel irgendwie in Planung war mit diesem Super FX-Chip. Aber ganz ehrlich, da bin ich auch froh, dass das FX geworden wurde. Gewonnen wurde. Mensch. Sprache. Weil mit 3 FPS, was so dieses Super FX-Chip-mäßige geleistet hat, noch ein Fighting-Game. Aber da hat Nintendo halt den Druck der Konkurrenz mitbekommen. Der Sega hat schon mittlerweile die frühen 3D-Titel gehabt. Ich glaube, die Playstation. War er da schon raus oder kam der bald raus? Aber da wollte man halt so ein bisschen versuchen, das Super Nintendo so ein bisschen aufzupimpen, damit es nicht ganz so auffällt, dass die Technik schon etwas antiquiert ist. Ja. Sexty-farbigen Game Boys. Da haben wir ja gerade das Dingeskirchen, den Flyer oder das Plakat, wie man das nennen will. Flyer ist es ja nicht, aber ein Plakat ist es ja auch so gesehen. Auch nicht. Ja, wie war es, das haben wir uns hier angeschaut. So. Tetris und Dr. Mario Wettbewerb. Oh, schade. Einseiteschluss ist der 12. Mai 95. Knapp vorbei, würde ich sagen. Knapp vorbei. Aber es ist cool, dass wir hier so einen Wettbewerb haben. So eine coole Sache. Vario Blast. Ja, da habe ich schon einen Test zu gemacht. Das ist echt cool, weil das ist quasi Bomberman, wo man auch Vario spielen kann. So kann man zusammenfassen. Hat natürlich so ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel Bosskämpfe und so weiter. Aber das finde ich eine feine Sache, dass das hier so einen Crossover gemacht haben. Weil Bomberman bzw. Deiner Blaster auf dem Game Boy habe ich damals geliebt. Finde ich persönlich immer noch einen Tick besser. Aber das ist auch mal ein interessanter Ansatz. Der Versuch, dieses Spielprinzip so etwas aufzupimpen, sage ich mal. Ist auch gut gelungen, finde ich. Hier gibt es verschiedene Bosse mit verschiedenen Strategien und so weiter. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Grafikpracht und Super Game Boy Rahmen. Immer mehr Super Game Boy Spiele fallen mit ihren Rahmen aus den Rahmen. Hahaha. Was für ein Mordspiel. Ich lache mich tot. Ja gut, da ist der Super Game Boy ja schon lange, lange, lange erschienen. Und da haben sie dann natürlich auch die entsprechenden Rahmen mit auf die Module gepackt. Um das so im Hinterkopf zu haben, dass wahrscheinlich einige Leute das mit diesem Super Game Boy abspielen können. Und das war natürlich, ich glaube hier, da gab es auf den Spielpackungen und auf dem Spielmodul war das Symbol dann ja auch etwas anders. Dass es eben auch Super Game Boy kompatibel ist. Und dafür musste man, glaube ich, mindestens einen einzigartigen Rahmen haben. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, Space Invader schießt natürlich die ganze Sache ab, weil da gibt es dann quasi sogar ein Mini-Super Nintendo Spiel noch mit auf dem Modul. Herrlich. Sehr, sehr interessante Sache. Das Comic, Donkey Kong Country. Wie immer, ich habe meine Finger weg. Könnt ihr jetzt pausieren. Space-Taste drücken, wenn ihr das euch durchlesen möchtet. So, das blätter ich weiter. Auch hier einmal die Space-Taste drücken. So. Ich hoffe, ihr habt den Spaß. So, die Charts. Gucken wir mal. Super Nintendo, Zelda 3, Donkey Kong Country, Seeked of Mana, Super Mario World, Super Metroid, Metroid, Schlimpfe, Earthworm, George, Earthworm, Jim, unter den Schlümpfen, aber ansonsten. Okay, Mario Kart hätte ich jetzt etwas mehr, aber durchaus doch, passt. Die Leser. Donkey Kong Country, Zelda 3, Seeked of Mana, Super Metroid, Entschuldigung, Mega Man X. Stuntface FX. Das ist ganz schlecht gealtert. Game Boy. Zelda. Sehr schön. Mystic Quest. Oh, sind sich eigentlich. Dr. Mario, Wario Land, Super Mario Land 3 ist da wahrscheinlich relativ neu erschienen, schätze ich mal Donkey Kong Meinst du wahrscheinlich Donkey Kong Country, oder? Ach nee, gar nicht, das andere Donkey Kong das, ähm, ja, ja, das andere das, was dem Arcade-Original eher kommt Super Mario Land 2, Pinball Tetris, Quirk, ja, Quirk finde ich echt auch geil, dass er sich so lange hier drin gehalten hat Super, Metroid 2, jo, passt Diesmal habe ich nichts zu meckern, großartig bei den Charts, Mensch NES, dass sie das immer noch durchgezogen haben, ne, obwohl es erscheinen ja auch neue Spiele dazu Zelda Dr. Mario, Maniak, Menschen, das ist immer noch hoch, ich hatte auch letztens auch eine Ausgabe da war es auch relativ vorgestellt, ne Hm Battle of Olympus sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt Hm Mega Man 5 Ja, Mega Man Ich kenne mich nicht mit Mega Man aus Ich weiß, dass es, glaube ich, 5 Teile auf dem NES gab Ich habe im Prinzip nur intensiv als Kind Mega Man Dr. Wileys Rache auf dem Game Boy gespielt Das war auch damals mein erster Mega Man Titel Ja, also ich finde, Mega Man finde ich gut aber es ist so ein bisschen zu schwer also, ja, ich ihr wisst wahrscheinlich schon, dass ich jetzt auf diese harten, harten Spiele nicht unbedingt stehe Habe ich schon damals nicht so gemacht, aber es ist natürlich Plattformer Action in purer Reihenform Damit kann man, glaube ich, mit fast keinem Mega Man Spiel kann man was falsch machen aus der Ära zumindest Aber ich kann euch hier zum Beispiel echt nicht viel sagen Okay, was haben wir, die Superfeile Okay, dass man hier so ein bisschen so Sockenabfeile anscheinend schießen kann und auch hoch natürlich wahrscheinlich wieder neue Fähigkeiten und so weiter Aber das Grundprinzip ist ja immer das gleiche geblieben, ne Ist natürlich auch immer cool gewesen Damals hatte man ja nicht diese Informationsquellen wo man sich den ersten raussuchen musste Na, welcher Robotermeister es am besten am Anfang zu töten und mit welchen Robotermeister kann ich jetzt mit dieser neuer Form eine Waffe denn am besten erledigen Wunderbare Sachen Also Mega Man ist schon ganz cool Ach, und hier haben sie schon wieder die Dings Also die verschiedene Farben haben sie Ich glaube, echt großartig gepusht, würde ich sagen Hm Ja Und damit sind wir schon durch, ne Hier haben wir nochmal Werbung für Varios Woods Ansonsten Schöne Ausgabe Nicht sehr spektakulär Das meiste sind ja so Tipps und so weiter Ich weiß nicht, ob es da nicht groß was erschienen ist zu der Zeit Aber es war natürlich auch so eine Art Übergangszeit, ne Das Nintendo 64 war so langsam aber sicher Obwohl ich glaube, das ist ja Mitte, Ende 96 erschienen Also ein bisschen Zeit war da noch Aber ich glaube, da haben sich schon viele, viele Entwickler schon eher so drauf konzentriert Aber das ist jetzt nur so aus dem Bauch heraus vermutet Also nehmt das nicht für voll Aber ansonsten, ich danke euch, ihr wunderbare Menschen, dass ihr wieder reingeschaltet habt Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag Macht's gut Tschüüüü Hallo ihr lieben Leute da draußen. Heute ist es mal wieder so weit ihr seht es gerade selber Club Nintendo Ausgabe 4 das heißt Juli 95 ist dran Ja heute es kommt diese Folge an Rito Panda Blättert Folge Ich wollte eigentlich ein anderes Video rausbringen Aber naja wie es halt so ist Es kommt immer irgendwas dazu nicht. Bin ich rechtzeitig fertig geworden aber es tut schnell nach nächste Woche kommen. Aber so eine solide Blätterfolge passen natürlich super hier rein. Hier sieht man auch schon, hier haben sie ein bisschen den Übergang gehabt, dass es man plötzlich bezahlen musste. 2,95 Euro hat das damals gekostet. Die bisherigen Ausgaben, die wir uns alle angeschaut haben, die waren ja alle kostenlos mit diesem Club Nintendo Ausweis erhältlich. Wann genau der Wechsel jetzt war, kann ich nicht sagen, aber es muss irgendwann um diese Ausgabe herum gewesen sein. Keine Ahnung, ob es das schon das erste ist oder nicht. Sie fühlt sich dadurch aber irgendwie etwas dicker an. Okay, das ist natürlich durch das Video schwer zu transportieren, aber es fühlt sich irgendwie qualitativ hochwertiger an. Vielleicht haben sie das ein bisschen bessere Papierqualität, aber es kann auch nur ein reines Gefühl sein. Ja, Themen sind Asrex von Obelix, Donkey Kong Land und News von der E3. Ich weiß gar nicht, ob da diese Messe relativ neu war oder nicht. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Infos zu Super Mario World 2 und Street Fighter 2. Wollen wir gleich mal reinschauen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal das Inhaltsverzeichnis an und ich sag mal, würde man heute nicht mehr so machen. Mit so einem Graphic Art da im Hintergrund. Herrlich. Eteile Impressionen. So sah das dann damals aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut einigermaßen sehen könnt. Herrlich. Sieht für mich kurios aus. Was haben wir denn? Zoom In. Sie haben hier anscheinend diese Trennung nach den Konsolen etwas aufgebrochen. Und dafür sind sie denn hier First Look. Das werden Previews sein wahrscheinlich. Und Zoom In werden wahrscheinlich die Tests sein. Wobei natürlich das Magazin richtig ernsthaft testen. wie wir wissen, tut's das nicht. Aber das scheint es etwas umgestellt zu haben. In den vorherigen Ausgaben, die wir bisher hatten, war ja immer NES, Game Boy, Super Nintendo, alles getrennt, je nachdem, was gerade angesagt war. Finde ich interessant. Mehr so in Richtung eines klassischen Spielemagazines. Vielleicht auch wegen dem Price Tag. Ich hab keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir halten uns hier gar nicht länger auf. Und gehen hier gleich mal rein. Es sind noch Shirts da. Ich halte das hier mal ein bisschen besser an die Kamera, dass ihr dieses tolle Shirt-Design sehen könnt. Ich mal gucken. Nicht, dass es nicht spiegelt. Herrlich, oder? Das Schreiten 90er. Also T-Shirts kann man dort auch kaufen. Ein Mr. Cool macht ein Wettbewerb. Auch hier auch so schön mit dem bunten Buchstaben. Das Magazin Schreiten 90er. Oh! Ein alter Freund. Der Virtual Boy. Damit man nicht irgendwann sagen kann, Nintendo sei alpenmodisch und würde keine neuen Technologien entwickeln, stellte man auf der E3 mit großem Aufwand den Virtual Boy vor. In der letzten Ausgabe des Magazins ist es mir entfallen, welche Ausgabe das war. Da wurde er ja kurz angeteasert von wegen Oh! Hier bald in den Japan erscheint er. Und hier scheint er erst mal auf der E3 quasi offiziell gezeigt worden zu sein. Ja, wie wir alle wissen, der Virtual Boy super erfolgreich. Das hat Nintendo damals echt den Arsch gerettet. Einfach herrliches Topding. Ähm, nicht. Gucken wir mal. Fotos Monats als Heiliger Drei Königin mit dem Game Boy in der Hand. So muss das sein, Freundes. So muss das rein. Dann kommen wir ja auch gleich zu dem ersten Spiel. Donkey Kong Land. Ja, das ist die Game Boy Portierung von Donkey Kong Country, wie man sich durchaus vorstellen kann. Ich persönlich bin mit dem ehrlich gesagt nicht wahr geworden. Und ich gucke mal, ob wir hier so ein bisschen bessere Screenshots finden. Aber ihr seht's hier irgendwie schon. Die haben halt versucht, diesen vorgerenderten 3D-Look auf den Game Boy zu portieren. Problem natürlich bei der ganzen Geschichte ist, in Farbe funktioniert sowas wesentlich besser als in Schwarz-Weiß oder in Grün-Grau oder wie man das auch nennen will. Deswegen wird das mit dem Hintergrund sehr, sehr unruhig. Und auch die Sprites. Ich bin kein Fan davon. Es ist jetzt bei Weitem nicht irgendwie richtig mies oder irgendwie sowas. Aber sie haben sich zu sklavisch dran gehalten an diesem Look, den möglichst gut so portieren, finde ich. Und richtig, richtig gut ist es halt nicht gelungen. Das ist halt der große Nachteil. Abgesehen davon ist es trotzdem ein solides Spiel auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Ja. Da habe ich auch schon einen Test zu gemacht. Hier natürlich wie üblich die große Neville-Beschreibung. Ja, grob, grob folgt es glaube ich. Also ist zumindest stark von Donkey Kong Country inspiriert. Nennen wir es mal so. Also es ist natürlich nicht exakt dasselbe Spiel, was es einfach portiert wurde, aber es ist sehr stark inspiriert worden auf jeden Fall. Was wesentlich besser ist, auch vom Look her, ist Yoshi's Island Super Mario World 2. Ja, Einsatz von dem Super FX-Chip, den ich gerne mal absegne, weil da wurde dieser Super FX-Chip drin verbaut, damit diese Grafikpracht, sage ich mal, wirklich ermöglicht werden konnte. Das wäre jetzt auf normalen Mitteln nicht möglich gewesen. Da wurden da viele, viele, viele grafische Effekte mit eingebaut. Herrliches Spiel. Gefällt mir persönlich vielleicht sogar einen Tick besser als Super Mario World 1, was ja wirklich nicht gerade einfach ist, weil das Spiel natürlich einfach nur fantastisch ist. Wir haben auch hier dieser Look. Deswegen finde ich, sind sie auch genau den richtigen Weg gegangen, um bei dem Spiel so einen etwas anderen Spin, einen etwas anderen Kniff zu machen. Die konnten nicht einfach Super Mario World nehmen und ein bisschen besser machen. Das wäre dem Spiel nicht gerecht geworden. Deswegen ist es gut, dass sie hier einen anderen Weg gegangen sind, finde ich auf jeden Fall. Es scheint aber hier so zuerst Eindrücke zu sein mit ein paar Facts und so weiter. Ich denke, ich muss zu dem Spiel nicht groß was sagen, weil ihr werdet das Spiel kennen. Jeder kennt das. Das ist ein absoluter Pflichttitel für das System. Aber was ich meine mit Super FX-Chip, ihr kennt meine Meinung, diese frühen Super FX-Spiele, die nur auf 3D sind, Starwing, Stunt Race, FX und so weiter, schlecht gealtert. Frühs 3D-Polygon, ahhh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, da sind wir hier beim Super Nintendo-Spiel, Asterix und Obelix. Ja, das ist Europa-exklusiv, würde ich sagen, mit den ganzen Asterix und sowas. Das ist ja in den USA nicht wirklich populär, nicht wirklich bekannt. Deswegen haben wir natürlich die ganzen Spiele abbekommen. Ich habe das Spiel allerdings ehrlich gesagt noch nie gespielt. Aber es sieht wie so ein typisches Asterix-Spiel aus. Die Gameboy-Spiele habe ich gezockt. Aber das hier sieht aber wie so ein typisches Infogramm-Spiel aus der Zeit. Wie zum Beispiel die Schlümpfe. Die sind ja vom Stil her so ein bisschen ähnlich. Spielen sich alle durchaus solide. Ihr werdet schon merken, die bei dem Solide-Trink-Spiel mitmachen. Ihr habt gut was zu tun, diese Folge. Finde ich übrigens herrlich, dass sie da so einen Insider gebildet hat. Aber da kommt bald mehr zu. Ihr habt es vielleicht auch schon mit den Einblendungen gesehen. Es kommt bald ein Video, was euch aufklärt, was das genau soll und so weiter. Freut mich schon jetzt. Ja, verschiedene Grafiken, verschiedene Umgebungen. Wobei hier auf dem Land, finde ich, unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Prolog. Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Wie so eine andere Farbpalette. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen immer die Sache damals gewesen, möglichst viel auf diese kleinen Kartfischt so raufzupacken. Hier London sieht schön aus. Ja. Ich schätze mal so aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, würde wahrscheinlich so eine Art Action-Plattformer sein, wie halt auch die Gameboy-Spiele. So im Prinzip. Man kann es natürlich nicht immer 1 zu 1 vergleichen, aber denk mal sowas wie die Schlümpfe. Obwohl Schlümpfe ist ja mehr Plattformer. Hier wird man denke ich mal mit Obelix und Asterix auch die Römer verkloppen müssen. Aber wenn man schon diese Infogram-Spiele zu irgendwelchen französischen Comic-Vorlagen gespielt hat, die spielen sich alle sehr ähnlich. Deswegen kann ich mir eigentlich schon von den Bildern her erschließen, wie sie spielt, ehrlich gesagt. Klingt irgendwie komisch, aber naja. Street Fighter 2. Ha. Das Thema ist doch eigentlich schon durch. Ah. Wie ich sehe, ist das glaube ich eher die Gameboy-Version. Ha. Da oben steht es ja. Mensch, ich bin ein Fuchs. Ja, sehr schön. Das passt natürlich, weil morgen erscheint der Test dazu. Das habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie abgesprochen oder so. Aber morgen erscheint der Test zu diesem Spiel. Das habe ich vorbereitet. Da habe ich schon länger hier. Ist natürlich so auf den Gameboy ein bisschen verwässert portiert worden. Es gibt nicht ganz so viele Kämpfer, wie man hier sieht. Spielt sich aber durchaus echt gut. Also wenn man bedenkt, dass der Gameboy, der ist ja nicht unbedingt drauf ausgelegt auf dieses Prügel-Genre. Es gibt da einige Titel, wie zum Beispiel Killer Instinct. Und hier wird jetzt das eine Fighter-Spiel, dessen Name mir gerade entfällt. Mortal Kombat gibt es natürlich, was selten schlecht ist. Aber Street Fighter 2 ist echt gut portiert worden. Also Spielgefühl auf den Gameboy ist gut. Klar, Super Nintendo-Version und andere Versionen sind natürlich besser. Aber wenn man das jetzt für die Verhältnisse des Gameboys nimmt, ist das wirklich eine solide Umsetzung. Ach, das war es schon. Nur zwei Seiten. Also das hat das Spiel auf jeden Fall mehr verdient, weil das ist echt eine wirklich vernünftige Umsetzung. Da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, mit der Einschränkung halt für die Verhältnisse des Gameboys, ja. Was haben wir hier? Mickey Mouse 5. Zauberstäbe. Kidnapping im Wald von Entenhausen. Ach ja, ich vergesse irgendwie immer wieder, dass der Mickey Mouse im selben Universum wie die Ducks. Heißen die Ducks? Wie gesagt, Donald Duck, Dagobert Duck. Also, ne, die aus Entenhausen. Ja, meine Gedankengänge sind manchmal etwas sehr seltsamer. Also von dem Spiel habe ich ehrlich gesagt noch nie, aber wirklich nie was gehört. Ja, ich schätze mal, es wird wieder so ein Action-Puzzler sein, ne. Technik sieht relativ simpel aus. Passwörter, okay, immer eine Passwortfunktion, sowas mag ich ja immer. Mal gucken. In der ersten Stage dieses Abschnitts geht es noch relativ harmlos zu. Die Gegner sind nicht so zahlreich, vertreten, wie später im Spiel und die Kristalle sind einfach zu erreichen. Okay, ich muss also irgendwie die Kristalle erreichen. Vielleicht sowas wie hier Salamans Club, wo man hier die Kisten hervorzaubert. Irgendwie sowas in der Art wird es sein, oder? Bosse und so weiter. Ja, das ist irgendwie komisch, ne. Das zeigen sie hier irgendwie in großer Ausführlichkeit. Aber Street Fighter 2, was ja eigentlich, ich schätze mal, ein besserer Titel wird, als das. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Aber ganz ehrlich, mir so spontan reizen tut es mich jetzt auch nicht. Previews, Secret of Evermore. Ja, auch ein schöner Titel. Ist vom Stil her sehr schön düster von diesen ganzen Rollenspielen. Das hat so eine richtig düstere Anmutung. Gefällt mir eigentlich. Spielt sich nicht ganz so fluffig. Zumindest bleibt man da häufiger stecken als zum Beispiel bei Secret of Mana. Also das Spiel ist an mir damals vorbeigegangen, aber ich habe da vor anderthalb Jahren mal reingespielt. Also privat. Das war vor dem YouTube-Kanal, wo ich ja sonst normalerweise alles dann aufnehme sofort. Ja, ist solide. Wie gesagt, diese düstere Atmosphäre gefällt mir, hat aber so ein paar kleine Krankheiten, aber ich kann jetzt aus dem Kopf heraus nicht irgendwo den Finger drauflegen nach dem Motto das und das ist da irgendwie nicht so vernünftig. Ja, Preview. Sie nennt es sogar Preview, ne? Also man merkt schon so ein bisschen, dass sie versucht haben mehr in Richtung klassische Spielemagazin zu gehen auf jeden Fall. Hotline. Okay, ich komme hier und hier nicht weiter. Illusion of Time. Ja gut, da bleibt man auch öfter mal hängen. Wobei, da war doch auch der Spieleberater dabei, oder? Das müsste ja doch einem eigentlich weiterhelfen. Young Merlin. Davon habe ich auch schon mal gelesen, dass das gar nicht so verkehrt sein soll. Mystic Quest Game Boy. Schlümpfe. Ah, ja, Poster. Passt. Zeigt es euch mal. Mal gucken, den Kameraauschnitt. Also Donkey Kong, der enthält das Cover. Boah, solide, ne? Nicht so, ich meine, es ist nicht so ein tolles Poster, wie in der letzten Folge Kid Clown, ne? Aber, naja. Die Trick Zone. Zelda Game Boy. Gegner als Waffe. Ich habe einen tollen Trick bei den Game Boy Spielen der Legend of Zelda links in Awakening herausgefunden. Schön, dass wir mit der Überschreibung nochmal wiederholen. Sonst hätte ich gar nicht gewusst, welche Zelda gemeint ist. Wenn man das Kraftanband und den Enterhaken besitzt, kann man mit dem folgenden Tipp Munition sparen. Ihr müsst einen Gegner, den man normalerweise nur mit Pfeilen oder Bomben besiegen kann, mit dem Enterhaken treffen, so dass er betäubt ist. Betern das Kraftanband, ach so, und dann quasi als Stein werfen. Also schöner Tipp, lieber Thomas, aber, was ist das für ein Ort? Lienen-Kattenwende. Sperriger Ortsname, oder? Also schöner Tipp, aber, ja, ich würde sagen, es spart jetzt nicht so wirklich Munition. Kann man machen, aber, hm, Too Lies. Schönes Spiel übrigens. Too Lies. Soccer Game Boy. Was für ein Soccer denn? Super Game Boy. Aus dem Leben einer Rennfahrerin. Aha. Das ist dieser Brina Jaspers. Mit der Frisur sieht sie eigentlich aus, sieht sie eigentlich aus, wie ein Junge, hätte ich jetzt gesagt, aber, hey, jeder so wie er mag. Ganz fanat ist Sabrina mit dem Hip Boy aus der Game Boy Special Edition, den sie sich so bald wie möglich kaufen möchte. Hip Boy? Was ist Hip Boy? Die Gürteltasche, oder? Sagt mir gar nichts. Euch vielleicht? Wenn ja, Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Ha. Comics und Marius Picros. Wie immer, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr hier pausieren. Ich blätter gleich mal um. Oder wollt ihr in Zukunft, dass ich euch die Comics mit tollen Stimmen vortrage, was ich wahrscheinlich überhaupt nicht gut hinkriege? Zweite Seite. Und dann die Kommentare, ne? Ihr wisst Bescheid. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Ach, guck mal, die Super Nintendo Maus sogar. Herrlich. Ja, und schon kommen wir zu Marius Picros. Ja, das ist wirklich so ein Spiel, das finde ich, sehr gut, das Spiel. Das hat sich mir damals nicht so wirklich erschlossen. Das habe ich ja vor, boah, nach einem Jahr oder so was nachgeholt. So, wie mein Daumen kommt das hin. Macht echt Spaß. Es läuft ja so, ihr habt ja ein Feld, wo ihr, Blöcke frei meißeln müsst. Und hier an den Rändern seht ihr immer, wie viele Blöcke ihr pro Reihe frei meißeln müsst. Und hier seht ihr zum Beispiel hier 1, 1, 3. Das heißt, ihr müsst hier einen einzelnen Block am Stück frei meißeln. Dann muss mindestens ein Feld frei bleiben. Wieder ein einzelnes und ein 3. Und dann geht das halt immer so weiter. Im Regelfall ist das natürlich ein bisschen klarer, ein bisschen einfacher. Wie zum Beispiel, hier 14. Das ist 15 weit. Und dadurch wisst ihr, okay, denn entweder hier die, da sind zwei am Ende frei oder halt hier eine und eine vorne. Ja, ist eigentlich ein sehr schönes Spiel. Sehr schönes Knobelspiel. Hat mir viel, viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe damals irgendwie so gar nicht den Bezug dazu gehabt. Keine Ahnung. Ich habe auch lange das gar nicht kapiert, weil irgendwie erschließt sich das jetzt nicht wie zum Beispiel Tetris auf den ersten Blick. Bei Tetris sieht man schnell, okay, da kommen irgendwelche Steine runtergefallen und ich muss den irgendwie kombinieren, dass eine geschlossene Reihe ist, dass das verschwindet. Aber hier, man sieht irgendwie nur diese kryptischen Zahlen am Rand und denkt sich so, what the fuck? Was muss ich hier machen? Aber wenn man da erstmal drin ist, ist das echt vernünftig. auch das war es schon. Schöne Spiele auf jeden Fall. Also wenn ihr Passivspiele mögt und das noch nicht kennt, solltet ihr das auf jeden Fall mal spielen. Macht echt viel Spaß. Man wird auch so relativ mit einfachen Leveln natürlich herangeführt und so weiter. Schönes Ding. Kirby Streamland 2. Muss ich gestehen, habe ich persönlich nur nicht gezockt, aber der erste Teil ist natürlich episch und fantastisch. Sieht hier so ein bisschen mehr nach demselben Prinzip aus. So ein typischer zweiter Teil halt, wo man quasi dasselbe nimmt und halt nur so ein bisschen was oben drauf sitzt. Ein bisschen ein paar mehr Levels, ein bisschen mehr Abwechslung, vielleicht ein paar mehr Fähigkeiten. Können mir vorstellen, dass vielleicht so, ja, Kirby übernimmt ja Fähigkeiten. Dass davon wahrscheinlich so ein paar mehr drin sind. Entschuldigung, ich muss mal kurz mich räuspern. Meine Stimme ist heute irgendwie etwas angeschlagen. Ja, wie immer natürlich der erste Boss dieser Baum. Das ist glaube ich in so gut wie jedem Kirby-Spiel gesetzt. Der erste Boss muss dieser Baum sein. Da führt kein Weg drum herum. Was haben wir hier? Games from Space. Aha. Das erwischt mich jetzt gerade irgendwie kalt. Ja, da haben sie so ein paar Spiele zu einem Thema quasi zusammengefasst. Okay, was haben wir hier? Space Invaders, klar. Das ist der Klassiker für den Game Boy. Was haben wir hier? Das ist eine Katze? Was ist das denn hier? Bla bla bla. Ist das Parodius? Nee. Steht hier gar nicht. Nach dem großen Erfolg von A-Type dauert es nicht lange, bis auch andere Softwaresteller ihre Raumflotten in den Kampf um die Gunst der Spieler schicken. Die Grafiken wurden immer besser, die Spiele immer aufwendiger und komplexer. Gab es bei den Spielen in der ersten Generation nur eine Waffe, waren neue Spiele mit verschiedenen Waffensystemen. Bla 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 bla. Achso, ich glaube, das ist nur so allgemein. Was für ein Spiel ist das? Das ist ein Piratenkatzenflugschiff. Ja, wie geil ist das denn? Was für ein Spiel ist das? Das interessiert mich. Also, wenn euch das bekannt vorkommt, irgendwie, zeig es mal ein bisschen näher in die Kamera. Das Piratenkatzenflugschiff. Kann man doch nichts falsch machen. Leute! Na, mit dem Metroid natürlich, ne? Klar. Irgendwie gefühlt so eine unnütze Seite, oder? Ohne großartige Informationen, nur so ganz grob erzählt. Yours gibt Shoot'em Ups, yours gibt Space Invaders, yours gibt Metroid. Erschließt sich jetzt der Sinn jetzt mir nicht wirklich. Sag mal hier, die Schöne und das Biest. Boah, das ist so komplett unter meinem Radar. NES noch, so spät. Dann ist das aber sehr, sehr spät erschienen. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie großen Hype drumrum gab. Ja, grafisch sieht es vernünftig aus für die Zeit, aber ich glaube, da hätte man auch noch mehr rausholen können. Vielleicht so eine Lizenz was hofft und vielleicht haben sie noch so ein 8-Bitch-Studio irgendwo noch rumfliegen. Oh ja, hier, entwickelt mal. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ha, aber gut, ist klar, Disney-Film, Zeichentrick-Film, das musste natürlich damals und heute ist das glaube ich auch nicht mehr viel anders. Natürlich irgendwie in Videospielformen gegossen werden, klar. Asterix und Obelix, ja, das habe ich gespielt, das ist spitze. Vor allen Dingen, weil auch diese Minispiele, wie man hier sieht, die zum Schluss kommen, immer etwas anders sind. Das waren doch zumindest, glaube ich, die Minispiele, oder? Boah, es ist auch schon wieder so ein Herr, Jahrherr oder sowas, dass ich jetzt gespielt habe. Hat aber Spaß gemacht und es ist besser auf jeden Fall als Asterix. Ich schätze mal so, es ist ja nicht offiziell, aber Asterix und Obelix wird ja der inoffizielle Nachfolger von Asterix sein. Asterix auf dem Gameboy hat mich so vom Stil her und vom Feeling her so ein bisschen an Super Mario Land erinnert und das ist so ein bisschen eigenständiger hier. Das setzt noch ein bisschen was drauf, die Grafik ist wesentlich besser geworden, man kann ja, wie gesagt, beide Charaktere spielen und das Spielprinzip ist auch so ein bisschen abwechslungsreicher, obwohl es natürlich ein Plattformer ist, aber ich habe das Gefühl, dass die sich hier mehr Mühe gegeben haben auf jeden Fall. Also wenn, würde ich euch eher den zweiten Teil empfehlen, wobei es auch der erste nicht verkehrt ist und solide ist. Sind beide in Ordnung. Könnt ihr beide spielen, auch so typisch wie im Infogramm Titel. Die haben ja auf dem Gameboy alle so einen super groovigen Soundtrack. Herrlich. Kann ich nur empfehlen. Was haben wir hier noch? Ach, der E3-Bericht. Ha, herrlich. Den gucken wir mal. Ja, Virtual Boy. Ach, das Ultra 64. Da hieß es noch so. Street Fighter 2. Okay, das sind im Prinzip die Themen, die wir jetzt hier gerade im Magazin hatten. Donkey Kong Country 2. Was haben wir hier? Pack in Time. Ha, auch für den Gameboy. Ziemlich Gameboy-lastig, die Ausgabe, ne? Okay, gut. Das Super Nintendo, das ging da auch so langsam, aber sicher, dem Ende seiner, seiner Lebenszeit, sag ich es mal. Erschienen natürlich nur wesentlich später, die Spiele, aber das Nintendo 64 stand natürlich vor der Tür, so langsam, aber sicher. Deswegen war der Hype jetzt natürlich darum besser, aber der Gameboy ist irgendwie gefühlt zeitloser irgendwie, ne? Also, ja, also, obwohl er eigentlich schon von der Technik her natürlich altbacken ist, gab es da den Gameboy Color schon? Ich bin mir gerade unsicher. Der erschien ja, glaube ich, erst so sieben, acht Jahre nach dem Original Gameboy, ne? Und dadurch war es halt irgendwie langlebiger, ne? Da hat es sich für die Entwickler auch gelohnt, mehr zu entwickeln, weil ich glaube nicht, dass in der Zeit noch großartig Hersteller gedacht haben, okay, wir entwickeln jetzt unseren nächsten großen Titel für Super Nintendo, wenn sie wussten, dass das Nintendo 64 oder wie es hier halt hieß, noch Ultra 64 in den Startböchern stand, ne? Jo, Pack in Time scheint ein Plattformer zu sein, ne? Wie gesagt, das sagt mir gar nichts, halt nur noch nicht gespielt, aber sieht wie so eine Standardplattformer im Prinzip aus, wahrscheinlich mit, wo die Level-Szenarien verschiedene Zeitepochen sind. Keine Ahnung. Mega Man 5 noch, fürs NES Mega Man war nie so ganz, ganz meine Serie, obwohl es natürlich gute Spiele sind. Ich habe ja früher sehr meinen Dr. Wilde's Rache auf den Game Boy geliebt, aber jetzt zu dem Filmrateil kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts konkret sagen, was da jetzt toll und was nicht ist. Aber typische Club-Nintendo-Aufmachung natürlich mit den Leveln und so weiter. Illusion of Time. Bin ich jetzt überrascht. Ach, was bisher geschah. Das scheint wahrscheinlich so eine Story-Begleitung zu sein, wo sie wahrscheinlich so ein bisschen diesen Spieleberater verwurstet haben. Finde ich wirklich interessant, das Spiel, weil das ist ja der Urheld, mit dem man startet. Aber ihr könnt ihn später halt auch in diesen hier switchen. Das ist so ein Ritter und sowas hier, wo ihr am mächtigsten seid. Das ist quasi der Magier oder wie man es das nennen will. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich auch damals gehabt. Wobei so hundertprozentig warm wurde ich damit nie. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl ich es relativ ausdauernd gespielt habe. An Zyklot of Mana, auch wenn ich mich ständig wiederhole und ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, kommt es halt einfach nicht ran. Ist so. Ach, die Charts, die gibt es noch. Ach, die haben es aber stark entschlackt. Oder hier ein bisschen interessant. Die Profi-Charts haben sie gar nicht mehr drin, ne? Ne, Tatsache. War ja auch ehrlich gesagt immer so etwas etwas idiotisch, fand ich, ne? Gucken wir mal. Super Nintendo. Donkey Kong Country, Zelda, Secret of Mana, Mario Kart, Metroid, Illusion of Time, Earthworm Jim, Soul Blazer, Die Schlümpfe und All Stars. Joa. Soul Blazer habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Also den Titel habe ich schon mal gehört, aber ansonsten kann ich die Liste so unterschreiben. Passt. Gameboy, Link's Awakening, sehr gut. Super Mario Land 3, okay, da war es wahrscheinlich relativ neu. Mystic Quest, okay. Donkey Kong, Wario Blast, ist sehr gut. Super Mario Land 2, das hätte ich hier eher getauscht, aber das ist persönliches Geschmack. Marios Picross, sehr gut. Schlümpfe, auch da Schlümpfe, war das irgendwie so ein großer Schlumpfmonat oder keine Ahnung. Mega Man 3, joa, solide. Tetris, klar. Ach, die NES-Hits haben sie schon stark abgespeckt. Zelda, Mario Bros. 3, Kirby's Adventures, auch hier die Schlümpfe. Leute, was haben sie denn hier in dem Monat mit Schlümpfen gehabt? Hm. 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 Ja, dann sind wir schon durch. Ja, Abo-Karte haben wir hier, ne? Oh, bestellen. Das Power-Paket. Hm. Ja, und nochmal als Abo halt, ne? Was haben wir hier? Ah, guck mal, Donkey Kong Country CD und sechsmal das Top Nintendo Magazin und das für 30 Mark. Mensch. Spitze. Ach, hier haben sie hier schon diese Super Classic Serie langsam. Und dann merkt man, dass so eine Konsole etwas älter wird, Dass es diese Budget-Version gibt. Und hinten haben wir Kirby Stream Land 2. Obwohl hier, ich glaube, vor allem der Einwand, der ist von der Qualität besser, der ist nicht mehr so wabbelig. Jo, sind wir mal wieder durch, ne? Denn freut es mich, wie immer, dass ihr reingeschaltet habt. auch wenn es eine Notlösung war, dieses Video. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ihr einschaltet, wirklich. Und deswegen wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Denkt dran, ihr seid alle fantastische Menschen und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschöööööö. Ihr fantastische Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda blättert. Und heute kommt eine relativ späte Ausgabe, also zumindest für meine Verhältnisse. Und zwar vom Oktober 1995. Ich persönlich nehme das ja so ein bisschen zeitmäßig begrenzt bei meinem Kanal, so bis zu der Nintendo 64 Zeit ungefähr. Und das stand da ja quasi kurz bevor, aber da schauen wir einfach mal an. Man sieht hier schon vom Cover her eindeutig das Design hat sich schon da über die Jahre so ein bisschen geändert. Die ganze Aufmachung ist anders. Das Titelbild hat jetzt nicht das gesamte Bild hier. Hier haben wir hier so Zoom-Innenbegriffe First Look und so weiter. Also das ist schon ein bisschen so eher cooler auf Englisch und so weiter. Was sich sonst auch so verändert hat, werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Hauptthemen sind auf jeden Fall Super Mario World 2 Special und Tetris 2 Asterix und Obelix und Secret of Evermore. Herrlich, haben wir denke mal gute, solide Auswahl auf jeden Fall, aber das ist natürlich gleich geblieben. Das ist so typisch 90er, quietschbunt in die Fresse, kann man schon fast sagen. Und da hatten sie wirklich mit diesem Wirbel, hatten sie echt Spaß. Also gut ist es natürlich einigermaßen gut lesbar, wobei hier mit dem grünen. Ich halte euch das mal so ein bisschen näher dran. Also da ging auf jeden Fall Style über Lesbarkeit. Man kann es natürlich einigermaßen gut lesen, aber da vielleicht so eine weiße Schrift oder sowas wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, mir ist übrigens schon aufgefallen, relativ dünne Ausgabe, 74 Seiten nur. Schauen wir mal, was sich da alles und so bietet. Ja, hier haben wir natürlich hier prima Donald and Mario Mellert. Wie ist es glaube ich? Wie ist es gerade? Etwas entfallen. Super Spiel und hier Pinocchio. Vorbei natürlich hier also vom Screenshot. Guckt euch das mal an. Also gute Qualität ist auch hier anders vorbei. Screenshots damals zu machen, das war ja gar nicht so einfach, weil man ja gar nicht so diese Programme dafür hatte und so weiter. Ja, äh... Ah, hier haben so kurze Updates, quasi das Stilicons Quest sich anscheinend geändert hatte. Ha. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. T-Shirts. Also hier ist so ein bisschen Newsseite auf jeden Fall. Neues vom Ultra 64. Ja, das angesprochene Nintendo 64 hieß ja damals noch Ultra 64. Das war da natürlich auch eine kleine Nachricht wert. Mal gucken. Blablabla. Äh... Achso, das ist einfach... Ah, okay. Das ist hier quasi in der Tokio-Messe erstmals gezeigt wird, was es tolles kann und so weiter. Wie gesagt, der Nintendo 64 ist leider nicht so mein Expertengebiet. Damals war ich schon so längst in Richtung PC-Gaming unterwegs und da hatte ich irgendwie mehr Wärme dran. Deswegen ist dieses System damals an mir komplett vorbeigegangen und ich bin der Meinung, dass ich dieses frühe 3D mit diesen extremen Hebeln und so weiter... Sagen wir ehrlich, wenn ihr nicht damit selbst aufgewachsen seid. Es ist einfach schlecht gealtert. Ist zumindest meine Meinung, aber hey. Gut, aber nicht schlecht gealtert. Ha. Mensch. Panda. Meister der Übergänge, würde ich sagen, ist Super Mario World 2 Yoshi's Island. Ja. Super Mario World ist natürlich ein richtig, richtig heftiger Klassiker. Gleich zu Start vom Super Nintendo mit einer der besten Plattformen für das System rausgehauen. Das muss man auch erst mal schaffen und dann standen die natürlich vor der Schwierigkeit, okay, wir müssen einen zweiten Teil machen. Zweiter Teil ist okay. Machen wir. Aber wie sollen wir das noch toppen? Da haben sie jetzt quasi absichtlich ein anderes Spielprinzip aufgegriffen und genau das, finde ich, ist der richtige Weg gewesen. Was viele vielleicht von euch gar nicht wissen, für die Grafik wurde der FX-Chip gebraucht. Ja. Also dasselbe wie in Starwing und so weiter. Nur, dass es halt hier nicht so auf diese Polygon-Berechnung benutzt wurde, sondern halt wirklich auf die Grafik. Und im Prinzip, ihr steuert nämlich nicht Mario, ihr steuert den Yoshi. Die meisten von euch werden das Spiel natürlich kennen. Aber dadurch waren halt ganz andere Spielmechaniken, weil der Yoshi, der frisst halt die Gegner, ne? Der legt dann die Eier und mit den Eiern werft er die dann kaputt. Und ihr müsst halt den Baby Mario zum Levelende bringen. Ja, wunderschönes Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich mag den Grafikstil sehr. Ich persönlich finde sogar das Spiel besser als den Vorgänger. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Während halt Super Mario World natürlich eher so ein, so ein klassisches Mario quasi ist. Nur natürlich hochgeputscht ist das hier halt ein so gesehen eigenes Spiel. Es hat zwar Mario im Namen, aber es ist schon was eigenes. Und das finde ich halt einfach nicht schlecht. Und natürlich diese grafische Gestaltung mit diesem Comic-Look und so weiter. Das wird ja in Yoshi-Spielen heutzutage ja auch fortgeführt. Also jetzt das erschienene Spiel für die Switch mit dieser Crafted World, mit dieser Papp-Optik und so weiter. Da haben wir halt hier so eine Comic-Optik. Und das ist einfach super gealtert. Also wenn man das heute noch spielt, wenn das heute so rausgekommen würde, vielleicht mit einer höheren Auflösung und sowas, klar. Aber da würde jetzt keiner irgendwie sagen, oh ist das Spiel hässlich oder ähnliches. Wunderbares Spiel mit verschiedenen Yoshis und auch verschiedene Spielweisen und alles. Hier man sieht, dass kleine Mini-Spielchen mit da drin waren. Das einzige, was nur bei dem Spiel wirklich extrem nervt und ihr wisst wahrscheinlich schon jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus will, ist da Baby Mario. Und zwar wenn er getroffen wird, dann wird er quasi in so einer Blase, schwebt er hoch und er macht den, sagen wir mal, sehr dezent darauf aufmerksam, dass ihr ihn vielleicht wieder einsammeln solltet. Und dieses, boah, das ist glaube ich wirklich hier in Bein und Mark gegangen. Und das ist wirklich sehr nervig. Das hätten sie vielleicht so vom Ton her etwas runterbrechen sollen, sage ich mal. Aber hey, wie man sieht, auch verschiedene Yoshi-Formen ist hier auf jeden Fall für sehr, sehr viel Abwechslung gesorgt. Und hier ist mal wieder, sie haben ein Special draufgeschrieben. Ja, das halten sie hier auf jeden Fall. Wobei natürlich hier auch so dieses Grundkonzept von Club Nintendo, dass sie sich hier halt Level rausnehmen und dem entsprechenden erklären. Hier, da müsst ihr das machen, da könnt ihr das machen und das bedeutet das und das. Daran kann man natürlich auch ein Spiel wirklich mit am besten erklären. Also das ziehen sie durch und das ist auch gut so, würde ich sagen. Ja, Donkey Kong Country 2. Mensch, also die Ausgabe hier, die haut hier eine gute Sache nach der anderen rein. Für mich persönlich vielleicht der beste Donkey Kong Country Teil. Auch das ist natürlich Geschmackssache. Damals habe ich allerdings so den ersten Teil gespielt, den zweiten und den dritten nicht. Der dritte, der ist ja, das ist ja fast schon so allgemeiner Konsens, dass der vielleicht so der schlechteste von den Teilen ist. Ich mag hier ganz gerne die Didi Kong. Die spielt sich sehr, sehr elegant, weil die ja diesen Zopf hat und damit man halt so kurze Zeit schweben kann und so weiter. Sowas mag ich in solchen Spielen immer sehr, sehr gerne. Ja, was gibt es Neues? Didi und Flixi gibt es Neues. Und ansonsten hat sie es natürlich schon relativ nah an den Vorgänger gehalten, aber das ist ja nichts Schlechtes, weil das Spiel war ja schon verdammt gut und es hat es halt so etwas im Detail verbessert. Man hat auch den anderen Spielcharakter, man hat wie immer natürlich die Tierbegleiter und so weiter. Und der grafische Stil, ich weiß gar nicht, ob der noch aufgebaut wurde, aber es war ja eigentlich fast nicht nötig, sage ich mal. Also das Spiel, gut, diese vorgerenderte Optik, die hat natürlich einen gewissen Stil, den muss man mögen, muss man nicht mögen. Damals war es wirklich revolutionär, dass ein Spiel so gut aussehen konnte und das auch auf den Super Nintendo. Das war richtig, richtig krass und wie man sieht, ist hier alles sehr detailliert gestaltet und so weiter. Also da hat Rare was richtig, richtig Geiles rausgehauen, aber ja, nur vier Seiten. Ich bin überrascht, aber hey, gut, reicht ja auch. Also hier wird im Prinzip nur mal kurz vorgestellt, hey, was gibt es Neues und eine kurze Übersicht, was für Welten es gibt und so weiter. Wunder, wunderschön, auch wenn man hier diesen Detail gerade sich anschaut, da wurde sich einfach Mühe gegeben. Ja, Secret of Evermore, das habe ich damals, glaube ich, sogar gespielt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe zumindest keine riesen Erinnerungen dran und ich scheue mich immer so ein bisschen dieser alten Nintendo RPGs für das Super Nintendo etwas nachzuholen, auch so Test zu machen, weil die einfach so ewig lange brauchen, bis man sich da reingefuchst hat und man da reingespielt hat. Ich finde den Stil aber nicht schlecht, weil der so allgemein etwas düster ist. Ich glaube, ich habe da mal reingespielt. Ich habe da reingespielt, oder? Habe ich da nicht einen Stream gemacht? Boah, Panda. Ich weiß gar nicht, ob ich das quasi gestreamt hatte oder einfach so reingespielt habe, aber es ist halt, von der ganzen Aufmachung ist es halt schon eher düsterer und ein bisschen erwachsener, obwohl natürlich, wie ihr seht, ihr habt den, ich schreibe euch mal hier den Screenshot mal ran, wie man sieht, ihr spielt halt wie immer das Kind natürlich oder den jungen Erwachsenen als Helden. Ist halt sehr, sehr schön, wobei das Kampfsystem war meiner Meinung nach, wenn ich das richtig im Kopf habe, halt direkt so eher so an Cycleed of Mana angelegt und ihr hattet ja diesen Begleiterhund, glaube ich, der euch denn geholfen hat. Ich habe da echt keine riesen Erinnerung, aber wie ihr seht, hat das wirklich schon einen eher düsteren Stil und das gefällt mir eigentlich. Ich musste auf jeden Fall mal Zeit investieren und da mal ein bisschen länger reinzuzocken. Waffentiming und sowas scheint wichtig zu sein. Natürlich diese Fenster, gute alte Ringmenü, das hat sich als Secret of Mana reingebracht und wird natürlich auch entsprechend immer durchgezogen. Aber hey, never change the running system. Auch hier, wie sich der Begleiter verhalten soll, ob er eher aggressiv oder eher suchend heißt es, da sich verhalten soll, finde ich nicht verkehrt. Das war ja schon mal das Secret of Mana. Da sehen wir mal, wie sehr dieses Secret of Mana Standards für dieses ganze Genre auf dem Super Nintendo etabliert hat und das wird natürlich auch alles eingehalten. Also finde ich schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, Tetris 2. Ja, ganz ehrlich, ob es das wirklich gebraucht hätte, ich weiß es nicht. Also Tetris ist ja schon eigentlich fast im Begriff des perfekten Spieles. Ich habe ja mal die Gameboy Version getestet, aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen her. Und so ganz krass ehrlich gesagt sind meine Erinnerungen gar nicht. Ich meine, das war quasi Tetris nur mit Farben halt, sodass die Farben entsprechend auch eine Bedeutung haben und dass man die kombinieren musste. Ich bin mir aber gerade gar nicht echt so gar nicht sicher. Aber da sieht man mal, wie wenig Eindruck das Spiel in mir hinterbracht hat. Aber ich meine, das war halt nur, dass man halt die entsprechenden Farben kombinieren musste. Das war auf dem Gameboy natürlich ja toll. Sie sagen hier Doppelschlag NES und Gameboy. Gut, NES haben wir die Farben und bei Gameboy zeigen sie dann quasi eine Aufnahme von dem Super Gameboy, wo es auch in Farbe ist. Wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen, auch das originale Schwarz-Weiß, sage ich mal, zu zeigen. Aber hey, man muss ja nicht immer, das war wahrscheinlich dann einfacher für die zu capturen, nehme ich mal an, oder ähnliches. Keine Ahnung. Ja, es gab dann halt sowas wie blinkende Blöcke und feste Blöcke und sowas, wo man quasi drumherum kombinieren muss. Ja, Kettenreaktionen kann man machen und so weiter, bla bla. Aber ganz ehrlich, warum da dieser Tetris-Name für herausgeholt werden musste. Okay, wahrscheinlich diese Art Puzzle, Puzzle-Up mit verschiedenen unterfallenden Steinen und sowas. Man sieht hier, Dr. Mario ist also so gesehen eine Art oder, Entschuldigung, Mario und Yoshi, jetzt bin ich jetzt gegen das Stativ gekommen, Gottes Willen. Ja, ob es Tetris 2 ist, ich weiß es nicht. Die hatten wahrscheinlich die Namensrechte und wir müssen irgendwie das Spiel vermarkten für dieses Puzzle-Spiel. Und hey, naja gut, ist okay, aber Tetris gefällt mir, auch gerade wegen seiner Einfachheit, einfach besser. Ja, das haben wir hier, Missile Command für den Game Boy. Ja, Missile Command ist doch so ein alter Arcade-Klassiker aus den 80ern, wo man hier dann quasi diese herunterkommenden Raketen dann quasi abschießen muss. Ah, okay, Arcade Classic, okay. Ich sollte vielleicht nicht nur hier den einen Titel lesen. Ja, das war natürlich auch immer sehr beliebt, so quasi alte Arcade-Spiele für den Game Boy quasi zu verwursten. Bietet sich ja auch an, der Game Boy hat zwar nicht so unbedingt die große Leistung, aber kann sowas natürlich ganz gut darstellen. Ja, Missile Command und ja, Esteroid scheint dabei gewesen zu sein. Ja, Missile Command, wie gesagt, da habt ihr diese festen Schieß- oder Flak-Stationen. Keine Ahnung, wie man die großartig nennen will. Und es kommen halt hier diese Raketen runter, das seht ihr an diesen Strichen. Und die müsst ihr halt dann abschießen. Esteroids dürften auch die meisten kennen. Es fliegt halt mit dem Schiff quasi auf einem Bildschirm rum und müssen halt Asteroiden, wie der Name schon sagt, abballern. Und die werden halt, die zerteilen sich denn. Also wenn ihr einen großen Asteroid habt und ihr den kaputt schießt, dann kommen da zwei kleine raus und so weiter und so weiter. Hier müsst ihr natürlich auch ein bisschen mit dem Schub arbeiten und auch mal entgegensteuern und gegenbremsen und so weiter. Ja, ganz ehrlich, ich persönlich habe nie diese Faszination dieser sehr, sehr einfachen Arcade-Titel, dieser frühen, irgendwie, weiß nicht. Also ich bin da vielleicht die Generation danach. Die sind mir so auf Dauer zu einfach irgendwie. Aber okay, gut, sowas gab es natürlich auch. Ja, Mickey Maus 5 Zauberstäbe. Ha, ganz ehrlich, da habe ich das noch nie gespielt. Das scheint aber wie so ein typischer Action-Puzzler zu sein, der mit Mickey Maus an sich wie immer nichts zu tun hat. Da werde ich sicherlich irgendwann mal drüber stolpern, irgendwann mal reinspielen, aber groß was dazu sagen, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich schätze mal, man muss den Zauberstab irgendwie Blöcke hin und her zaubern, nehme ich mal fast an, aber keine Gewehr. Ja, also hör mal, wir sind eh in den 90ern. Fokuhila ist eindeutig noch angesagt, würde ich sagen. Sehr schön. Jetzt hat er das eine Gesicht fokussiert, es wird da irgendwie viel zu hell. Mal gucken. Ich hoffe, es geht jetzt trotzdem mit der Belichtung. Gut. Das alte Gesichtserkennungsproblem, ich hätte das natürlich vielleicht ausstellen sollen für diese Folge, aber hey, Technik-Profi-Panda, hey. Das ist typische Tipps und Tricks. Kick-Klauen in Crazy Chase, Uniready, Legend of Zelda. Ja, passt. Haben wir das Poster, Asterix und Obelix. Ja. Hat mal schon schlimmere Poster, würde ich sagen. Ach, Hotline. Fragen zu eurem Lieblingsspiel, dann ruft die an, die Hotline. Gibt es die Hotline eigentlich heutzutage immer noch? Wahrscheinlich nicht, ne? In Zeiten des Internets, da guckt man schnell auf YouTube oder Google und kriegt man kostenfrei und schneller wahrscheinlich die besten Antworten. Aber es ist mal schön, dass wir hier quasi so ein Best-of quasi sagen, was wahrscheinlich oft gefragt wurde oder ähnliches. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Two Lies, Pac-Man 2, alles vernünftige Spiele. Ja. Asterix und Obelix. Ist auf jeden Fall so ein sehr schöner, solides Spiel auf jeden Fall. Ein Plattformer habe ich ja von den, da gibt es auch noch einen Nachfolger von, da habe ich schon bei beiden Tests gemacht. Das orientiert sich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ach, gar nicht Asterix und Obelix. Das ist schon der zweite Teil. Der erste Teil war nur Asterix, glaube ich. Er orientiert sich natürlich so eher so an Super Mario, also dieser klassischen Plattformer-Folge oder Regelbegebenheiten. So, mein Gott. Manchmal kriege ich mich nicht auf die richtigen Worte, entschuldige dich bitte. Ja, macht sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich, hat sehr abwechslungsreiche Level. Man reist dann durch die Welt, hier in Hewitzien hat man, glaube ich, auch, wo man quasi auch über Schneeberge kommt, weil ich das richtig im Kopf habe, über den Fluss und so weiter. Sehr abwechslungsreich, macht Spaß auf jeden Fall. Ist ein durchaus solider, leicht überschädlicher Plattformer, also zum Besten reicht es natürlich nicht ganz, also im Sinne von Mario und so weiter. Aber ist durchaus kompetent, was es umsetzt, sage ich mal. Ja, Donkey Kong Land, da scheint aber jetzt eher so nicht in Richtung Erstvorstellung zu gehen, genauso wie hier bei Asterix und Obelix, sondern eher so von wegen hier, das sind die Level und so könnt ihr navigieren. Ja, bei Donkey Kong Land, da scheinen sich ja die Geister so ein bisschen. Ich finde, dieser Stil vom Super Nintendo wurde versucht hier auf den Game Boy zu portieren, dieser vorgerinnerten Grafik. Aber das wird sehr, sehr schnell sehr krümelig auf den Game Boy. Also da hätten sie sich vielleicht nicht ganz so sehr an den Stil halten sollen. Der dritte Teil, da ist etwas besser, da habe ich auch schon einen Test zu gemacht. Da ist das nicht ganz so krümelig. Da haben sie sich bewusst dazu entschieden, so ein bisschen weniger Details einzubauen. Und genau das war eigentlich auch die richtige Entscheidung. Hier wurde einfach zu viel versucht, sage ich mal. Und das bekommt halt diesen krümeligen Bildschirm nicht sehr gut. Wie man hier sieht, jetzt mal nur mal als Beispiel, diesen Screenshot hier. Seht ihr auf den ersten Blick, wo der Held ist? Nicht unbedingt, oder? Das ist irgendwie so dunkel in dunkel in dunkel. Und ein Spiel muss halt schnell lesbar sein, finde ich. Ja, Special, man spricht Sigil, das scheint hier Secret of Evermore noch ein bisschen zu sein. Ach, mit den Entwicklern wahrscheinlich ein kurzes Interview. Gar nicht so verkehrt. Die haben gar keinen Comic dazu gehabt, ne? Gab es die hier? Sag bloß die Comics, die kamen raus. Okay, hier von wegen, ich möchte hier gerne abonnieren. Wie teuer war das denn damals? Haben wir hier irgendwie sowas? Ja, man muss es natürlich ab 18 sein. Ihr habt die Macht. Ach, hier. 29,95 Euro. D-Mark natürlich, nicht Euro. Gottes Willen. Man ist schon so in Euro eingetaktik. Drei Mark Nachnamegebühr, aber man bekommt die Donkey Kong Jams natürlich cool mit Z geschrieben, ne? Weil 90er bekommt man dazu und sechs Ausgaben Club Nintendo. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Jahresabo, ne? Abspielbar auf jedem CD-Player, ne? Ist wichtig. Eine Audio-CD, die abspielbar ist auf jedem CD-Player. Die haben zweimonatlichen Rhythmus erschienen, das denn damals, ja, für 30 Mark ging es eigentlich noch, ne? Aber damals hat man es ja noch, also ganz, ganz früh hat man es ja noch kostenlos bekommen. Ja, schöne, selbstgezeichnete, viele Kirbys. Durchaus einige kompetente Stücke dabei, sage ich mal. Ja, Kirbys Dreamland 2. Ich weiß auch nicht, wann diese Folge hier erscheint. Das habe ich auch jetzt letztens erst gespielt und einen Test dazu gemacht. Scheint auch wieder keine Erstvorstellung zu sein, weil das ist ja schon die zweite Welt hier. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also, Kirbys Dreamland 1 ist ja schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Natürlich dieser typische Kirby-Charme und so weiter. Der ist natürlich klasse. Das muss ich euch nicht erzählen. Aber das nimmt quasi dieses Spielprinzip und verfeinert das noch etwas. Also, im ersten Teil, das war wirklich nur auf die Basics beschränkt. Und im ersten Teil, im NES Teil, Kirbys Adventure hieß es, glaube ich, ne? Wie ich das richtig im Kopf habe. Da gab es ja solche Sachen wie zum Beispiel, Kirby saugt die Gegner ein und übernimmt die Fähigkeiten. Das wurde dann auch hier eingeführt. Und was natürlich hier noch als besonders, hier sieht man es auch an den verschiedenen Figuren, ist, dass ihr auch teilweise quasi als Power-Ups diese Tierhelfer bekommen habt. Wenn ihr den natürlich ein bisschen getroffen wurdet, dann habt ihr die verloren. Aber zum Beispiel hier könnt ihr dann halt durch ihr Level fliegen. Mit dem Vogel oder mit der Eule ist es wahrscheinlich. Oder halt besser schwimmen mit dem Fisch. Und die befindet ihr quasi in einer bestimmten Welt. Und wenn diese Welt natürlich zum Beispiel eher wasserorientiert ist, dann findet ihr da logischerweise den Fisch. Und könnt es damit dann halt einfacher lösen. Für eine schöne Idee, setzt überall noch ein bisschen was drauf. Ist es wirklich einer der besten Plattformen für das System, eindeutig. Da gibt es aber glaube ich keine zwei Meinungen. Aber hey, wir haben doch einen Comic. Das haben sie jetzt am Schluss versteckt anscheinend. Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hey, wie immer, Marius Picross ist das Thema. Ihr könnt die Pause-Taste drücken, wenn es euch interessiert und ihr es lesen wollt. Haben wir. Und dann noch die zweite Seite. Habt ihr schön gelesen? Sehr schön. Bema, grafischer Stil finde ich sehr schön. Ach, und hier haben wir natürlich Marius Picross. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich glaube, es gab ja schon mal eine Club Nintendo Ausgabe, was das als Titelthema hatte. Finde ich ein sehr, 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 sehr interessantes Puzzlespiel. Ich war ja damals oder schon lange immer so ein bisschen abgeschreckt, weil auf den ersten Blick sieht das so komplex aus. Da stehen so viele Zahlen und hat man hier irgendwelche Reihen und so weiter. Wenn man sich aber mal mit diesen Mechaniken beschäftigt und sich da so ein bisschen reinfuchst, sage ich mal, dann ist das echt ein anspruchsvolles und befriedigendes Puzzlespiel, was man nicht von, ist nach Motto, Blöcke kombinieren oder Blöcke fallen runter und ihr müsst sie kombinieren und verschiedene Farben und so weiter. Das ist mal was angenehm anderes und dass das gemacht wurde, ist echt schön. Ha, hier haben sie noch Illusion of Time. Sehr, sehr schönes Spiel. Das hatte ich damals sogar, fand ich sehr interessant, weil auch da diese drei verschiedene Figuren habt ihr und so weiter. Habe ich damals aber nicht durchgespielt. Eigentlich schade, weil das von der Grundthematik und sowas ist das gar nicht so schlecht, weil das ja auch so diese realweltlichen Vorlagen hat. Also es gibt so die Maya-Stadt und so weiter. Das war halt schon mal nicht schlecht, dass das natürlich schon so gesehen eine Fantasy-Welt ist, aber natürlich von der realen Welt inspiriert. Und das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, Asterix und Obelix, die Super Nintendo-Version, die habe ich nicht gespielt, aber ich schätze mal, die wird eh nicht kompetent sein. Für die Gameboy-Version nehme ich mal an. Also hier zum Schluss, das scheint hier eher so ein bisschen die Tipps- und Tricks-Abteilung zu sein. Auch wenn sie es nicht so genannt haben, aber hier ist eine Komplettlösung, weil hier im Höhenlabyrinth sagen sie hier, da und da muss lang. Im Zweifel werden das wahrscheinlich sogar Auszüge aus dem Spieleberater damals gewesen sein. Gehe ich mal von aus und hier quasi so ähnlich hier. Das ist ein bisschen Showcase, von wegen, hey, so könnt ihr es lösen und natürlich die, die das Spiel nicht haben, hey, guckt mal, was euch hier Tolles erwartet. Wunderbar. Das sind wir schon fast zum Schluss, würde ich sagen. Profi-Check, ja. Lieber Markus, du guckst da sehr, sehr motiviert. Laser Charts, Link's Awakening, Gameboy, Donkey Kong Land, nee, Kirby Streamland 2, Mario Land, sehr schön, Mystic Quest, hält sich seit Jahren, ne? Weil man bedenkt, dass das ja eines dieser ganz frühen Titel war, hält sich sehr solide. Donkey Kong, Marius Picross, Asterix und Obelix, Super Mario Land, kein Super Mario Land 2? Da bin ich jetzt etwas verwirrt, weil das ist für mich persönlich so das beste Game-Plattformer-Spiel, aber hey. Ja, Super Nintendo, gleich natürlich Yoshi's World, dann Donkey Kong Country, Legend of Zelda, Seagull of Mana, Illusion of Time, Super Mario Kart, Asterix und Obelix, dann erst Super Metroid, Earthworm Jim und die Schlümpfe. Hm, ja gut, Super Metroid müsste jetzt meiner Meinung nach jedenfalls über Asterix und Obelix sein, aber hey, wie neutral das ist und so weiter. Manchmal stürzen diese Leute sich wahrscheinlich auch einfach auf die neuen Sachen, ne? Ja, und dann Kreuzworträtsel und dann sind wir durch, würde ich sagen. Hier nochmal Donkey Kong Land als Anzeige und dann sind wir schon wieder durch. Das war die Ausgabe 5,95 vom Oktober. Wie immer war es mir ein Fest mit euch, dieses Magazin durchzublättern und so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut! Hallo ihr fantastische Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda blättert. Und heute ist mal wieder eine Club Nintendo Ausgabe dran und zwar vom April 96, also einer der späteren hippen Ausgaben, die ich hier behandle. Mit den schönen Designen, wie ich zumindest finde, aber hey, das ist natürlich alles Geschmackssache. Dieses Mal sind Themen natürlich Toy Story, Kirby's Block Ball, was mir irgendwie gar nichts sagt, ehrlich gesagt. Denn Pinocchio und Adventures of Lolo. Auch das habe ich nicht gespielt, aber da habe ich schon einiges Gutes von gehört. Aber ich würde sagen, genug Hervorrede, wir schauen einfach mal rein. Ja, und genau das meine ich mit schönem Design, weil irgendwie finde ich dieses, klar, das war damals Trend und so weiter. Jeder hatte den Photoshop Farbkasten und Effektkasten gefunden, okay. Aber das ist dann schon etwas sehr überladen, finde ich. Aber, na gut, ich mag halt die etwas klassischen Designs der alten Ausgaben, die so etwas klarere Linien haben. Und dann halt im Zweifel mal kein irgendwie tolles Muster oder sowas als Hintergrund genommen haben, was nur verwirrt. Aber, na gut, hey, wie gesagt, Geschmackssache. Ich würde sagen, wir überspringen das. Neues vom Edelknödel Club Nintendo Shop gibt es Kalender für 5 D-Mark in Briefmarken, wo man noch Sachen in Briefmarken bestellen konnte. Auch interessant, ne? Vor Paypal und Überweisung und so weiter. Da war ein Briefmarken anscheinend die echte Währung. Kurios habe ich bis gerade vergessen, aber stimmt. Man konnte wirklich vieles, so kleinere Sachen aus Magazinen und sowas auch wirklich tatsächlich gegen Briefmarken irgendwie bestellen. Was haben sie denn damit gemacht? Haben sie die bei der Deutschen Post irgendwie wieder umgetauscht gegen Geld? Oder dachten sie, hey, wir brauchen eh viele Briefmarken und dann wird sie das schon irgendwie amortisieren? Keine Ahnung, aber interessierte Geschichte auf jeden Fall. Netti und Take That. Seitdem sich die Jungs von Take That vor ein paar Wochen getrennt haben, selbst das ist entscheidend Thema in der Club Nintendo, ist bei uns die Hölle los. Netti, Redaktionsassistentin Bernhard, versucht ihre Trauer zu bewältigen, indem sie überall Robby-Poster aufhängt. Den ganzen Tag sämtliche, in Klammern, drei Stück, ha 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 ha, Take That, sie nichts abspielt. Und jeden Hauch einer Kritik mit einem heftigen Nimm das beantwortet. Helft uns unseren blauen Flecken, schreibt uns, wie man Netti trösten könnte. Die zehn besten Vorschläge werden mit einem einmaligen Club Nintendo Best-of-Magazin belohnt. Schreibt eine Postkarte, boah, das ist bestimmt Hardcore-Sammler-Sache, oder? Das Nintendo Best-of-Magazin, ich glaube, das wäre mein heiliger Grad, was diese Club Nintendo-Sachen angeht. Hm, interessant, aber es ist interessant, dass hier wirklich popkulturelle Begebenheiten Einzug gefunden haben. NES Game Ameland, das ist aber natürlich nicht schlecht, das passt ja auch wirklich, ne? Das NES Game Ameland, also das Schild ist echt nicht schlecht, das hätte ich ja auch mit fotografiert. Natürlich, wie üblich, ne? In den Zuschauerbriefen natürlich die eigenen Zeichnungen. Das ist irgendwie ein klassisches Motiv, glaube ich. Irgendwie habe ich das zumindest im Kopf natürlich jetzt in schön gezeichnet. Wieso, ist nicht schlecht für ein Kind, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Aber irgendwie habe ich das irgendwie anders noch im Kopf. Ich weiß gar nicht, woher. Und dann kommen wir hier schon zu der Titel-Story. Und zwar, ja, Titel-Story ist Toy Story. Ach, Flachwitze-Panda, heute mal wieder. Ja, auf jeden Fall finde ich das ein sehr schönes Spiel eigentlich. Es ist so ein bisschen, natürlich hat versucht, diesen CGI-Look, also diesen animierten Look der Vorlage, was ja damals sehr neu war, nachzubauen, in dem man so wie in Mortal Kombat natürlich ja diese quasi abfotografierten Sprites genommen hat. Diesen Grafikstil, den muss man natürlich mögen, oder kann man mögen, muss man nicht mögen, so rum. Aber, ja, naja, okay, gut. Also, ich finde es schön, dass es nicht nur ein einfaches Plattformerspiel ist, sondern ihr habt auch noch andere Szenen, die man hier vielleicht so ein bisschen erahnen kann oder irgendwo. Für was gibt es denn auch so Szenen, wo ihr dann quasi so mit ferngesteuerten Autos rumfahren müsst und so weiter. Und dadurch kamen etwas Variationen rein. Hier gibt es sogar so ein Ego-Shooter-Level natürlich. Was heißt ja natürlich? Es gibt einen. Hier haben wir die... Ich halte es mal in die Kamera, damit ihr es vielleicht besser sehen könnt. So, also hier haben wir hier dieses Auto rumfahren. Hier haben wir die Ego-Shooter-Passage. Und dadurch wurde alles etwas aufgelockert. Also, das Spiel an sich finde ich persönlich ist okay. Ich wurde nicht so hundertprozentig warm damit, weil mir irgendwie dieser Grafik-Stil nicht so zugesagt hat. Aber das natürlich als Anlehnung an dem Film musste das natürlich irgendwie so aussehen. Ist klar. Nicht mein Spiel, aber ich finde es halt cool, dass da so viele Abwechslungen reingebracht haben. Oh, okay. Titelstory hat nur vier Seiten. Na gut, auch nicht schlecht. Tim in Tibet. Finde ich auch ein interessantes Spiel. Habe ich zumindest Tim und Struppi und der Sonnentempel hier noch irgendwo seit meinen Anfangssammelzeiten rumliegen. Und muss ja auch mal einen Test zuverwurschteln. Hier habe ich, glaube ich, mal ganz kurz für einen Gameboy-Überblick reingespielt. Deswegen kann ich da jetzt keine kompetente Meinung, also nicht, dass ich jemals kompetent wäre, aber keine kompetente Meinung ablassen. Es ist so eine Art Rätsel-Plattform, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier so ein bisschen Story getrieben. Der erste oder zweite Teil, ich weiß nicht, ob der Sonnentempel-Teil irgendwie davor oder danach erschienen ist. Aber auf jeden Fall, der war wirklich so ein Adventure, wie zum Beispiel hier, Watcher Rabbit zum Beispiel. Habe ich ja vor ein paar Wochen mal getestet. Es ist quasi so eine Art Adventure auf dem Gameboy, was natürlich so ein bisschen, ja, Plattform-Elemente sind natürlich immer so ein bisschen drin, aber ihr müsst im Prinzip Rätsel lösen und rumlaufen und rumgucken. So ein Spiel ist das hier auch. Auch hier in der Tim und Struppi-Franchise bin ich persönlich nie warm geworden. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Ich weiß, viele lieben das abgöttisch und werden mich jetzt verfluchen. Aber ich wurde irgendwie damals echt nie warm. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. Aber kommen wir hier zu Kirby's Blockball. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Aber hier auf den ersten Blick, Kirby wurde ja schon als Pinball verwurstet und das hier scheint jetzt hier Breakout bzw. Arkanoid-Klon zu sein. Na gut, der Kirby ist halt ein ballförmiges Wesen. Ich nenne es mal so neutral. Also kann man ja alle Ballstarten machen. Also das sieht man hier mit dem Paddel. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen keine kompetente Meinung. Hier haben wir ein Boss-Level. Also das sieht schon wirklich so aus. Und dann natürlich ist es so ähnlich wie Kirby's Pinball so ein bisschen aufgepeppt, sage ich mal. Mit verschiedenen Sachen. Finde ich eigentlich gar nicht so eine verkehrte Idee für den Game Boy. Muss ich mir mal besorgen. Ich weiß gar nicht, warum das in meiner Sammlung noch nicht ist. Aber so bewusst bin ich auch noch nie über das Spiel gestolpert. Ist das irgendwie seltener oder woran liegt das? Frage ich mich gerade selber. Ihr könnt euch anscheinend natürlich so in verschiedene Sachen verwandeln. Ist ja klar. Ein gutes Breakout-Spiel hat natürlich so, dass ihr ein längeres Paddel bekommt oder mit dem Paddel schießen könnt etc. Das wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Und natürlich der Baum. Der Baum ist bei jedem Kirby-Spiel. Das ist ja bei dem ersten Kirby-Spiel der erste Boss gewesen. Und der ist irgendwie so ikonisch, dass er zumindest zu der Zeit irgendwie bei jedem Kirby-Spiel dabei sein musste. Das war gesetzt. Der musste dabei sein auf jeden Fall. Da gibt es natürlich auch hier Bonus dafür und so weiter. Wie gesagt, es sieht sehr interessant aus. Mal so eine Runde Breakout zwischendurch. Oder Game Boy gab es da ganz am Anfang. Alleyway natürlich mit, 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 ohne und viel Extras. War aber auch kein verkehrtes Spiel eigentlich. Deswegen würde es mich schon interessieren, wie das sich hier so spielt. Hm. Okay. Oh, hier sind wir schon beim Comic angenannt. Wie immer. Ich halte meine Schnauze. Ihr könnt die Space-Taste drücken, falls ihr das Comic lesen wollt. Scheint wie immer sehr gut gezeichnet zu sein. Mario Ziller in groß. Oh, Fortsetzung folgt. Okay. Gut. Hier haben wir hier Dr. Wiley. Hier der andere Dr. White heißt er, glaube ich. Mega Man. Ich bin ein Mega Man-Franchise. Nicht ganz so vertraut. Oh. Und wir haben hier nochmal Kirby. Das war ein NES-Spiel. Noch nie. Super Nintendo. Gott, deswegen. Ich blamiere mich hier. Ich sollte hier nicht nach der Arbeit noch kurz ein Video machen, glaube ich. Das war so eine Art Minigolf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Minigolf, Schrägstrich, so Marble Madness-Geschichte. Auch das habe ich nie gespielt, aber sieht immer interessant aus natürlich hier mit dieser isometrischen Sicht, wo es auch schön die Höhenverhältnisse dargestellt haben. Also entweder ist es eine Art Minigolf oder ein Marble Madness-inspiriertes Spiel. Darauf lege ich mich jetzt fest. Ja, meine Inkompetenz, wenn ich ein Spiel sehe, so viel Ahnung habe ich. Loch, okay. Es ist wahrscheinlich denn eine Art Minigolf. Auch nicht verkehrt. Das ist natürlich so ein bisschen Geschicklichkeitsspiel. Der Kirby war damals wirklich so, das war das relativ neues Maskottchen. Also im Vergleich zu Mario zumindest. Aber wurde dann auch viel verwurstet. Das ist wirklich so, okay, Kirby hat Ballform. Was können wir alles Ballmäßiges machen? Und wenn sie irgendwie so eine Idee hatten, haben sie mit Kirby drauf geklatscht und dann ist gut. Hier zeigen sie natürlich alle Kurse. Also wollten sie das Spiel echt pushen, habe ich das Gefühl. Und hier haben wir Kirby's Ghost Trap. Also es ist ja wirklich hier Kirby Deluxe Magazin, würde ich mal sagen. Das habe ich allerdings gespielt. Das ist so ein typisches Match 3 oder 4 Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man da hier drei von den Farben oder vier von den Farben kombinieren muss. Das ist halt so Puyo Puyo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich verwechsel diese Hitze-Spiele immer. Aber ich meine, das ist so ein Puyo Puyo-Klon. Was ja so der erste ist. Was das natürlich jetzt groß mit Kirby zu tun hat. Das war wie wieder, hey, wir wollen ein Puyo Puyo-Spiel machen. Zack, Kirby drauf. Passt schon. Habt ihr hier wieder. Ist aber sehr schön zu spielen. Also ich hatte zumindest, als ich das mal getestet habe, meinen Spaß dran. Aber gut, diese Spiele gibt es natürlich nie alt. Auch neue Versionen, viel, viel anders spielen sich die nicht. Das ist einfach ein Spielkonzept. Das ist nicht tot zu kriegen. Vor allem natürlich jetzt auf dem hochkommenden Mobile-Markt kann man nichts mit falsch machen. Pinocchio. Pinocchio ist auch ein sehr schönes Spiel. Da habe ich auch schon mal einen Test zu gemacht. Hier die Super Nintendo-Version. Auf dem Game Boy gab es das auch. Da haben sie versucht, diese Super Nintendo-Grafik etwas runterzureduzieren. Was nicht ganz so gut gelaufen ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem immer noch ein gutes Spiel ist. Ich finde immer noch die Grafik, finde ich, spitze. Es ist natürlich zu dem Kinofilm Pinocchio erschienen, der da natürlich schon etwas älter war. Aber sie haben es mit dieser Grafik, haben sie es sehr, sehr gut geschafft, diese Animation etc. einzufangen. Sehr schönes Spiel ist halt ein solider Plattformer. Solide TM, ich weiß, mein Lieblingswort. Ist aber durchaus ein vernünftiges Spiel, finde ich. Und wie gesagt, vor allen Dingen durch die Grafikpunkte. Dass Plattformanteile sind normal. Es gibt auch hier so ein Achterbahn-Level, was mich irgendwie zur Verzweiflung gebracht hat. Weil ich mag solche Schienen-Level meistens nicht. Weil das ist auswendig lernen und in der richtigen Reaktion immer auf den Knopf drücken. Bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt. Aber na gut. Was haben wir hier? Die Hotline-Tipps. Kirby Streamland 2. Okay, da braucht man Tipps. So schwer ist das Spiel auch nicht. Seht gut auf Evermore. Okay, gut, da kann man natürlich schon mal festhängen. Super Mario World 2 gibt es einen Tipp. Und Mega Man X sogar. Das Poster ist Pinocchio. Sehr schön, stimmig. Ich schätze mal, es wird so eine Art Screenshot aus dem originalen Film sein. Ist auch schön, ne? Das ist eine Zeichnung aus dem Film, das in den Schatten hier so ganz genau nachgemacht haben. Das war bestimmt nicht einfach, das perspektivisch hinzukriegen, nehme ich mal an. Dann haben wir hier die Twig Zone. Okay, sehr da, links der Weg. Okay, was haben wir denn hier, ne? Musikalischer Stilbruch gefällig. Bereits im 1993 fröhnte der Autor des deutschen Screentextes beschwingten Technogeräuschen. Zusammen mit dem Programmierer von Nintendo verewigte er diese Leidenschaft auf dem immer noch aktuellen Zelda-Titel. Gibt zu Beginn eines neuen Spiels mit Moise den Namen des Autos an und lauscht im mythischen Zelda-Ambiente die knackigen Disco-Klängen. Das wusste ich noch nicht. Das werde ich mal bei Gelegenheit mal testen. Das war ein interessanter Hinweis. Secret of Mana. Waffenlevel ausladen. Ihr wollt mit einer Waffe eine super Attacke ausführen, obwohl sie noch kein hohes Level erreicht hat? Kein Problem. Voraussetzung ist, dass ihr wenigstens ein eurer Waffen ein hohes Waffenlevel vorweisen kann. Ladet die Waffe, die das hohe Level besitzt, mit dem B-Knopf auf. Eine andere Spielfigur bekommt von euch über einen zweiten Controller die Waffe, die ihr gerne benutzen möchtet. Erreicht diese Waffe das erste Spiel, das nun ihren höchsten Wert, drückt einfach auf den zweiten Controller auf den Y-Knopf, um ins Ringmenü zu gelangen. Okay, dann wird es wahrscheinlich wirklich überschrieben. Ja, gut, aber ich denke mal auch für die Dauernutzung etwas aufwendig. Wird wahrscheinlich irgendwie das, it's not a bug, it's a feature. So, Adventures of Lodo gab es aber auch auf dem NES Vaders, das ich richtig im Kopf habe. Das ist natürlich jetzt die Game Boy Version. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Es sieht aber wie ein Puzzle-Spiel aus. Oder? Ja, Action-Puzzler wahrscheinlich. Okay, das Level-Übersicht. Anscheinend wurde das schon mal vorgestellt. Es scheint so eine Art Komplettlösung zu sein. Ich dachte, hier wird das Spiel zum ersten Mal vorgestellt, dass ich mir irgendwie erarbeiten könnte, was es ist. Aber vielleicht kennt ihr das Spiel. Haut es mal in die Kommentare rein. Klärt mich auf, ob es sich lohnt, sich zu besorgen. Ich habe es noch nicht. Wenn ich mal drüber stolper, werde ich es mir auf jeden Fall in meine Tasche stecken. Vielleicht habe ich bisher wirklich nur Gutes drüber gehört. Maui Mallet. Ja, sehr cool, dass wir das gar nicht auf der Titelseite angekündigt haben. Weil auch das ist ein Spitzenspiel. Auch hier, ähnlich wie Pinocchio. Gameplay ist okay. Punktet vor allem über den grafischen Stil und natürlich die grafische Qualität. Auch hier wurde Zeichentrick mäßig ordentlich was abgeliefert. Sieht super aus. Ist spitzenmäßig wirklich gealtert. Kann man nichts sagen. Und natürlich das Setting. So ein bisschen Hawaii und sowas. Das geht immer so ein bisschen mystisch. Voodoo etc. Natürlich hier mit Linias dabei. Ich weiß. Es ist verwirrend, aber auch nicht verkehrt. Sehr, sehr schönes Spiel. Hatte mir damals der SNES Maniac mal empfohlen. Dann habe ich reingespielt. Habe mich sofort in die Atmosphäre des Spiels verliebt. Auf jeden Fall. Secret of Evermore. Auch hier haben wir einen absoluten Klassiker. Auch das habe ich noch nicht so wirklich durchgespielt. Ich habe es mal angespielt. Aber viele lieben das. Mein Favorit ist das Secret of Mana. Aber das ist ja begründet, weil ich das damals ja gespielt habe. Und das halt nicht. Auch das habe ich schon mehrmals ja besprochen. Nintendo Fasching. Ah, herrlich. Asterix war anscheinend sehr angesagt. Mega Man. Das ist anscheinend Ryu, nehme ich mal an. Ja, haben sie mir was sehr viel Mühe gegeben. Hier werden natürlich nochmal die Spieleberater nochmal angeteasert. Ach, und hier haben wir Pinocchio für den Game Boy. Gerade angekündigt. Wie gesagt, wenn man das ja so ein bisschen im Vergleich sieht. Den Stil haben sie versucht einzufangen. Ist natürlich wesentlich krümeliger geworden. Aber nicht schlecht. Das will ich betonen. Hier haben sie wirklich versucht, das Superinterno-Spiel 1 zu 1 rüber zu portieren. Auch hier mit dieser Achterbahnfahrt und so weiter. Also Hut ab. Und das ist für die Verhältnisse, finde ich, gut gelungen. Kann man nichts falsch machen. Dann haben wir hier noch ein paar Tipps zu Yoshi's Island. Auch die werde ich mal so ein bisschen überspringen. Donkey Kong Country 2. Wunderbare Spiele. Aber tut mir leid, wenn ich da jetzt nicht so genau eingehe. Aber ich habe das schon in so vielen Videos immer wieder angesprochen. Warum? Ich will das nicht immer wieder von Neuem aufwärmen und immer dasselbe sagen. Und ihr Leute, die das vielleicht regelmäßig schauen, die verdreht ihnen schon die Augen. Und na, der Panda, wie der erzählt wieder Geschichten aus. Und Kriegsgipsgipsgipsgipsgipsgipsgipsgips. Das muss ja echt nicht sein. Asterix und Obelix ist auch ein sehr schönes Super-Nintendo-Spiel. Das war wirklich so langsam die Zeit, wo sie das Super-Nintendo mit so Comic-Grafik mäßig sehr, sehr aufgewertet haben, finde ich. Auch ein durchaus vernünftiger Plattformer. Macht nichts Besonderes. Asterix und Obelix geht halt immer. Hier mit Minispielen natürlich 100 Meter Lauf, etc. Dann haben wir hier die Charts. Zelda, Donkey Kong Land, Donkey Kong Online 2, Wario Land, Mystic Quest, Asterix und Obelix, Donkey Kong Adventures of Lolo. Okay. Street Fighter 2, Wario Blast. Okay, gut, es sind ein paar natürlich auf den hinteren Plätzen wie immer so ein Na-ja-Titel dabei, wie Street Fighter 2 auf den Game Boy, finde ich. Ist zwar okay, aber ist nicht so mega. Aber ansonsten, ja, solide Auswahl. Super-Nintendo, Super Mario World 2, Donkey Kong Country 2, Legend of Zelda, Secret of Evermore, Earth from Jim, Secret of Mana, bla, bla, bla. Super Mario Kart, Super Metroid. Okay, da haben sie hier sogar 20 Plätze, damit noch Demon's Quest und Tim in Tibet drauf gelandet ist. Demon's Quest ist ja auch so ein geiles Spiel, ne. Habe ich glaube aber auch schon mal besprochen. Ach, das ist diese Netti, 29 Jahre ist sie und das ist die, also die mit Texte so hinterher geheult hat. Okay, auch nicht verkehrt. Boah, und dann sind wir schon durch. Relativ kleine und kurze Ausgabe diesmal, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, meine fantastischen Menschen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschööö. Kommen wir zu dem Hauptteil dieser Sendung oder Folge. Und zwar zum Club Nintendo aus dem Juni 96. Hauptstory ist Pinocchio. Ein sehr schönes Spiel, finde ich. Und das ist natürlich kostenlos für alle Nintendo-Fans. Und das sind wir, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schneiden einfach mal super rein. Rantise natürlich jetzt so langsam, aber sicher das Nintendo 64 an. Ist klar, das stand in den Startlöchern. Und da muss man natürlich so langsam auch den Hype aufbauen. Hier auch Werbung. Also in den frühen Club Nintendo Ausgaben, da war ja gar keine Werbung so richtig. Aber hier haben sie die Titelgeschichte und die Werbung. Ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht, wer weiß, wer weiß. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich das hier so sehe, Das Grunddesign der früheren Club Nintendo Ausgaben, die ich ja schon hier alle behandelt habe, gefällt mir persönlich etwas mehr. Das hier ist natürlich jetzt mitten in den 90ern angekommen. Es ist bunt wie die Hölle und komische Texturen und alles musste irgendwie abgesetzt sein. Mein Geschmack ist es jetzt nicht. Aber ich würde sagen, gucken wir einfach mal. News, es gibt Super Mario Art T-Shirts, super. Denn den World of Nintendo Kalender 96, wow, super. Hm, es gibt einen Wettbewerb und auch, guckt euch das nochmal an. Es ist aus der heutigen Sicht so dunkel und war wahrscheinlich stolz drauf, hier diese Wellentextzone am Hintergrund zu haben, etc. Aber es ist echt nicht sehr angenehm und schön zu lesen. Also ich weiß, ich überzeug mich nicht. Ich mag den Stil da echt nicht. Das ist ja schon mal ein bisschen besser. Aber auch hier diese relativ, ich sag mal, preisgünstigen Renderer und so weiter. Ist schon sehr süß irgendwie auf jeden Fall. Hier kommen natürlich die schönen, auch die Fotos Monats, sehr schön, ne? Mit der Brille, ich zeig's mal hier. Gucken, ob ich das Magazin... Hat er schön gemacht, ne? Mal gucken, was die Geschichte dazu ist. Da muss es ja irgendeine Geschichte zugeben. Und zwar, nachdem wir uns einige Briefe erreichten, in denen sich recht negativ über das Foto des Monats geäußert wurde, haben wir uns entschieden, wirklich nur noch ein Foto des Monats auszudrucken, der ein absoluter Kracher haben. Und den haben wir dieses Mal. Das Foto zeigt Markus Butnik aus Berlin, nachdem er den Nintendo 64 Artikel in der letzten Ausgabe auch gelesen hat. Einfach umwerfend. Lass dich locker, Leute. Schickt uns auch weiterhin eure verrücktesten, abgedrehtesten Schnappschüsse. Echt? Da wurden echt die Fotos Monatsleute gedisst. Also kann ich mir ja vorstellen, ne? Man traut sich natürlich schon, sich da als Bild zu zeigen, aber dass ich denn so negativ über diese Fotos geäußert würde, das finde ich eigentlich schade, obwohl es in der heutigen Zeit ist, was ja leider auch nicht viel anders, ne? Im Internet, da wird ja leider viel zu schnell gehatet und ähnliches, was nicht so cool ist. Kommen wir zu, wir kommen in der dritten Dimension und zeigen den Game Boy. Ach, nee, das ist die E3. Ich dachte schon, die wollten jetzt irgendwie 3D-Sachen teasern, was das neue Nintendo 64 hier auf dem Kasten hat und dann in Super Nintendo und Game Boy passt nicht so ganz. Aber klar, ja, E3, natürlich eine Neuvorstellung. Donkey Kong N 2, Kirby Superstar, ja, da gab es ja diese E3 ja schon so ein, zwei Jahre, glaube ich. Und da wurde das jetzt hier nochmal aufgearbeitet, was so gesehen auch gar nicht so schlecht ist, ne? So ein kleiner Messeüberblick, so eine kleine Zusammenfassung natürlich hier für Nintendo 64, Super Mario 64, Wave Race 64, Pilotwings 64, Star Wars Shadow of the Empire, das habe ich sogar damals auf dem PC gespielt. Also ich hätte das Nintendo 64 ja nicht. Die Generation hatte ich geskippt und war dann ganz lange PC-Spieler. Deswegen ist das Nintendo 64 auch nicht meine Welt. Und gedanklich hört dann da auch so ein bisschen bei dieser Hardware-Generation an Konsolen so ein bisschen mein Kanal auch auf, weil ich dazu jetzt keinen Bezug habe. Und das hatte ich auf dem PC mit einer der ersten 3D-Beschleuniger-Karten. Das war schon eine echt geile, geile Erfahrung. Heute würde man natürlich sagen, Matsch-Texturen aus der Hölle. Aber damals war es geil. Wobei das Nintendo 64 natürlich nochmal andere Sichtweiten hatte, wie hier, ich glaube, das sah nicht ganz so aus. Aber naja. Ja, Super Mario Kart geht natürlich immer. Kusen USA, GoldenEye 007, das wird natürlich der geile Shooter sein. Starwing Turok. Turok weiß ich noch, wie das damals abgefeiert wurde ohne Ende. Ein Kumpel von mir hatte einen Nintendo 64, der Hendrik. Grüße an dich, falls du das höher sehen solltest. Der hat, glaube ich, sehr das abgefeiert, Turok. Aber das war auch immer, auf dem PC gab es irgendwie coolere Shooter. Sagen wir es mal so, ne? Irgendwie so ein bisschen. Terranigma. Ja, auch wunderschönes Spiel, Rollenspiel. Ich muss das auf jeden Fall mal nachholen. Ich habe das sogar in meiner Sammlung. Aber das ist halt diese Sache mit diesen alten japanischen JRPGs für das Super Nintendo. Man braucht einfach viel Zeit. Und in der heutigen Zeit, man hat so ein Spieleüberangebot. Ich bin mittlerweile echt froh, wenn man weiß, okay, ein Spiel, das hast du in sechs, sieben Stunden durch. Dann weiß ich wesentlich, ich kann das schaffen. Aber mit so einem ausufernden Spiel, das traue ich mir nicht ran. Deswegen habe ich auch so wenig Rollenspieltests auf meinem Kanal. Nicht, dass es irgendwie so ist, dass ich die Spiele nicht mag. Aber zeitkostenmäßig ist das einfach nicht so günstig. Sagen wir es mal so. Finde ich aber sehr schön. Aber dass das jetzt so spät rauskam, das kam bestimmt in Japan früher raus. Hundertprozentig, kann ich mir vorstellen. Wundert mich etwas. Das hatte ich 96 gar nicht so auf dem Radar, ehrlich gesagt. Wobei ich natürlich sehr stark Secret of Mana abgefeiert habe. Und das wäre definitiv ein Spiel für mich gewesen. Aber nun gut, da habe ich damals auch das nicht mehr so verfolgt. Toy Story, ja, eigentlich auch ein ganz vernünftiges Spiel. Dafür, dass es ein Spiel zu einem Film ist. Zumindest auf dem Super Nintendo ist es ganz interessant, weil sich da jedes Level so ein bisschen anders spielt. Also es gibt natürlich den Plattformer-Level. Ist natürlich dieser vorgerenderte Stil. Der passt allerdings dieses Mal ja auch zu der Filmvorlage. Dann gibt es natürlich Level, wo man so mit dem Kart auch rumheizt und so weiter. Also da haben sie sich schon etwas Mühe gegeben, nicht nur einen langweiligen Standard-Plattformer herauszubringen. Und diese Mischung, die macht das Spiel gut aus. Aber so richtig geil zu steuern und so weiter, finde ich es persönlich nicht. Das scheint hier allerdings die Gameboy-Variante zu sein, glaube ich, die hier vorgestellt wurde. Die ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur ein einfacher Plattformer. Die ist nicht so geil. Also wenn ihr die Auswahl habt, auf jeden Fall die Super Nintendo-Version spielen. Die Gameboy-Version ist okay, aber auch nicht so geil. Der Tetris Blast, was mit Tetris nicht mehr so viel zu tun hat, aber auch für den Gameboy. Die fallen hier jetzt ziemlich viel auf den Gameboy ab. Hier steht gar nicht hier so oben Gameboy. Wahrscheinlich wollen sie das so allgemein offen halten, aber warum zeigen sie nur Gameboy-Screenshots? Mysteriös, würde ich sagen. Ja, Gameboy Blast ist halt wieder eine Variation. Und diese Tetris-Formel ist es ja so gesehen ja nicht. Das ist halt nur überein, dass es halt ein Puzzle-Spiel ist mit Blöcken. Da gibt es ja tausend verschiedene Varianten. Und hier hat man noch ein bisschen mit Bomben garniert. Ganz ehrlich, wer es braucht. Also Tetris ist natürlich geil und Klassiker, aber diese tausenden an Iterationen, Tetris 2 und hier Tetris und da Tetris. Klar, der Name war schon damals populär, das wollte man ausschlachten. Aber irgendwie, für mich ist das kein Tetris. Ach, hier zeigen sie sogar Tetris 2 und Kirby's Ghost Trap. Was ja mit Tetris, ja, also es gab halt viele dieser Puzzle-Spiele und ich finde, da verliert man auch echt die Übersicht. Gut, die meisten, die sind alle solide. Also die kann man spielen, die sind alle nicht verkehrt. Aber so richtig geil, also vielleicht bin ich auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Also man kann so schön spielen und sowas. Das ist natürlich hier so ein Puyo-Puyo-Klon. Aber Tetris 2 hat nun gesagt, das machen wir mal mit Farben. Hey, darauf hat die Welt gewartet. Also ich weiß nicht, vielleicht feilt ihr die Dinger ja mehr ab. Also für mich ist das so ein bisschen Geldmacherei. Die haben natürlich ihren Markt auch bedient. Aber diese Unterschiede, die fand ich, finde ich immer so, okay, ah, okay, das ist halt das Den-Spin. Hey, wer bedenkt ihr, dass ihr denn damals irgendwie, wie teuer waren denn damals Gameboy-Spiele? So 60, 70 Mark doch bestimmt, oder? Oder 50 Mark. Ich habe so 50 Mark im Hinterkopf. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich so gewohnt bin, dass so Spiele 50, 60 Euro kosten, dass ich das jetzt so umrechne. Aber wegen so einem anderen Spin hat sich das jetzt für mich nicht gelohnt. Was haben wir denn hier? Das Einmaleins der Abenteuer. Ach, da stellt sich jetzt noch so ein paar ältere Rollenspiele vor. Hier Zelda, Secret of Evermore, Illusion of Time. Das ist natürlich hier Secret of Mana. Aber auch hier, hier sieht man wieder, dann haben sie es mit dieser Hintergrundtextur viel zu gut gemeint, hier diese Überschriften hier zu lesen. Also klar zu lesen ist das echt nicht. Was haben wir denn hier? Young Merlin, das habe ich mir sogar hier letztens geholt. In den Pickups muss ich mal spielen. Finde ich sehr interessant, das ist von Westwood ein Ding. Soul Blazer, Flashback, was haben wir hier noch? Zelda Link zu The Pass, klar. Might and Magic, da weiß ich noch, ich habe das auf dem Computer, auf dem 386er, habe ich Might and Magic versucht zu mögen. Weil geiles Rollenspiel, super viel Input, aber nee. Die waren mir schon damals zu sperrig und jetzt nochmal zu spielen. Man mag da vielleicht ein Hardcore-Fan sein, aber ja. Secret of Evermore, Secret of Mana und pop, 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 pop. Das war es, jetzt sagen sie auch Illusion of Time. Ja, es ist eine gute Auswahl. Natürlich haben sie jetzt versucht, so alles reinzuwerfen und irgendwie nochmal an den Mann zu bringen. Also Might and Magic, ich hatte zumindest damals keinen Freund, der das hatte. Aber auch so Young Merlin und sowas, das sind alles schon eher die Exoten. Aber na gut, es ist ja schön, dass mal so eine Doppelseite nochmal so ältere Spiele empfehlen. So, hey, falls dir Zelda gefallen hat, wird dir vielleicht Might and Magic gefallen. Also ich persönlich aus der heutigen Sicht glaube ich jetzt eher nicht. Aber hey, man kann es ja mal versuchen. Kostet ja nichts. Ja, so ein Secret of Evermore im Detail ist eine coole Zeichnung. Finde ich auch ein interessanter Spiel, weil das so eine eher düstere Stimmung hat. Auch das habe ich leider jetzt nicht großartig in der Gänze gespielt. Aber hey, ach, hier haben sie sogar noch so eine kleine Übersicht denn hier. Battle of Olympus, das muss ich mir auch noch unbedingt für meine Sammlung holen. Da habe ich voll Bock drauf. Sword of Hope ist glaube ich auch so ein Ego-Perspektive-Rollenspiel. Sieht auch interessant aus. Mystic Quest natürlich super. Gargoyles-Quest. Ja, so ein bisschen Rollenspiel schon dabei. Links im Making natürlich. Und hier finde ich aber ganz cool. Auch so Besonderheiten wie Polygon-Grafik oder deutsche Texte, sodass es dann Spieleberater zum Beispiel gibt und so weiter. Ach, und hier sogar mit entsprechender Schwierigkeitseinschätzung. Das ist natürlich echt gar nicht so verkehrt. Hm. Ist auch geiles. Zelda, Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Alle haben sie Spaß mit, womit sie nicht ganz Unrecht haben. Aber ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad her sollte man das vielleicht eher einschränken. Also für Profis nicht unbedingt, weil so Hardcore ist Links Awakening ja nicht. Es ist schon eher für die Masse produziert, sage ich mal. Aber schön, dass sie hier so eine kleine Übersicht haben. Hm. Breath of Fire 2. Hm. Sieht alles echt interessant aus. Finde ich sehr, sehr, sehr coole Übersicht. Finde ich einen guten Ansatz, dass sie nochmal diesen Backkatalog so etwas aufgearbeitet haben. Aber mussten sie wahrscheinlich auch, weil ich glaube, zu der Zeit gab es nicht mehr so viele Neuerscheinungen. Haben alle auf die nächste Generation gewartet. Und da muss man natürlich jetzt dann irgendwie, äh, irgendwie müssen wir ja noch den alten Lagerbestand abverkaufen. Okay, das ist jetzt etwas übertrieben gesagt. Kirby's Dream Course. Ja, das ist glaube ich so eine Art, ähm, Marble Madness-Klon. Bin mir aber nicht so unbedingt sicher, ehrlich gesagt. Ähm. Irgendwie schon, glaube ich, oder? So ein Marble Madness, dass man hier so rumkullern muss. Oder ist das, ich habe es noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Ich meine, das Kirby ist schon cool, aber ich meine, das wäre so ein Marble Madness-Klon. Zumindest würde das jetzt hier vom Level-Design her so für mich sprechen. Also ich weiß natürlich, dass es das Spiel gibt, aber ich habe es persönlich noch nie gespielt. Es könnte auch mit Löchern so eine Art Mini-Golf-Spiel sein. Da bin ich mir jetzt gerade echt unsicher. Hm. Ich muss mir da, glaube ich, hier nach mal ein Let's Play oder sowas anschauen. Hm. Gut, dann sind wir hier bei den Tipps und Tricks, ne. Hier, geile Mega-Man, äh, Passwörter, Donkey Kong Country, Pack-in-Time, Theme Park. Oh cool, keine Geldprobleme. Es lebe der MTV Frisia Lindholm. Okay, was hat der Melf Krupper denn gemacht? Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe ja mit Martin Kohlbacher einen Fan des FC Bayern München vorgestellt haben, präsentieren wir euch diesmal einen aktiven Kicker eines absolut e-büttigen Vereins. Melf Krupper spielt für den, haltet euch fest, MTV Frisia Lindholm. Das war jetzt ironisch gemeint, oder? Doch genauso gern wie der auf dem Platz spielt der zwölf Jahre alte Melf Fußball auf seiner Super Nintendo Spielekonsole. Natürlich FIFA 96. Ähm, ja, also ich bin jetzt kein Fußball-Experte, aber ich glaube, das ist eine Dorfmannschaft, oder? Korrigiert mich, vielleicht war das in den Mitte der 90er ein Geheimtipp und beim Pokalspiel irgendwie Bayern-Konkurrent, aber ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Aber cool. Aber hier war es natürlich noch ein bisschen Werbung für den Top-Secret-Spieleberater. Sehr cool. Auch ein schönes Poster mit Kirby. Geht immer. Ich mag Kirby. Ihr wahrscheinlich auch. Und das haben wir auch für FIFA. Hey. Ja. Hm. Boah. Ihr wisst, ich bin der größte Fan von Sportspielen. Die sind alle tipptopp gealtert und kann man immer wieder, selbst jetzt noch nach 25 Jahren, tipptopp spielen. Kann man so unterschreiben. Gehören ja auch nicht immer, äh, nicht immer, freundlicher Versprecher. Gehören ja auch immer zu den meistgesuchtesten Spielen, wenn man so eine Retro-Konsole sammelt, ne. So, boah. Du hast ein FIFA 96 in deiner Sammlung. Respekt. Ne, ja. Ihr merkt wahrscheinlich, äh, das war jetzt Ironie. So Sportspielen sind immer scheiße gealtert, weil die natürlich immer sehr auf der aktuellen Technik aufbauen. Und vor allem bei FIFA, da gibt es ja jährlich neue Ableger. Es gibt keinen Grund, das jetzt noch zu spielen. Vor allen Dingen, also ich habe keine Ahnung, wie es gespielt. Wie gesagt, sportspielermäßig bin ich nicht ansatzweise der Profi. Ach, jetzt haben sie hier Toy Story. Und ich lenke es ab, bevor ich ins Sparfilm komme. So ist das. Toy Story, ähm, für Super Nintendo. Genau. Was hier etwas abwechslungsreicher ist, was man vielleicht auch hier sieht. Auch hier bin ich jetzt kein Superfan von den Plattformen-Einlagen. Ist aber ganz gut gemacht. Und vielleicht, was ich hier euch gezeigt habe, haben sie ja auch in Level, wo man rumheizt. Natürlich nicht. Weil, keine Ahnung. Ich habe das Spiel doch getestet. Zeigen sie das nur nicht? Wahrscheinlich. Hoffe ich. Obwohl, das ist alles Stage 1, ne? Ach, ich dachte schon, ich bin irgendwie komplett besteuert geworden. Ähm, das funktioniert auf dem Super Nintendo auf jeden Fall wesentlich, aber wirklich wesentlich besser als auf dem Game Boy vertraut mir. Wirklich, wenn ihr die Auswahl habt auf dem Game Boy, ist es halt ein mittelmäßig, ein schlechter, mittelmäßiger Plattformer. Also es ist nicht so, dass es eine Komplettkatastrophe wäre, wie Gremlins Unleashed oder irgendetwas. Oder Gremlins 2 hieß er. So, aber gut ist es wirklich anders auf dem Game Boy. Auf Super Nintendo ist das durchaus vernünftig. Kirby's Blockerball, ja, ist ein super Flipper. Macht sehr viel Spaß. Ist es das? Ne. Höh? Ich habe es gerade verwechselt mit Kirby's Pinball. Oh, peinlich. Ganz ehrlich? Den Titel habe ich noch nie gespielt. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Sieht aber wie so ein Breakout-Klon aus. Hier Paddel, wahrscheinlich ist ein Kirby dabei. Bam, bam. Hier wieder der Baum als Endgegner. Hm. Warum kenne ich das Spiel nicht? Panda? Du willst Retro-Experte sein? Ich bin gerade echt schockiert. Ich bin auch nie drüber groß gestolpert. Ich bin jetzt ja auf der Pixelbörse in Düsseldorf jetzt im nächsten Monat. Da muss ich definitiv auch da mal nachgucken, ob mir das irgendwie unterkommt. Weil Breakout, so für eine kleine Runde zwischendurch, geht das Spielprinzip eigentlich immer. Und wenn man hier sieht, da gibt es anscheinend so Bosskämpfe und sowas. So ein bisschen mit Kirby-Charme stelle ich mir das durchaus vernünftig vor, ehrlich gesagt. Bonus-Spiele natürlich und so weiter. Ja, warum nicht? Also ich habe gerne Aliway auf den Game Boy gespielt und das ist ein bisschen Kirby. Warum nicht? Donald in Maui Mallet. Auch ein super Spiel. Hat eine sehr, sehr schöne Grafik. Es hat so ein bisschen das Setting, so dieses Hawaii-Mystische. Finde ich sehr, sehr schön. Hat mir damals der SNES Maniac mal empfohlen und da hatte ich auch einen Test gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle und Grüße an dieser Stelle auch auf jeden Fall, falls du das hier gucken solltest. Finde ich ein super Spiel. Macht sehr viel Spaß. Es ist ein sehr schöner Plattformer, der grafisch auch sehr gut ist. Also Plattformer ist es ein gehobener Plattformer. Ja, Grafik ist spitze, spitze, finde ich persönlich und so ein bisschen das Feeling und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Man sieht es halt so ein bisschen alles, so ein bisschen so Karibik, Voodoo, Miami-Mäßig. Passt sehr gut, finde ich, zu Donut. Hat, glaube ich, jetzt keine Zeichentrick-Vorlage. Wurde jetzt eingesetzt für das Spiel kreiert. Korrigiert mich, vielleicht gibt es da irgendeinen fünfminütigen Zeichentrick-Kurzfilm oder sowas. Ich weiß es nicht. Pinocchio finde ich auf den Super Nintendo super. Hat eine sehr, sehr schöne Grafik. Haben sie auch auf den Game Boy natürlich portiert. Weil, was auf den Super Nintendo erfolgreich ist, muss auch auf den Game Boy portiert werden. Das ist gesetzt. Und hier haben sie es ganz gut portiert. Also natürlich den kompletten Super-Charme der Vorlage fängt es natürlich nicht ein. Ist ja logisch. Game Boy, schwarz-weiß, sage ich mal und so weiter geht das natürlich nicht. Sie haben es aber versucht runter zu portieren, runter zu skalieren. Und das ist ganz okay gelungen, finde ich. Tim in Tibet sagt mir nichts. Ist, glaube ich, auch so eine Art Action-Adventure, glaube ich. So ein Sidescroller-Adventure oder Plattformer. Also diese Tim und Stupi-Zeichentrick-Universum, das war nie so meins. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, ehrlich gesagt. Aber nun ja. Deswegen tut mir leid, wenn ich euch das keine tieferen Einblicke gebe. Ich kann euch einfach dazu nichts sagen. Und bevor ich irgendeinen Unsinn quatsche, sage ich lieber gar nichts. Das Comic. Wie immer, ich halte es euch mal kurz. Wenn ihr es lesen wollt, drückt die Space-Taste, wenn ihr auf den Computer guckt oder pausiert. Dann könnt ihr hier kurz lesen. So. Uh, ein Riesen-Yoshi. Natürlich cool, ne? Ich lese es nicht mit euch. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch gerne diese Comics in schlecht nachgemachten Stimmen vorlesen. Aber da habt ihr nichts von. Sondern werdet dann aus Verzweiflung stumm scheiden. Und ich wahrscheinlich auch nicht. Systemcharts. Gameboy, Zelda, klar, Donkey Kong Land, ob das so sein musste. Kirby Streamland 2, Mystic Quest, Super Mario Land 3, Donkey Kong, Astrox Obelix, Adventures of Lolo. Ich wusste gar nicht, dass das so populär war. Pinocchio, Wario Blast, Street Fighter 2, DuckTales 2, Tetris, Toy Story, Tetris Plus, Pack and Time. Super Nintendo, Yoshi's Island, Titicom Quest, Zelda 3, Secret of Evermore, kein Secret of Mana, nicht vor Secret of Evermore. Wahrscheinlich, weil das neuer war, nehme ich mal an. Earthworm Jim, Donkey Kong Country, The Secret of Mana, Breath of Fire 2. Man sieht schon, da waren schon damals die Rollenspiele super, super populär. Mario Kart, Metroid, Great Circus Mystery, Illusion of Time, Blablabla. Demon's Quest, für so frühen Titel nicht verkehrt. Würde ich so unterschreiben, sieht das sieht halt ganz gut aus. SNES Fußball Charts, ist ja drollig. Soccer Shootout, haben sie nicht ihr eigenes Spiel? Wie hieß das noch? Keine Ahnung, was alles der Coolen ist. Link to the Past, haben sie hier nochmal so eine kleine Mini-Doku? Das ist ja drollig. Das ist ja cool, dass sie so mal ein bisschen, um das neu zu pushen, nehme ich mal an, nochmal so einen Blick hinter die Kulissen gemacht haben. Die Entstehung. Vier Jahre lang haben Nintendo Spezialisten auf diesen 8 Megabit gearbeitet. Das ist glaube ich, das vier Jahre, dass das da reingekommen ist. Ach cool, das ist hier, das Schloss ist aus einem realen Vorbild entstanden. Das wusste ich noch gar nicht. Hm, schon cool. Die Stimmung, es ist Nacht, Regen prasselt auf das Dach und in der Ferne ist leises Donnergäueln zu hören. Das stimmt, das habe ich auch damals beeindruckt, diese Regeneffekte und so weiter. Das darf man nicht unterschätzen, das klingt jetzt auf den ersten Blick immer gar nicht so dramatisch. Es macht aber viel, viel Stimmung. Die Legende, Link in Action, Wirbelattacke, Rennen und so weiter, was man hier alles Tolles kann. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, hier hat jemand selber ein Suchbild gemalt. Das ist halt auch cool, coole Sache. Und dann sind wir schon mal durch. Wunderbar. Schöne Ausgabe, wie gesagt, war natürlich so ein bisschen Themenflaute bei denen, deswegen natürlich so einige Rückwärtsblicke, nenne ich es mal. Schöne Ausgabe, gefällt mir. Und wie gesagt, schamlose Eigenwerbung zu dem Buch kommt denn so in ein, zwei Wochen. Genauere Infos. Ich wünsche euch doch einen schönen Tag, egal was ihr noch vor habt, meine guten Menschen. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hallo, ihr fantastisch Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge. Und heute haben wir die Ausgabe 4 von 96, also August 96 da. Ein paar Themen, sondern unter anderem Kirby's Dream Curse. Dann ein Interview mit Shigeru Miyamoto. Dann der First Look zu Donkey Kong Land 2. Ganz wichtig, das ist nicht das Super Nintendo Donkey Kong Country, sondern das für den Game Boy. Und was mich hier schon echt fast traurig macht. Hier schon mal Zelda 3, der Adventure Klassiker als Review. Wo das Classics, also quasi Retro, behandelt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn wir das aufschlagen, sehen wir hier gleich auch den Grund, warum. Nämlich, die wurden hier neu für das Super Nintendo aufgelegt. Und zwar mit diesen roten Umrandungen in der Super Classic Serie. Und da gab es unter anderem Zelda, Tetris und Dr. Mario, Super Mario Kart und Super Mario All Stars. Also alles ziemliche Klassiker. War eine super Geschichte damals. Ich weiß gar nicht, waren die damals deswegen auch billiger oder nicht. Da bin ich mir gerade ehrlich gesagt etwas unsicher, weil ich habe das damals gar nicht unbedingt mitbekommen und mitverfolgt. Aber eigentlich, einen anderen Grund könnte es da eigentlich nicht geben, oder? Weil es ist ja nicht so, dass die jetzt limitierte Auflage hatten und jetzt wieder neu produziert wurden oder ähnliches. Vielleicht wisst ihr da ja mehr und könnten mir da in den Kommentaren was dazu schreiben. Aber wir gucken gleich mal, affengeil, das Nintendo 64 steht natürlich kurz bevor. Aber da wird hier, denke ich mal, nicht so viel drin sein, weil es ist da noch nicht erschienen. Und dadurch könnte man natürlich auch noch keine Spiele zeigen. So, das ist das neue Design hier auf jeden Fall. Es gibt viele Classics-Sachen. Ich denke mal, wie gesagt, diese Altverwertung, die nächstes Mal, wollte hier beworben werden. Und wir haben hier die News, die Schlümpfe. Ach, das ist der erste Teil. Nee. Ist das der erste Teil? Das schien da so spät. Ich habe die ja getestet. Aber ich weiß echt nicht mehr, ob die wirklich so spät erschienen sind oder was da irgendwie die Phase war. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann haben wir die entrüstete Crystal hier. Die guckt wirklich sehr entrüstet. Und dann haben wir hier einen Cyber-Stories-Wettbewerb. Und natürlich hier den Game Boy Pocket. Ich meine, wow. Es geht hier wirklich Neuerung um Neuerung. Und das Super Mario Art-Shirt. Das stimmt, das war auch in den 90ern. War das so super in. Hier das mit den, wie heißt der Quintz da nochmal? Dingsbums. Der hier auch das mit Marilyn Monroe und sowas gemacht hat. Mit den verschiedenen Farbpanels. Mir liegt es auf der Zunge, der Name. Aber auch hier ab in die Komptare damit. Ihr seid da wahrscheinlich besser drauf als ich. Dann haben wir hier die Mailbox. Mehr Bilder. Ja, das stimmt eigentlich. Da verlangt wer, dass hier mehr Bilder von den Spielen hier drangehauen werden. Das kann ich nur so unterstreichen. Circuit of Evermore, Fanart und die Jokebox. Okay. Ich mache mal einen von den drei Witzen, lese ich jetzt vor. Ich kenne ihn auch nicht. Wir versuchen es mal. Link und Kirby begegnen sich. Sagt Kirby. Wenn man dich sieht, könnte man denken, eine Hungersnot sei ausgebrochen. Darauf antwortet Link. Und wenn man dich sieht, könnte man meinen, dass du dafür verantwortlich bist. Ja gut. Ja. Ich blätter einfach mal weiter. Über die Qualität des... Ich muss jetzt noch ein zweites Problem, ob die alle so schlecht sind. Die Mutter kommt vom Einkaufen zurück und sagt zu ihrem Sohn, du solltest doch aufpassen, wenn die Milch überkocht. Habe ich ja, antwortet Kalle. Es war genau 10 Uhr und 26 Sekunden. Okay. Gut. Noch mehr Fan-Gedönse in der nächsten Ausgabe Nintendo 64 Forum. Ich nehme mal an, das Forum wird so hier Leserfragen sein oder irgendwie sowas. Dann haben wir hier von Klempmann und Bytes und Höllenmaschinen. Das ist eindeutig Super Mario 64. Damals sah das natürlich wunderbar aus, aber konträr der populären Meinung bin ich ja mit den 3D-Marios nie so wirklich warm geworden. Ich weiß, das ist eine persönliche Geschmackssache. Und wenn ihr Spaß an den Spielen habt, dann ist das natürlich so. Und das will ich euch nicht wegnehmen. Aber ich weiß nicht, Plattformer und 3D haben für mich irgendwie nie so wirklich großartig zusammengepasst, ehrlich gesagt. Aber naja, ist Geschmackssache. Und natürlich die frühe 3D-Technik, wir kennen es alle, ist schlecht gealtert. Pilotwings 64 und Wave Race. Auch hier allgemein Spoiler. Leute, die meine Videos schon ab und zu mal gesehen haben, wissen, ich bin mit dem Nintendo 64 damals nie warm geworden. Ich habe auch nicht wirklich großartig gespielt. Ein Bekannter hatte an Nintendo 64 und ich habe da irgendwie den Zugang nicht zu gefunden. Ich habe damals schon PC gespielt und hatte da irgendwie mehr Spaß dran. Wave Race und Pilotwings sollen aber durchaus gute Titel dazu sein. Aber deswegen glättere ich das etwas über und gleich zu Donkey Kong Land 2. Der ist auf jeden Fall besser als der erste Teil. Und zwar, da ist nämlich ein Grund. Auf dem ersten Teil haben sie ja versucht, so diese Donkey Kong Country vorgerenderte Grafik 1 zu 1 auf dem Game Boy zu portieren. Das Problem ist natürlich, der Game Boy ist monochrom oder eine Grüntöne halt. Und dadurch wirkt das sehr unruhig und sehr unübersichtlich, das ganze Bild. Ist nicht gut gelungen. Hier der zweite Teil, da haben sie so ein bisschen mehr versucht, das etwas mehr cleaner zu gestalten. Und dadurch hat man halt einfach entsprechend die Übersicht und kommt da viel, viel besser rein. Deswegen ist der zweite Teil auf jeden Fall viel, viel besser als der erste Teil. Hat natürlich die grundsätzliche Prämisse. Wie der erste Teil natürlich wird so ganz grob der Super Nintendo nacherzählt und nachgespielt. Kommen wir zu Lufia. Auch so eins ein bisschen meiner blinden Rollenspielflecke auf dem Super Nintendo. Wo ich immer wieder merke, da gibt es so einige. Habe ich auch bisher nur kurz reingespielt. Auch da gibt es von euch natürlich eine große Fangemeinde. Zurecht hat natürlich hier eher rundenmäßige Kämpfe, wie hier Mystic Quest Legend das schon irgendwie eingeführt hat. Und dadurch spielt sie es natürlich so ein bisschen überraschend oder angenehm. Anders als jetzt die ganz normalen Action-Rollenspiele, die es für das System gab. Wie zum Beispiel Secret of Mana oder auch Illusion of Time auf jeden Fall. Ich mag die Stimmung im Prinzip sehr. Ja, das Super Nintendo ist ja sowieso, was so Rollenspiele angeht, wirklich so ein riesiges Powerhouse damals gewesen. Vielleicht ist es nicht so klassische Computer-Rollenspiele-mäßig natürlich. Aber durchaus sehr, sehr viel zu bieten. Diese japanischen Rollenspiele haben da gefühlt ja so auch im Westen dadurch so eher endlich mal so einen Durchbruch bekommen. Ein wunderbares Spiel und wir haben hier zu Teranigma einen Comic anscheinend. Frage ich mich natürlich auch, das ist ja vom Stil her ganz anders. Das werden die bestimmt nicht selber gezeichnet haben. Für alle, die hier nur keine Blätterfolge gesehen haben, wo ich dann eine Club Nintendo-Ausgabe durchblätter. Ich halte immer jetzt das Comic jetzt ruhig da. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr natürlich pausieren und das gerne nachholen. Wobei ich mich ehrlich gesagt echt wundere, war das denn so eine Art Marketing-Deal oder ähnliches? Weil irgendwie ist das ja schon ziemlich krasse Werbung. Oder vielleicht so nach dem Motto, hey, wir liefern euch einen Comic, ihr druckt es ab, wir verkaufen mehr Spiele. Hey, ihr kriegt eure Tandem. Was wollt ihr mehr? Ihr habt jetzt sechs Seiten sogar. Sechs Seiten prima vollbekommen. Finde ich schön. Ich mag den Zeichenstil. Der ist sehr, sehr, ein bisschen düsterer. Nicht ganz so Mario-mäßig verspielt. Und den haben wir jetzt natürlich auch Teranigma. Wobei die Grafik hier, uiuiuiui. Also auch da gibt es viele Fans von euch. Und auch das ist auch eins meiner blinden Flecken. Ich habe wirklich nur Zelda, wenn man das als Rollenspiel bezeichnen will, Secret of Mana, Mystic Quest und Illusion of Time damals gespielt. Da habe ich meine Expertise. Irgendwie kannte ich keinen, der die anderen Rollenspiele hatte. Hätte ich damals aber wirklich abgefeiert. Und in der heutigen Zeit ist halt immer so eine Sache. Mit dem normalen Arbeitsalltag. Ich habe dann nicht so oft Energie, auch neben YouTube und so weiter. Und irgendwie Motivation, mich da stundenlang in ein Spiel hinein zu versetzen. Deswegen mache ich auch in letzter Zeit lieber Gameboy-Sachen. Weil das Spiel ist eine halbe Stunde. Zack, bist du fertig. Bist du froh und gut dabei. Aber so ein Spiel war, weißt du, dass das Spiel ist. Und vielleicht eine Stunde, dann hast du mal eine Zeit. Da spielst du dann mal eine Stunde. Und lässt es dann wieder ein paar Tage liegen. Weil es kommt, wie immer, irgendwas dazwischen. Und dann steigst du wieder ein. Und dann, ja, was war nochmal wie und wo. Das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Ist natürlich nicht ganz so komplex wie jetzt irgendein modernes Rollenspiel. Um Gottes Willen. Aber, ja, deswegen drücke ich mich so ein bisschen um diese Spiele immer. Dann haben wir hier die Hotline. Damals gab es auch noch diese Nintendo-Hotline auf jeden Fall. Wo man halt angerufen hat. Weil das Internet in der Form gab es natürlich nicht. Und dann hat man halt angerufen. Hey, ich komme mal, spiele XY nicht weiter. Ich stelle mir mal, ich habe hier mal eine Frage. Und da haben wir zum Beispiel hier, wie bei Link's Awakening. Wie kann ich im siebten Palast die Säule unten links zerstören? Ja, dann muss man, glaube ich, die Kugel runterwerfen und so weiter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, welche Säule da gemeint ist. Aber da hatte man wirklich nur die Möglichkeit, sowas nachzuschlagen. Oder als Spieleberater, wenn es die halt zu dem Spiel halt gab. Toy Story ist das Poster. Naja, hätte ein bisschen besser sagen können. Aber hey. Hier haben wir noch mehr Tipps. Also wirklich Tipps in solchen Magazinen. Ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig das war. Auch die ganzen PC-Magazine damals, weiß ich noch, die hatten wirklich ganze, ganze, meistens in der Mitte, dass man es heraus trennen konnte. Wirklich so 30 Seiten irgendwie Tipps und Tricks, Komplettlösungen zu irgendwelchen Adventure-Spielen und so weiter. Das war damals wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir haben natürlich hier, so Mario lernt, den Easy-Modus zum Beispiel, wusste ich auch noch nicht. Habe ich erst letztens durch einen Kommentar von einem von euch erfahren. Dass man im Start-Modus, den ich hier auf Select drückt, und dann habt ihr einen Easy-Modus. Coole Sache. Toy Story auf dem Super Nintendo ist ein sehr schönes Spiel. Und zwar, weil es halt sehr viel Abwechslung reinbringt. Weil, wie ihr seht, zum Beispiel Stage 2, also die zweite Welt. Das erste Level, das spielt sich so Micro-Machines-mäßig. Ihr habt so einen kleinen Parcours. Ich habe hier ein Spielzeugauto und müsst heute halt dadurch halt drum navigieren. Und dann ist dieses Level, ist wieder ein Plattformer-Level. Und das ist halt die große, große Stärke dieses Spiels. So allgemein, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich feiere das persönlich nicht ganz so stark ab wie manche andere. Weil ich finde, der Plattformer-Part, der ist halt nicht so geil gelungen. Weil irgendwie die Steuerung sich etwas schwammig anfühlt, so allgemein. Aber es ist Geschmackssache. Und vor allen Dingen gibt es hier auch so fiese Szenen wie hier, diese Diner. Ich weiß, dass da, ich glaube, irgendwie so Tropfen runterkamen oder sowas. Das war irgendwie, also ist auf jeden Fall, fand ich zumindest, eher von einer schwereren Sorte. Was bei der Thematik vielleicht nicht ganz so klar ist. Dann haben wir hier Kirby's Dream Course, führt den Super Nintendo. Kirby ist ja durch seine Kugelform, ist er ja wirklich prädestiniert dafür, in vielen, vielen verschiedenen Spielen irgendwie aufzutreten. Es gibt ja ein Pinball-Spiel mit ihm, was logisch ist, als Kugel und so weiter. Und hier haben wir eine Art Mini-Golf. Und zwar wie bei Marvel Madness damals, wer den Klassiker noch kennt, habt ihr hier so eine isometrische Perspektive. Und mit verschiedenen Höhen und so weiter. Und müsst halt da den Kirby einlochen. Und das wird natürlich garniert mit ganz vielen tollen Mechanismen, die das alles etwas aufhübschen und tiefer machen, also das Spielgefühl tiefer machen. Und das ist einfach fantastisch. Und auch das habe ich jetzt nie nur bisher angespielt, nie nicht großartig in der Tiefe. Aber gut, hier grafikmäßig sieht es immer gleich aus. Aber das ist natürlich so ein bisschen das Problem an diesem Pseudo-3D, dass man diese Kacheln benutzen muss, um da halt so ein bisschen Höhenunterschiede besser darstellen zu können. Da habt ihr jetzt einfach nur eine Grasfläche, da seht ihr dann nicht ganz so deutlich, wo geht es jetzt tiefer und wo nicht. Wichtig. Dann haben wir hier Tim in Tierbit. Es gibt ja zwei Tim und Struppi-Spiele auf dem Gameboy. Einmal Tim in Tierbit und einmal Tim und der Sonnentempel. Wobei Tim und der Sonnentempel eher so ein Adventure ist, wie zum Beispiel Who Framed Watcher Rabbit, was da wirklich so aus der strengen Draufsicht gespielt wird, wo ihr verschiedene Positionen ablaufen müsst und Rätsel lösen müsst. Während das halt hier eher ein Plattformer ist. Auch hier habe ich bisher leider nur kurz reingespielt. Auch hier wurde ich nicht so wirklich warm. Die Steuerung fühlte sich so etwas unnötig schwammig an. Aber ich habe auch nur für einen Gameboy-Jahresrundblick da mal reingespielt. Von daher nimmt das jetzt nicht für voll. Ich habe natürlich hier die üblichen verschiedenen Level, wie ein Wasserlevel muss natürlich sein und so weiter. Dann haben wir hier Secret of Evermore. Das ist wirklich, ich glaube, das Magazin der Panda-Super-Nintendo-Rollenspiel-Lücken. Auch hier habe ich, obwohl hier habe ich mal ein bisschen weiter reingespielt, ich glaube, eine dreiviertel Stunde oder sowas. Und dann, wie angesprochen, den Faden irgendwie verloren. Dann kam irgendwie was dazwischen. Ich wollte ein Testvideo von einem anderen Spiel machen, weil das schnell produziert werden müsste. Und dann bin ich raus und dann ist es halt leider so. Was bei dem Spiel mir sehr arg gefällt, ist, dass ihr euren Hund dabei habt als Begleiter, was immer super ist. Ich kenne meine Videos mit Pinsel, bin ich mittlerweile großer Hundefan. Und die Grundstimmung ist halt eher düsterer und ein bisschen kritischer, sagt man ja so schön auf Englisch. Und das gefällt mir, weil das also relativ ungewohnt ist für das System auf jeden Fall. Und es gibt hier anscheinend Toaster-Hunde. Keine Ahnung. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier wieder Kirby's Block Ball. Schon wieder eine Variation, weil Kirby rund ist. Und zwar ist es ein Arkanoid, beziehungsweise Breakout-Klon. Weiß nicht, ob man das Klon nennen darf. Hat Variante. Auf dem Game Boy kennt man es eher so als Alleyway. Also das Spielprinzip ist ganz einfach. Ihr habt halt unten eine Plattform, die nach links und rechts schwebt. Und ihr habt halt eine Kugel. Ich versuche es mal so darzustellen. Das ist halt Kirby. Die prallt halt ab, physikalisch korrekt. Und ihr müsst halt Blöcke damit zerstören. So, ihr kennt das Spielprinzip. Ist hier natürlich noch viel, viel tiefergehend aufbereitet mit verschiedenen Formen etc. Muss ich auch immer mal einen Tester dazu machen. Auf jeden Fall ist es auch ein sehr empfehlenswertes Spiel. Eigentlich überall und Kirby draufsteht, ist eigentlich super. Hier haben wir noch, wir kommen ja dritten Dimension natürlich, das Nintendo 64 ist da um die Ecke. Ich habe ja mittlerweile eher so um die 97er Ausgaben, habe ich ja eher so einen Bogen gemacht. Weil ich immer für mich so persönlich dachte, okay, da ist das Nintendo 64 erschienen. Da wird natürlich das Hauptthema der Club Nintendo Magazin, das Nintendo 64 sein. Und da habe ich ja nicht wirklich großartig Expertise, wie ich schon angesprochen habe. Interessiert euch das dann trotzdem, wenn ich diese Magazine mal durchblättern sollte und dann quasi mir die Spiele angucke, um da quasi neutral reinzugehen? Würde mich mal interessieren, haut es mal in die Kommentare rein. Wenn was das Launchline-Up scheint hier sehr durchaus vernünftig zu sein. Shadow of the Empire hatte ich damals auf dem PC, war auch mein erstes 3D-beschleunigtes Spiel. Super Mario Kart geht immer, GoldenEye, wunderbar, Cousin USA auch, Blast Corps, habe ich meinen Namen gehört, aber Star Fox natürlich super, ist das erschienen? Bin mir unsicher, Turok, wunderbar. Und dann haben wir hier noch ganz viele andere fantastische Spiele wie Donkey Kong World, ist das erschienen? Keine Ahnung. Dann haben wir hier die Systemcharts mal wieder. Super Nintendo, Yoshi's Island, klar, Zelda, Donkey Kong Country 2, auch klar, Secret of Mana, klar, passt, Game Boy, Zelda, natürlich, Donkey Kong Land, finde ich halt nicht so geil, aber hey. Kirby Streamland 2, War, Mystic Quest, wunderbar, Mario Land, auch Donkey Kong, wunderbares Spiel, auch da Klassiker. Und hier haben wir auch hier schon das angesprochene Classic Review von der ersten Seite, wobei ich das jetzt nicht so als großes Review irgendwie sehe. Wird halt hier vorgestellt, aber auch hier Zelda sollte eigentlich jeden von euch bekannt sein. Hier wird natürlich ein bisschen Werbung gemacht, aber für den offiziellen Spieleberater, den hätte ich damals echt dringendst gebraucht, weil ich dann irgendwann mal relativ so beim Dreiviertel des Spieles irgendwie hingeblieben bin und nicht weiter wusste. Und da hätte mir das wirklich weitergeholfen, weil ich habe nämlich die Hotline nicht angerufen, weil ich durfte nicht, weil Kostia und alles. Und irgendwelche Kumpels, sie waren auch nicht so weit, sie konnten mir da auch nicht helfen. Ha, nicht so einfach. Denn Donkey Kong, also diese Klassik-Serie, wie viel billiger war die eigentlich, fällt mir gerade ein. Weil irgendwie diese Neuauflage muss ja irgendwie einen preislichen Vorteil gehabt haben. Habt ihr da eine Ahnung, wie viel billiger das war? Wenn ja, würde es mich mal freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinhaut. Das würde mich nämlich echt interessieren. Aber auch Donkey Kong, ein super Spiel. Tetris und Dr. Mario sowieso. Dann haben wir hier Super Mario Land 2 und 3. 3 war das schon so alt, dass das in die Klassik-Serie reinkam. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, es ist so 94, 95 erschienen. Irgendwie sowas in der Art, oder? Kann mich aber auch irren, aber auch Pflichttitel für das System. Hier haben wir nochmal Werbung dafür und die übliche Postkarte zum Abonnieren. Und das war's. Donald in Maui mellert auch wunderbares Spiel. Ich hoffe, euch hat die Blätter-Folge gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinhauen, ob ich die 97er-Ausgabe mir auch mal angucken soll. Ich weiß nicht, ob das spannend für euch ist oder nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschöö. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir mal eine ungewöhnlich späte Club Nintendo Ausgabe. Also zumindest für mich. Und zwar vom Oktober 96. Das war die fünfte Ausgabe aus dem Jahr 96. Gucken wir mal, was uns erwartet. Es wird wahrscheinlich erst der Nintendo 64 Sachen geben, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber genau, da haben wir hier die offizielle Premiere. Wie ihr wisst, ich bin kein Nintendo 64 Experte. Das bei weitem nicht. Deswegen habe ich für mich so die Grenze ein bisschen gesetzt bei den Club Nintendo Magazinen. Die Ausgaben, wo wirklich so bis zum Super Nintendo das Hauptthema waren. Und das ist glaube ich 96 schon fast wirklich so die letzten Ausgaben, die dann für mich interessant wären. Weil es macht keinen Spaß. Auch für euch nicht. Wenn ich da immer drüber blätter, sagt mir nix, sagt mir nix, sagt mir nix. Deswegen. Ja, was haben wir hier als große Themen? Schlümpfe, Donkey Kong Country 3, Street Fighter Alpha 2 und Winter Goat. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Aber man sieht so vom allgemeinen Design her, wenn man jetzt so die älteren Ausgaben vergleicht, dann wollten sie schon so ein bisschen aufhübschen. Es sieht hier so ein bisschen, ja, moderner aus. Man benutzt englische Wörter und so weiter, wie First Look zum Beispiel. Also da versuchen sie es schon so ein bisschen an den Zeitgeist natürlich anzupassen, was natürlich logisch ist. Aber ich würde sagen, wir gucken mal rein. Okay, hier sieht man auch schon eindeutig, das Design an sich, das verbessert sich wirklich oder das verbessert vielleicht nicht. Das verändert sich, sage ich mal. Hier nochmal die Werbung für die Schlümpfe. Also hier an dem Sinn auch anscheinend jetzt auch in Werbung auf. Ja, der gute Game Boy in seiner neuen Variante. Und wie man sieht, das beherrschende Thema ist das Nintendo 64 natürlich. Aber ist ja klar, neue Konsole heißt natürlich auch viel Hype dafür aufbauen. Dann gucken wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, bevor wir uns hier die, also ich muss sagen, das Inhaltsverzeichnis, das gefällt mir ehrlich gesagt so gar nicht. Okay, jetzt haben wir First Look, das werden wahrscheinlich so die Previews sein. Dann haben wir hier Zoom In. Ich nehme mal an, das heißt Tests oder erweiterte Tipps und Tricks wahrscheinlich. Und Specials. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken einfach mal rein. Ach, ups, ups. Worlds Apart, vier Boys und ein Game Boy. Das sieht so ein bisschen aus wie irgendeine Boy Band. Mal gucken, ob wir herausfinden, welche. Nach der Trennung von TechNet sind sie die heißesten Anwälter auf den Titel beliebteste Boy Group. Bla, 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 bla. Wer ist denn das? Worlds Apart. Sagt mir jetzt gar nichts. Wobei natürlich, ja, Boy Groups waren damals auch nicht so unbedingt meine Welt. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Worlds Apart. Hm, das war wahrscheinlich einer dieser vielen Versuche irgendwie. Interessant würde ich sagen auf jeden Fall. Anscheinend spielen die auch gerne Game Boy oder haben gerne Game Boy gespielt. Wo natürlich hier auch medial ausgeschlachtet ist. Es gibt einen neuen Nintendo Kalender von 97. Ich glaube, da seid ihr etwas zu spät zum Bestellen. Dann gucken wir mal. Mailbox. Okay, die Leserbriefe sind anscheinend auf jeden Fall an den Anfang gewandert. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Okay, Foto des Monats. Also, dass wir von euch mächtig Post bekommen, ist ja eigentlich nichts Neues. Doch Alexander Winkel aus Mecklenbeuren hat uns einen Brief geschickt, der denn fast echt im Boden ausschlägt. 16 Meter. Ach, das ist deren Gebäude, wo sie den Brief hier runter... Ach du Scheiße. Er war gespickt mit tollen Ideen, coolen Zeichnungen und Fotos. Um für ihn für das Foto des Monats abdichten zu können, haben wir uns in einem vierten Stock gewagt und dort den Brief aus dem Fenster entrollt. Ihr seht, Alexander hat sich große Mühe gegeben. Unserer Meinung nach ist die Leistung gereif für ein Guinness Buch der Rekorde. Oder möchte etwa jemand von euch eine noch längere Briefrolle verfassen? Also da gehört... Ich will gar nicht wissen, wie teuer das Porto war. Wahrscheinlich als Paket geschickt. Hier sieht man das Bild etwas, wie sie da den Brief raushängen lassen. Okay, das ist wirklich ein Satz. Respekt. Nintendo 64 Forum. Okay, hier scheinen anscheinend so ein bisschen die Wünsche aufgeführt zu sein, was man sich vom neuen Nintendo 64 wünscht. Die ganze Familie zockt in Rheinberg. Ja, von der Christine Röder. Sehr schön. Benjamin Tutora hatte auch so eine schöne Spät-90er-Friese. Sehr schön. Sowas ähnliches hatte ich ja auch damals, wie wir alle. Aber genug der Rede. Wir feiern die Ankunft mit anscheinend attraktiven Damensingern. Mit einer futuristischen Lasershow und hämmernden Techno-Rhythmen wurde zunächst einmal die Hardware enthüllt. Auf einer silbernen Säule konnte nun jeder das schmucke Gehäuse des Nintendo 64 bewundern. Okay, das ist ein 90er-Friese. Würde man heutzutage vielleicht zumindest mit der Musik nicht mehr machen. Da hat sich ja mittlerweile wirklich diese Präsentation aller Apple etc. herauskristallisiert. Finde ich sehr faszinierend, muss ich sagen. Okay. Scheint hier wirklich so der erste Look zu sein. Ach, das ist die Messe-Präsentation, ne? War das hier auf Wiesbaden, haben sie das gemacht. Also das konnte jetzt keine der offiziellen normalen Messen wie E3 oder sowas gewesen sein. Sondern es scheint ein eigenes Event zu geben. Okay, ab 1. März 1997, okay, sind wir bald dabei. 399 Mark das Nintendo 64. Wie gesagt, da muss natürlich Hype aufgebaut worden. Ab dem 1. November der neue Game Boy für 119. Und Valve Ways wird auch am 1. März, okay, hier die ganzen Spielepreise 99 Mark. Für ein normaler Kurs damals, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Das finde ich aber cool, dass wir nochmal hier so ein bisschen die Messe zusammenfassen, ne? Aber das war es auch schon. Okay, genug Hype aufgebaut. Im Prinzip ist das wahrscheinlich jetzt nur mal, guck mal hier. Wir haben ein geiles Event abgefeiert und das ist das Design. Macht damit, was ihr wollt. Sowas in der Art würde es auf jeden Fall sein. Ja, die Schlümpfe Reise um die Welt. Das ist ja auch wieder so, ich glaube, ist das der dritte Teil von den Schlümpfen? Ich meine ja, ich bin mir immer nicht hundertprozentig sicher. Ist auch gar nicht so leicht. Also ich habe auch schon mal den Game Gear, ja in der Quetzig-Serie gespielt. Wobei ich da zu dem Schluss kam, dass das Spiel gar nicht so schlecht ist. Weil ich bin ja irgendwie auf das Spiel gekommen, weil ich GameFAQ mal nach schlechten Game Gear-Spielen gefiltert habe. Und da war das komischerweise ganz oben. Verstehe ich persönlich nicht. Ist halt ein guter Plattformer, ne? Ist natürlich jetzt hier, ne? Man weiß es natürlich nicht hier mit dem Werbeteil, ob es da vielleicht irgendwelche Connections gab. Ist halt ein kompetenter Plattformer, ne? Schlümpfe, weil wir den ersten Teil gespielt haben, ist quasi das, dasselbe, nur halt nochmal ein bisschen mehr aufgebockt. Hat natürlich verschiedene Level und so weiter. Ist nett, man surft hier und so weiter. Ja, netter Plattformer, aber es gibt definitiv besseres. Und ach, hier haben wir auch noch die Game Boy Version. Wobei, ich sie Super Nintendo Version mäßig besser finde als die Game Boy Version. Und zwar, man sieht es hier schön bei Afrika Level 1. Das habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Ich versuche hier gerade zu blättern. Und zwar diese Screenshots hier. Ihr seht hier, ihr seid als Schlumpf auf dem Baum unterwegs. Das Problem ist, von der Grafik her, könnt ihr nicht immer unbedingt sehen, was ist jetzt ein Ast, worauf ihr springen könnt, um weiterzukommen. Und was ist jetzt irgendwie Hintergrund? Das ist halt ein großes Problem, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen gestalterisch, suboptimal. Wer natürlich weiß, was was ist, dann geht es. Aber das macht das alles irgendwie etwas schwieriger, auf jeden Fall. Ja, Donkey Kong Hand 4 3. Das ist ja so ein bisschen von der Trilogie, auch wenn er bei weitem, um Gottes Willen, nicht schlecht ist, das Spiel. Alle Donkey Kong Country Spiele sind gut, aber der zählt ja so allgemein als etwas das schwächere Spiel. Was hier auch an Kiddy Kong liegt, der so als spielbarer Charakter nicht so geil ist. Ich persönlich feiere ja den ersten Teil am meisten ab, aber das liegt natürlich daran, dass ich das als Kind hatte. Wobei der zweite Teil, glaube ich, neutral betrachtet, so ein Tick besser ist. Aber die liegen alle sehr nah beieinander. Also nicht, dass ihr denkt, dass der jetzt komplett abkackt oder irgendwie sowas. Die liegen alle wirklich nah beieinander. Aber ich kam auch mit Kiddy Kong gar nicht so wirklich klar. Ansonsten im Prinzip selbe Grafik, haben sie natürlich alles nochmal ein bisschen aufgebaut. Springt halt mehr vom selben. Nur hat das ja einen neuen Spielcharakter gehabt, der sich wieder etwas anders spielt. Und Donkey Kong ist natürlich auch nicht mehr da, obwohl er war ja im zweiten Teil schon nicht mehr da. Ich vertue mich gerade hier. So, Street Fighter Alpha 2. Kann ich nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Weil ich ja Fighting-Game-Genre nicht ganz so firm bin. Also ich habe damals das Street Fighter 2 Turbo gespielt. Aber den Teil jetzt nicht so auf den ersten Blick. Okay, achso, damit hat alles begonnen. Street Fighter 2. Weil ich wollte gerade sagen, das sieht ja exakt so aus wie der erste Teil. Ja, auf den Game Boy. Hey, auf den Game Boy ist das allerdings nicht so geil, muss ich sagen. Weil auf den Game Boy, das ist einfach nicht die Hardware für dieses Genre. Ganz einfach. Das kann man sehen, wie man will. Aber der Game Boy ist dafür nicht ausgelegt. Auf schnelle Bewegung, auf schnelle Darstellung. Achso. Ja. Ganz ehrlich. Das ist eine Vorschau für Street Fighter Alpha 2. Jetzt lasst uns hier mal alles durchgucken. Remember, das war der Vorgänger. Hey, hier ist Game Boy. Vor vielen Jahren. Action ohne Dings, ein allgemeiner Text. Und hier ist das Freeview. Kein Screenshot, keine Analyse. Das ist es. Okay. Da wollte man auch auf krampfen Artikel machen, hatte keine Infos. Ja, Tetris Attack, ein Puzzlespiel, der den Namen Tetris umsonst im Namen hat. Da es mit Tetris an sich nichts zu tun hat, aber wahrscheinlich dachte man sich, hey, wir haben die Rechte für Tetris. Jeder kennt und liebt Tetris. Dann nennen wir es halt irgendwie Tetris. Finde ich persönlich etwas unnötig. Vor allem, weil es ja so ein bisschen Yoshi gebrandet ist. Und was hat Yoshi mit Tetris zu tun? Nichts. Ich meine, es ist ein solides Puzzlespiel. Nicht mein Favorit. Ihr müsst halt immer so farbige Blöcke tauschen, dass das dann halt entsprechend kombiniert wird. Also einer dieser typischen irgendwelche Blöcke kombinieren, neu anordnen, tralala. Es gibt so viele verschiedene davon. Aber das wundert mich denn doch, dass man das Tetris genannt hat. Wirklich so Vermarktung. Aber wenn man da schon Yoshi eingebaut hat, hätte man das irgendwie Yoshi Puzzle Attack nennen können oder irgendwie sowas. Aber nein. Tetris muss das sein. Okay, auf dem Game Boy kam es dann natürlich auch raus. Das war damals üblich. Guck mal, Winter Gold. Sportspiele. Also wenn ich in einem Genre noch expertiger bin als in Fighting Games, dann sind es definitiv Sportspiele. Keine Ahnung. Es sieht okay aus. Es scheint 3D-Grafik zu benutzen, ehrlich gesagt. System Charts. Mal gucken. Super Nintendo. Zelda 3. Yoshi's Island. Secret of Mana. Donkey Kong Country 2. Secret of Evermore. Breath of Fire 2. Donald. Mario Kart. Kann ich so unterschreiben, ehrlich gesagt. Also wenn man das ja so sieht. Ja. Das eine oder andere hätte jetzt vielleicht etwas höher gemusst, sag ich mal. Aber kann ich so grundsätzlich unterschreiben. Gucken wir mal. Game Boy. Oh, Zelda 4. Link's Awakening. Man hat es noch Zelda 4 genannt. Das macht man jetzt so im offiziellen Kanon gar nicht mehr, glaube ich. Sondern nennen es so ein, weil es ja auch so ein bisschen ein eigenständiges Spiel ist, dass man es herausnimmt. So, hier war es Zelda. Link's Awakening. Kirby Streamland 2. Musik Quest, Donkey Kong, Wario Land, Super Mario Land 2, Donkey Kong Land, Kirby's Block bei Adventures of Lolo, Asterix und Obelix, Pinocchio, Hugo, Wario Blast, Kirby Streamland, Battle Arena, Toshin, Street Fighter 2, nee. Toy Story, Tetris, Tetris Blast, die Schlümpfe. Also hier so die ersten 10 Plätze, da gibt es auch besseres, aber das kann man schon ungefähr unterschreiben, warum jetzt Hugo. Okay, das war natürlich die 19er Jahre, die Fernsehsendung lief. Da war es natürlich der große Scheiß, aber die Nintendo Superstars Galerie, ja cool. Dann haben wir hier noch ein paar Informationen. Block ist sogar dabei, sehr schön. Besondere Kennzeichen. Hobbys. In seiner Freizeit hisst er am liebsten Flangen. Manchmal kommt es auch vor, dass er dabei seine Hose hisst, ja. Aber egal, er kann ja seine Beine wegwerfen. Okay. Dann haben wir hier Megaman. Hobbys. Megaman von, Hobbys von Megaman. Er verbringt viel Zeit beim Schrotthändler und in der Kfz-Werkstatt von Dr. Light, um sich dort neue Implantate einbauen zu lassen. In letzter Zeit hat man eh nicht selten mit Ken aus Street Fighter 2 trainieren sehen. Okay. Uh. Da wollen sie vielleicht hier super Smash Brothers irgendwie anteasern. Vielleicht. 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 Aber vielleicht interpretiere ich auch zu viele rein. Ich weiß es nicht. Ich gehe es hier nicht alles im Detail durch, ne. Woher hier vielleicht, vielleicht Joschi noch. Lange Spaziergänge an den schönen Stränden von Joschis Island mit Schildkröten, Fußballspielen und plärrende Babys retten. Außerdem bläst er hin und wieder mal gerne mit einem Kart durchgegeben. Ja. Machen wir alle gerne, oder? Was haben wir hier denn noch? Die Trick Zone. Oh, da haben sie hier aber eine ganz schöne Schriftart genommen, die sehr einfach zu lesen ist. Ah, guck mal, Klassik-Tipp von mir. Es sind sogar noch NES-Sachen dabei. Was haben wir hier? Tetris Blast, Mega Man 7 auf dem Super Nintendo, Circuit of Evermore, etc. Damals brauchte man das doch unbedingt, ne. Aber ein schönes Poster von Terranigma. Ja, diese Rollenspiele, die haben sie natürlich auch immer damals super angeboten, um die irgendwie als Poster zu verwursten, weil die hatten die Motive ja auch, ne. Und waren beliebt. Was haben wir hier? Hotline. Ach, so ein bisschen Werbung für ihre Tipps-Hotline wahrscheinlich, die auch noch Tipps geben. Da merkte man, damals so zu den 90ern, noch Anfang 2000er, wo das Internet noch gar nicht so verbreitet war, da waren Tipps im Magazin wirklich noch hoch angesehen, ne. In der heutigen Zeit hat kein Magazin mehr irgendwelche Tipps irgendwo. Aber damals, das war da hier noch die Bank, das brauchte man auf jeden Fall. Überspring ich jetzt auch mal, Lufia. Auch ein schönes Spiel, ich hab's bisher nur mal angespielt. Da hab ich sogar damals ein Stream mal dazu gemacht. Finde ich ja ein sehr charmantes Spiel. Nach heutigen Zeit, ich schäu mich ja immer so ein bisschen Rollenspiele jetzt mal anzutesten oder reinzutauchen. Ich werde auch schon mal ab und zu mal gefragt, hey, willst du nicht mal hier einen Test zum Rollenspiel X, Y machen? Würde ich theoretisch gerne, das Problem ist, Zeit. Weil ganz ehrlich, 40 Stunden Job, noch andere Hobbys außer YouTube etc. Ich hab immer weniger Zeit zum Spielen. Und wenn ich die Auswahl habe, okay, ich muss oder will ein Video machen, ein Testvideo. Okay, ich hab hier ein Rollenspiel, wo ich um die 20 Stunden Spielzeit alleine reinstecken muss. Da haben wir mal ganz grob. Oder ich nehm jetzt irgendeinen Shampan-Brand, Plattformer oder sonst sowas, wo ich vielleicht nach zwei Stunden weiß, alles klar, so läuft der Hase, passt. Dann nehm ich im Zweifel lieber den Plattformer. Auch wenn es natürlich vielleicht etwas langweilig ist, aber ich muss natürlich so ein bisschen zeitmäßig bei mir das planen. Aber am Anfang hat das einen sehr schönen Eindruck gemacht. Hat auch so ein rundenbasiertes Kampfsystem, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde, weil das ruhiger so gesehen ist es ja nicht. Weil einen gewissen Zeitdruck hat man ja trotzdem. Aber es hat schon was anderes Feeling als jetzt wie so ein Zelda-mäßiges Action-Kampfsystem. Ich geh jetzt aber wirklich sehr in die Tiefe rein. Also Zoom-In heißt also wirklich so diese Detailbesprechung mit quasi Tipps und Tricks Ausrichtungen. Denn ich war schön interessant. Ich kann natürlich jetzt nicht viel dazu sagen, weil das Spiel mir nichts sagt. Aber es sieht grafisch, sieht das schon interessant aus. Und hier mit den Fischkämpfern, dass sie auch so ein bisschen das Meer angedeutet haben und so weiter. Finde ich gar nicht immer so verkehrt. Ja, Donkey Kong Land 2. Ja, da haben sie viel gelernt, finde ich, im Vergleich zu dem Donkey Kong Land 1 auf dem Game Boy. Wo sie ja wirklich versucht haben, diese Super-Nintendo-Grafik fast 1 zu 1 auf den Game Boy zu portieren. Problem ist natürlich, Game Boy, zwei Farben, irgendwie grün, grau auf hell, nenn ich es mal. Das sieht natürlich nicht so gut aus, wenn man diese schöne Farbenpro-Grafik 1 zu 1 portiert. Das wirkte dann schon sehr oft sehr unruhig, das Bild. Und man hat auch Schwierigkeiten, Sachen zu erkennen. Es gibt ja Donkey Kong Land 2 und 3. Da haben sie das nach und nach etwas runter reduziert. Und dadurch sah die Grafik etwas besserer aus. Ein bisschen sauberer, ein bisschen cleaner. Meiner Meinung nach ist das im dritten Teil auch am besten gelungen. Aber Donkey Kong Land 2 ist schon im Vergleich zu dem ersten Teil wesentlich besser spielbar. Ist natürlich einfach so eine Geschmackssache, weil sie auch diese vorgeerinnerten Stele auf dem Game Boy portiert haben. Bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Super-Fan. Auf den Super-Nintendo hat es super geklappt. Ja, Super-Nintendo super geklappt, haha. Aber auf den Game Boy, das passte nicht so gut. Also da wäre eine Eigenentwicklung irgendwie besser gewesen, meiner Meinung nach. Aber nun gut, hier haben wir auch wieder ein bisschen Dings. Genau, Terranigma haben wir auch. Ich verlege gerade, habe ich das jemals auch nur ansatzweise angespielt? Ich weiß, dass es auch ein gutes Spiel ist. Das war, glaube ich, ja von Square, wenn ich das richtig im Kopf... Oder von Enix, glaube ich. Da waren sie ja damals ja noch getrennt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, um Gottes Willen, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Auch ein schönes Spiel, schön gestaltet. Aber auch hier kann ich da da so gar nichts zu sagen. Aber gar nichts. Deswegen aber die Grafik hier sieht schön aus. Scheint wieder so ein typisches... Hat das ein Action-Campster-Stem? Ich glaube schon, ne? Was man hier auf den Bildern sieht, das sieht zumindest so aus wie mit den Gegnern. Und ja, schönes Comic haben wir wieder. Eine super Mario in der Nacht des Grauens, wie immer. Falls ihr an den Comic interessiert seid, könnt ihr jetzt pausieren. Ich halte mal still. Aber hier natürlich auch geil, ne? Satan, hier Chucky die Mörderpuppe, hier Jason, etc. Die ganzen Horrorfiguren. Sehr schön. Sehr cool. Sehr interessant. Und dann mittendrin ein Havario. Was haben sie denn hier gemacht? Ist ja geil. Van Helsing. Hier haben sie richtig viele popkulturelle Anspielungen gemacht. Das haben sie früher, glaube ich, nicht so gemacht, oder? Guck mal, der Kirby hier, der Bösen. Wie geil ist das denn? Nach den Bösen-Versionen wahrscheinlich, ne? Sehr cool. Boah, der Comic ist ja richtig lang, sehe ich gerade. Hm. Also da lohnt sich es wahrscheinlich, wenn ihr jetzt schön pausiert. Hier die Prinzessin mit den... Ach, woraus ist das noch, dieser Look? Hm, ich komme gerade nicht drauf. Ja, dann war es doch schon. Werbung für den Spieleberater 2 Game Boy und... Ach, Quatsch. Da gibt es hier... Ach so, nee. Ich dachte, dass das wäre so ein Magazin mit Spieleberater 1 und 2 für Super Nintendo. Aber das sind jetzt zusammen. Äh, Spieleberater war natürlich auch super. Habe ich auch schon einige Blätter-Videos gemacht. Natürlich jetzt ja auch Werbung für Donkey Kong Nennt 2. Und dann haben wir hier einen Wettbewerb. Keine Ahnung. Äh. Cyber-Stories. Ach, so ein bisschen selber Geschichten schreiben. Okay. Wollt ihr mal was gewinnen? Sehr schön. Ich hoffe, die haben alle Magazin und Game Boy und sowas gekriegt. Und ansonsten... Das war es schon. Ach, das Heikut auf Mana-Quiz. Uh. Uh. Ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Minuten. Lass uns mal das Heikut auf Mana-Quiz machen. So. Äh. Wo liegt der Vierjahres-Heidenwald? A. Auf der Weihnachtsinsel. B. Im Hochland. C. Im Imperium. Im Hochland meine ich. Welche der acht Schutzpatronen verfügt über die Zaubersperre? Boah. Ich glaube, Harzinger. Ich bin mir auch nicht sicher. Wie heißt die Wüstenstadt? El Sandala, El Dorado, El Oasis. Das ist El Oasis. Wie viele Türen und Durchgänge besitzt die Mana-Festung? Ach, du Scheiße. Keine Ahnung. Zu wem gehört das Sandschiff? Zu den Rebellen der Republik, dem Imperium. Ich meine den Rebellen. Wer sind die Gefolgsdorte des Imperators? Äh. Tantalus, Marcus, Assis und Trax. Ich glaube, die waren es, genau. Tura, Tantalus und Hagen. Das waren ja eher die... Hagen war ja verzaubert. Ne? Oder? Das Erste? Keine Ahnung. Das Erste, glaube ich. Okay. Ganz ehrlich. Bevor ich mich blamiere, ich soll es lassen, aber wir haben hier ein schön buntes Club-Nintendo-Bärbedingens-Bummens. Und das war es schon. Kurz und schmerzlos sind wir durch. In meiner inkompetenten Weise konnte ich nicht zu viel Thema sagen, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Guten. Macht's gut. Tschöööö. Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Wir kommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und in dieser Ausgabe haben wir die Club-Nintendo-Variante vom Dezember 96. Und man sieht schon, großes Titelthema, Donkey Kong Country 3. Das schien da anscheinend in den Startlöchern gewesen zu sein. Aber es ist ja auch hier gerade Lufia-Send und anderen Themen. Natürlich das Nintendo 64. Ich weiß gar nicht, ob es da schon erschienen war oder kurz vorher. Nintendo 64 ist ja nicht so unbedingt meine Welt, deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig genau sagen. Aber irgendwann in dem Zeitraum ist es ja erschienen. Und dann haben wir hier noch das Kirby's Funpack. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hier natürlich die entsprechende Werbung zum Titelthema ist klar. Und natürlich das Frohe Weihnachten vom Team. Sehr schön. Und ich sehe gerade, Dufia ist hier wirklich ein großes Thema. Ich habe ja schon viel von vielen von euch gehört, die große Fans von Dufia sind. Ich persönlich habe da bisher nur ganz, ganz kurz reingespielt. So die erste halbe, dreiviertel Stunde. Ich würde da gerne mal wirklich alle von diesen RPGs von Super Nintendo irgendwie nachholen. Aber irgendwie, wenn ich das irgendwie machen will, dann will ich auch die entsprechende Zeit da investieren. Und die sind meistens relativ zeitaufwendiger. Und wenn ich dann die Wahl habe, einen schönen Gameboy-Test zu machen, von einem Gameboy-Spiel, wo das Spiel nach irgendeiner Stunde hast du alles gesehen, so nach Motto, also ganz übertrieben gesprochen, dann ist das natürlich etwas besser, als wenn ich jetzt irgendein super Intel-Rollenspiel durchgehe. Aber schauen wir mal, was für Abenteuer uns hier erwarten. Es gibt einen Terranigma-Wettbewerb. Und ich bin gerade irritiert. Ihr wollt gerade sagen, ein Terranigma-Wettbewerb, wo man auch Terranigma gewinnen kann. Aber es ist Illusion of Time abgebildet. Deswegen war ich gerade irritiert, habe so nach links geguckt. Weil ich habe mir ja die Big Box ja letztens mal gegönnt. Und es sieht irgendwie anders aus. Eine grobe Farbgebung, so bläulich. Okay, mit halben zugekniffenen Augen, okay. Aber so, hm. Viele mehr Wettbewerbe und die Leserbriefe, die haben sie hier später dann an den Anfang gepackt. Den ersten Ausgaben war die irgendwie immer hinten irgendwo. Und hier relativ am Anfang. In der nächsten Ausgabe, Forum-Spieleberater. Das wäre natürlich auch interessant, wenn die da wirklich mal so alle Spieleberater mal vorgestellt haben. Wobei hier abgebildete sind ja nur die, also nur die, die wirklich bei den Spielen dabei waren. Hm. Schauen wir mal. Forum-Film-Umsetzung. Ja, ich glaube, das war damals noch schlimmer als heutzutage. Heutzutage gibt es hier ein, zwei Spielumsetzungen, die okay sind. Aber damals war das sehr grauenhaft. Ihr sagt nur hier, dieser Super Mario Brothers Film aus Anfang der 90er. Ja, ich habe mal eine Dokumentation drüber gesehen oder eine Einordnung. Ich weiß nicht, das war irgendein englischer Kanal. Der hat das ziemlich gut dargestellt, warum der so geworden ist, wie er eben geworden ist. Und das ist eine durchaus wirklich interessante Geschichte, die dahinter steckt. Aber das ist ein Thema für eine andere Seite. Dann haben wir hier Back to the Woods. Och, das ist ja cool. Dann zeigen Sie hier mal die Anfänge vom Club Nintendo Magazin. Acht Jahre ist es anscheinend geworden. Wunderbar. Ich frage mich nur, warum Sie hier mit der 491 anfangen. Die hatte ich ja auch schon hier behandelt. Aber ich frage mich wirklich ernsthaft. Das gab doch frühere Ausgaben, genau wie das hier. Hm. Da haben Sie die Geburt. Aber hier haben Sie nur 91. Hm. Schauen wir einfach mal. Was Mitte der 80er Jahre als Interessengemeinschaft einiger Nintendo Freaks begann, hat sich inzwischen zu einem der größten Konsumentenclubs Deutschland gemausert. Ja, ist natürlich sehr vage. Weil das ist ja, ich sag mal, überspitzt das Propaganda-Blatt von Nintendo. Und es ist jetzt süß, dass Sie das jetzt so darstellen. Hey, haben sich nur ein paar Nintendo-Freunde irgendwie zusammengetan. Und deswegen kriegen wir hier so eine tolle Zeitschrift raus. Nein, ihr wollt damit Werbung machen. Okay, anscheinend hier nur bleib, bleib, grober Überblick. Okay, ich werde es hier nicht alles großartig vorlesen. Aber diese Ausgabe, die fehlt mir auch noch. Die muss ich mir noch unbedingt mal holen. Weil die ja vom Design ja auch noch so was komplett anderes ist als das. Ich habe die bei Ebay mal hier und da mal gesehen. Ist natürlich nicht gerade billig, wie ihr euch vorstellen könnt. Deswegen habe ich mich da bisher immer etwas zurückgehalten, sage ich mal. Aber ja, viele, viele Spiele habe ich hier schon echt besprochen. Das ist cool, dass es hier so eine Übersicht gibt. Weil dann könnte ich mir selber mal abhaken, welche Ausgaben mir noch fehlen. Ich gucke mal so grob über die Cover. Da habe ich echt viele, viele hiervon habe ich schon besprochen. Hier diese 96, da bin ich ja gerade dran. Ich habe auch noch eine andere Ausgabe von 96 hier auf Vorrat, die auch immer mal besprochen wird. Aber von den frühen Ausgaben habe ich, glaube ich, zumindest viele. Aber gut, das für mich. Ich muss mich da glaube ich echt mal hinsetzen und katalogisieren, welche Ausgaben ich habe und welche nicht. Weil ich bin, das fällt so bei dieser Retro-Sammelei. Das ist immer so ein bisschen der Beifang dieser alten Magazin- und Spieleberater. Aber ich finde, die haben so eine ganz eigene Faszination, die dann auch irgendwie mit da drin ist. Weil die, das einfach, es ist wie so eine Zeitkapsel einfach, wird man sofort zurück vom Design her gebracht. Und von der Schreibweise und so weiter. Herrlich. Kirby's Funpack für das Super Nintendo war, glaube ich, so eine Art Minispiel-Sammlung. Wobei Minispiele, das schon, das etwas alles verhöhnt. So ist es natürlich nicht. Es sind, aber es sind keine vollwertigen Kirby-Spiele, wo ihr wirklich stundenlang davor sitzen könnt. Ich glaube, vier oder fünf verschiedene Varianten waren dabei. Ach, sehen wir auch schon. Die so als kleine Spiele für sich genommen schön sind. Und alles zusammen war ein rundes Paket oder ist ein rundes Paket. Gucken wir mal. Das hier haben wir hier Diner Blade. Das sieht schon fast aus wie, äh, boh, 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 boh. Die normales Kirby so ein bisschen. Nur halt etwas abgeschwächt. Dann haben wir The Great Cave Offensive. Also ich meine, die waren auch oft teilweise irgendwie anders strukturiert. Bin ich mir aber jetzt gerade komplett unsicher. Ich will das Video allerdings jetzt nicht so in die Länge strecken. Deswegen lese ich mich hier gar nicht so rein. Allgemein diese Blätterfolgen. Ich gehe die so wie ihr hier live zum ersten Mal ein. Und teile mit euch so ein bisschen meine Gedanken auf jeden Fall. Dann haben wir hier Milky Way Wishes. Also grafisch sieht das natürlich auch wirklich wunderbar aus. Da sparen sie sich wirklich nichts. Das ist super gemacht. Ja, hier haben wir hier heiße Action-Duelle und so weiter. Sind das die Bosskämpfe oder ist das ein Megaton Punch? Kann sein, dass das quasi eins dieser Minispiele angesprochen ist, die sich so ein bisschen anders spielen. Das ist die übliche Kirby-Form, wenn ihr nicht einfach mal. Dann haben wir hier die neue Dimension of, the new Dimension of Fun. Dann, Leute, haltet euch fest, wir gehen in die dritte Dimension. Ja, ich weiß, es gibt viele, viele Fans des Nintendo 64s draußen. Ich gehöre zum anderen Lager, genauso wie Playstation 1. Diese ganz frühe, krude 3D-Grafik, die ist in meinen Augen einfach schlecht gealtert. Und irgendwie habe ich auch nie irgendwie diesen Hang zu 3D-Plattformern wie Mario 64 oder 3D-Zeldas wie Ocarina of Time. Die werden ja wirklich hoch und runter gelobt und sehen, dass sie eine der besten Spiele, die es überhaupt gibt. Aber für mich persönlich, ich habe da keinen Bezug zu. Ich weiß es nicht. Nee, also Zelda muss für mich 2D sein. Was das gut gemacht hat, ist hier Breath of the Wild. Das Neue war, dass sie das so ein bisschen erfrischend anders spielt. Deswegen finde ich das auch gut, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier, Welfraise soll ganz gut sein, denn ich, wie gesagt, Mario. Aber diese frühen 3D-Spiele, die haben sich, sind nicht gut gealtert. Dann haben wir wie immer hier das Comic. Wie immer zeige ich euch das hier stillschweigend. Ihr könnt die Space-Taste drücken oder je nachdem, mit was für einem Gerät ihr schaut. Und euch das Comic selber durchlesen. Ich spare euch das Vergnügen, das irgendwie mit verstellten Stimmen nachzusprechen. Das kann nur schlecht enden. Das ist ein ganz schön langes Comic, ne? Donkey Kong saves the world wahrscheinlich. Und dann haben wir hier Donkey Kong Country 3. Dixie Kongs Double Trouble. Ja, da war, also zur Einordnung ist es glaube ich auch so allgemeiner Konsens. Das Spiel ist nicht schlecht, aber die ersten beiden Teile sind besser. Weil irgendwie ist hier der Kitty Kong, genau, der ist nicht so der Bringer. Und irgendwie ist die Spielweise dann nicht so super, super irgendwie. Also der zweite Teil, den finde ich persönlich immer noch am besten. Wobei ich natürlich den erst nachgeholt habe. Ich hatte nur den ersten Teil als Kind und habe den wirklich hoch und runter gespielt. Das war ja diese Grafik, dass das überhaupt möglich war auf den Super Nintendo. Das hatte mir damals irgendwie meinen Kopf weggepustet. Die anderen Spiele sind damals an mir vorbeigegangen. Aber, ja, also es ist ein gutes Spiel, um Gottes Willen. Aber es stinkt halt schon so ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen mehr vom Gleichen, nur halt schlechter. Weil sie mussten natürlich jetzt irgendwie einen neuen Charakter hinzubringen. Aber irgendwie hier so ein großes Baby. Das ist halt nicht so unbedingt der Charakter, wo er sagt, Geil, da habe ich Bock drauf. Und deswegen, hm, schade, schade. Wird hier natürlich groß gehypt. Auch vom Grafikstil hat sich, glaube ich, da nicht viel getan. Wenn man das im Vergleich wahrscheinlich zum ersten Teil sieht, was ja schon einiges aus dem System rausgeholt hat, liefert hier nicht so viel Neues. Und wir sind hier bei Tetris Attack. Was komischerweise mit Tetris leider nicht so viel zu tun hat. Nämlich nur den Namen. Ihr habt nämlich nicht die klassischen Blöcke oder ähnliches. Aber es gab ja von Nintendo selbst ja viele, viele dieser Puzzlespiele. Und Tetris Attack war halt so eins. Ich glaube, genau. Es gab auch eine Gameboy-Umsetzung auf jeden Fall. Genau. Und das ist, glaube ich, ich habe es ja vor einiger Zeit getestet. Das Problem ist nur, es gibt so viele Puzzlespiele in dieser Art. Und ich habe wirklich schon einige getestet. Und wenn das so ein bisschen länger herliegt, überlege ich immer, okay, was war da jetzt dann besonders? Ich glaube, wenn ich hier diesen Zweier-Cursor ansehe, dass ihr das immer so ein bisschen kombiniert. Ich glaube, die Blöcke fallen automatisch von oben nach unten. Und eure Aufgabe ist es immer, zwei Blöcke zu tauschen. Und damit natürlich entsprechende Farbkombinationen hinzukriegen. Und dann, klassischerweise ihr kennt, verschwinden die Blöcke. Das war, glaube ich, hier der Twist. Ihr merkt schon an der Beschreibung. Nein, das hat nicht viel mit Tetris zu tun. Und der Yoshi hat auch nichts mit Tetris zu tun. Aber irgendwie dachten sich wahrscheinlich so die Marketingleute, hey, wir haben ein neues Puzzlespiel. Das ist ganz cool. Okay, lass uns mal Yoshi draufklatschen, damit es etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. Okay, Yoshi reicht aber vielleicht nicht, weil es schon so viele Puzzlespiele gibt. Also klatschen mal auch Tetris drauf. Verrückte Idee. Haben sie gemacht? Ja, wie gesagt, hat mit Tetris an sich nichts groß zu tun. Aber nun ja. Dann haben wir hier die Hotline. Ja, ich habe ja in den Kommentaren schon gelesen, dass einige von euch tatsächlich auch diese Club Nintendo Hotline angerufen hatten. Ich durfte es nie, weil sie war ja damals kostenpflichtig. Aber nun ja. Hier wunderbare Tipps. Die Schlümpfe-Reise um die Welt donnert in Maui Mallet. Wario Land, Toy Story. Wunderbar. Haben ein Poster, was ein Poster ist. Sieht jetzt nicht besonders aus als Schlümpfe-Fan. Okay, kann man sich hinhängen. Und dann schauen wir mal hier. Dann haben wir hier weiter die Trick-Zone. Und zwar mit den üblichen Theme-Park. Passwörter. Dann haben wir hier super Tennis. Auch ein wunderbares Spiel. Gleich zum Start. Das ist ja irgendwie so ein Stein gemeißel. Wenn eine neue Konsole erscheint, zumindest damals, muss es ein Golf, ein Tennis und ein Fußballspiel dazu geben. Zumindest eine relativ schnelle Reihenfolge danach. Aber die wurden dann halt damals sogar von Nintendo selbst abgeliefert. Da habe ich das richtig im Kopf. Aber auch da habe ich vor Ewigkeiten mal einen Test gemacht. Auch ganz gut umgesetzt natürlich. Aber nun ja. Super Soccer ist irgendwie besser. Meiner Meinung nach. Secret of Evermore. Natürlich Mega Man X3 sind wir da schon. Ja. Ist doch schon soweit. Okay. Klassik-Tipp Super Mario-Rolls-Tass. Da fühle ich mich jetzt gerade irgendwie verdammt alt. Dass das da schon als Klassik-Tipp genannt wird. Ich glaube, das ist ja auch wirklich relativ am Anfang erschienen. Irgendwann. Schauen wir mal. Dann haben wir hier die Schlimpfe Reise um die Welt. Das habe ich ja auch mal auf dem Game Boy getestet. Hier wird es die Schlimpfe 2 genannt. Ich nehme mal an. Es erschien ja damals irgendwie auf jedem System, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Und überall war es so Pima da auch gleich was auf dem Game Gear erschienen. Ist mega toll. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Aber würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es da nicht geschafft hat. Jede Version im Prinzip natürlich grob gleich. Nur halt irgendwie in den Variationen etwas anders. Schöne Spiel. Finde ich persönlich sehr schwer. Ich erinnere mich hier an die Wasserfall-Levels auf dem Game Boy. Ist okay. Ist nicht mein Favorite ehrlich gesagt. Aber kann man auch gut spielen. Ist wirklich erschreckend schwer finde ich. Dafür dass so beim Schlüpfen könnte man ja eher denken, hey das ist so eher für die kleineren Kinder irgendwie gedacht. Dass da vielleicht so ein bisschen vergebungsvoller sind sage ich mal. Aber nein. Es ist schwer. Aber ist okay. Kann man spielen. Aber dass das jetzt hier... Ohne Scheiß. Wie viele Seiten? Wir haben ja hier Lufia als Thema. Donkey Kong Country. Okay. 3. Die hat auch ordentlich Seiten bekommen. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 Seiten. Kann ich mir wirklich nur so erklären, dass sie da so ein bisschen Marketing-Geld reinbekommen haben. Interessant. Aber ach. Nein. Ich habe mich aber auch belohnt. Ich sehe gerade. Es sind nicht 8 Seiten. Es sind 6 Seiten Super Nintendo. Und nur 2 Seiten in die Game Boy Version. Also auf den ersten Blick war der natürlich hier mittlerweile schon die Screenshots durch den Super Game Boy gemacht haben. Und dass es so leicht farbig ist. Ich schätze mal, es war damals dann einfach einfacher, da ein Screenshot zu machen, was verständlich ist. Während sie das so gemacht haben. Hm. Haben wir hier Super Street Fighter Alpha 2. Auch da gibt es bei euch viele, viele Fighting Game Nerds. Und ich habe nicht mal ansatzweise irgendwie Ahnung, wie das hier zeitlich einzuordnen ist. Und wie toll das ist oder wie schlecht das ist. Hm. Ich weiß es nicht. Aber macht einen guten Eindruck. Also für den Super Nintendo finde ich auch die Grafik ganz gut gelungen. Also ich habe ja wirklich Super Street Fighter 2 Turbo hoch und runter gesuchtet. Das habe ich mir von einem Kumpel geliehen. Das habe ich nie selber gehabt. Und ich war ganz stolz, als ich den Singleplayer denn mal mit Honda durchgespielt habe. Aber ich habe nie das Genre irgendwie weiterverfolgt. Es gibt natürlich auch viele jetzt, die jetzt hinzugekommen sind. Hier die Nasen, die kenne ich alle noch. Aber hier Sakura, Gen oder Gen, Aiden, Guy, Rolento, Birdie, Charly, Akuma. Das kenne ich alle nicht. Aber es ist krass, wie viel sie da schon wieder reingeklatscht haben. Kommen wir zu Lufia. Wie gesagt, leider keine tieferen Einblicke. Ist aber auch ein wunderbares Spiel. Ich mag auch den Grafikstil so ein bisschen. Das wird ja nicht umsonst heutzutage oft kopiert, dieser Grafikstil. Ist einfach super umgesetzt. Das typische, das haben sie auch damals bei Secret of Mana gehabt und bei A Link to the Past und so weiter. Dass sie da einfach wirklich viel, viel an Lösungen gemacht haben. Und dadurch, dass es etwas Mehrwert hatte. Weil damals, obwohl ich überlege gerade, wer das Spiel hatte. Der hatte auch den Spieleberater. Und ich habe jetzt mit den Lufia-Spieleberatern noch nicht so in der Gänze angeguckt. Aber wenn er so ähnlich ist wie Secret of Mana, ist da doch schon die Komplettlösung drin. Deswegen, ich wollte ja jetzt eigentlich sagen vor allem, hey, das war dieser super Service, dass sie halt so eine Komplettlösung gemacht haben. Aber warum? Es macht keinen Sinn. Warum? Na gut, es ist natürlich auch alles verkappte Werbung. Es war halt zeigen vor allem, hey, guck mal, was für tolle Abenteuer euch hier erwarten. Aber schon etwas kurios irgendwie. Dann haben wir hier Donkey Kong Land 2 auf dem Game Boy. Wesentlich besser als der erste Teil. Weil beim ersten Teil haben sie einen Fehler gemacht. Okay, wir haben diesen einzigartigen Look von Donkey Kong Country. Und der Game Boy ist so populär. Ja, also wollen wir es jetzt hier auf Krampf, aber auch auf den Game Boy portieren. Das Problem ist, die haben das wirklich versucht, quasi 1 zu 1 so gut es geht wie möglich zu portieren. Und das wirkt viel zu unruhig und viel zu krisselig. Wenn ihr wirklich exklusiv rein für die Game Boy entwickelte Spiele euch anseht. Die haben einen speziellen Stil. Die achten darauf, dass der Hintergrund sich einigermaßen gut von den Spielfiguren abhebt und so weiter. Und das haben sie im ersten Teil, finde ich, so ein bisschen verpatzt. Haben sie hier aber im zweiten Teil verbessert. Deswegen ist hier der zweite Teil auf jeden Fall besser. Die Donkey Kong Land Titel. Übrigens auch tolle Anspielung an Super Mario Land. Deswegen hat sie es nicht immer Land genannt. Je weiter die Teile gehen, desto besser werden sie in der Hinsicht. Und dadurch auch besser spielbar. Deswegen der erste ist Geschmackssache, finde ich. Muss man nicht haben. Dann haben wir Terranigma. Auch hier habe ich nur ganz kurz reingespielt. Ich glaube eine halbe oder drei, vier Stunden oder irgendwie sowas. Mir fehlt einfach die Zeit und die Motivation. Aber es finde ich cool, dass die Oberwelt so ein bisschen in der realen Welt gleicht. Das sehe ich gerade. Finde ich cool. Macht einen schönen Eindruck. Ich muss da bei Gelegenheit echt mal irgendwie tiefer einsteigen. Jetzt haben wir noch weitere Comics. Okay. Ich glaube das sind User, wollte ich gerade sagen. Leser Comics, die eingesendet werden. Das sieht man hier so ein bisschen an den Zeichenstil. Aber sehr, sehr gut gemalt, muss ich sagen. Hier auch so ein ganz eigener Stil und so weiter. Finde ich echt cool. Respekt. Respekt. Comics Zone. Ach, von den Comics Zone Wettbewerb. Also ohne Scheiß. Super gezeichnet. Auch hier mit den Stilen und so weiter. Finde ich sehr geil. Hut ab. Wenn das jetzt Kinder hier waren. Hut ab. Selbst Jugendliche. Finde ich echt cool. Vor allem, weil hier auch so dieser 3D-Stil nachgemacht wurde. Nice, nice. Dann haben wir hier die Super Nintendo Charts. Zelda 3, Dauerbrenner, Yoshi's Island, Secret of Mana, Donkey Kong Country 2, Breath of Fire 2. War das hier so populär? Secret of Evermore, Mario Kart, Metroid, Demon's Quest. Im Prinzip keine Überraschung, dass Super Mario World so weit unten ist. Wahrscheinlich, weil es einfach so ein altes Spiel zu der Zeit ist und deswegen runtergerauscht ist. Keine Ahnung. Haben wir hier die extra Disney Charts. Ist ja süß. Game Boy Charts. Zelda. Dreamland 2. Ja. Musik Quest. Donkey Kong. Super Mario Land 2 und 3. Finde ich auch. Donkey Kong Land. Wie gesagt, der erste Type. Mit Vorse zu genießen. Kirby's Blockenball. Pinocchio. Hugo. Auf Platz 10. For Adventures of Lolo. Kann ich mir nur erklären, dass da wirklich der Hugo-Hype irgendwie ganz oben war. Dann mussten sie unbedingt was machen. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Dann haben wir hier Donut in Maui Mallard. Super, super Tipp. Geheimtipp sage ich mal. Ach, das ist so die Disney-Ecke anscheinend. Auch für euren Game Boy Pocket. Ja, es ist ja logisch. Wenn es für ein Game Boy ist, dann auch für ein Game Boy Pocket. Aber gut, das war damals vielleicht nicht so durchsichtig. Viele haben dann irgendwie vielleicht gedacht, hey, das ist ein ganz neues System oder sowas. Ich weiß es nicht. Deswegen schreiben sie es wahrscheinlich hin. Super Spiel war mal ein Tipp vom SNES Maniac. Den habe ich ja sehr nachgeholt. Und ich mag das Spiel echt. Ich mag diesen Stee, so ein bisschen Südsee-Flair und Voodoo-Flair mit eingestreut. Echt wunderbar. Pinocchio auch ein wunderbares Spiel. Also damals war eine Film-Versoftung durchaus nicht immer gleich automatisch Kacke. Kabel 1. Ach, hier die Hugo. Genau, Toy Story ist okay. Ich bin jetzt nicht so ein Überfan davon. Ach. Das Power-Paket. Was kriegen wir euch denn? Das Power-Paket. Ja, ich bestellte... Ach, da war es schon... Kostenpflichtiges Club Nintendo Magazin. Früher hat man das gegen Ausweis noch umsonst bekommen. Hier kostet es mittlerweile. Ach, da kriegt man hier das Top-Secret-Tef mit dazu. Oh ja. Na ja. Schöne Ausgabe. Ich finde, für eine Dezember-Ausgabe, was ja wirklich so, hey, Weihnachten halb, halb, halb geht, ist das ganz etwas wenig. Auch für Nintendo 64. Gut, da habe ich natürlich jetzt auch mal großzügig drüber geblättert. Hätte auch mehr sein können. Aber eine okaye Ausgabe als Weihnachtsausgabe hätte man hier und da vielleicht mal etwas mehr Content noch liefern können. Aber ich will mich nicht beschweren. War wieder eine sehr schöne Zeitreise. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ihr fantastische Leute, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert oder Let's Blätter, wie man jetzt sagt. Heute habe ich wieder ein Club Nintendo Magazin ausgegraben. Und zwar ein relativ besonderes. Ihr seht schon, schwarzer Einband von Members Only, ohne irgendeine Nummer. Ich weiß nur ganz genau, dass ich dieses Magazin auch als Kind hatte und sehr, sehr ausführlich drin rumgeschmökert habe. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich da rankam. Ich habe jetzt gerade mal zur Vorbereitung kurz die Einleitung hier gelesen. Dort steht drin, dass man als Neumitglied dieses Magazin bekommen hat. Also scheint so eine Art zeitlose Sonderausgabe zu sein. Ach, hier steht 1993 ist es erschienen. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Auf jeden Fall vom Einband her und so weiter. Sehr mysteriös. Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und von Members Only, da hat man sich doch damals richtig, richtig wichtig gefühlt, dass man jetzt endlich im Club Nintendo ist, oder? Wobei natürlich, dass es keine Hürde war, dass man da reinkam. Aber schauen wir mal. Soweit ich das verstanden habe, werden hier so ein paar Klassiker für die verschiedenen Systeme vorgestellt. Und wir fangen hier gleich an mit einem der größten Klassiker. Super Mario World. Ich glaube, zu dem Spiel muss man nicht mehr viel sagen. Wunder, wunderschöne Spiel. Auch hier die schönen Illustrationen. Mensch, wir sind kaum zwei Minuten dabei und schon habe ich hier Versprecher drin. Mensch, Panda, das kannst du besser. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir werden hier kurz alle verschiedenen Kleinigkeiten zusammengefasst. Der Yoshi war natürlich neu. Die verschiedenen Panzer waren neu. Dass der Bowser seine Familie dabei hatte, war neu. Und, 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 und. Das Cape natürlich. Wunderbar. Ich glaube, das ist wirklich eines der Pflichttitel für den Super Nintendo, was man eigentlich gehabt haben muss. Außer der hier. Der Panda. Der hatte das Spiel nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das bei meinem Kumpel, der in derselben Straße, ich glaube, so zehn Häuser weiter gewohnt hat. Der hatte das. Da haben wir das sehr ausführlich immer gespielt. Aber ich hatte das irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, warum. Es ist natürlich ein zeitloser Klassiker. Wobei ich natürlich jetzt nicht der größte Jump'n'Run-Fan auf Erden bin. Vielleicht lag es deswegen. Und vielleicht so nach dem Motto, ja, der Kumpel hat es. Dann kann ich es mir ja irgendwann vielleicht mal ausleihen. Den kaufe ich mir lieber andere Spiele. So hat man das ja früher immer ganz gerne gemacht. Ach, die schöne Insel. Also diesen Zeichenstil, den finde ich wirklich ganz, ganz groß. Das macht natürlich super viel Spaß. Hier werden natürlich die einzelnen Inseln vorgestellt. Ich werde diesmal so etwas schneller durchblättern. Wobei ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so komisch. Das fühlt man gerade. Das ist irgendwie so seltsam. Weil ich dachte eigentlich, wenn man so das sieht, das Magazin ist relativ dick. Aber wenn ich jetzt hier so über den Seiten gucke. 75 Seiten nur. Ich glaube, da haben sie einfach eine Papierqualität. Dadurch, dass es, denke ich mal, so etwas ein wertiger Willkommensgruß an Neubiglieder sein soll. Da haben sie da so ein bisschen mehr auf die Papierqualität gesetzt. Dass die etwas dicker ist. Das fühlt man auch irgendwie. Gut, deswegen wollte ich sagen, ich wasche mich so schnell durch. Weil es sind anscheinend viele Seiten. Deswegen kam ich jetzt da drauf. Na gut. So, jetzt haben wir hier natürlich. Ach, das ist so quasi Super Mario thematisch. Ja, das aller, aller, allererste Mario. Da habe ich natürlich ganz, ganz liebhafte Erinnerungen dran. Und zwar hatten wir ein NES damals. Das gehörte meinem Bruder. Und da war es natürlich dabei. War es ein Pack-In-Titel? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine ja, ne? Und wir haben das wirklich rauf und runter gespielt. Kam ehrlich gesagt nie weit. In der heutigen Zeit würde es, glaube ich, etwas anders aussehen. Wo man so ein bisschen mehr geschult ist. Aber damals, so Ende der 80er. Das war das für mich so ein ganz, ganz neues Konzept. Was man irgendwie erst versuchen musste, irgendwie zu meistern. Aber man hat hier als Kind die Ausdauer und es immer und immer wieder probiert. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ja, Super Mario Bros. 2. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, dass das ja für den Westen eigentlich das Doki Doki Panic mit anderen Sprites einfach ist. Weil das originale Super Mario Bros. 2 im Prinzip, ja, so eine Art Super Mario Bros. 1. Also mit derselben Optik und derselben Technik und so weiter war. Und halt mit sehr, sehr schweren Leveln gemacht wurde. Das war für Japan exklusiv. Aber da hat man sich gedacht, hm, für den Westen, das ist für die Idioten wahrscheinlich zu schwer. Und deswegen kriegen die halt ein anderes. Was ich persönlich gar nicht so schlecht finde, weil das hat einen sehr, sehr großen Charme. Und deswegen spielt sich das auch so komplett anders. Weil es halt eigentlich ein anderes Spiel ist. Man hat diese Rettliche, die man auf die Shy Guys wirft und so weiter. Man hat diese Schlüssel. Hat natürlich auch damals als Kind gehabt. War natürlich, ne, klar, das war ein No-Brainer damals auf dem NES. Alles was mit Mario hatte, das konnte ja gar nicht schlecht sein. Und da habe ich ehrlich gesagt lieber gespielt als den ersten Teil. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ich finde das so schön, dass man in dieser Frühzeit dieser Serien noch sehen kann, wie sie so ein bisschen experimentiert haben. Wie machen wir das, wo das dann alles noch nicht so fest zementiert war? Das sieht man ja zum Beispiel auch bei Zelda und Zelda 2, wo Zelda 2 ja so einen ganz anderen Schlag hatte. Ja, Super Mario Bros. 3. Man kann natürlich die NES Super Marios nicht ohne diesen Titel ja besprechen. Wunderschönes Spiel hatte ich damals als Kind allerdings nicht. Aber ein Kumpel, da haben wir das auch immer sehr ausdauernd gespielt. Komischerweise, als das herauskam, da war ich eher so schon Richtung Game Boy unterwegs. Und habe auch sehnsüchtig auf mein Super Nintendo gewartet. War das da schon angekündigt? Auf jeden Fall hatte ich mein Game Boy, wo ich schon mehr gespielt habe. Aber trotzdem, wunder, wunderbares Spiel. Für mich immer noch eines, eigentlich das vielleicht das beste 2D-Jumpman aller Zeiten. Das weiß ich nicht. Da gibt es halt auch das Super Nintendo. Aber halt auf jeden Fall das beste Jumpman auf dem NES, würde ich zumindest sagen. Mir fällt zumindest spontan jetzt keins ein, was jetzt irgendwie besser sein sollte. Wunderbar, es hat so viele neue Standards eingeführt, was andere Spiele später in den späteren Jahrzehnten ja quasi übernommen haben. Mit dieser Überweltkarte und so weiter und so weiter. Ha, herrliches Spiel, super Stimmung. Aber ihr werdet es alle kennen. Ja, jetzt sind wir schon mal den Game Boy Super Marios. Das ist ja echt cool, dass sie so ein bisschen die Haupttitel vorstellen. Finde ich fantastisch. Das ist echt so, als Einstieg in die Nintendo-Welt ist das ein super Einblick. Also ich denke mal, die gingen eher davon aus, dass ein neuer Club Nintendo-Angehöriger, sage ich mal, also Mitglied, noch nicht so konfirm ist mit den Nintendo-Bibliotheken. Und man konnte ja damals nicht einfach im Internet mal noch kurz nachschauen, was was ist. Deswegen, ah, fantastisch. Ja. Super Mario Land 1 und Super Mario Land 2. Wie ihr wisst oder vielleicht hier und da mal mitbekommen habt, ist das Spiel mein liebstes Jumpman auf dem Game Boy. Ich frage mich nur, warum das quasi keinen Platz bekommen hat. Nur dieses bisschen. Hier wird ja schon... Ach nee, ich dachte, hier wird Wario, Super Mario Land 3 Wario-Dingsbums angekündigt. Ach, das ist der Endgegner. Aber es ist irgendwie so komisch aufgemacht, oder? Das sieht irgendwie so wie so ein Komplett-Trenner aus. So, jetzt haben wir hier noch ein anderes Spiel. Hm. Bei mir war es ein wunderbares Spiel, habe ich damals bestimmt eigentlich, ja, so bestimmt fünfmal durchgespielt. Wobei ich persönlich jetzt kein Mensch bin, der Spiele jetzt mehrmals durchspielt. Normalerweise, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann reicht das für mich auch. Aber das ist so super, vor allem war das so schön. Es ist nicht zu schwer. Es lässt sich einfach fluffig runterspielen, sage ich mal. Aber, kommen wir erstmal zu einem Vorgänger. Super Mario Land hatte ich gleich bei den Game Boy mitbekommen, als ich das damals bekommen hatte. Weil, naja, ist klar. Mario. Kann man nichts wie falsch machen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ist natürlich ein sehr kurzes Spiel. Aber, da haben sie nur rumexperimentiert. Und zwar ist es, glaube ich, vom R&D One damals entwickelt worden, die eigentlich eher die Hardware entwickeln. Und die haben halt so ein bisschen andere Perspektive drauf gehabt. Da wollen natürlich so ein bisschen die Technik des Game Boys zeigen. Ich nehme mal an, ich glaube es nirgendwo, dass ich das irgendwie mit Fakten untermauern kann. Aber deswegen wird es auch diese 2D Shoot-em-Up-Level da drin geben. Gehe ich jede Wette von aus. Aber auch wunderbarer Titel auf jeden Fall. So, ich habe schon gesehen, beim Durchblättern, es gibt hier so verschiedene Profile der Mitarbeiter, nehme ich das mal an. Die werde ich immer so etwas kurz einschneiden. Sonst wird das Video, glaube ich, wirklich zu lang. Und es gibt ja nicht groß was zu sagen. Aber guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Ralf Röder an. Ist das nicht herrlich? Diese Frisur. Obwohl, so unmodell ist sie gar nicht. Da schneiden die Frauen hier auf der Seite, glaube ich, schlimmer ab. Ja, was haben sie denn? Ja, Super Mario Land. Prince of Persia. Ja, ich würde sagen, der ist auf jeden Fall Game Boy Fan. Super Mario Bros. 3, Zelda, Bucky O'Hare ist auch ein cooles Spiel. Mega Man 3, Dr. Mario, auch ein schöner Mix. Ach, und haben sie hier so schöne Hobbys, ne? Skifahren, Videospiele, Joggen. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn man da irgendwie als Spieleberater oder sonst was arbeitet, dass Videospiele auf jeden Fall Zentrum sind. Lesen, schwimmen, feiern. 21, oje, 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 die sieht aber älter aus. Was, was, und da auch, 24. Diese Haarstile der Zeit, die machen irgendwie die Leute älter, glaube ich. Ja, was haben wir denn hier denn? Tradition Hightech, die Geschichte von Nintendo. Gut, dass Nintendo eine alte Firma ist, das wisst ihr wahrscheinlich alle, die haben frühe Spielkarten hergestellt, haben sie dann so nach und nach in den Elektronikmarkt eingegangen, bis sie jetzt das, das natürlich jetzt exklusiv machen. Das ist auch geil, ne? Stellt euch mal vor, wenn das Super Nintendo wirklich so einen leuchtenden Schacht hätte. Jedes Mal, wenn ihr da quasi ein Spiel reinstecken wollt, dann leuchtet das da so raus. Okay, LED-Technik war damals nicht so wirklich verbreitet, aber das können wir doch heutzutage irgendwie modden oder sowas, ne? Eigentlich total unsinnig, aber hey, warum nicht? Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier schon mal im Super Nintendo angelangt, Thematik. Ja, A Link to the Past. Wunderbares Spiel. Ich habe es damals geliebt, wobei ich es damals nie durchgezockt habe. Auch so ein bisschen, weil man so wenig Informationen hatte. Also ich finde zum Beispiel den zum Schluss des Spieles mit diesen verschiedenen Medaillons einsammeln, die sind ja teilweise auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht sehr intuitiv zu finden. Ich glaube, ich bin dann irgendwie hängen geblieben in der dunklen Welt beim dritten oder vierten Dungeon oder irgendwie sowas. Und denn ihr kennt es wahrscheinlich, mein liebter Spiel eigentlich, man guckt immer mal wieder rein, sammelt Rubine ein oder sonst was, aber weil man nicht weiterkommt, das ist echt nervig. Und damals konnte man halt nicht einfach schnell googeln und sich die Lösung irgendwie heraussuchen. Schade eigentlich, aber wunderbares Spiel. Das zweitbeste Zelda-Spiel nach meiner Meinung, was ich bisher gespielt habe, wobei ich natürlich bei weitem nicht alle Spiele gespielt habe, wobei ich jetzt die 3D-Zeldas auch für mich persönlich ausklammern möchte, die mag ich einfach nicht. Für mich muss Zelda 2D sein. Auch das 3DS-Zelda, wie hieß es nochmal, quasi der inoffizielle Nachfolger hiervon, da habe ich aber auch nur reingespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht weitergespielt habe. Da kam wahrscheinlich immer irgendwas dazwischen. Aber wunderbare Spiel, epische Breite, das zeigte für mich wirklich mit voller Macht die Power des Super Nintendos. Also das ist wirklich ein Benchmark-Titel, weil es relativ früh erschienen ist für das Super Nintendo auf jeden Fall. Ja, SimCity. Sehr, sehr schönes Spiel. Wie ich so ein bisschen schade finde, dass es ja relativ früh erschienen ist oder sehr früh erschienen ist, dass es nicht die Super Nintendo Maus unterstützt hat, weil die kamen ja später. Aber eine der besten SimCity-Versionen, die es gibt, wie ich gerüchtigerweise mal in einem Podcast gehört habe, wollte Nintendo unbedingt mit dem Will White zusammenarbeiten und ein Spiel machen. Und dabei kam halt diese SimCity für das Super Nintendo heraus, was natürlich auch so ein bisschen mehr so Nintendo-Charme eingebaut hat. Man sieht es hier, dass dieser Berater halt so ein bisschen comichaft ist. Es gibt statt Bowser, statt den, ja Godzilla ist es ja nicht, aber statt dieser Godzilla-ähnlichen Wesen als Katastrophe und so weiter. Also es ist auf jeden Fall schön, ja, diese Nintendo-Charme da reingebracht worden. Und dadurch ist halt dieses Spiel nochmal aufgewertet worden, finde ich zumindest. Ein herrliches Aufbauspiel, SimCity. Ich glaube, das muss ich den meisten euch auch nicht sagen. Man baut eine Stadt auf als Bürgermeister, muss natürlich mal Steuern einsammeln. Hier, man sieht es hier. Auf Mieten achten, Verkehr achten, Kriminalität, Radioaktivität, Luftverschmutzung und so weiter. Versuchen alles auszutarieren. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Aufbauspielen. Und da ist SimCity natürlich einfach gesetzt. Ja, Pilotwings, wie ich finde, ein sehr, sehr unterschätzter Titel. Sollte ja eigentlich so ein bisschen die Kraft dieses Mode-7-Effektes, dieser Pseudo-3D-Effekt, sage ich mal, zeigen. Ist natürlich, ja, so gesehen nicht spannend, weil es ist relativ chillig. Aber ich habe es als Kind auch gehabt, das Spiel, und ich habe es geliebt. Ich habe immer wieder reingespielt. Ihr seid auf einer Flugschule und müsst in verschiedenen Stufen. Müsst ihr ja Flugherausforderungen mit verschiedenen Fluggeräten absolvieren. Es gibt den Doppeldecker zum Beispiel, wo ihr dann halt durch Ringe fliegen müsst. Es gibt den Paraglider, wo ihr dann auch zum Beispiel so Heißluftfontänen kommt von unten zum Beispiel. Die müsst ihr auch so zum Wiederhoch zu steigen und so weiter. Wunderbares Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich, weil es auch mal vor allem was anderes ist. Es gibt zwar auch diese Militärmissionen, wo ihr so Militärhelikopter spielt. Die spielen sich allerdings, finde ich, so ein bisschen sperrig. Die passen nicht so ganz rein. Es wird später sehr, 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 sehr knifflig. Aber hat mich damals wirklich gefesselt und macht einfach wunderbar. Vor allem auch diese schöne Hintergrundmusik. Herrlich. Wunderbar. Ja, super Guts & Ghosts. Auch ein sehr früher Titel. Ich denke mal, ich stelle jetzt eher so mal ein bisschen die Titel vor, die so ein bisschen die Power des Systems sagt. Ist ein sehr, sehr schwerer Titel. Ich kannte auch damals keinen wirklich, der das gehabt hatte. Heute, ich habe es zwar in meiner Sammlung, aber ich traue mich nicht dran, das zu spielen, weil ich weiß, dass es sehr, sehr hart ist. Und ich bin ja so ein bisschen einer eher, der so diese sehr schweren Spiele eher meidet, weil da habe ich nämlich keine Geduld für. Ich weiß nicht, also großen Respekt vor Leuten, die sich so durch Stunden um Stunden durch so ein Spiel durchquälen und diese Motivation aufbringen. Genauso wie bei modernen Spielen wie Dark Souls und was es da alles gibt. Ich bin nicht so der Spieltyp dafür. Komplexe Spiele sind okay für mich, aber dann spiele ich die eher Multiplayer und nicht halt so alte. Ja, super Castlevania. Genauso spitzen Titel. Fall in die Musik. Ah, Gänsehaut. Einfach herrlich. Auch nicht mehr so das günstigste Modul, wenn man das für seine Sammlung haben will. Also weit weg von sehr teuer, aber wirklich sehr tippitoppi mit der Peitsche, die man dann halt so frei schwingen lassen kann und so weiter. Herrlich. Schönes Spiel. Sehr, sehr guter Nachfolger. Also die Anfangszeit von Super Nintendo war durchaus sehr, sehr, sehr schön. Ja, Mario Paint. Da habe ich ehrlich gesagt schon damals nicht so ganz den Hype irgendwie verstanden und aus der heutigen Sicht sowieso nicht. Weil ich hatte damals schon Zugang zu einem Computer und der hat quasi bis auf dieses Musikgemache mit Microsoft Paint bei Windows und so weiter, da hatte man so ähnliche Optionen. Ja, ich hatte ein ähnliches Spiel. Fanden Games. Wird auch so geschrieben. Nicht End, sondern Games. Ja, das konnte quasi alles nur halt ohne Nintendo scharmen und dadurch war es halt noch langweiliger. Und ohne Mausunterstützung, beziehungsweise hat es die Mausunterstützung gehabt. Ich bin mir gerade unsicher. Jedenfalls kam da das Peripheriegerät noch mit die Maus mit dabei. Das wurde mit Mario Paint ausgeliefert, weil man sowas natürlich mit einem normalen Controller nicht wirklich steuern kann. Ja, aus der heutigen Sicht ist es natürlich sehr sympathisch. Vor allem das Musik machen, aber aus der heutigen Sicht überholt auf jeden Fall. Hier F-Zero wurde damals sehr, sehr gefeiert. Hatte ich damals nicht. Habe ich mal jetzt auch für einen Test mal nachgeholt. Ja, doch spielt sich gut. Spielt sich gut. Auch natürlich so ein bisschen Mode 7 Demonstration. Echt ein feines Rennspiel. Wobei es natürlich später dann durch Super Mario Kart quasi von einer breiten Meinung oder Öffentlichkeit so ein bisschen abgelöst wurde. Zumindest war das damals so ein bisschen mein Eindruck auf jeden Fall. Super R-Type. Auch ein schöner Shoot-In-Up. Auch leider Slowdown belastet. Ja, und gut. Soccer Tennis. Zu jedem neuen System muss es auch die üblichen Sportspiele geben. Da verlieh ich jetzt nicht so viele Worte. Ehrlich gesagt. Kommen wir wieder zu den Profilen. Haha, prima Frisur. Ja, so Fukuhila. War da noch angesagt anscheinend. Ähm, ich bin grad verwirrt. Guckt euch die Top 5 an. Super Tennis for Zelda. Was ist denn bei dem guten Olaf in seiner Kindheit denn falsch gelaufen? Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Kommen wir zum Game Boy. Wunderbar. Was haben wir hier? Ach, die verschiedenen Experten-Themen so als gut ein Foto. Prima Pulli. Herrlich. Wunderbar. Ja, der Game Boy. Mein, fast meine Lieblingskonsole aus Kindheitstagen, muss ich sagen. Super Nintendo hatte ich natürlich auch. Aber ich hatte keinen Fernseher in meinem Zimmer. Und dadurch war natürlich der Game Boy für mich verfügbarer. Und dadurch habe ich eine wesentlich, wesentlich engere Bindung an den Game Boy einfach. Ja, Metroid 2. Super Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr komplex. Also für Game Boy-Verhältnisse sehr komplex. Und ja, es ist heute immer noch zeitlos. Es gab doch da irgendwann mal ein Remake jetzt raus. Für den 3DS. Bin ich mir grad unsicher. Aber vor zwei, drei Jahren. Tja, Mickey Stages Chase. Ja, fand ich gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Also, schon gut. Aber eher solider als. Uhu, das müssen wir jetzt unbedingt irgendwo reinpacken. Also ich nehme an, da werden im Hintergrund auch so ein bisschen die Marketing-Gelder geflossen sein. Ja, es ist ein solides Jump'n'Run eigentlich. Gut, es hat natürlich Mickey Mouse als Charakter. Dadurch ist es natürlich schon von vornherein aus, sage ich mal, interessanter. Aber eigentlich ist es ein relativ Standard-Jump'n'Run oder Plattformer, wie man das auch nennen will. Tiny Toon Adventures Bub's Big Brave sieht genauso aus. Finde ich persönlich besser als Dangerous Chase auf jeden Fall. Ja, wobei ich mit diesen Tiny Toons konnte ich noch nie großartig was anfangen irgendwie. Aber auch ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen versucht, diese Optik des Super Nintendo Titels. Ich weiß gar nicht, ob der zu der Zeit schon erschienen ist. Müsste aber eigentlich hier mit den Charakter-Sprites und sowas. Die haben versucht, diesen Look irgendwie gut einzufangen. Und der ist wesentlich, 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 wesentlich besser geraten als hier bei Mickey Maus. Weil guckt euch mal hier an. Ich zeige euch hier mal den, meinen Screenshot. Also gut, man kann Mickey Maus einigermaßen erkennen, sage ich mal. Aber hier, mein Tiny Toons, das sieht einfach besser aus, oder? Finde ich zumindest. Kommt der Vorlage auf jeden Fall sehr näher. The Amazing Spider-Man. Ha. Das ist hier drin? Das ist echt ein nicht gutes Spiel. Und das habe ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen. Und ich fand, boah, Spider-Man. Cool. Ich war nie so der große Superhelden-Fan, aber sowas wie Spider-Man und sowas, das ist natürlich ein Begriff. Klar. Aber dann habe ich es gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, ist nicht gut. Ist nicht gut. Und zwar hat das einen, 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 einen großen Nachteil. Die fummelige Steuerung. Also man kann, wie man hier sieht, hier mit den Spinnenfäden sich natürlich an einer Decke langhangeln. Logischerweise. Aber um das auszulösen, das könnt ihr nicht gezielt auslösen. Das muss man irgendwie so nach oben drücken und hier und da. Das ist voll fummelig geraten. Und das quasi während des Kampfes oder sowas verlässlich aufzuführen, das grenzt an einer Unmöglichkeit. Und dadurch ist das Spiel einfach kacke. Vom Grundprinzip her ist es okay. Es ist ein Beat-em-up, wo ihr natürlich hier mit Spinnnetzen schießen könnt. Natürlich mit grenzten Anzahl und so weiter. Das ist okay. Aber diese Steuerung, die macht es einfach kaputt. Die macht es kaputt. Ja, wunderbar. Rennspiele. Hier geht es, erholt es sich. F1 Race hatte, glaube ich, so gut wie jeder damals als Kind. Groß, natürlich beworben wurde, vier Spieler. Da wurde ja auch dieser komische, dieser graue Kasten, dieser Vier-Spiel-Adapter mit. Mit ausgeliefert. Wobei ich keinen kenne, der das damals mit vier Spielern gespielt hat. Weil es wollte natürlich auch jeder das Modul. Okay, es hatte eigentlich jeder das Spiel, aber irgendwie hat man sich da nie getroffen. Dann hatte man diesen Adapter wahrscheinlich dabei oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowieso dieses Link-Kabel-Gespiele. Das habe ich als Kind gar nicht so oft gemacht irgendwie. Okay, als Erwachsener noch weniger. Aber ich weiß es nicht. Ein schönes Spiel. Macht viel Spaß. Aber super. RC-Pro-Aim ist natürlich noch besser. RC-Pro-Aim habe ich damals auf dem NES sehr, sehr geliebt und sehr, sehr ausführlich gespielt. Und ja, muss man nichts zu sagen. Herrliches Spiel. Man muss natürlich so ein bisschen sich an die isometrische Ansicht so ein bisschen dran gewöhnen. Aber man kann sein Dings aufpowern und so weiter. Quirk. Wunderbares Spiel. Ich frage mich, wo bleibt der Link's Awakening oder sowas. Irgendwie ist die Auswahl hier beim Game Boy nicht ganz so glücklich geraten, finde ich. Ich meine, okay, Quirk ist ein super Puzzlespiel. Hatte ich auch als Kind. Und zwar habt ihr halt immer diese Level, wie man sieht. Und die müsst ihr in Blöcke verschieben und so weiter, halt zum Ausgang zu geraten. Habe ich sehr, sehr ausdauernd gespielt als Kind. Finde ich sehr schön. Wobei hier dieses Charakter-Artwork. Wie kommt man darauf, eine Tomate mit grünen Iroh und einer Tomatenbrille als Spieler hin für ein Puzzlespiel zu machen? Herrlich. Ich weiß nicht, was die Entwickler geraucht haben, aber macht mal. Aber jetzt Chessmaster. Also dieses Bild hier. Es gab, glaube ich, echt viele Werbeanzeigen oder sowas. Irgendwie hat mich dieses Cover vom Chessmaster, dieser alte Mann, der so magisch über diese Schachfiguren guckt. Es hat sich bei mir irgendwie ins Gehirn reingebrannt. Und ich weiß nicht, warum. Aber warum das hier so als großes Spiel hier gezeigt wird. Ja, Golf ist Golf. Aber hier scheint es so ein bisschen auch auf die Schläger einzugehen und so weiter. Das ist gar nicht so schlecht, weil so intuitiv ist es halt nicht. Man muss halt die richtigen Schläger für die verschiedenen Reichweiten auswählen und so weiter. Auch das hatte ein Kumpel, der hatte ich mir, glaube ich, mal ausgeliehen. Weil, hey, ich war Mario drauf, aber ich war nie der große Fan von Golf. Wo ich etwas überrascht bin, ist, dass hier Tetris mit aufgelistet ist, weil es war ja eh dabei. Man hat es ja eh, oder? Vielleicht sollte es halt durch diese Spiele halt so ein bisschen auf den Game Boy quasi gierig gemacht werden. Aber, na gut, zur Tätigkeit muss ich nicht viel sagen. Zeitloser Klassiker auf jeden Fall. Game Boy Profile. Was ist denn mit der Andrea schiefgelaufen? Hier. Was, die ist 19? Uff. 19, die Daniela. Ich weiß nicht. Irgendwie durch die Frisur und sowas sieht die irgendwie mindestens 10 Jahre älter aus. Ich gucke mal, so dass es nicht spiegelt. Uff. Na gut, ich will nicht über die Leute hier lästern, ne? Aber hier die Andrea. Top 5. Platz 1 im Rescue of Princess Blobbet. Hat die denn gar keinen Geschmack? Also Spiele hatte ich auch als Kind, habe es halt nicht gerafft. Aber so gut ist das echt nicht. So, und dann kommen wir jetzt zum NES. Aber kurz hier werden die herrlichen Spieleberater nochmal beworben. Ja klar, ein bisschen Werbung muss natürlich auch sein, ne? Das NES, schauen wir mal, was sie hier hat. Das war ja schon da quasi ausgereift. Also müssen sie ja aus einer großen Bibliothek quasi die Spiele jetzt herausholen können. Ja, Zelda hat das Spielen damals quasi revolutioniert, weil es einfach mal gezeigt hat, wie groß und komplex ein Spiel sein kann. Wo die Spiele noch so relativ primitiv waren, hat das gezeigt, wie episch es sein kann. Und das ist herrlich und ich muss meiner Schande gestehen, damals auf den NES, das hatte sich mein Bruder von einem Kumpel geliehen. Und man sieht, das war ja auf diesen goldenen Modulen irgendwie. Und dadurch wusste man ja, okay, das hier ist jetzt was ganz, ganz Besonderes. Aber so als Kind, da war ich ja noch relativ jung, ich hab's nicht gerafft. Ich kam nicht weit, aber ich fand's trotzdem geil, hab's ausdauernd gespielt auf jeden Fall. Ja, hier der angesprochene zweite Teil, wo sie so ein bisschen experimentiert haben, 2D-Abschnitte drin haben, wird so von den meisten so ein bisschen so als Stiefkind der Serie, ja, angesehen, sage ich mal. Weil, ich find's persönlich eigentlich gar nicht so schlecht, ist halt ein anderer Twist. Man muss sich ja drauf einlassen, aber auch das hab ich jetzt nicht großartig gespielt. Auch das hatte sich mein Bruder ausgeliehen, auch das hab ich so ein bisschen gezockt. Aber als Kind, ne, englische Texte und so weiter, man rafft es einfach nicht. Ich hatte da noch kein Englisch in der Schule. Ne? Star Topics, ja, das muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Das scheint ja auch so ein bisschen in diese Zelda-Richtung zu schlagen, auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr interessant aus, das kam ja relativ später. Und, äh, immer wenn ich das Spiel sehe, es sieht sehr, 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 sehr interessant aus, finde ich. Vor allem auch das Setting, ne? Ja, Megaman, ne? Ich glaub, wie viele Teile gab's auf den NES, 5 oder 6? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, der dritte wird gemeinhin so ein bisschen auch als bester Teil irgendwie beschrieben, ne? Mit Megaman kam ich allerdings erst auf den Gameboard mit Dr. Wildes Rache in Berührung. Ich hab irgendwie voll verpasst, dass es auf dem NES so viele Titel gab. Ja, ist natürlich ein super Plattformer, nicht ganz so leicht wie Megaman halt ist, aber wunder, wunder, wunderbar. Also da hat noch Konami, ne, Capcom? Capcom oder Konami? Shit. Mir fällt gerade nicht ein, wer Megaman macht. Mist, peinlich, 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 peinlich. Aber jedenfalls, da haben sie echt noch gute Qualität abgeliefert. Wobei die Spiegelteile denn ja schon eher in Massenproduktion gingen und dann nicht mehr so viele neue tolle Features irgendwie gezeigt haben und so weiter, ne? Ach, DuckTales. Das Spiel habe ich geliebt. Zwar natürlich vor allem auf den Gameboy. Da kommt es auch bald von der Gameboy-Version Test. Die NES-Version habe ich ja schon getestet. Das war einer meiner ganz, 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 ganz frühen Tests. Aber die Gameboy-Version, die im Prinzip ja gleich ist, sage ich mal. Aber meine ersten Tests, die sind halt, finde ich, noch nicht so gut. Da musste ich mich erst noch einfinden. Ich bin auch immer noch nicht perfekt. Aber ich finde so ein bisschen meinen Weg. Aber deswegen kommt jetzt noch die Gameboy-Version des Spieles raus als Test, um halt so ein bisschen quasi so eine Art Remake quasi zu finden. Ich finde es herrlich. Ich hatte mal einen Spaß daran. Ich war damals super großer Fan der Serien-Vorlage, der Zeichentrick-Vorlage, weil ich einfach dieses Setting und so weiter sehr, sehr schön fand. Wunderbares Spiel. Auch nicht zu schwer. Es gibt ja diese zwei Schwierigkeitsgrade. Aber jedenfalls sehr, sehr schön. Chip and Chap war genauso eine meiner Lieblingsserien damals. Auch das Spiel ist sehr, sehr gut geraten. Wie man sieht, hat es natürlich auch so ein paar Elemente von Super Mario Bros. 3 übernommen. Man kämpft indirekt. Man springt nicht auf die Gegner drauf, um sie zu erledigen, sondern nimmt diese Krater auf. Nicht Krater, Krater. Wenn der englische Begriff zuerst in den Kopf kommt, diese Kisten auf und wirft halt dann kaputt. Kann man aber auch irgendwie Äpfel nehmen und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schöner Fanservice auf jeden Fall. Magic Mansion. Ja, sehr schön. Das hat der Zitronenarzt erst im Stream im Original auf einer Miga gespielt. Das ist natürlich ein, da kam es erst auf dem C64 raus. Auf jeden Fall ist es halt ein Computer Adventure, das halt auch auf den NES portiert wurde von LucasArts. Einer der ersten Titel, der auch die ScumVM Engine benutzt hat. So hieß er das, ScumVM. Den hat später bei Monkey Island und so weiter, was ja noch legendärer geworden ist, auch zum Einsatz kam. Sehr, sehr schönes Spiel. Ging an mir leider damals komplett vorbei. Ich weiß noch, es gibt den Nachfolger, Day of the Tentacle, Dot. Das habe ich auf dem PC gespielt. Und da kann man ja auch Magic Mansion quasi im Spiel so als Easter Egg spielen. Wenn man in diesem großen Haus an den Computer geht und da kann man in Magic Mansion spielen. Super, super Idee, habe ich damals weggeflasht. Habe ich dann auch damals quasi im Spiel gespielt. Wobei nicht so ausdauern, ehrlich gesagt. Weil man wollte ja eigentlich halt das eigentliche Spiel weiterspielen. Aber wunderbare Idee. In der S-Version habe ich leider noch nicht gespielt. Ich denke mal, die wird auch solide sein, oder? Damit kann man nichts viel falsch machen. Little Nemo Dream Master. Ja, davon erzählt immer eine Arbeitskollegin. Die ist da immer sehr, sehr, ja, hat ein gemischtes Gefühl zu dem Spiel. Sie kann sich genau daran erinnern, dass sie das Spiel hatte. Aber kann sich ganz genau daran erinnern, dass sie nicht weit kam und immer sehr, sehr verzweifelt ist. Ist aber ein interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Und zwar habt ihr da immer so diese Wildtiere. Also manche Tiere sind quasi neutral. Und die müsst ihr mit Süßigkeiten füttern. Und dann könnt ihr da drauf reiten. Und dadurch habt ihr halt verschiedene Kräfte. Zum Beispiel der Gorilla, der kann natürlich den Gegner wegboxen. Oder der Frosch, der springen kann. Die Hornisse, der fliegen kann. Und so weiter und so weiter. Sehr, sehr interessantes Konzept. Basiert, glaube ich, auf einem Comics-Typ aus den 20er Jahren. Oder sowas, also von 1920. Muss man jetzt ja bald zur Sicherstellung sagen. 20er Jahre könnte ich jetzt auch übernächstes Jahr hier die 2000er sein. Und die Puzzlespiele dann. Dr. Mario und Mario und Yoshi, auch beide Spiele für den Gameboy erschienen. Ach, da haben wir es ja als Stempel. Wunderbare Spiele. Das war so gefühlt zumindest die große Zeit, wo Puzzlespiele so mitten im Mainstream quasi präsent waren, oder? Also heutzutage würde kein großes Puzzlespiel mehr so als AAA-Titel erscheinen. Aber mir würde auch nicht einfallen, wie das gerechtfertigt sein würde. Feine, feine Sachen. Dr. Mario ist ein bisschen Tetris-mäßig. Okay, beides ist Tetris-mäßig. Aber beides spielenswert. Wobei mir Dr. Mario ehrlich gesagt etwas besser gefällt. Ja. Und dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Hobbys Ballonfahren. Ja, warum auch nicht. Ja, Top 5. Da fällt mir jetzt gerade nichts Großes auf. Oh, da ist das Heft kaputt. Seht ihr es? Schlimm. Wunderbares Artwork. 80er Jahre. Zum Abschluss. Wir sind durch. Ich persönlich finde ein interessantes Magazin. So als Ersteinstieg in die damalige Nintendo-Welt. Ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt. Wobei mir die präsentierten Gameboy-Spiele. Da bin ich nicht zufrieden. Eure Meinung. Was hätten sie bei den Gameboy-Spielen anderes zeigen können? 93 Stand. Mario-Spieler. Die wurden ja schon abgefrühstückt. Schlagt mal was vor. Haut sie in die Kommentare rein. Ansonsten, ihr wunderbaren, wunderschönen Menschen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wenn man hier aber in den Begrüßungstext reinschneit und reinschaut, steht dort, dass es 1995 erschienen ist auf jeden Fall. Das sieht man auch so ein bisschen an diesem neuen Design. Ich gehe mal fast davon aus, dass es neuen Club Nintendo Mitgliedern quasi gegeben wurde. Wie früher das Club Nintendo Classic Magazin hieß das, glaube ich, was man ja immer so als Start bekommen hat. Das nehme ich mal an, wird das im Prinzip abgelöst haben, aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Falls ihr da vielleicht ein paar mehr größere Einsichten habt oder bessere Einsichten als ich, meldet euch einfach, schreibt es in den Kommentaren rein. Aber ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach mal durch. Wie gesagt, das ist leider dieser Mitte der 90er Jahre Design. Ich sage es ja immer wieder, ich bin da kein Fan von, aber es ist natürlich so ein Produkt seiner Zeit. Wie man sieht, wir werden hier mit den besten Spielen für das Super Nintendo auf jeden Fall bombardiert. Ja, ich glaube, das war es auch schon fast. Achtung links am Akening, auch Game Boy ist dabei. Ich befürchte aber fast, dass das NES nicht mehr aktuell ist, wobei das da natürlich auch schon längst wieder raus war. Aber schauen wir mal. Dieses Mal leider, der Einwand, das hat sich abgelöst. Deswegen werde ich auch den mal wegmachen, weil sonst verzerrt sich das ständig. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Wir schauen einfach mal rein. Game Talk, das hatten wir doch auch schon mal. Das wird wahrscheinlich eine Zusammenstellung sein, einfach von alten Magazinartikeln nehme ich mal fast an. Ich glaube nicht, dass hier groß was neu geschrieben wurde. Und da kann ich mich sogar daran erinnern, dass wir das mal hatten. Dass wir einfach mal hier wirklich so ein bisschen gezeigt haben, hey, wie wird sowas eigentlich programmiert? In der heutigen Zeit, wir sind ja natürlich hier alle schon längst Spiele-Profis. Wir wissen, wie so eine Entwicklung ungefähr aussieht. Aber das wusste man ja vorher gar nicht so. Dass einfach ein Spiel erschien, was da alles dahinter steckte. Charakterdesign. Wie wird das programmiert? Etc. Etc. Das war, also zumindest für mich damals, Neuland auf jeden Fall. Wir starten ja hier gleich mit einem Oberkracher. Donkey Kong Country. Ich glaube, das war da nicht relativ frisch. Aber auf jeden Fall war es da noch nicht uralter Spiel. Hat mich damals, wie wahrscheinlich viele von euch, einfach umgehauen. Das wurde auch ziemlich gehypt. Ich weiß noch, dass es dann eine Club Nintendo-Ausgabe gab, wo es denn eine Videokassette dazu gab, wo man das Spiel in Bewegung sehen konnte. Und das war wirklich damals technisch Wow-Effekt. Das hat man im Prinzip gemacht mit dieser vorgerinnerten Grafik und gut den Stil eingebaut. Und dadurch hat man es geschafft, dass es nicht diese Pixeloptik ist, sondern halt höherwertiger in Anführungsstrichen aussieht. Wobei wir ja alle wissen, dass gute Pixel-Grafik durchaus ist, zumindest in meinen Augen, mit Polygon-Grafik, auch wenn sie gut ist, mithalten kann. Das ist einfach jetzt die Sache. Aber damals war es natürlich hier eher so dieses Wettrüsten. Immer mehr Technik, immer mehr Technik, immer mehr draufhauen und mehr Bits etc. Könnt ihr mich noch daran erinnern? Also ich ging als Kind voll auf diese Bit-Anzahlen ab. So von mir, boah, das Super Nintendo-Commission, das hat 16-Bit und nicht 8-Bit wie das NES. Damals wusste ich überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Nur ist klar, mehr wäre das schon besser. Und dann kam das Nintendo 64 mit 64-Bit. Das hat sich nicht nur verdoppelt, nee, 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 nee. Das hat sich gleich vervierfacht. Und das war so, boah. Boah, auch wenn ich damals überhaupt nicht wusste, was Bits ist, aber das war so das Hauptargument. Und ja, ich schweife wieder ab. Auf jeden Fall ist es ein wunderbares Spiel. Habe ich mir auch damals, glaube ich, gleich zum Release gewünscht. Ich glaube nicht, dass ich es gekauft habe. Und ich habe es wirklich geliebt. Ich habe es gespielt. Das Sound, die Atmosphäre. Also wirklich eine der besten Plattformen für Super Nintendo. Hat ja noch zwei Nachfolger bekommen. Ich persönlich hatte die damals nicht. Deswegen liegt mein Herz so ein bisschen am ersten Teil. Wobei ich glaube, neutral betrachte, das ist natürlich alles Geschmackssache. Die sind alle gut. Wobei der zweite, soweit ich weiß, ist der Konsens als der Beste angesehen wird. Und der dritte nur noch so ein bisschen stagniert hat. Aber ja, Kirby's Dreamlands 2. Für den Game Boy auch ein wunderbares Spiel. Der Vorgänger war ja schon super. Der hat ja Kirby eingeführt. Das hat ja so ein bisschen eine verwirrende Reihenfolge. Der erste Teil war ja auf dem Game Boy. Dann auf dem NES. Und dann Dreamland 2 auf dem Game Boy. Und da war wirklich ein, wie ich am Anfang bei der Programmier-Sektion, ein Star wurde geboren. Auf jeden Fall. Wunderbares Spiel. Während der erste Kirby's Dreamland noch so ein bisschen basic ist. Da hat man so richtig gemerkt, okay, wir haben jetzt hier so einen Kirby. Aber wir wissen noch nicht so hundertprozentig, was man mit denen machen soll, machen kann. Und hier hat man schon mit verschiedenen Reittieren und sowas, dass man auch verschiedene Fähigkeiten ja, holen sich konnte. Im ersten Teil konnte man ja nur lediglich halt ein bisschen schweben und halt die Gegner einsaugen und dann so auspusten. Man konnte dann auch nicht irgendwelche Fähigkeiten übernehmen. Darauf haben sie aufgebaut. Aber man kann ja auch nicht gleich beim ersten Mal hier abliefern ohne Ende. Ist klar. Genau, gibt es natürlich verschiedene Welten. Und hier ist das Besondere halt, dass diese verschiedenen Reittiere und das entspricht halt euren Fähigkeiten. Das ist klar, wenn ihr euch hier mit einem Fisch hier anfreundet, dann könnt ihr natürlich besser unter Wasser schwimmen und so weiter. Dann muss natürlich alles entsprechend eingesetzt werden. Finde ich ein super, super Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das absoluter Pflichttitel. Illusion of Time. Das hatte ich auch sogar damals. Das fand ich sehr interessant. Also mein Einstieg damals in diese ganze Rollenspiel-Genre so ein bisschen. Das war tatsächlich Secret of Mana, weil ich da einfach groß gehypt wurde ohne Ende. Und weil ich das Spiel so mochte, habe ich natürlich auch nach anderen Spielen, die so sind, gesucht. Und irgendwann bin ich auch über Illusion of Time gestolpert. Nach Secret of Mana hatte ich erstmal Mystic Quest, wo ich etwas enttäuscht war, weil natürlich, klar, Mystic Quest war eines der frühen Titel und war natürlich nicht mehr ansatzweise so gut, zumindest in meinen Augen. Ist natürlich kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Und dann, ja, bin ich hier auf das Spiel gestoßen. Und das war sehr kompliziert. Habe ich zumindest so damals empfunden. Unnötig, so ein bisschen. Im Prinzip spielt er ja hier diesen Jungen. Der kann erstmal nicht viel. Der kann nicht kämpfen, etc. Aber ihr könnt dann so schreien, könnt ihr euch so andere Gestalten quasi holen. Also es gibt einen Ritter, womit ihr nochmal kämpfen könnt. Es gibt dann so einen Zauberer später. Und was ich hier halt schön finde, ist, dass es nicht in irgendeinem Fantasy-Universum spielt. Auch wenn diese Weltkarte vielleicht so danach aussieht. Aber es ist alles so ein bisschen realgeschichtlich angehaucht. Und dann gibt es dann halt wirklich so den Inka-Bereich, Ägypten-Bereich und so weiter. Und das fand ich damals sehr schön. Wobei ich damals irgendwann hängen blieb. Genau hier diesen Friedan, das ist der Ritter. Und dieser Shadow, der ist noch stärker. Diese beiden Formen gab es. Das Problem ist, ihr konntet halt diese Form nicht so komplett frei wechseln. Natürlich, verschiedene Formen werden für verschiedene Rätsel benötigt. Wie es halt immer ist. Aber man konnte halt nicht so frei wechseln. Und das war so ein bisschen schade, fand ich. Das hat das alles so ein bisschen verkompliziert. Weil dann wart ihr halt in diesen Dungeons, die es in jeder dieser Art Rollenspiele gibt. Und dann musstet ihr erst einen Schrein suchen, wo ihr wechseln konntet. Und dann immer hin und her laufen. Das fand ich ein bisschen nervig. Aber ansonsten ein sehr schönes Spiel. Muss ich auf jeden Fall irgendwann mal wieder reinspielen. Ich habe es noch nicht als Bigbox in meiner Sammlung. Aber das gehört ja nicht zu den Teuren. Muss ich auf jeden Fall immer mal nachholen. Auf jeden Fall. Marios Picross. Das war auch damals ein riesen Hype. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Da gab es sogar Fernsehwerbung, dass das wirklich beworben hat. Da war ich aber allerdings damals schon so vom Game Boy etwas weg. Weil ich glaube, das erschien auch wirklich erst von 90 oder so. Was kann das sein? Ich bin mir gerade echt unsicher. Da habe ich schon mehr PC gespielt als Game Boy. Und ich habe es in meiner Retro-Perspektive gesehen und nie gerafft. Weil wenn man hier so ein Bild sieht, das sieht natürlich erstmal nicht sehr intuitiv aus. Aber ich werde natürlich hier dran geführt. Und ich habe das jetzt mal nachgeholt vor ein, zwei Jahren. Und ich habe auch einen Test-Feed dazu gemacht natürlich. Weil so ein Spiel, das muss man einfach mal behandelt haben. Und wenn man erstmal diese Logik dahinter, was diese Zahlen und alles so bedeutet, versteht. Das ist ein voll geiles Puzzlespiel. Das ist wirklich suchterregend. Macht sehr, sehr viel Spaß. Man geht da halt sehr viel mit Logik vor. Macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist natürlich ein nicht tot zu kriegendes Spielprinzip. Es gibt dutzende Ableger inoffiziell oder offiziell. Ich glaube auch nicht, dass Mario's Picross das erste Spiel ist in dieser Art. Aber was hier natürlich wieder die Besonderheit ist, man hat den Mario wieder genommen und auf irgendein Puzzlespiel oder sowas gesetzt. Einfach nur mal ein bisschen mehr Publicity zu haben. Jetzt haben wir hier das Special. Have More Fun. Ja, der Super Game Boy, den habe ich damals immer gewollt, aber nicht gehabt. War aber auch nicht schlimm. Bei Game Boy habe ich immer wirklich auf dem Game Boy gespielt und nicht auf dem Fernseher, weil ich damals keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer hatte. Von daher hat mir das eh nichts gebracht. Und wenn ich das Super Nintendo gespielt habe, das ist natürlich limitierter Zugang. Das war bei der Fernseher im Wohnzimmer. Dann habe ich natürlich in der Zeit auch die Super Nintendo Spiele gespielt. Wobei natürlich die Idee dahinter ist natürlich super. In Game Boy Spiele, so in Semifarbe, sage ich mal, man konnte es ja so ein bisschen einfärmen. Später die Spiele, die haben ja noch eigene Farbpaletten beigebracht. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie hochskaliert wurde mit richtig viel Farbe oder irgendwie sowas. Und das auf dem Fernseher spielen, das ist super. Also die Idee ist wunderbar. Finde ich immer noch sehr, sehr schön. Sollte es eigentlich in der heutigen Zeit auch mal geben. Das wäre es doch irgendwie sowas. Die Switchen wie Adapter oder irgendwie sowas. Wobei natürlich mit der Bewegungssteuerung irgendwie das wieder zu machen, das wäre etwas seltsam. Aber es ist ja leider so etwas aus der Mode gekommen. Dann haben wir hier die wunderbaren Super Mario All-Stars. Auch das habe ich natürlich als Kind sehr abgefeiert. Ich persönlich sage das immer, das ist so das erste HD-Remake. In Anführungsstrichen natürlich. Was ich jemals gespielt habe. Weil es wurden hier einfach diese drei Super Mario Titel plus ein weiteres. die Lost Levels, was ja Super Mario Brothers 2 in Japan war. Wir haben ja hier einen anderen Super Mario Brothers 2 bekommen als die in Japan. Da wurde ja einfach ein Spiel umgebrandet. Aber ihr werdet das ja wissen. Also vier Mario Spiele. Und die wurden halt einfach mit diesem 16-Bit Umsatz von Super Mario World, sage ich mal, einfach abgegradet. Und man hatte dann drei Spiele, die man vorher auf dem NES hatte. und die natürlich entsprechend alle teuer waren, hatte man vier Spiele auf einem Modul. Und nur weil die jetzt alt waren, heißt das ja nicht mehr ansatzweise, dass sie schlecht waren. Das sind ja alles Klassiker. Vor allem der dritte Teil natürlich, der ja damals alles rausgeholt hat. Und das war super, diese damals ja schon angestaubte Grafik plötzlich neu zu haben. Und das ist tierisch. Also heute ist ja wieder Super Mario All-Stars 3D erschienen. Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Da war ich so etwas enttäuscht. Das ist ja jetzt für die Switch erschienen. Mit Mario 64, Super Mario Galaxy und das Sunshine. Und da haben sie, gut, haben sie natürlich die Auflösung angepasst. Aber die haben die Grafik nicht abgeredet, wie wir es damals gemacht haben. Und als ich die Ankündigung gelesen habe, zuerst ohne Bilder oder sowas, dachte ich erst mal so, oh geil, All-Stars, dann hier alle, keine Ahnung, mit Super Mario Galaxy Grafik oder irgendwie sowas. Ich wollte es auch nicht so ganz hoch ansetzen, dass sie jetzt die neueste und neueste Technik da dran hauen. Aber das war schon etwas enttäuschend, dass sie da nicht so einen Schritt weitergegangen sind, wie damals eben. Fand ich schade. Aber wir sind hier bei Secret of Mana 2. Wie ihr wisst, eins meiner Lieblingsspiele für das Super Nintendo einfach. Konnte man sogar zu dritt spielen. Ich hatte diesen Adopter für drei Leute nicht, beziehungsweise für einen Vieradopter ist das ja. Aber mein Nachbar, der Carsten, war im selben Alter wie ich und kam immer vorbei. Und wir haben das immer schön zu zweit gespielt. Fand ich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Wobei ich den letzten Schluss, das weiß ich immer noch, da war ich ganz stolz auf mich, den alleine durchgespielt habe. Es ist natürlich nicht perfekt das Spiel. Die KI ist ein bisschen blöd manchmal, wenn euch die Kollegen denn folgen und so weiter. Aber ich finde es einfach musikalisch und technisch einfach hervorragend. Wobei natürlich technisch der zweite Teil natürlich noch etwas mehr draufsetzt. Aber für mich ist, ich starte dieses Spiel, ich höre die Titelmelodie und ich kriege Gänsehaut. Das ist ganz einfach so. Und es ist für mich eines wirklich der liebsten Spiele auf dem Super Nintendo. Vielleicht sogar das liebste. Das wechselt ja ständig immer. Ich habe ja auch meine Lieblings-Super Nintendo-Spiele-Liste gemacht. Aber das wechselt natürlich immer etwas durch. Ein wunderbares Spiel. Ich finde es immer noch sehr schade, dass damals der zweite Teil nicht offiziell hier erschienen ist. Kann man ja jetzt natürlich hier mit der Mana Collection für die Switch nachholen. Aber das ist halt nicht dasselbe. Hätte ich damals sehr stark abgefeilt auf jeden Fall. Die Schlimpfe. Ja, warum das Spiel jetzt hier drin ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Höchstens mit Marketing-Geld irgendwie. Finde ich etwas seltsamer gesagt. Also die Schlimpfe ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Es ist ein solider Plattformer, beziehungsweise Jump-in-Run-Titel. Aber dass das jetzt so ein großer Klassiker ist. Gut, Schlimpfe für Kinder, das geht immer. Also ich weiß nicht. Ich habe da auch schon mal reingespielt. Ich bin nicht so warm mitgeworden, weil es manchmal etwas undurchsichtig ist. Zum Beispiel ist mir gut im Kopf geblieben am Anfang Level. Da geht ihr durch dieses Schlumpfdorf und da sind Wasserpfützen. Und sobald ihr auf diese Wasserpfützen tretet, in einer normalen Gehgeschwindigkeit oder Laufgeschwindigkeit, dann sterbt ihr. So, also abgespeichert, Wasserpfützen blöd, springst du drüber. Was ich aber irgendwann später herausgefunden habe, ist, wenn man dann langsam geht, also immer nicht der Steuerkreuz durchdrückt, sondern immer so ein bisschen drückt, dass da etwas geht, dann kriegt man keinen Schaden. Das ist so unnötig, im ersten Level gleich so einen blöden Klotz dahin zu stellen. Also lasst euch hier nicht täuschen, nur weil es eine Schlümpfe-Thematik ist, ist das Spiel durchaus nicht einfach. Kommen wir zum nächsten. Tetris und Dr. Mario. Genau, beides natürlich auch für NES und Game Boy erschienen. Und hier als Super Nintendo wieder 2 zu 1 Dings. Also da haben sie sich echt so anscheinend, fangen wir jetzt erst auf, ehrlich gesagt. Für Super Nintendo haben sie viele so Compilations gemacht. Hier so 2 Spiele zusammengefasst, All-Stars, 4 Spiele zusammengefasst und so weiter. Das ist mir gar nicht so im Kopf geblieben, aber das haben sie echt gemacht. Das haben sie dann später ja nicht mehr so gemacht, mit Wii und Gamecube oder sowas. Wobei jetzt bei den Systemen, Bibliotheken, da bin ich jetzt nicht ganz so firm. Also nimm es nicht für voll. Natürlich zwei super spitzen Titel. Puzzler, Tetris, Klassiker ohne Ende, Game Boy gesuchtet ohne Ende, Dr. Mario auch. Wobei ich damals nicht so sehr nach diesen Puzzle-Spielen her war, ehrlich gesagt. Heute schnappe ich mir gerne mal was, spielst du mal eine Runde, aber mein Genre ist es jetzt nicht. Aber ist natürlich perfekt für diese Handheld-Systeme geeignet, weil es einfach einfache Technik reicht da und einfaches Spielprinzip, das passt alles auf einen kleinen Bildschirm. Also es ist eigentlich eine perfekte Puzzle-Maschine. Was haben wir hier? Goof Troop, Link's Awakening wollte ich schon sagen, Link to the Past. Ach, hier fehlt eine Seite anscheinend. Shit. Oh, hier fehlen einige Seiten, sehe ich gerade. Ha, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, im Mittelteil fehlt etwas. Deswegen können wir hier jetzt nicht näher eingehen. Sehe ich jetzt erst. Soll ich vielleicht mal vorher klären, aber na gut. Eins meiner Lieblingsspiele ever. Aber wirklich ever. Aber jeder, der den Kanal ab und zu mal sieht, weiß das. Habe ich auf dem Gameboy-Spiel gesuchtet und ich bin ja, ehrlich gesagt, nicht so der Typ, der ein Spiel mehrmals durchspielt. Aber das Spiel habe ich, glaube ich, schon damals drei, vier Mal durchgespielt, weil es einfach so viel Bock gemacht hat, dann auch noch hier und da mal nach Geheimnissen zu erkunden, um die Welt zu erkunden. Es hat einfach Spaß gemacht und auch das Remake jetzt auf der Switch ist sehr gut gelungen. Das habe ich hier auch als Collectors Edition neben mir stehen. Ein wunderbares Spiel, kann ich wirklich nur jedem Herzen, wärmstes ans Herz legen und für mich vielleicht sogar der beste Zelda-Titel, den es gibt. Wobei das natürlich starke Geschmackssache ist, ich weiß. Aber durch meine persönliche Bindung, wunderbar. Für mich sind ja diese 3D-Selda ja nichts. Ich glaube, einigen bei euch auch so. Auch für mich sind diese 3D-Selda nichts. Außer Breath of the Wild, das Neue. Aber vielleicht gerade, weil es denn einen etwas anderen Weg geht, als diese anderen 3D-Seldas. Aber 2D-Selda war ich immer lieber auf jeden Fall. Ach, der Wurmpalast. Ich glaube, das ist ziemlich nervig. Also es gibt natürlich auch nervige Dungeons. Ich muss euch nicht erklären, dass das Spiel erklärt. Ach, wir sind aber anscheinend hier langsam im Gameboy-Bereich. Barrioland habe ich damals nicht gespielt. Habe ich natürlich jetzt in einer neueren Zeit mal nachgeholt. Geht natürlich einen anderen Weg. Wobei ich es aber auch ganz klug finde. Weil, wir reden ja super, Mario Land 1 ein Launch-Titel war für den Gameboy. Und eher so ein bisschen Technik-Demo war. Deswegen war natürlich auch so ein Shoot-em-Up-Level zwischendurch eingestreut. Was natürlich cool war. Und das gesamte Spiel fühlte sich halt anders an. Aber der Nachfolger, der hat das dann quasi weitergetrieben. Und dann auch ein bisschen moderner gemacht. Die Sprites haben eher so ein bisschen an das 16-Bit-Mario erinnert und so weiter. Das Spiel habe ich auch geliebt. Ohne Ende und auch mehrmals durchgezockt. Vor allem, weil es auch nicht so super, super schwer ist. Das kann man gut mal ein bisschen durchzocken. Das habe ich damals ja nicht gespielt. Aber genau weil ich halt Super Mario Land 2 so geil und perfekt finde, wäre alles, was dann weiter gekommen wäre, eine Enttäuschung gewesen. Und deswegen finde ich es cool, dass sie hier einen anderen Ansatz gemacht haben. Nämlich mit Vario. Der bewegt sich langsamer. Hat natürlich andere Bewegungsmöglichkeiten. Der experimentierte mit verschiedenen Hüten. Bin ich persönlich jetzt nicht so super warm geworden. Aber ist natürlich ein wunderbares Spiel. Also kann man nichts mit falsch machen. Spielt sich aber anders als ein Super Mario. Dann haben wir hier Donkey Kong. Das habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung, muss ich zu meiner Stande gestehen. Wobei es auch ein sehr bekannter Titel ist. Und zwar auf den ersten Blick denkt man, okay, Donkey Kong war ja dieses Arcade-Spiel aus den 80er-Jahren. So einer der ersten großen Hits von Nintendo. Und natürlich so ein Arcade-Spiel. Das hat einen Bildschirm, wo ihr hoch und runter klettern könnt und so weiter. So. Das jetzt auf den Gameboy umgesetzt. Geht natürlich. Technik ist auch einfach. Passt. Aber ich dachte lange, lange Zeit vor allem, okay, gut, ach, dieses Arcade-Ding auf dem Gameboy. Das bringt ja nichts. Aber, wie man hier so etwas ansieht, die haben dieses Prinzip stark erweitert und aufgebaut. Und dadurch ist es so eine Art Donkey Kong 2. Okay, also es gab natürlich auch andere Spiele wie Donkey Kong Jr. und sowas für die Arcade. Aber es ist wirklich ein Donkey Kong 2. Weil er einfach auf diese Basis aufgebaut wurde und das so geil erweitert wurde mit verschiedenen Leveln und so weiter. Dass es eigentlich schon wieder eine so starke Weitererweiterung ist. Gott. Wenn ich mal am Labern bin. Auf jeden Fall habe ich noch nicht gespielt. Werde ich irgendwann mal nachholen. Sehr geil. Vario Blast ist auch ziemlich cool. Bomberman geht natürlich immer. Kennt ihr alle. Bomberling, Labyrinth, Upgrades, Einsammeln und so weiter. Und da trifft den Vario auf den Bomberman-Typen. Hat er irgendeinen Namen? Ja, Bomberman. Sehe ich gerade. Wunderbar. Ja, macht auch jedenfalls sehr viel Spaß. Hat auch Bosskämpfe und so weiter. Finde ich sehr cool. Gelöst. Ihr könnt als Vario oder als Bomberman spielen. Da steht wirklich so Mitte der 90er so vor wegen, hey, wir wollen mal einen neuen Charakter etablieren, der etwas böse ist. Fällt mir auch gerade so etwas auf. Kirbys Pinball Land. Ja, auch nicht nur Vario hat einen Hype erlebt, sondern auch Kirby durch diese wunderbaren Spiele. Und auch Kirby hat damals so einige Absweigungen, andere Spiele-Genres genommen. Bietet sich natürlich auch an. Kirby ist im Prinzip eine Kugel. Du kannst natürlich alles Mögliche mit Kugeln machen. Es gibt ja auch so eine Art Minigolf-Spiel. Schrägstrich Marvel Madness-Gedönse. Natürlich auch so ein Flipper. Flipper gab es damals einige Spiele auf dem Game Boy. Ich habe damals Revenge of the Gator hoch und runter gespielt. Und ja, haben wir einfach einen Flipper genommen. Der Kirby ist die Kugel. Auch da gibt es Bosskämpfe und so weiter. Finde ich sehr nett gemacht, weil auch hier ein relativ einfaches Spielprinzip genommen wurde und halt mit dem Kirby Charm geupgradet wurde. Und Kirby ist in Dream Land. Das habe ich ja schon angesprochen vorhin. Der erste Auftritt von Kirby, aber wirklich halt Basics. Ist ein super Spiel, aber Basics, Kirby kann auch keine verschiedenen Fähigkeiten übernehmen und so weiter. Aber man merkt hier schon, wie das startet und gut, wie sich das alles entwickelt hat. Das muss ich keinen erzählen. So, machen wir hier wieder. Okay, mit einem Mädchen Mario. Ein wunderschönes Comic, wie immer. Ich halte mal still. Wenn ihr das lesen wollt, drückt die Leertaste auf den Computer oder sonst wie Pause. Und dann könnt ihr das Ganze mal durchlesen. Finde ich aber sehr cool, dass Mario plötzlich ein Mädchen ist. Zweite Seite. Auch hier trifft der fantastische Figur natürlich aus der Nintendo-Universum. Und das war's. Mario Paint, auch wunderbar. Habe ich ja in meinen letzten Pickups genommen, als Big Box endlich in meiner Sammlung aufnehmen können. Und das war natürlich super mit dieser Maus. Also da hat der Gaming Historian auf seinem Kanal letztens auch ein sehr, sehr geiles Video zugemacht. Was ich sehr beeindruckend finde, wie viele Künstler das alles beeinflusst hat und auch auf den Weg gebracht hat, um so ein bisschen auf einfache Weise Musikerstellung und Grafikerstellung und so weiter beizubringen. Das ist auch geil, ne? Ich finde hier eine Anleitung, wie ihr das speichern könnt. Weil, das ist klar, das war ein Nintendo-Modul und ihr habt natürlich die Grafiken gemacht, aber es hat natürlich jetzt irgendwie kein, dass man eine Speicherkarte reinpacken konnte, um das irgendwie nicht runterzuziehen oder Disketten oder irgendwie sowas. Und dann ist hier wirklich der Tipp, okay, nehmt es halt auf Videorekorder auf und verschickt diesen Videorekorder mit CD-Player oder keine Ahnung was an andere, dann habt ihr eure Goose-Karte. Wunderbar. Wunderbar. Herrlich kompliziert. Wenn man so viele Geräte da irgendwie anschließen muss, um Sachen zu speichern, herrlich. SimCity, ja, gab es auch relativ früh auf den Super Nintendo, war, glaube ich, eins der Launch-Titel, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich bin mir gerade unsicher. Wunderbares Spiel ist SimCity, geht natürlich immer und ich war zuerst komplett skeptisch, weil für mich ist SimCity, jetzt habe ich damals auf dem Computer gespielt, brauchst du die Maus dazu, um die ganzen Sachen zu platzieren, richtig anzuwählen und so weiter. Da war ich sehr skeptisch, damals habe ich es auch nicht gespielt auf dem Super Nintendo, aber natürlich nachgeholt. Aber das geht ziemlich gut mit dem Gamepad und ich war überrascht in meiner Recherche zu lesen, dass es viele Stimmen gibt, die sagen, okay, vom originalen ersten SimCity teilen ist das vielleicht sogar der beste Teil, weil das nur so ein bisschen verfeinert wurde und so weiter. Finde ich sehr beeindruckend auf jeden Fall. Da sieht man mal, wie experimentierfreudig die damals waren. Dann haben wir hier Erlinked for the Past, als ich das Super Nintendo damals bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das direkt zum Erscheinen bekommen habe, ich glaube fast nicht. Da hatte ich das auch dabei und ich habe es wirklich geliebt ohne Ende. Ich habe es damals nie komplett durchgespielt, aber so drei Viertel durch hatte ich immer auf jeden Fall auf jeden. Ein wunderbares Spiel, da habe ich heute noch gute Erinnerungen dran, ist so mein zweitliebtes Zelda-Spiel ever. Ja, ich mag einfach diese 2D-Zeldas. So komplex und so viele geile Momente da drin und so viel Liebe da einfach reingesteckt. Wunderbar, einfach ein klassisches Spiel, was für jeder mal gespielt haben sollte. Dann haben wir hier natürlich noch einen weiteren Klassiker. Super Mario World. Auch das natürlich, eine neue Nintendo-Konsole durfte natürlich damals nicht ohne ein Mario-Spiel erscheinen. Und das war das für das Super Nintendo. Und es lief natürlich ab. Also es ist schon Super Mario World 3, war ja schon ziemlich geil. Und da wurde noch hier mit eins drauf gesetzt. Und auch hier haben sie dieselbe Strategie mit Varioland gefahren. Und den zweiten Teil in eine komplett andere Richtung gedreht, was ich wirklich vernünftig finde. Weil gleich zum Start hin so ein dermaßen fettes Brett abgeliefert. Welche Konsole hat das heutzutage? Ohne Scheiß. Das holt so viel aus dem System raus. Es ist so geil gemacht. So mit so viel Liebe. Wenn du heute eine Konsole kaufst, dann sind die Launch-Titel meistens, die Leute kennen sich mit der Technik nicht aus. Da wird dann irgendwas schnell released oder angepasst. Was für die letzten Konsolengenerationen wird so ein bisschen leicht geupdated oder ähnliches. Das ist immer so halbgar. Und die richtig guten Spiele kommen meistens so im letzten Drittel des Konsolenlebenszyklus. Aber da gleich am Anfang. Zack. Fettes Brett. Geil. Braucht mal nicht viel zu sagen. Und damit sind wir schon durch. Ich packe den Umschlag wieder rum. Ein interessantes Magazin auf jeden Fall. Eine sehr schöne Auswahl. Bis auf Schlümpfe, wo ich persönlich zumindest so ein kleines Fragezeichen dran setze, was das sollte. Aber sehr schönes Werk. Wie gesagt, wenn einer von euch weiß, wie man es damals bekommen hat. Wie gesagt, meine Vermutung ist, wenn man sich beim Club Nintendo registriert hat, so als Anfangszeitschrift. Meldet euch mal, haut es mal in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren. Und ansonsten, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich habe leider keine Informationen, wann das Ding erschienen ist. Ich gucke vielleicht, ach, 1990. Ha, ich schätze mal, das war eine Sonderausgabe. Ähnlich wie das vom Members-Oni-Magazin, das schwarz hinterlegte. Ja, wie genau das erschienen ist, warum genau es keine Nummer hat, das kann ich leider nicht sagen. Aber es zeigt halt Klassiker für den Game Boy und für das NES. Der Game Boy war natürlich zu der Zeit, wenn 1990 stimmt, noch relativ frisch auf dem Markt. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass man da großartig welche Klassiker-Titel sieht. Obwohl, am Anfang sind ja schon viele Klassiker erschienen. Also man merkt schon bei dem Magazin, ihr könnt das nicht sehen. Aber ich habe gerade noch eine andere Folge gedreht. Die Papierqualität ist auf jeden Fall wesentlich besser. Das Papier ist irgendwie dicker, etwas hochwertiger. Für eine Sonderausgabe natürlich durchaus passend. So, hier haben wir natürlich ein Vorwort. Und ja, wir fangen gleich mit dem Game Boy an. Klasse. So, hier haben wir gleich am Anfang Comic-Hardware und Zubehör. Ha, herrlich. Die hatte ich auch. Habe ich sehr, 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 sehr gerne genutzt. Das ist der Akku. Beziehungsweise, ihr konntet dann natürlich auch mit Strom quasi spielen. Das heißt, ihr konntet das direkt in die Steckdose stecken und in den Game Boy fungierte aber auch als Akku. Dieses Zwischending war natürlich dann entsprechend der Spannungskonverter, denke ich mal. Und aber auch ein Akku. Der hat zwar auch nicht so ewig gehalten, aber man konnte endlich, endlich, musste man nicht immer diese Batterien reinstecken. War natürlich sehr, sehr wichtig. Und diese Tasche hier. Die hatte ich auch. Die Game Boy-Gürteltasche, ne? Ich gucke mal, wie es mit dem Licht aussieht. Das Spiel geht leider etwas blöd. Ha, die suche ich noch. Also, wenn ich die irgendwo in einem relativ vernünftigen Zustand mal finden sollte, ich werde da sofort zugreifen. Die hatte ich nämlich. Die hatte nämlich hinten so ein super gepolzertes Fach, wo man super den Game Boy reinstecken konnte und hat vorher die Spiele. Hatte ich früher immer überall mit mir hingenommen. Also, wenn wir mit Urlaub gefahren sind und so weiter. Echt super, super Ding. Ja, also das ist wirklich, okay, die ist optional, aber diesen Akku, den musste man auf jeden Fall damals haben. Ja, Super Mario Land, gleich ein Klassiker zu Anfang. Ich finde das Spiel klasse. Klar, die Technik, wenn man es mit dem Nachfolger vergleicht, Super Mario Land 2, ist natürlich nicht ganz so hochwertig. Aber es spielt sich halt ganz eigenständig. Es hat so eine ganz eigene Welt. Es gibt hier sogar Shoot-Up-Level dabei. Allein schon, wenn man die Blume einsammelt, die Feuerbälle zu feuern, die fliegen auch ganz anders als bei anderen Spielen. Ich finde es klasse, dass das Spiel so ein bisschen einen anderen Stil hat. Die Welten orientieren sich eher so an der historischen, sage ich mal. Also man hat ja die Pyramiden, man hat ja die Osterinseln und so weiter. Man hat die quasi China sogar noch mit dabei. Ach, herrliches Stück. Und zwar wurde, weil das so anders ist, habe ich mal gelesen, dass es von der DMG A&D One, glaube ich, entwickelt wurde. Also von den selben Leuten, die die Hardware programmiert oder entwickelt haben. Und die haben halt dann auch das Super Mario Land dazu programmiert. Und dadurch, dass sie von diesen anderen klassischen Teams abgekoppelt sind, konnten sie ihre so ganz eigene Sichtweise drauf machen. Und ich denke mal auch, da wollen sie auch mit diesem Shoot-Him-Up-Level auch mal bezeigen. Hey, Leute, guckt mal. Der Game Boy kann auch Shoot-Him-Up. Ist das nicht cool? Ich glaube, es ist ein absoluter Klassiker. Hat, glaube ich, einen großen, großen Stellenwert im Herzen von vielen, vielen Spielern. Ja, und das Spiel natürlich hier auch. Tetris. Herrliches Spiel. Zeitlos. Ganz ehrlich. Muss ich noch viel dazu sagen. Ich denke mal, das war eine super Entscheidung. Dass das wirklich das Pack-In-Spiel bei dem Game Boy war. Weil es auch einfach generationenübergreifend die Leute fasziniert. Ich glaube, jeder kennt die Story, dass die Eltern sich den Game Boy auch mal ausgeliehen haben, um Tetris zu spielen. Ich weiß noch, dass meine, ich habe meiner ehemaligen Schwiegermutter, habe ich hier so ein Billig-China-Game Boy geschenkt, wo auch Tetris vorinstalliert ist. Und die spielt das immer noch hoch und runter. Und mir wird dann immer erzählt, wie sie den ganzen Abend wie gebannt davor sitzt und keine Reaktion zeigt. Einfach so ein simples, schönes Spielprinzip, was einfach zeigt, dass man keine Riesentechnik für super Spielspaß braucht. So gesehen natürlich das perfekte Spiel für den Game Boy. Ja, Golf ist Golf. Ich habe es damals nicht gehabt. Ich habe es, glaube ich, mal von einem Kumpel ausgeliehen. Aber auch eher davon, wegen so, hast du nichts anderes? Ja, Golf. Ja, komm her. Dann leiche ich mir halt Golf aus. Weil irgendwie mal ein neues Spiel wollte man ja haben. Ich wurde mit Golf-Spielen in meiner gesamten Spiele-Geschichte noch nie so wirklich warm. Ich weiß auch nicht, wieso, was genau. Das ist ja eigentlich ganz solide umgesetzt. Aber es ist Golf. Tut mir leid. Also vielleicht gucke ich da mal für den Test oder sowas etwas genauer rein. Und komme dann zu einem etwas anderen Ergebnis. Ich will es nicht ausschließen, aber Golf, solide Spiel, solide TM. Das hatte ich allerdings. Pinball Revenge of the Gator. Das war ein Flipper-Spiel, wie man sieht. Und zwar von Hell. Was eigentlich sehr, sehr schön gemacht ist. Irgendwie, weiß ich nicht, bei dem Titel, also beim Titel der Herr Pinball heißt es ja. Aber irgendwie, als ich mir das gewünscht habe, wusste ich nicht unbedingt, was ein Flipper ist. Und ich habe mir irgendwie irgendwas anderes vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber ich weiß noch, dass ich relativ enttäuscht war. So nach dem Motto, was hat das hier denn überhaupt mit den Alligatoren zu tun? Ich dachte, das wäre jetzt wie so ein Actionspiel, wo die Alligatoren die Feine sind oder irgendwie sowas. Aber naja, gut. Ja, und sehr, sehr simpel eigentlich aufgebaut. Es gibt nur einen Tisch. Den hier. Und das hat mir die verschiedenen Bildschirme aufgeteilt. Und das scrollt quasi nicht flüssig, sondern immer, wenn ihr quasi an den Bildschirmrand, zack, euch hochkloppt, dann wechselt ihr zu dem Bildschirm. Und so gesehen, ich habe es viel, viel gespielt. Aber eigentlich hat man echt keine große Abwechslung. Und ich frage mich, warum ich das so viel gespielt habe. Aber ich glaube, das geht nicht nur mir so. Schönes Spiel trotzdem. Ja, Fortress of Fear. Einer meiner Lieblingstitel für den Gameboy. Herrlich. Aber auch, weil es wirklich geil ist, weder das Cover noch die gezeichnete Grafik. Ja, beides nichts mit dem Sprite zu tun, den man da wirklich spielt. Aber wirklich ein schönes Spiel. Damals sauschwer. Ja, ich kam wirklich maximal in die dritte Welt. Aber auch dann ging es irgendwann zu Ende. Ich habe es wirklich nur in modernen Zeiten mit dem Emulator mal durchgespielt. Auch da ein bisschen gemogelt mit Safe States. Es ist kein leichtes Spiel. Damals wirklich viel, viel dran gescheitert. Der ist ein Plattformer. Ihr spielt einen Ritter mit einem Schwert. Und müsst euch halt durchkämpfen, verschiedene Sachen einsammeln. Das Spiel hat natürlich seine Schwächen. Wie zum Beispiel manchmal etwas sehr, sehr seltsame Sprungpassagen und so weiter. Aber hat, glaube ich, einen großen Platz im Herzen von vielen von euch. Ja, Castlevania Adventure, das ist nicht gut. Das habe ich damals nicht gehabt, aber das ist nicht gut. Ihr bewegt euch viel zu langsam. Der zweite Teil ist dann wieder gut auf dem Gameboy. Aber das habe ich so einen Eindruck, dass da Konami noch nicht so richtig wusste, was sie damit überhaupt machen sollten. Wenn man sich noch nicht so gut mit der Hardware auskannte, aber unbedingt in Castlevania dafür veröffentlichen wollten. Ja, schon seltsam. So, NES-Zubehör. Yay! Da habe ich leider nicht so viel gehabt. Den Zapper hatte ich nicht. Ich hatte den NES Advantage auch nicht und auch den NES Max. Aber ich hatte, ehrlich gesagt, kannte ich auch damals keinen, der irgendwas von den dreien hatte. Den Advantage, den habe ich damals schon auf vielen Fluhmärkten schon mal gesehen. Oder sowas. Aber ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, das NES war die Konsole meines Bruders und so weiter, dass ich mir da jetzt irgendwie so ein Ding dafür kaufen sollte. Ich weiß nicht, spielt sich das damit wirklich so viel besser mit dem Joystick? Kommt wahrscheinlich auf das Spiel an, nehme ich mal fast an. Also, aber der hier, der ist auf jeden Fall ein bisschen besser, denke ich mal, weil der nicht ganz so eckig ist. Weil ganz ehrlich, das NES mit diesem original, wirklich eckigen Controller mit den scharfen Kanten, ja, so richtig bequem war das nicht. Also, ergonomisch wurde es erst mit dem Super Nintendo irgendwie. Hm. Wir fangen gleich mit den Klassikern, Super Mario Brothers. War ja mit drin gleich, ich weiß nicht, bei allen Versionen. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall einer der Spiele, die dabei waren. Aber es kann sein, dass es auch Versionen gab, wo ein anderes Spiel dabei war. Bei mir damals war es dabei und wir saßen da wirklich Stunden vor und Stunden vor und haben es wirklich hoch und runter gespielt. Herrliche Spiele, einfach revolutionär für die Zeit auf jeden Fall. Vorher habe ich vielleicht bei meinem Onkel mal auf den C64 irgendwie Park Control gespielt. Und wenn man denn das hier zum Unterschied gesehen hat, das grollte alles. Das grollte. Das war damals wirklich besonders. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war schon echt eine fantastische Sache. Und auch so viele verschiedene Gegner und die Welten sahen unterschiedlich aus. Hier mit dieser Unterwelt, nenne ich es einfach mal, wo alles so dunkel war und ominös und ja fast unheimlich. Herrlich, herrlich. Schönes Spiel. Hat nicht umsonst den Grundstein für Marios lange, lange Karriere gesetzt. Aber auch hier, wie man sieht, versuchen sie gar nicht mehr das Spiel groß vorzustellen, sondern versuchen, zeigen hier auch eher, wie die Level aufgebaut sind. Weil die gehen davon aus, hey, das Spiel klappt. Das ist ja Mitte der 80er Jahre irgendwann erschienen. Und das hier von 90 ist das Magazin, ist das schon durchaus etwas alt. Da muss man nicht mehr das Spiel verkaufen. Da kann man so ein bisschen, oh, wie ist, etwas lose. Na gut, das ist bei alten Magazinen so. Auch Zelda, super Spiel, habe ich damals nur mal kurz reingespielt. Und zwar hatte sich das meinem Bruder mal von einem Bekannten oder vom Kumpel ausgeliehen. Und ich habe es nicht gerafft. Ich habe es wirklich nicht gerafft. Ich weiß noch, dass ich reingespielt habe, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin irgendwie immer, ich habe es mir mal wieder gespielt, aber eher so wahllos durch die Welt gelaufen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war damals ja auch noch unter 10, deswegen, ich verstand kein Englisch, weil Texte waren nur in Englisch. Ich habe überhaupt nichts gerafft. Das war so mythisch, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gerafft. Eigentlich schade, weil ich hätte viel, viel Spaß damit gehabt auf jeden Fall. So richtig mit Zelda eingestiegen bin ich erst mit dem dritten Teil. Auch das zweite Teil hatte ich dann damals mal angespielt, aber auch das habe ich nicht gerafft. Vielleicht auch ganz einfach, weil das Denken so beschränkt war, sage ich mal, dass man so ein offenes Spiel gar nicht erwartet hat. Man hat eher sowas wie Super Mario Brothers erwartet. Oder irgendwie, kommen wir gleich zu, das Turtle Spiel ist ja auch noch mit drin und so weiter. Ich habe halt nicht wirklich erwartet, dass es sowas gibt, dass es halt nicht so geradlinig war. Das war für meinen unter 10 Gehirn irgendwie zu viel anscheinend. Keine Ahnung. Aber das war halt so, man war halt sowas wirklich nicht gewohnt und deswegen war es auch sowas besonders. Und auch das, wie Mario, hat das natürlich nicht umsonst eine so, so lange Geschichte. Es gibt ja keine Nintendo-Konsole, die jetzt kein vernünftiges Zelda hat. Und ich glaube, so richtig schlechtes Zelda gibt es eigentlich nicht, oder? Ich meine, der Höhepunkt für mich ist natürlich Link's Awakening. Ich weiß, das ist schon fast ein One-In-Gag. Das weiß natürlich jeder. Aber es ist sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Auch hier sieht man, dass es natürlich so ein paar Gegenstände gibt. Manche haben sich bis heute quasi gehalten, wie das Kraftarmband zum Beispiel oder der Bumerang, die Bomben und so weiter. Aber sowas wie das Floß oder die Leiter, das hat man ja noch relativ schnell fallen gelassen auf jeden Fall. Ja, Super Mario Brothers 2 gefiel mir damals eigentlich besser, ich versuche mal hier die Seite reinzuschieben, gefiel mir besser als der erste Teil. Auch da, da wusste man ja auch nicht, dass das so anders war. Das ist ja eigentlich kein Geheimnis mehr. Das ist ja eigentlich Doki Doki Panic heißt das, glaube ich, das Japan-Original, wo halt die Sprites ausgetauscht wurden. Und deswegen spielt sich auch dieses Mario halt so viel anders als jetzt Super Mario Brothers 1 zum Beispiel. Und zwar das eigentliche Super Mario Brothers 2, was in Japan erschienen ist. Das ist hier ja dann unter Lost Levels erschienen, später dann bei Super Mario All-Stars auf der Super Nintendo. Was im Prinzip nur eine schwierigere Version vom ersten Teil war. Heutzutage würde man vielleicht sagen, das ist ein Add-On oder ein DLC oder sowas. Und damals hat man das dann halt so ausgeschlachtet. Da dachten die Japaner, das ist so schwer für die doofen westlichen Leute und deswegen haben sie halt so ein Spiel. Aber auch das Spiel hat sehr, sehr viel Charme, finde ich. und gefiel mir damals wirklich noch besser als der erste Teil. Und auch hier, da hat man Unterschied auch gar nicht gemerkt. Das war der zweite Teil, der spielte sich halt anders. Man hatte irgendwie Rettliche und sowas und man hat das aber nicht hinterfragt. Weil diese Formel, wie die ja später bei Super Mario Brothers 3 zementiert wird, die gab es ja noch gar nicht. Man kannte ja nichts anderes. Und deswegen war das vollkommen in Ordnung und vollkommen normal, dass dieses Spiel so anders war. Und finde ich schön. Schön, vor allen Dingen, weil man auch die Prinzessin spielen konnte. Verschiedene Charaktere. Und die hatten alle ihre Vor- und Nachteile. Beim ersten Teil hatte man ja Mario und Luigi. Ich glaube, die haben sich einen Tick anders gespielt. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Oder war das wirklich nur, dass Sprite was anders aussah? Dass das erst in Lost Level Stand, die sich anders gespielt haben. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich habe das Spiel echt ewig nicht mehr gespielt. Und wenn ich es habe, habe ich es immer nur mit Mario gespielt. Obwohl ich der jüngerte Bruder war, keiner von uns wollte Luigi spielen. Aber wir haben das jetzt auch nie so zu zweit gespielt, sage ich mal. Auch hier schränken sie sich eher drauf, jetzt anscheinend die Levels zu erklären. Hier hat der erste Boss, da weiß ich noch, da war echt interessant. Der spuckte so Eier. Man musste dann auf diese Eier springen. Es gab halt bei dem Spiel diese Mechanik, dass man halt diese Rettiche aus dem Boden geholt hat. Und dann hatte man die halt oben und damit hat man halt die Gegner abgeworfen. Man konnte quasi nicht klassisch wie im ersten Teil auf die Gegner drauf springen und dann sind sie tot. Sondern man musste sie immer bewerfen. Man konnte natürlich dann auch theoretisch auf die Gegner drauf springen. Man konnte sie immer auf manche, die hochnehmen und damit dann andere abwerfen. Aber im Prinzip hat man so Rettiche und sowas genommen. Wie man auf Rettiche kommt, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Das muss man den Entwickler fragen. Aber wie was muss man denn da auf die Eier springen, hochnehmen und die dann halt damit abwerfen. Interessante Mechanik. Muss man erstmal drauf kommen. Aber auch hier ähnlich wie halt Super Mario Land sind halt viele Teile drin, die dann später nicht so wirklich in irgendwelchen anderen Teilen irgendwie wieder auftauchen. Auch hier sind der Boss gegen die Maus, die irgendwie Bomben wirft und so weiter. Weil es halt eigentlich ein anderes Spiel ist. Aber damals hat man irgendwie gefühlt mehr experimentiert. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Weil immer nur dasselbe, wieder neu aufkochen und nun minimal verändern. Das finde ich eigentlich immer schade, wenn da Spiele machen. Klar, zu sehr verändern darf man das natürlich auch nicht. Aber wenn es zu wenig, das ist halt so ein gefährlicher Grad. Ist natürlich für die Entwickler natürlich wahrscheinlich auch nicht gerade einfach. Wenn es zu viel verändern, dann heulen alle rum, das ist ja gar nicht mehr das Spiel. Und wenn sie zu wenig verändern, sagen sie alle, das ist halt nur ein Add-on. Auch hier, ich merke schon, mit meinen Veränderungsmonologen komme ich nicht weiter. Auch hier wurde natürlich experimentiert. Spielt sich viel, viel anders als der erste Teil. Man hat hier die Seitwärtslevel. Man probiert halt so ein bisschen was aus, was funktioniert. Und man hat zwar immer noch hier so eine Oberweltkarte. Aber in Kämpfen wird man immer so eine 2D-Ansicht quasi reinversetzt. Auch das, wie erwähnt, wie den ersten Teil habe ich damals angespielt, aber nicht gerafft. Finde ich aber auch sehr, sehr interessant, dass halt da was Neues probiert wurde. Auch wenn das Spiel so allgemein in der Retro-Perspektive. Ähm, ja, eher, also manche lieben es. Und manche sagen, das ist das schlechteste Zelda. Kann ich nicht beurteilen. In den NES-Teilen stecke ich halt nicht so drin. Aber ich finde es halt interessant, dass wir mal was anderes gemacht haben. Aber ich verstehe schon, dass man aus der heutigen Sicht mal sagt, das ist kein richtiges Zelda. Weil halt diese 2D-Plattformer gedöhnt und so weiter. Okay, im Link's Awakening hat man zwar teilweise auch so Abschnitte. Da wurde auch experimentiert. Aber, ja, das ist halt was anderes. Es ist theoretisch, wenn man jetzt Link jetzt ersetzen würde durch einen anderen Charakter und das nicht Zelda nennen würde, würde es keinem auffallen, dass es Zelda ist. Die Behauptung wage ich jetzt einfach mal. Und ich denke mal, da liege ich jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Ja, auch Metroid ist damals an mir vorbeigegangen. Wie viele Klassiker damals an mir vorbeigegangen sind. Das Spiel habe ich allerdings auch noch nicht nachgeholt. Metroid ist bei mir bis auf den Gameboy-Teil so ein bisschen eine Landkarte oder ein Landfleck, der noch nicht erforscht wurde irgendwie. Das hat aber auch gar keinen bestimmten Grund irgendwie. Ich weiß gar nicht. Im Prinzip finde ich das super, dass man so was frei erkundet. Und dann halt sich nach und nach dann halt auch Sachen erschließt. Dadurch, dass man halt neue Gegenstände findet und dadurch halt neue Bereiche der Welt betreten kann. Es gibt ja auch nicht umsonst das Begriff des Metroidvania Genres, sage ich mal. Was natürlich dieses Spiel durchaus mitbegründet hat. Wie sehr offen das war, glaube, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich schätze mal schon offen. Ja, Turtles. Riesen Enttäuschung von mir aus damals. Da hat ja auch nicht umsonst der Engel Video Game Nerd auch mal ein Video zugemacht. Das Spiel hat halt wirklich so stark seine Probleme. Und zwar, ich war ein riesiger Turtles, werden die wahrscheinlich viele von euch damals. Und mal ein Turtles Spiel auf der Heimkonsole. Boah, Hammer. Aber irgendwie war das komisch umgesetzt. Das ganze Sprungverhalten und Springen war komisch. Es gab da ein paar komische Stellen. Wie man sieht, man hat sich hier auf so einer Oberkarte halt quasi durchgekämpft. Die man hat immer in die Gully-Decke gegangen ist, wo man dann halt zum nächsten Abschnitt gelangt ist. Keine Ahnung, also wenn man da reinkommen ist, kam man da raus. So nach dem Motto, wie genau, weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und man hat sich dann halt mit den vier verschiedenen Turtles durchgekämpft. Die hatten auch alle ihre verschiedenen Waffen und dadurch auch alle verschiedenen Kämpfen und so weiter. Allerdings, achso, ich dachte, zeigen sie es. Das scheiß Dumb-Level mit diesen scheiß elektrischen Dianen oder was das da drin sind, wo man diese scheiß Bomben entschärfen soll. Und das nur unter Zeitdruck. Ich habe es, glaube ich, damals nie geschafft. Und wenn ich es geschafft habe, bin ich sofort im nächsten Level gestorben. Das ist so verdammt hacken scheiße schwer, das Spiel. Das finde ich echt schade. Das hätte Potenzial gehabt. Also das Spiel ist wirklich nicht so super gut. Später kam ja noch die Version von dem Arcade-Game, glaube ich, die Portierung. Das war dann wieder gut, aber das war echt nicht gut. Leider, leider, leider. Ja, sind wir schon bei Tipps und Tricks, würde ich sagen. Punch-Out habe ich damals auch sehr geliebt. AC-Pro-M auch. Red Racer hatte ich damals nicht. Excitebike, das habe ich bei einem Kumpel immer gespielt. Da fand ich es immer sehr faszinierend, dass man da selber diese Level bauen konnte. Das war auch damals ein revolutionär neues Element, dass man quasi das Spiel selber gestalten konnte. Das war super. Golf, Track & Field. Ich weiß gar nicht, ob ich Track & Field 2 oder 1 immer ordentlich gespielt hatte. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber wir hatten auf jeden Fall einen Track & Field. Ich glaube, das war der erste Teil. Ja, so ein typisches Spiel, ne. Das ist so die ganze Spielereihe. Da hat man, glaube ich, Controller um Controller quasi zerstört. Wizard & Warby Us, das ist ja der Vorgänger zu Fortress of 4, beziehungsweise dieselbe Serie. Castlevania, auch ein Spiel, was mir damals entgangen ist. Life Force. Jetzt, wo ich die Screenshots sehe, habe ich das gespielt. Das habe ich voll verdrängt. Das habe ich voll verdrängt, ehrlich gesagt. Das habe ich gespielt. Hm. Dass man sich da durch diese Dinger schießen konnte. Habe ich voll verdrängt. Aber dafür sind solche Magazinen natürlich auch mal noch schön. Simons Quests, auch da das Stiefkind der Castle Reiner Serie. Ja, schöne vierstellige Postleitzahl noch. Und ein schönes Schlussbild quasi. Schöne Ausgabe. Gefällt mir. Schöne Special. Wie gesagt, ich kann leider nicht sagen, ob das eine normale Ausgabe oder nicht. Ich schätze mal eher nicht. Da wollen sie wahrscheinlich nur vielleicht zum Start des Club Nintendo Magazins. Ich glaube, die sind ja auch irgendwann um den Zeitraum, glaube ich, gestartet. Oder um den 80ern gestartet. Bin ich mir gerade voll unsicher, ehrlich gesagt. Aber war eine schöne Auswahl. Auch die NES-Klassiker und natürlich Game Boy hatten sie noch nicht so viel. Aber auch da ist die Auswahl solide geworden, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.